Tom Clancy Im Sturm Gelesen von Frank Arnold Vorwort Die Arbeit an diesem Buch begann schon vor längerer Zeit. Larry Bond lernte ich kennen, als ich auf einer Anzeige in den Proceedings der US-Marine-Akademie sein Computerspiel Harpoon bestellte, das sich als verblüffend nützlich entpuppte und zur Hauptgrundlage von Jagd auf Roter Oktober wurde. Es faszinierte mich so, dass ich im Sommer 1982 zu einem Kongress für Kriegsspiele fuhr, um ihn persönlich kennenzulernen, und am Ende wurden wir gute Freunde. 1983, als Roter Oktober in der Herstellung war, begannen Larry und ich über eines seiner Projekte zu reden. Convoy 84, ein Makro-Kriegsspiel auf der Basis des Harpoon-Systems, dessen Gegenstand eine Nordatlantik-Schlacht unter heutigen Bedingungen sein sollte. Ich war fasziniert, und wir begannen ein auf dieser Idee basierendes Buch zu diskutieren, denn bisher hatte niemand außerhalb der Verteidigungsministerien untersucht, wie es bei einer solchen, mit modernen Waffen geführten Kampagne zugehen mag. Je länger wir redeten, desto besser gefiel uns die Idee. Bald umrissen wir in groben Zügen spielerisch die Handlung und versuchten, das Szenarium auf einen vertretbaren Umfang zu beschränken, ohne essentielle Elemente von der Bühne zu entfernen. Trotz endloser Diskussionen und heftiger Meinungsverschiedenheiten fanden wir für dieses Problem keine adäquate Lösung. Obwohl Larrys Name nicht auf dem Umschlag erscheint, ist er für dieses Buch genauso verantwortlich wie ich. Wir kümmerten uns nie um die Arbeitsteilung, doch es gelang uns, als Co-Autoren ein Buch zu vollenden, und unsere Vertragsbasis war nicht mehr als ein Händedruck. Viel Spaß hatten wir obendrein bei der Arbeit. Ob unser Unternehmen erfolgreich war, muss der Leser entscheiden. Larry und ich können unmöglich allen danken, die uns bei der Vorbereitung dieses Buches geholfen haben, denn bei dem Versuch müssten wir die Namen Aldera auslassen, deren Beitrag mehr als nur wichtig war. Allen, die uns willig ihre Zeit zur Verfügung stellten, endlose Fragen beantworteten und dann ihre Antworten detailliert erklärten, wir wissen, wer ihr seid und was ihr für uns getan habt. Ihr taucht alle in diesem Buch auf. Besonderer Dank dem Kapitän, den Offizieren und der Mannschaft der Fregatte FFG 26, die eine fantastische Woche lang einer Landratte zeigten, was es heißt, Seemann zu sein. Schon seit undenklichen Zeiten ist es die Funktion der Marine, Situationen an Land zu beeinflussen und manchmal sogar zu entscheiden. Das war bei den alten Griechen der Fall, bei den Römern, die eine Marine aufbauten, um Carthago zu schlagen, den Spaniern, deren Armada die Eroberung Englands nicht gelang, und, ganz besonders entscheidend, im Atlantik und Pazifik in beiden Weltkriegen. Die See hat dem Menschen schon immer günstige Transportmöglichkeiten und bequeme Verbindungswege über große Distanzen angeboten. Sie gab auch Tarnung, denn wer unter der Kimm lag, war außer Sichtweite und damit praktisch unerreichbar. In der ganzen Geschichte des Westens hat die See für Mobilität, Stärke und Nachschub gesorgt, und jene Imperien, die auf See versagten – man denke an Alexander, Napoleon und Hitler – waren nicht von Dauer. Edward L. Beach Keepers of the Sea 1. Träge Lunte Nischnewartowsk, UdSSR Sie gingen rasch, lautlos, zielstrebig vor. Über ihnen leuchtete kristallklar der Sternenhimmel Westsibiriens. Sie waren Moslems, was man ihnen kaum anmerkte. Sie sprachen Russisch mit dem singenden Tonfall der Aserbaidschaner. Die drei hatten gerade auf dem LKW-Parkplatz und an den Bahngleisen eine komplizierte Aufgabe erledigt, nämlich das Öffnen hunderter von Füllventilen. Ibrahim Tolkaze war ihr Anführer. An der Spitze ging jedoch Rasul, ein Schrank von einem Mann, ehemals Feldwebel beim MVD. Er hatte in dieser kalten Nacht bereits sechs Männer getötet, drei mit der Pistole, drei mit bloßen Händen. Niemand hatte etwas gehört, denn in einer Erdölraffinerie herrscht viel Lärm. Die Leichen waren im Dunkel zurückgelassen worden, und die drei Männer bestiegen nun Tolkazes Wagen, um die nächste Phase in Angriff zu nehmen. Das Kontrollzentrum befand sich in einem modernen, zweistöckigen Bau in der Mitte des Komplexes. Mindestens fünf Kilometer weit in alle Richtungen erstreckten sich die Destillations- und katalytischen Anlagen, Tanklager und vor allem das kilometerlange Röhrengeflecht, das Nishnivartovs zu einer der größten Raffinerien der Welt machte. In unregelmäßigen Abständen erhellten Flammen den Himmel, wo Gase abgefackelt wurden, und es stank nach Rohöldestillaten, Kerosin, Benzin, Diesel, Stickstoff, Tetraoxid für Interkontinentalraketen, nach Schmierölen und allen möglichen anderen petrochemischen Verbindungen. Der Ingenieur Tolkaze steuerte seinen privaten Lader auf das fensterlose Backsteingebäude zu, hielt auf dem für ihn reservierten Parkplatz und ging zum Eingang. Seine Kameraden warteten geduckt im Fond. Hinter der Glastür begrüßte Ibrahim den Mann vom Werkschutz, der zurücklächelte und die Hand nach Tolkazes Ausweis ausstreckte. Der Wächter hatte getrunken, einziger Trost in diesem rauen, kalten Land. Sein Blick war verschwommen, sein Lächeln zu starr. Tolkaze händigte ungeschickt seinen Ausweis aus, ließ ihn fallen, und der Wächter bückte sich wankend, um ihn aufzuheben. Tolkazes Pistolenmündung war das letzte, was der Mann spürte. Er starb, ohne zu wissen, wie oder warum. Ibrahim hob die Leiche auf, setzte sie von übergesunken an den Tisch. Es verpennte mal wieder einer die Spätschicht und winkte dann seine Kameraden heran. Rasul und Mohamed sprinteten auf den Eingang zu. Brüder, es ist so weit. Tolkaze reichte seinem hühnenhaften Freund die Kalaschnikow AK-47 und einen Patronengurt. Rasul wog die Waffe kurz in der Hand, überzeugte sich, dass sie geladen und entsichert war. Dann warf er sich den Patronengurt über die Schulter, pflanzte das Bajonett auf und sagte zum ersten Mal in dieser Nacht etwas. Das Paradies erwartet uns. Tolkaze klemmte sich den Sicherheitsausweis an den weißen Kittel. Dann führte er seine Kameraden die Treppe hinauf. Normalerweise durfte das Kontrollzentrum nur betreten, wer einem der dort Beschäftigten persönlich bekannt war. Nikolai Barsov wirkte überrascht, als er Tolkaze durch das winzige Fenster in der Tür erblickte. Sie haben doch heute frei, Isha. Heute Nachmittag versagte ein Ventil und ich vergaß vor Schichtende nach dem Fortgang der Reparaturarbeiten zu sehen. Sie wissen ja, welches ich meine. Das Hilfsspeiseventil für Kerosinlager 8. Wenn es bis morgen nicht in Stand gesetzt ist, müssen wir umleiten. Und Sie können sich vorstellen, was das bedeutet. Barsov grunzte zustimmend. Allerdings, Isha. Treten Sie zurück, damit ich aufmachen kann. Die schwere Stahltür öffnete sich nach außen. Rasul und Mohammed waren Barsov verborgen geblieben. Er hatte keine Zeit mehr, sie wahrzunehmen. Drei Geschosse vom Kaliber 7,62 mm bohrten sich in seine Brust. Die Kontrollzentrale, in der 20 Mann Dienst taten, ähnelte einem Stellwerk oder der Schaltzentrale eines Kraftwerks. Schematische Darstellungen des Pipeline-Systems bedeckten die hohen Wände, übersät mit Hunderten von Leuchten, die die Funktion der einzelnen Steuerventile anzeigten. Doch dies war nur das Hauptdisplay. Einzelne Teile des Systems wurden über separate Rückmeldeanlagen gesteuert, größtenteils durch Computer, aber auch von der Hälfte der diensttunenden Ingenieure überwacht. Das Personal konnte die drei Schüsse nicht überhören. Doch niemand war bewaffnet. Gelassen, fast elegant, begann sich Rasul vorzuarbeiten, setzte seine Kalaschnikow meisterhaft ein, gab jedem Ingenieur nur eine Kugel. Anfangs versuchten sie zu fliehen, bis sie erkannten, dass Rasul sie wie Vieh in eine Ecke trieb. Zwei Männer griffen tapfer nach den Telefonen, um die Sicherheitseinheiten des KGB zu alarmieren. Einen erschoss Rasul auf seinem Posten, der andere aber ging hinter den Schaltpulten in Deckung und rannte zur Tür, wo Tolkaze stand. Es war Boris, wie Tolkaze sah, der Favorit der Partei und Chef des Kollektivs, ein Mann, der mit ihm Freundschaft geschlossen hatte. Ibrahim, der nicht vergessen hatte, wie gönnerhaft er von diesem Russen behandelt worden war, hob seine Pistole. »Isha!« schrie der Mann entsetzt. Ibrahim schoss ihm in den Mund und hoffte nur, dass Boris noch lange genug lebte, um sein verächtliches »Giaua« zu hören. Es freute ihn, dass Rasul diesen Mann nicht erwischt hatte. Alle anderen überließ er seinem wortkargen Freund gern. Die übrigen Ingenieure brüllten und Werfen mit Tassen, Stühlen und Handbüchern, doch es gab nirgends Zuflucht. Nichts führte an dem dunkelhäutigen, baumlangen Mann vorbei. Manche hoben flehend die Hände, andere beteten sogar laut. Der Lärm legte sich, als Rasul lächelnd den letzten erschoss. Dieser schwitzende, ungläubige Hund würde ihm im Paradies dienen. Rasul lud sein Sturmgewehr nach, ging zurück in die Kontrollzentrale, stieß die Leichen mit dem Bayonett an und verpasste jenen Vieren, die noch schwache Lebenszeichen zeigten, den Gnadenschuss. Sein Gesicht war grimmig befriedigt. Mindestens fünfundzwanzig ungläubige Hunde tot. Fünfundzwanzig Fremde, die nun nicht mehr zwischen seinem Volk und Allah standen. Wahrlich, er hatte Allahs Werk getan. Mohammed, der Dritte, war schon an seine Arbeit gegangen, als Rasul sich am oberen Ende der Treppe postierte. Im rückwärtigen Teil des Raumes schaltete er unter Umgehung aller automatischen Sicherheitssysteme von Computerkontrolle auf manuelle Notsteuerung um. Ibrahim, ein methodischer Mann, hatte das Unternehmen zwar über Monate hinweg geplant und sich jeder Einzelheit eingeprägt, trug aber dennoch eine Checkliste in der Tasche, die er nun entfaltete und vor sich aufs Hauptschaltpult legte. Tolkase warf einen Blick auf die Anzeigetafel, um sich zu orientieren, und hielt dann inne. Aus der Hüfttasche zog er die Hälfte eines Korans, der seinem Großvater gehört hatte, und schlug ihn aufs Geratewohl auf. Die Sure über die Kriegsbeute. Sein Großvater war bei einem erfolglosen Aufstand gegen Moskau zum Märtyrer des Islam geworden. Sein Vater hatte sich auf schändliche Weise dem gottlosen Staat unterworfen, und Tolkase selbst war von seinen Lehrern indoktriniert und schließlich zum Ingenieur ausgebildet worden, der in Aserbaidschans bedeutendster Industrieanlage Anstellung fand. Erst dann hatte der Gott seiner Vorvierter seine Seele durch einen inoffiziellen Imam gerettet. Tolkase las die Passage, die er aufgeschlagen hatte. Und als die Ungläubigen planten, dich gefangen zu halten, zu töten oder zu vertreiben, planten sie schlau. Doch auch Allah hatte seinen Plan gemacht, und seine Pläne sind die klügsten. Tolkase lächelte. Ein letzter Fingerzeig für einen Plan, den ein Größerer ausführte. Seelenruhig und zuversichtlich begann er sein Schicksal und seinen Auftrag zu erfüllen. Zuerst das Benzin. Er schloss 16 Steuerventile, die nächsten waren drei Kilometer entfernt, und öffnete dann zehn. So leitete er 80 Millionen Liter Benzin um, die nun aus einer Batterie von Füllventilen für Tanklaster strömten. Da die drei keine pyrotechnischen Vorrichtungen hinterlassen hatten, entzündete sich der Treibstoff nicht sofort. Doch wenn wir wahrhaftig das Werk Allahs tun, hatte sich Tolkase gesagt, wird er schon dafür sorgen. Was er auch tat. Ein Kleinlaster ging auf dem Abfüllhof zu rasch in die Kurve, geriet auf dem auslaufenden Benzin ins Schleudern und prallte seitlich gegen einen Strommast. Es bedurfte nur eines Funkens. Und auch an den Gleisen lief schon der Treibstoff aus. An den Hauptschaltern des Pipelinesystems ging Tolkase nach einem ganz speziellen Plan vor. Rasch gab er in den Computer einen Befehl ein und dankte Allah für Rasuls Geschick, der mit seinem Sturmgewehr nichts Wichtiges beschädigt hatte. Die Hauptleitung von dem nahegelegenen Ölfeld hatte einen Durchmesser von zwei Metern und zahlreiche Abzweigungen zu allen Bohrlöchern. Das Öl in diesen Pipelines stand unter dem Druck der Förderpumpen des Feldes. Auf Ibrahims Befehle hin wurden Ventile in rascher Folge geöffnet und geschlossen. Die Pipeline barst an einem Dutzend Stellen. Der Computer aber ließ die Pumpen weiterlaufen. Das austretende, leichte Rohöl überflutete das Ölfeld. Ein Funke genügte, um einen vom Winterwind noch weiter angefachten Großbrand auszulösen. Ein anderer Rohrbruch ereignete sich an der Stelle, wo die Öl- und Erdgasleitungen parallel über den Fluss Ob geführt wurden. »Die Grünen sind da!« schrie Rasul. Gleich darauf kam der Einsatztrupp des KGB-Grenzschutzes, die Treppe hochgestürmt. Ein kurzer Feuerstoß aus der Kalaschnikow tötete die beiden ersten Männer. Der Rest des Trupps machte hinter einer Biegung des Treppenhauses je Halt. Ein junger Feldwebel versuchte auszumachen, in was sie da hineingeraten waren. Ringsum im Kontrollzentrum gingen automatische Alarmsignale los. Die Hauptanzeige stellte vier wachsende Brände dar, umrissen von blinkenden, roten Leuchten. Tolkase trat an den Hauptrechner und riss die Bandspule mit den digitalen Steuerimpulsen heraus. Ersatzbänder lagen in einem Tresorraum im Keller, doch die einzigen Männer im Umkreis von zehn Kilometern, die die Kombination des Türschlosses kannten, lagen tot am Boden. Mohamed riss eifrig die Anschlüsse aller Telefone heraus. Die Explosion eines zwei Kilometer entfernten Benzintanks ließ das ganze Gebäude erzittern. Die Detonation einer Handgranate leitete einen neuen Angriff der KGB-Truppen ein. Rasul erwiderte das Feuer. Todesschreie mischten sich mit dem ohrenbetäubenden Lärm der Brandsirenen. Tolkase eilte in die Ecke, wo der Boden vom Blut schlüpfrig war, öffnete die Tür eines Sicherungsschranks, legte den Hauptschalter um und schoss dann mit der Pistole hinein. Wer hier etwas reparieren wollte, würde im Dunkeln arbeiten müssen. Es war vollbracht. Ibrahim sah, dass sein hühnenhafter Freund von Granatsplittern tödlich in die Brust getroffen war, sich aber wankend an der Tür auf den Beinen hielt, bemüht seine Kameraden bis zum letzten Augenblick zu schützen. Ich nehme Zuflucht dem Herrn der Welt, rief Tolkase den KGB-Truppen, die kein Wort arabisch verstanden, trotzig zu. Dem König der Menschen! Gott der Menschen! Vor dem Übel des flüsternden Schätan! Der KGB-Feldwebel sprang auf den unteren Treppenabsatz und seine erste Garbe riss Rasul die Kalaschnikow aus den blutleeren Händen. Zwei Handgranaten flogen im Bogen durch die Luft, als der Feldwebel schon wieder um die Ecke verschwand. Kein Ausweg! Kein Grund zur Flucht! Mohammed und Ibrahim blieben reglos in der Tür stehen, als die Handgranaten über die Fliesen auf sie zugeräut kamen. Um sie herum schien die ganze Welt Feuer zu fangen, und ihretwegen würde sie auch tatsächlich in Brand geraten. Allahu Akbar! Sunnyvale, Kalifornien Heiliger Strohsack, hauchte der Chief Master Sergeant. Der in dem Benzin- und Diesellager der Raffinerie ausgebrochene Brand hatte ausgereicht, die Sensoren eines 40.000 Kilometer über dem Indischen Ozean in einer geosynchronen Umlaufbahn schwebenden strategischen Frühwarnsatelliten zu aktivieren. Das Signal wurde zu einer hochgeheimen Bodenstation der US-Luftwaffe gesendet. Der ranghöchste Wachoffizier der Satellitenkontrolleinrichtung war ein Colonel der Air Force, der sich nun an seinen rangältesten Techniker warnte. Bringen Sie das auf die Karte! Ja, Sir! Der Sergeant gab an seinem Terminal einen Befehl ein, der die Empfindlichkeit der Kameras im Satelliten verringerte. Als der Überbelichtungseffekt auf dem Bildschirm nachließ, ortete der Satellit die Quelle der Wärmeenergie rasch. Eine computererzeugte Landkarte auf dem Monitor lieferte genaue Koordinaten. Sir, da brennt eine Erdölraffinerie. In zwanzig Minuten haben wir einen KH-11-Durchlauf. Der Satellit passiert die Brandstelle in knapp 120 Kilometer Entfernung. Gut, der Colonel nickte. Er betrachtete aufmerksam den Bildschirm, um sich zu vergewissern, dass die Hitzequelle sich nicht bewegte. Mit der rechten Hand griff er nach dem goldenen Telefon zum NORAD-Hauptquartier in Cheyenne Mountain im Bundesstaat Colorado. Hier, Argus Control. Ich habe eine Blitzmeldung für den Sink-Norad. Moment. Hier, Sink-Norad, sagte ein zweiter Mann, der Oberbefehlshaber der nordamerikanischen Luft- und Raumverteidigung. Sir, hier Colonel Burnett. Argus Control. Massiver Thermalenergiewert. Koordinaten 60 Grad, 50 Minuten Nord, 76 Grad, 40 Minuten Ost. Die Lokalität ist als Erdölraffinerie ausgewiesen. Die Hitzequelle ist stationär. Wiederhole, stationär. In zwanzig Minuten erfolgt ein KH-11-Durchlauf. Nach erster Einschätzung, General, haben wir es hier mit einem Großbrand auf einem Ölfeld zu tun. Ihr Satellit wird also nicht von einem Laser geblendet? fragte der Sink-Norad. Es bestand immer die Möglichkeit, dass die Sowjets solche Spiele trieben. Negativ. Die Lichtquelle umfasst das gesamte sichtbare Spektrum, plus Infrarot, und ist nicht, wiederhole, nicht monochromatisch. Weitere Einzelheiten in wenigen Minuten, Sir. Bisher weisen alle Daten auf einen Flächenbrand hin. 30 Minuten später hatten sie Gewissheit. Der Aufklärungssatellit kam über den Horizont und der Unfallstelle so nahe, dass seine acht Fernsehkameras das Chaos aufzeichnen konnten. Das Signal wurde über einen stationären Satelliten an die Bodenstation gefunkt, und Burnett sah sich das Ganze in Echtzeit an, live und in Farbe. Der Brand hatte bereits auf die Hälfte des Raffinerie-Komplexes und auf mehr als die Hälfte des nahegelegenen Ölfeldes übergegriffen. Brennendes Öl strömte aus den geborstenen Pipelines in den Ob. Sie konnten zusehen, wie sich das von einem starken Wind angefachte Feuer rasch ausbreitete. Im sichtbaren Spektrum hüllte Rauch den Großteil der Anlage ein, aber Infrarotsensoren durchdrangen ihn und zeigten eine Vielzahl von Hitzequellen, die nur riesige, heftig brennende Seen von Erdölprodukten darstellen konnten. Burnett Sargent kam aus dem Osten von Texas und hatte als junger Mann auf Ölfeldern gearbeitet. Er brachte Tageslichtaufnahmen der Anlage auf den Monitor und verglich sie mit dem Bild auf dem Sichtgerät nebenan, um festzustellen, welche Teile der Raffinerie bereits Feuer gefangen hatten. »Verflucht, Colonel!« Der Sargent schüttelte andächtig den Kopf. »Die Raffinerie ist im Eimer, Sir. Das Feuer rast vor dem Wind her und ist unmöglich zu löschen. Die Anlage ist ein Totalverlust und brennt vielleicht noch drei, vier Tage weiter, stellenweise sogar eine Woche. Und wenn sie den Brand nicht unter Kontrolle bekommen, geht auch das Ölfeld hoch. Beim nächsten Durchlauf steht der ganze Schlamassel in Flammen. Brennendes Öl aus allen Bohrlöchern. Mann, da traut sich selbst Reddardär nicht dran.« Von der Raffinerie bleibt also nichts übrig? Hm. Burnett ließ eine Bandaufzeichnung der Satellitenaufnahmen ablaufen. Das ist ihre neueste und größte Anlage. Bis die von Grund auf wieder aufgebaut ist, gibt es bei Petroleumprodukten mit Sicherheit Engpässe. Wenn der Brand gelöscht ist, werden sie ihre Benzin- und Dieselproduktion radikal umstellen müssen. Eins muss ich dem Russen lassen. Wenn bei seiner Industrie etwas schief geht, stößt er sofort zu. Ein lästiger Rückschlag für unsere russischen Freunde also. Nicht mehr. Diese Analyse wurde tags darauf von der CIA und einen Tag später von den britischen und französischen Nachrichtendiensten bestätigt. Sie lagen alle schief. 2. Außenseiter im inneren Zirkel. Datum. Zeit. 31.01.06.15. Blatt 1. Großbrand UdSSR BC Soviet Fire BGT 1809 FL. Feuerkatastrophe auf sowjetischem Ölfeld in Nizhne-Wartovsk. FL. IDS. Für Nachmittagsausgabe Mittwoch vorgezogen. FL. Von William Blake, FC. Militärkorrespondent AP. Washington. AP. Der schwerste Brand auf einem Ölfeld seit der Katastrophe in Mexico City 1984 und selbst dem Texas City Brand 1947 erhellte laut militärischen und nachrichtendienstlichen Quellen die Nacht in der mittleren Sowjetunion. Der Brand wurde mit nationalen technischen Mitteln ausgemacht. Ein Begriff, der im Allgemeinen auf von der CIA mittels Aufklärungssatelliten gewonnene Daten hinweist. Die CIA lehnte jeglichen Kommentar zu dem Vorfall ab. Quellen im Pentagon bestätigten den Bericht und betonten, die von der Unfallstelle abgestrahlte Energie habe bei NORAD vorübergehend Unruhe und die Besorgnis ausgelöst, es könne sich um den Abschuss einer Rakete gegen die Vereinigten Staaten handeln oder den Versuch, amerikanische Frühwarnsatelliten mit einem Laser zu blenden. Es sei jedoch zu keinem Zeitpunkt erwogen worden, erhöhte Alarmbereitschaft auszulösen. Nach 30 Minuten war alles vorbei, erklärte die Quelle. Von der sowjetischen Nachrichtenagentur TASS ging bisher keine Bestätigung ein. Die Tatsache, dass amerikanische Regierungsbeamte außergewöhnliche Industrieunfälle erwähnten, lässt darauf schließen, dass dieser Großbrand viele Todesopfer gefördert hat. Quellen im Verteidigungsministerium waren nicht bereit, über die Möglichkeit von Opfern unter der Zivilbevölkerung zu spekulieren. Der Erdölkomplex Nizhne-Wartovsk grenzt an die gleichnamige Stadt an. Das Feld Nizhne-Wartovsk liefert 31,1 Prozent der gesamten sowjetischen Ölförderung und die angrenzende, erst kürzlich erbaute Raffinerie 17,3 Prozent aller Erdöldestillate. Zu ihrem Glück, erklärte Donald Evans, Sprecher des American Petroleum Institute, brennt unterirdisches Öl nicht und aus diesem Grund ist damit zu rechnen, dass das Feuer in ein paar Tagen von selbst ausgehen wird. Der Wiederaufbau der Raffinerie könne jedoch sehr kostspielig werden. Wenn so etwas hochgeht, meinte Evans, dann gewöhnlich mit einem großen Knall. Die Russen verfügen jedoch über ausreichende ungenutzte Raffineriekapazität und können den Ausfall ausgleichen, zum Beispiel mit ihrem erweiterten Komplex bei Moskau. Evans sah sich nicht in der Lage, Vermutungen über die Brandursache anzustellen. Mag sein, dass das Klima etwas damit zu tun hatte. Wir sind zum Beispiel in Alaska auf Probleme gestoßen, die nur durch sorgfältige Arbeit gelöst werden konnten. Zudem ist jede Raffinerie anfällig für Brände und für intelligentes, umsichtiges und gut ausgebildetes Bedienungspersonal gibt es eben keinen Ersatz. Dies ist der letzte in einer Reihe von Rückschlägen für die sowjetische Ölindustrie. Erst im vergangenen Herbst wurde vor dem Zentralkomitee eingestanden, die Förderleistung beider Ölfelder in Ostsibirien hätte frühere Erwartungen nicht ganz erfüllt. Westliche Kreise interpretierten diese scheinbar milde Erklärung als scharfen Angriff auf den inzwischen zurückgetretenen Erdölminister Satyushin, dessen Posten nun Mikhail Sergetov innehat, ehemals Parteichef in Leningrad und ein Aufsteiger in der Partei. Sergetov, erfahrener Ingenieur und Parteibürokrat, muss nun die sowjetische Ölindustrie von Grund auf reorganisieren, eine Aufgabe, die Jahre in Anspruch nehmen mag. AP BA 31.01.05.01.ESTFL Ende Moskau Mikhail Eduardovitch Sergetov hatte keine Gelegenheit, sich den Bericht der Nachrichtenagentur anzusehen. Er war aus einer Datscha in den Birkenwäldern um Moskau geholt worden und sofort nach Nishnevartovsk geflogen, wo er sich nur zehn Stunden lang auffiel, ehe er nach Moskau zurückbeordert wurde, um Bericht zu erstatten. Erst drei Monate auf dem Posten, dachte er, und jetzt ausgerechnet das. Seine Stellvertreter, zwei geschickte junge Ingenieure, waren zurückgeblieben, um Ordnung in das Chaos zu bringen und zu retten, was noch zu retten war. Sergetov saß in der leeren Bugkabine einer IL-86 und ging seine Unterlagen für den Vortrag vor dem Politbüro durch, das später am Tag zusammentreten sollte. 300 Männer waren bei der Bekämpfung des Brandes ums Leben gekommen und wie durch ein Wunder nur knapp 200 Bürger der Stadt Nishnevartovsk. Die Raffinerie war fast völlig zerstört. Der Wiederaufbau würde mindestens zwei bis drei Jahre in Anspruch nehmen und einen beträchtlichen Anteil der Großröhrenproduktion des Landes verschlingen. Hinzu kamen alle anderen raffineriespezifischen Einrichtungen. Kostenpunkt 15 Milliarden Rubel. Und was musste alles aus dem Ausland importiert werden? Gegen Geld und kostbare Devisen. Und das war noch die positive Seite. Der negative Aspekt? Der Brand auf dem Ölfeld hatte die Quellenfassungen total zerstört. Reparaturzeit? 36 Monate. 36 Monate, sann Sergetov deprimiert. Vorausgesetzt, wir können die Bohrtürme und Mannschaften von anderswo abziehen und jede einzelne Bohrung neu niederbringen lassen und zur selben Zeit die Aerosysteme wieder aufbauen. 18 Monate lang ein drastischer Produktionsrückgang, wenn nicht 30 Monate. Was soll aus unserer Wirtschaft werden? Er nahm ein liniertes Blatt aus der Aktentasche und begann zu rechnen. Der Flug dauerte drei Stunden, aber dass er vorüber war, merkte Sergetov erst, als der Pilot erschien und verkündete, sie seien gelandet. Er blinzelte auf die Schneelandschaft bei Vnukovo 2, Moskaus nur für die Parteiprominenz bestimmt im Flughafen, und ging allein die Treppe hinunter zu einem bereitstehenden Siel. Die schwere Limousine raste sofort los und hielt an keinem der Kontrollpunkte. Die fröstelnden Milizoffiziere nahmen Haltung an, als der Siel vorbeirauschte. Die Sonne schien hell, der Himmel war bis auf dünne Zirruswolken klar. Sergetov starrte ausdruckslos aus dem Fenster und ging in Gedanken Zahlen durch, die er schon ein halbes Dutzend Mal überprüft hatte. Sergetov war seit sechs Monaten Kandidat, also nicht stimmberechtigtes Mitglied des Politbüros, was bedeutete, dass er zusammen mit acht anderen Kandidaten, die 13 Männer, die allein alle wichtigen Entscheidungen trafen, beriet. Er war seit September für die Erzeugung und Verteilung von Energie zuständig und hatte gerade erst begonnen, seinen Plan für die Reorganisation aller anderen mit Energie befassten zentralen und regionalen Ministerien, die den Großteil ihrer Zeit mit bürokratischen Grabenkämpfen verbrachten, in die Tat umzusetzen und eine übergeordnete Behörde zu schaffen, die dem Politbüro Direktbericht erstattete. Er schloss kurz die Augen und dankte Gott, weil er sich in seiner ersten Empfehlung vor einem Monat mit Fragen der Sicherheit und politischen Zuverlässigkeit auf den Ölfeldern befasst und für eine weitere Russifizierung der größtenteils ausländischen Belegschaft eingesetzt hatte. Aus diesem Grund brauchte er um seine Karriere bislang ein ununterbrochener Erfolg nicht zu fürchten. Er zuckte die Achseln. Bei der nun vor ihm liegenden Aufgabe ging es auf jeden Fall um seine Zukunft. Und womöglich um die seines Landes. Der Seel raste auf der für höchste Persönlichkeiten bestimmten Sonderspur in der Fahrbahnmitte des Leningradsky-Prospekts entlang. Sie glitten am Intouristhotel vorbei auf den Roten Platz und hielten schließlich auf das Kreml-Tor zu. Hier musste der Fahrer an drei von KGB-Soldaten und Tamangardisten bemannten Kontrollposten anhalten. Fünf Minuten später fuhr die Limousine am Eingang zum Ministerratsgebäude vor, dem einzigen modernen Bau in der Festung. Hier kannten die Posten Selgetor vom Seen und hielten ihm zackig salutierend die Wagentür auf. Als er eintrat, herrschte im Sitzungssaal Totenstille. In dem alten Saal im Arsenal, der gerade renoviert wurde, hätte die Stimmung an eine Beerdigung erinnert. Langsam starben die alten Männer, die Stalins Schreckensherrschaft überlebt hatten, aus. Die jungen Männer um die fünfzig verschafften sich Gehör, die Wachablösung hatte begonnen, kam aber für den Geschmack Sergetows und seiner Generation trotz des neuen Generalsekretärs viel zu langsam voran. »Guten Tag, Genossen«, sagte Selgetow. Die anderen Männer nahmen ihre Plätze ein. Selgetow setzte sich auf der rechten Seite des Tisches in die Mitte. Der Generalsekretär eröffnete die Sitzung, sprach beherrscht und sachlich. »Genosse Selgetow, beginnen Sie mit Ihrem Bericht. Zuerst möchten wir von Ihnen erfahren, was genau sich zugetragen hat.« »Genossen, gestern um 23 Uhr Moskauer Zeit drangen drei bewaffnete Männer ins Kontrollzentrum des Ölkomplexes Nischnewartowsk ein und begingen einen raffinierten Sabotageakt.« »Wer waren Sie?«, fragte der Verteidigungsminister scharf. »Bisher konnten wir nur zwei identifizieren. Einer der Banditen war Betriebsangehöriger, ein Elektriker. Der dritte«, Selgetow zog einen Personalausweis aus der Tasche und warf ihn auf den Tisch, »war der leitende Ingenieur Tolkase. Offenbar löste er in fachmännischer Kenntnis der Steuersysteme einen Großbrand aus, der sich, angefacht von starkem Wind, rasch verbreitete. Ein aus zehn Soldaten des KGB-Grenzschutzes bestehender Sicherheitstrupp griff auf den Alarm hin sofort ein. Der bisher noch nicht identifizierte Saboteur tötete oder verwundete fünf dieser Männer mit einem Sturmgewehr, das er einem Angehörigen des Werkschutzes abgenommen hatte, der ebenfalls ums Leben kam. Ich muss nach der Vernehmung des Feldwebels vom KGB, der Leutnant viel, sagen, dass der Grenzschutz rasch und korrekt reagierte. Die Männer töteten die Saboteure binnen Minuten, konnten aber die völlige Zerstörung der gesamten Anlage, Raffinerie und Ölfeld nicht verhindern. »Gut. Der Grenzschutz hat rasch gehandelt. Warum hat er diesen Sabotageakt nicht verhindern können?« fragte der Verteidigungsminister aufgebracht. »Was hatte dieses Mohamedaner-Gesindel dort überhaupt verloren?« »Genosse, die Arbeit auf den sibirischen Ölfeldern ist hart, und wir hatten ernsthafte Schwierigkeiten, die Stellen dort zu besetzen. Mein Vorgänger beschloss, erfahrene Arbeiter aus Baku nach Sibirien zwangsversetzen zu lassen. Das war der helle Wahnsinn. Sie werden sich entsinnen, dass ich Ende vergangenen Jahres die Abschaffung dieser Praktik empfahl.« »Wir haben davon Kenntnis genommen, Michael Eduardowitsch,« meinte der Generalsekretär. »Bitte fahren Sie fort.« Die KGB-Wache zeichnet alle Telefon- und Funkgespräche auf. Der Einsatztrupp war binnen zwei Minuten unterwegs. Unglücklicherweise befindet sich die Wache neben dem alten Kontrollzentrum. Als wir vor zwei Jahren neue, computergesteuerte Anlagen aus dem Westen erhielten, wurde das gegenwärtige Gebäude drei Kilometer weiter weg hochgezogen. Das Baumaterial für eine neue Wache daneben wurde zugeteilt, aber vom Direktor des Komplexes und dem örtlichen Parteisekretär für den Bau von Datschen am Fluss zweckentfremdet. »Beide Männer sind auf meine Veranlassung hin wegen Verbrechens gegen den Staat festgenommen worden,« berichtete Sergetow nüchtern. »Keine Reaktion am Tisch.« Sergetow sprach weiter. »Ich habe die Sicherheitsmaßnahmen an allen Ölanlagen bereits verschärfen lassen. Ebenfalls auf meinen Befehl hin wurden die Familien der beiden bekannten Saboteure in Baku verhaftet und vom Staatssicherheitsdienst streng verhört, ebenso alle Bekannten und Arbeitskollegen der Täter. Ehe die Täter vom Grenzschutz unschädlich gemacht werden konnten, sabotierten sie die Steueranlage des Ölfeldes auf eine Weise, die einen Großbrand auslöste. Es gelang ihnen auch, die Steuereinrichtungen so zu beschädigen, dass selbstqualifizierte Ingenieure die Katastrophe nicht hätten verhindern können. Die KGB-Truppen waren gezwungen, das Gebäude, das später ausbrannte, zu verlassen. Sie konnten nichts mehr machen. Sergetow erinnerte sich an die Tränen auf den Blasen im verbrannten Gesicht des Feldwebels. »Und die Feuerwehr?« fragte der Generalsekretär. »Über die Hälfte der Männer kam bei der Bekämpfung des Brandes um,« erwiderte Sergetow. Dazu mehr als hundert Bürger, die mithelfen, den Komplex zu retten. »Man kann hier wirklich niemandem die Schuld geben, Genosse.« So wie dieser Tolkase sein Teufelswerk begonnen hatte, war es so leicht unter Kontrolle zu bringen wie ein Erdbeben. Die Brände sind inzwischen zum größten Teil gelöscht, denn der bei der Raffinerie lagernde Treibstoff wurde binnen fünf Stunden von den Flammen verzehrt, und aus den zerstörten Bohrlöchern tritt kein Öl mehr aus. »Wie war eine solche Katastrophe nur möglich?« fragte ein altes Mitglied. Sergetow war von der ruhigen Stimmung im Raum überrascht. Hatte man den Fall bereits zuvor besprochen? Mein Bericht vom 20. Dezember befasste sich mit den Gefahren. Vom Kontrollzentrum aus werden Pumpen und Ventile auf einem Gebiet von über hundert Quadratkilometern gesteuert. Von hier aus kann ein mit der Anlage vertrauter Mann die verschiedenen Systeme des gesamten Feldes nach Belieben manipulieren und erreichen, dass sich der ganze Komplex praktisch selbst zerstört. Tolkase verfügte über diese Kenntnisse. Er war ein Aserbaidschaner, wegen seines Geschicks und seiner vorbildlichen Treue ausgewählt, Absolvent der Staatsuniversität Moskau, angesehenes Parteimitglied. Außerdem scheint er ein zu verblüffender Heimtücke fähiger religiöser Fanatiker gewesen zu sein. Alle Männer, die im Kontrollzentrum getötet wurden, waren seine Freunde. Oder hielten sich zumindest dafür. Nach 15 Jahren in der Partei waren die letzten Worte dieses Mannes, der ein gutes Gehalt, den Respekt seiner Kollegen und sogar einen Privatwagen hatte, der schrille Schrei, Allah ist groß, schloss Sergitow trocken. Aserbaidschaner sind offensichtlich unberechenbar, Genossen. Der Verteidigungsminister nickte. Und welche Auswirkungen wird das auf die Ölproduktion haben? Am Tisch beugte man sich vor, gespannt auf Sergitows Antwort. Genossen, wir haben für mindestens ein Jahr, womöglich für drei Jahre, etwa 34 Prozent unserer Förderkapazität verloren. Sergitow schaute von seinen Unterlagen auf und sah, wie sich die steinernen Minen schmerzlich verzogen. Alle Bohrungen müssen neu niedergebracht, alle Pipelines vom Ölfeld zur Raffinerie neu verlegt werden. Der gleichzeitige Verlust der Raffinerie ist ernst, aber kein unmittelbarer Anlass zur Sorge, denn sie kann erstens wieder aufgebaut werden und stellte zweitens nur ein Siebtel unserer Gesamtkapazität dar. Der Rückgang der Ölförderung dagegen wird unserer Volkswirtschaft den schwersten Schaden zufügen. Wegen der chemischen Zusammensetzung des Nizhne-Wartowsk-Öls sind die Auswirkungen auf die Wirtschaft schwerer, als der Nettoverlust zunächst andeutet. Sibirisches Erdöl ist leicht und süß, was bedeutet, dass es einen unverhältnismäßig hohen Anteil wertvollster Bestandteile, aus denen wir Benzin, Kerosin und Dieseltreibstoff herstellen, und einen geringen Schwefelgehalt hat. Der Nettoverlust auf diesen Gebieten beträgt 44 Prozent unserer Benzin, 48 Prozent der Kerosin und 50 Prozent der Dieselproduktion. Diese Zahlen sind das Ergebnis vorläufiger Berechnungen, die ich auf dem Rückflug anstellte, sie sollten aber bis auf plus minus zwei Prozent exakt sein. Genaue Werte wird meine Behörde in ein, zwei Tagen vorlegen. Also die Hälfte? fragte der Generalsekretär leise. Korrekt, Genosse, gab's Herr Gethoff zurück. Und wann kann die Förderung wieder beginnen? Genosse Generalsekretär, wenn wir alle verfügbaren Bohrtürme heranziehen und rund um die Uhr arbeiten lassen, kann die Förderung in zwölf Monaten wieder beginnen. Die Beseitigung der Trümmer wird drei Monate in Anspruch nehmen. Transport und Aufstellung der Bohrtürme weitere drei. Da uns über Lage und Tiefe der Bohrungen exakte Informationen vorliegen, kann der übliche Unsicherheitsfaktor unberücksichtigt bleiben. Innerhalb eines Jahres, will sagen sechs Monate nach Beginn der Bohrarbeiten, produziert das Feld wieder und wird nach zwei Jahren wieder seine volle Kapazität erreicht haben. Gleichzeitig müssen auch die EOR-Anlagen erneuert werden. Und was wäre das? fragte der Verteidigungsminister. Enhanced Oil Recovery Systeme, Genosse Minister. Eine westliche Erfindung. Wären dies verhältnismäßig neue Bohrlöcher gewesen, aus denen das Öl unter dem Druck des Erdgases strömt, hätte das Feld Wochen lang gebrannt. Wie Ihnen bekannt ist, Genossen, wurde aus diesen Bohrlöchern schon allerhand Öl gepumpt. Um die Förderleistung zu steigern, haben wir Wasser in die Bohrlöcher gepumpt, das mehr Öl nach oben drückt. Unsere Geologen sind im Augenblick noch damit befasst, herauszufinden, in welchem Ausmaß dies die ölführenden Schichten schädigt. Wie auch immer, mit dem Strom fiel auch die Kraft, die das Öl nach oben presste, aus, und die Brände an der Oberfläche fanden bald keine Nahrung mehr. Wir können also noch nicht einmal in drei Jahren mit voller Förderleistung rechnen? fragte der Innenminister. Korrekt, Genosse Minister. Es existiert schlicht keine wissenschaftliche Basis für die Taxierung der Gesamtproduktion. Mit einer Situation wie dieser sah sich bisher noch niemand konfrontiert, weder im Osten noch im Westen. Vielleicht können wir im Laufe der nächsten zwei oder drei Monate den Testbohrungen einige Aufschlüsse entnehmen. Ich habe zwei Ingenieure zurückgelassen, die im Begriff sind, den Prozess mit verfügbarem Gerät in Gang zu setzen. Gut, der Generalsekretär nickte. Die nächste Frage. Wie lange kann das Land auf dieser Basis existieren? Zergetow konsultierte seine Unterlagen. Genossen, für unsere Wirtschaft ist das unbestreitbar eine Katastrophe von noch nie dagewesenen Ausmaßen. Der Winter hat unsere Schwerölvorräte stärker als gewöhnlich vermindert. Bestimmte Energieverbraucher müssen relativ unangetastet bleiben. Für die Stromerzeugung zum Beispiel wurden im vergangenen Jahr 38 Prozent unserer Ölprodukte aufgewandt. Sehr viel mehr als geplant, weil die Kohle- und Gasproduktion, die den Ölverbrauch reduzieren sollte, enttäuschend ausfiel. Wegen Fehlschlägen bei der Modernisierung wird der Ausstoß unserer Kohleindustrie erst in fünf Jahren das Plan soll erreichen. Und Bohrungen nach Erdgas werden gegenwärtig von Umweltbedingungen verlangsamt. Aus technischen Gründen sind Einrichtungen dieser Art in extremer Kälte sehr schwer zu bedienen. Dann sollen die Faulenzer eben fester zupacken, schlug der Moskauer Parteichef vor. An den Bohrmannschaften liegt es nicht, Genosse, Zergetow seufzte. Es sind die Maschinen. Die Kälte schadet Metall mehr als Menschen. Werkzeuge und Gerätschaften brechen, weil sie in der Kälte spröde werden. Die Witterungsbedingungen erschweren die Versorgung der Lager mit Ersatzteilen. Wäre es möglich, die Bohrarbeiten im Geheimen durchzuführen? fragte der Verteidigungsminister. Das verblüffte Zergetow. Ausgeschlossen, Genosse Minister. Wie versteckt man mehrere hundert zwischen zwanzig und vierzig Meter hohe Bohrtürme? Da könnte man genauso gut versuchen, den Raketenkomplex Plesetsk zu tarnen. Zum ersten Mal fiel Zergetow auf, dass der Verteidigungsminister und der Generalsekretär Blicke tauschten. Dann muss die Stromindustrie ihren Ölverbrauch einschränken, verfügte der Generalsekretär. Genossen, gestatten Sie mir, Ihnen ein paar grobe Zahlen zu unserem Ölverbrauch zu nennen. Bitte berücksichtigen Sie, dass ich das aus dem Gedächtnis tue, da der Jahresbericht meiner Behörde im Augenblick noch erstellt wird. Im vergangenen Jahr förderten wir 589 Millionen Tonnen Rohöl. 32 Millionen Tonnen unter dem Plan soll. Und selbst diese Leistung war nur mit Hilfe der erwähnten künstlichen Maßnahmen möglich. Die Hälfte dieser Menge wurde in Masut oder schweres Heizöl zur Verfeuerung in Kraftwerken, Fabriken und so weiter umgewandelt. Für den Großteil dieses Öls gibt es keine andere Verwendung, da wir nur über drei – Verzeihung – nun nur noch zwei – Raffinerien verfügen, deren komplexe katalytische Spaltanlagen Schweröl in leichte Destillate umzuwandeln im Stande sind. Unsere Treibstoffproduktion hält die Wirtschaft auf vielfältige Weise in Gang. Wie bereits erwähnt, werden bei der Stromerzeugung 38 Prozent verbraucht. Die gute Hälfte der leichteren Treibstoffe – Benzin, Diesel und Kerosin – absorbieren Landwirtschaft, Nahrungsindustrie, Personen- und Gütertransport, der zivile Verbrauch und die Streitkräfte. Mit anderen Worten, Genossen, ist nach dem Ausfall von Nizhny-Wartowsk der Bedarf der erwähnten Endverbraucher größer als unsere Produktion. Und es bleibt nichts übrig für Metallurgie, die chemische und die Schwerindustrie, die Bauwirtschaft und nicht zu vergessen die Lieferungen an die sozialistischen Bruderstaaten in Osteuropa und anderswo auf der Welt. Um auf Ihre spezifische Frage einzugehen, Genosse Generalsekretär, eine bescheidene Verringerung des Verbrauchs von leichtem Heizöl in Kraftwerken ist zwar möglich, doch schwere Defizite bei der Stromerzeugung führen schon jetzt zu gelegentlichen Spannungsabfällen und Stromausfällen. Weitere Kürzungen auf diesem Gebiet würden sich ungünstig auf die Industrieproduktion und den Schienentransport auswirken. Sie werden sich entsinnen, dass wir vor drei Jahren in einem Experiment die Spannung des erzeugten Stroms verringerten, um Treibstoff zu sparen, was im ganzen Donetsbecken zu durchgebrannten Elektromotoren führte. Und Kohle und Gas? Genosse Generalsekretär, die Kohleproduktion liegt bereits 16 Prozent unterm Plansoll und sinkt weiter. Aus diesem Grund mussten viele Kessel und Kraftwerke von Kohle auf Öl umgestellt werden. Zudem wäre die Rückkonvertierung solcher Anlagen von Öl auf Kohle zu kostspielig und zeitraubend. Umrüstung auf Erdgas ist eine attraktivere und kostengünstigere Alternative, die wir energisch verfolgt haben. Leider hinkt auch die Erdgasförderung dem Plansoll hinterher, ist aber nun im Steigen begriffen und mag im Lauf des Jahres die vorgegebenen Werte erreichen. Hier muss allerdings berücksichtigt werden, dass wir die Hälfte unseres Erdgases gegen Devisen nach Westeuropa liefern, um im Ausland Rohöl und natürlich auch Getreide einkaufen zu können. Bei diesem Hinweis verzog das für die Landwirtschaft zuständige Mitglied des Politbüros schmerzlich das Gesicht. Wie viele Männer, fragte sich Sergetov, hatten bei dem Versuch, die sowjetische Landwirtschaft auf Trab zu bringen, ihre Karrieren ruiniert. Eine Ausnahme stellte natürlich der gegenwärtige Generalsekretär dar. Denen hatten seine Missgriffe auf diesem Gebiet nicht am Aufstieg gehindert. Doch welchen Preis er bezahlt hatte, begann Sergetov erst jetzt zu verstehen. Welche Lösung schlagen Sie vor, Michael Eduardowitsch? fragte der Verteidigungsminister mit beunruhigender Beflissenheit. Genossen, wir müssen unsere Wirtschaft auf allen Ebenen rationalisieren und leistungsfähiger machen. Höhere Ölimporte erwähnte Sergetov erst gar nicht, denn das von ihm erwähnte Defizit bedeutete bereits eine dreißigfache Erhöhung der Einfuhren und für eine Verdoppelung der Ölimporte reichten die Devisenreserven kaum aus. Wir werden den Ausstoß der Bohrturmfabrik Barrikade in Volgograd erhöhen und die Qualitätskontrolle verbessern müssen. Außerdem ist der Einkauf von Bohrgerät im Westen notwendig, damit existierende Felder weiter erforscht und ausgebeutet werden können. Wir müssen mehr Kernkraftwerke bauen. Die Lastwagen und Privatfahrzeugen zur Verfügung stehende Treibstoffmenge ließe sich kürzen. Wir alle wissen, dass auf diesem Sektor viel verschwendet wird. Vielleicht sogar ein Drittel des Gesamtverbrauchs. Der Treibstoffverbrauch der Streitkräfte ließe sich vorübergehend einschränken. Und zu erwägen wäre auch die Umstellung einiger Rüstungsbetriebe auf die Herstellung wichtiger Produkte für den zivilen Bereich. Wir haben drei sehr schwere Jahre vor uns. Aber nur drei, schloss Sergetow optimistisch. Genosse, auf dem Gebiet der Außen- und Verteidigungspolitik haben Sie nur wenig Erfahrung, nicht wahr? fragte der Verteidigungsminister. Ich habe nie etwas anderes behauptet, Genosse Minister, erwiderte Sergetow argwöhnisch. Dann will ich Ihnen sagen, weshalb diese Lage unakzeptabel ist. Wenn wir Ihren Vorschlägen folgen, wird der Westen von unserer Krise erfahren. Größere Bestellungen von Bohr- und Fördereinrichtungen und Aktivität in Nischniewartowsk demonstrieren eindeutig, was hier vor sich geht. Dann sind wir in den Augen des Westens verwundbar, und unsere Schwäche wird ausgenutzt werden. Und dabei, er hieb mit der Faust auf den schweren Eichentisch, schlagen Sie die Kürzung des Treibstoffs für die Streitkräfte vor, die uns gegen den Westen verteidigen sollen. Genosse Minister, ich bin Ingenieur und kein Soldat. Ich wurde um eine Einschätzung der Lage vom technischen Standpunkt ausgebeten und habe das getan. Sergetow war bemüht, sachlich zu klingen. Die Lage ist sehr ernst, zieht aber zum Beispiel unsere Interkontinentalraketen nicht in Mitleidenschaft. Können Sie allein uns nicht vor den Imperialisten schützen, während wir uns von diesem Schlag erholen? Wozu sind Sie sonst gebaut worden? fragte sich Sergetow. Unsummen für unproduktive Löcher vergeudet. Reichte es denn nicht aus, den Westen zehnmal zerstören zu können? Warum eigentlich zwanzigmal? Und warum war das jetzt immer noch nicht genug? Haben Sie an die Möglichkeit gedacht, dass der Westen uns nicht verkauft, was wir brauchen? fragte der Parteitheoretiker. Wann haben die Kapitalisten sich je geweigert? Wann hatten die Kapitalisten je eine solche Waffe gegen uns in der Hand? gab der Generalsekretär zu bedenken. Zum ersten Mal ist der Westen in der Lage, uns innerhalb eines Jahres die Luft abzuschnüren. Und was, wenn man uns obendrein noch an Getreidekäufen hindert? Daran hatte Sergetow nicht gedacht. Nach sieben aufeinanderfolgenden Missernten war die Sowjetunion auf riesige Getreidelieferungen angewiesen, in diesem Jahr ausgerechnet aus den USA und Kanada, da Argentinien und in geringerem Ausmaß auch Australien wegen schlechten Wetters in der südlichen Hemisphäre karge Ernten eingefahren hatten. In Washington und Ottawa waren die Kaufverhandlungen bereits im Gange, und abgesehen vom starken Dollar, der den Weizen unverhältnismäßig verteuerte, machten die Amerikaner überhaupt keine Schwierigkeiten. Die Verschiffung des Getreides würde jedoch Monate in Anspruch nehmen. Wie einfach war es, fragte sich Sergetow, die Lieferungen im kritischen Moment wegen technischer Schwierigkeiten in den Getreidehöfen in New Orleans und Baltimore zu verzögern oder ganz einzustellen? Er schaute in die Runde. 22 Männer, darunter nur 13, die die wirklichen Entscheidungen trafen, dachten stumm über die Aussicht auf über 250 Millionen hungernde und frierende Arbeiter und Bauern nach, und das zu einem Zeitpunkt, zu dem die Truppen der Roten Armee, des Innenministeriums und des KGB ihre Bewegungsfreiheit und ihre Ausbildungsmöglichkeiten wegen Treibstoffkürzungen eingeschränkt sahen. Die Männer im Politbüro gehörten zu den mächtigsten der Welt und waren niemandem Rechenschaft schuldig, nicht dem ZK der Partei, nicht dem obersten Sowjet und schon gar nicht den Bürgern. Diese Männer hatten die Straßen Moskaus schon seit Jahren nicht mehr betreten, sondern brausten in ihren handgefertigten, von Chauffeuren gesteuerten Limousinen zwischen Arbeitsplatz und Luxuswohnungen in Moskau oder ihren Dienstdatschen vor der Stadt hin und her. Ihre Einkäufe erledigten sie in Bewachten, nur für die Elite bestimmten Läden, und um ihre Gesundheit kümmerten sich Ärzte in Kliniken, die nur den Mitgliedern der Nomenklatura vorbehalten waren. Diese Männer fühlten sich als Meister ihres Schicksals. Erst jetzt ging ihnen auf, dass auch sie wie alle anderen normalen Menschen zum Spielball des Schicksals wurden. Die Bürger ihres Landes lebten zusammengepfercht in heruntergekommenen Wohnungen. Lebensmittel waren knapp. Im Überfluss gab es nur Plakate und Transparente, die den Fortschritt in der Sowjetunion und die Solidarität der Werktätigen priesen. Es gab hier am Tisch Männer, die diese Slogans für bare Münze hielten. Selbst der sonst eher kritische Sergetov glaubte sie manchmal, wenn sie ihn an seine idealistische Jugend erinnerten. Doch der Fortschritt in der Sowjetunion konnte die Lebensmittelversorgung des Landes nicht garantieren, und wie lange konnten die im Dunkeln hungernden und frierenden Werktätigen Solidarität empfinden? Waren sie etwas stolz auf die Raketen in den Wäldern Sibiriens, auf die Panzer und Geschütze, die jedes Jahr zu Tausenden produziert wurden? Wenn sie zum Nachthimmel aufschauten, dachten sie dann an die Raumstation Salyut und fühlten sich inspiriert? Oder fragten sie sich insgeheim, was diese Elite dort oben zu essen bekam? Bis vor einem knappen Jahr hatte Sergetov den Parteibezirk Leningrad geführt und sich von seinen Untergebenen die Klagen der Bürger, die Schlange standen, um Brot, Zahnpasta oder Schuhe zu ergattern, genau wiedergeben lassen. Obwohl er auch damals schon von der harschen Realität des Lebens in der Sowjetunion abgeschirmt war, hatte er sich oft gefragt, ob nicht eines Tages der Durchschnittsarbeiter seine schwere Bürde nicht mehr werde tragen wollen. Hatte er das damals prophezeien können? Nein. Und heute? Ebenfalls nicht. Und diese alten Männer hier wussten erst recht nicht, was das Volk empfand. Das Volk? Narod nannten sie es. Ein maskulines Substantiv für die Massen. Die gesichtslosen Männer und Frauen, die sich Tag für Tag in Fabriken und Kolchosen abrackerten und ihre Gedanken hinter lächelnden Masken verborgen hielten. Die Mitglieder des Politbüros redeten sich ein, die Arbeiter und Bauern neideten ihnen den mit der schweren Verantwortung einhergehenden Luxus nicht. Immerhin hatten sich die Lebensumstände im Lande messbar verbessert. Das war die stillschweigende Übereinkunft zwischen Volk und Führung. Doch diese Abmachung sollte nun gebrochen werden. Was würde geschehen? Nikolaus II. hatte keine Antwort auf diese Frage gewusst. Diese Männer kannten sie. Der Verteidigungsminister brach das Schweigen. Wir müssen mehr Öl beschaffen. So einfach ist das. Die Alternative wäre eine gelähmte Volkswirtschaft, hungrige Bürger und reduzierte Verteidigungsbereitschaft. Die Konsequenzen sind nicht akzeptabel. Wir können uns das Öl nicht leisten, wandte ein Kandidat ein. Dann holen wir es uns eben. For Mead, Maryland Bob Toland zog die Stirn kraus und musterte das Stück Gewürzkuchen. Solltest du dir den Nachtisch verkneifen, sagte sich der Analytiker von der Nationalen Sicherheitsbehörde NSA. Naja, sind nur 200 Kalorien. Fünf Minuten länger auf dem Trimmfahrrad, wenn du heimkommst, dann ist alles wieder im Lot. Was meinen Sie zu diesem Zeitungsartikel, Bob? fragte ein Kollege. Die Sache mit dem Ölfeld? Toland sah sich den Anstecker des Mannes noch einmal an und stellte fest, dass seine Sicherheitseinstufung den Zugang zu Satelliteninformationen ausschloss. Muss ja ein schönes Feuerchen gewesen sein. Haben Sie denn noch nichts Offizielles gesehen? Sagen wir, dass die Presse von einer Quelle informiert wurde, deren Sicherheitseinstufung höher ist als meine. Streng geheim? An die Presse? Beide lachten. So ungefähr. Dem Reporter lagen Informationen vor, die ich noch nicht zu Gesicht bekommen habe, meinte Toland fast wahrheitsgemäß. In seiner Abteilung spekulierte man, wie der Russe den Brand so schnell gelöscht hatte. Sollte den Russen aber nicht so viel ausmachen. Ist ja nicht wie bei uns, wo jeden Sommer Millionen von Autofahrern auf den Straßen sind. Moskau Das Politbüro trat am nächsten Morgen um halb zehn zusammen. Der Himmel vor den Doppelfenstern war grau und Schnee verhangen. Heute Abend fahren Sie im Gorki-Park Schlitten, dachte Sergetov. Die Moskowiter würden lachen, trinken und sich amüsieren, ohne zu ahnen, was hier beschlossen werden, welche Wendung ihr Leben nehmen sollte. Nun hatte sich nur der fünfköpfige Verteidigungsrat versammelt. Sergetov sah den Generalsekretär an, den jungen Mann, der nach westlicher Meinung das Heft in der Hand hatte. Sein Aufstieg an die Parteispitze war für viele, darunter auch Sergetov, eine Überraschung gewesen. Im Westen setzt man noch immer so große Hoffnungen in ihn wie einst wir, dachte Sergetov. Sein Eintreffen in Moskau hatte das Radikal geändert. Wieder ein zerbrochener Traum. Der Mann, der jahrelang munter einen landwirtschaftlichen Fehlschlag nach dem anderen überspielt hatte, ließ nun seinen Charme in einer weiteren Arena los. Jeder am Tisch musste zugeben, dass er sich gewaltig anstrengte, doch die Aufgabe war unlösbar. Um an die Spitze zu kommen, hatte er zu viele Kompromisse mit der alten Garde schließen müssen. Selbst die jungen Männer von fünfzig und sechzig, die von ihm ins Politbüro geholt worden waren, hatten ihre Bindungen zum alten Regime. Geändert hatte sich im Grunde nichts. Seit Khrushchev war kein Mann mehr allein an der Macht gewesen. Einzelherrschaft bag Gefahren, an die sich die ältere Generation in der Partei nur zu gut erinnern konnte. Die Jungen hatten die Geschichten von den großen Säuberungen unter Stalin oft genug gehört und sie sich zu Herzen genommen, und auch bei der Armee wusste man noch, was Khrushchev mit ihrer Hierarchie angestellt hatte. Im Politbüro ging es wie im Dschungel nur ums Überleben, und kollektive Führung bedeutete kollektive Sicherheit. Der Generalsekretär hatte Zugeständnisse machen müssen, um auf seinen Sessel zu kommen, und weitere waren unvermeidlich, wenn er ihn behalten wollte. Die wahren Machtblöcke waren amorph. Loyalitäten verschoben sich mit den Begleitumständen und wurden nur von Zweckdienlichkeit bestimmt. Wirkliche Macht hatte nur die Partei. Die Partei herrschte über alles, war aber nicht länger Ausdruck des Willens nur eines Mannes, sondern in Interessengruppen aufgesplittert, die hier von zwölf Männern vertreten wurden. Einer sprach fürs Militär, andere für KGB und Schwerindustrie, einer sogar für die Landwirtschaft. Jeder Interessenvertreter übte auf seine Weise Macht aus und verbündete sich mit anderen, um seine Stellung zu sichern. Der Generalsekretär hatte versucht, das durch die Ernennung seiner eigenen Leute zu ändern, aber würde er wie seine Vorgänger lernen, dass Loyalität an diesem Tisch nicht von Dauer war? Solange er seine Leute nicht platziert hatte, war er primus inter pares in einer Gruppe, die ihn ebenso leicht stürzen konnte wie Khrushchev. Genossen, begann der Verteidigungsminister. Die Sowjetunion braucht Öl, und zwar mindestens 200 Millionen Tonnen mehr als sie fördert. Dieses Öl existiert nur wenige hundert Kilometer von unserer Grenze entfernt im persischen Golf. Mehr Öl, als wir je brauchen werden. Selbstverständlich sind wir in der Lage, diese Felder innerhalb von zwei Wochen mit Luftlandetruppen einzunehmen. Leider aber wäre eine heftige Reaktion des Westens unvermeidlich, denn diese Felder versorgen Westeuropa, Japan und zu einem gewissen Grad auch die USA. Der NATO fehlen die Mittel, sie mit konventionellen Waffen zu verteidigen. Die Amerikaner haben ihre schnelle Einsatztruppe RDF, eine leere Hülse aus Hauptquartieren und leicht bewaffneten Truppen. Selbst mithilfe ihres vorgeschobenen Ausrüstungsdepots auf Diego Garcia könnten sie unsere Luftlande- und Panzertruppen nicht aufhalten. Bei dem Versuch würden ihre Elite-Truppen binnen weniger Tage überwältigt und vernichtet und dann bliebe ihnen nur eine Alternative. Kernwaffen. Ein Risiko, das wir nicht unbeachtet lassen dürfen. Zum Beispiel wissen wir genau, dass amerikanische Kriegspläne für diesen Fall den Einsatz von Atomwaffen vorsehen. Solche Waffen lagern in großen Mengen auf Diego Garcia. Aus diesem Grund müssen wir vor der Eroberung des Persischen Golfes die NATO als militärischen und politischen Faktor ausschalten. Sergetov setzte sich in seinem Ledersessel kerzengerade auf. Was hatte er da gehört? Er warte nur mit Mühe eine teilnahmslose Miene, als der Verteidigungsminister fortfuhr. Ist die NATO erst einmal vom Tisch, findet sich Amerika in einer merkwürdigen Lage. Es kann nämlich seinen Energiebedarf in der westlichen Hemisphäre decken, ohne die bei den amerikanischen Juden nicht gerade beliebten arabischen Länder verteidigen zu müssen. Glaubt ihr das denn selbst? fragte sich Sergetov. Glaubt ihr denn wirklich, dass die Vereinigten Staaten untätig bleiben? Zumindest ein Mann teilte seine Besorgnis. Wir brauchen also nur Westeuropa zu erobern, Genosse? fragte ein Kandidat. Sind das nicht jene Länder, vor deren konventionellen Streitkräften Sie uns jedes Jahr warnen? Alljährlich hören wir von der Bedrohung, die die massierten NATO-Armeen darstellen, und jetzt sagen Sie so leicht hin, wir müssten sie besiegen? Verfügen Großbritannien und Frankreich denn nicht über ihre eigenen Nuklear-Arsenale, Genosse Minister? Und warum sollte Amerika nicht seiner Bündnisverpflichtung nachkommen und Kernwaffen zur Verteidigung der NATO einsetzen? Sergetov fand es überraschend, dass ausgerechnet ein Kandidat diese Themen so rasch zur Sprache gebracht hatte. Noch mehr überraschte ihn, dass der Außenminister darauf antwortete. Wieder ein Teil des Puzzles. Doch was meinte der KGB dazu? Warum war er hier nicht vertreten? Sein Vorsitzender erholte sich von einer Operation, doch es hätte jemand anwesend sein sollen. Es sei denn, die Angelegenheit war gestern Abend bereits abgeklärt worden. Aus naheliegenden Gründen müssen unsere Kriegsziele beschränkt bleiben, was uns vor einer Reihe politischer Aufgaben stellt. Erstens müssen wir die Vereinigten Staaten in Sicherheit wiegen, damit die Operation sie unvorbereitet trifft und es für eine energische Reaktion zu spät ist. Zweitens muss der politische Zusammenhalt der NATO gelockert werden. Der Außenminister erlaubte sich ein seltenes Lächeln. Wie Sie wissen, arbeitet der KGB schon seit Jahren an einem solchen Plan, dessen endgültige Form nun feststeht? Lassen Sie mich ihn in groben Umrissen darlegen. Sergejtov lauschte und nickte. Über die Kühnheit des Vorhabens und auch, weil er nun eine neue Einsicht in das Kräftegleichgewicht in diesem Raum gewonnen hatte. Es steckte also der KGB dahinter. Das hätte er ahnen sollen. Doch ging der Rest des Politbüros mit dem Vorschlag konform? Der Minister fuhr fort. Sie sehen also, wie das funktionieren würde. Ein Element ergänzt das andere, bis das Bild komplett ist. Unter diesen Voraussetzungen wären die Wasser gründlich getrübt. Und wenn wir darüber hinaus noch erklären, die beiden unabhängigen Atommächte der NATO nicht direkt bedrohen zu wollen, ist das nukleare Risiko, wenn gleich real, doch geringer als die Gefahren, die unserer Wirtschaft bereits drohen. Sergejtov lehnte sich in seinen Ledersessel zurück. Da war es heraus. Krieg war besser als ein kalter Hungerfrieden. Die Würfel waren gefallen. Oder? Hatte eine Koalition anderer Mitglieder des Politbüros die Macht und das Prestige, die Entscheidung umzustoßen? Konnte er es wagen, gegen diesen Wahnsinn die Stimme zu erheben? Erst einmal war eine wohlüberlegte Frage zu stellen. Können wir die NATO denn besiegen? Die glatte Antwort ließ ihn frösteln. Selbstverständlich, erwiderte der Verteidigungsminister. Wozu haben wir denn eine Armee? Unsere Oberbefehlshaber sind bereits zur Rate gezogen worden. Und erst letzten Monat hast du mehr Stahl für neue Panzer verlangt, weil die NATO angeblich immer stärker wird, dachte Sergejtov wütend. Was waren hier für Machenschaften im Gange? Hatte man wirklich schon die Fachleute vom Militär konsultiert oder basierte das Ganze auf der vielgepriesenen persönlichen Erfahrung des Verteidigungsministers? Hatte sich der Generalsekretär von ihm ins Boxhorn jagen lassen? Wurden so Entscheidungen getroffen, von denen das Schicksal ganzer Nationen abhing? Was würde Lenin dazu sagen? Genossen, das ist der reinste Wahnsinn, sagte Piotr Bromkowski, der Älteste. Gewiss, unserer Wirtschaft droht große Gefahr. Jawohl, auch der Sicherheit des Staates. Doch sollen wir ihr mit einer noch größeren Gefahr begegnen? Bitte bedenken Sie, was geschehen kann. Wann soll der Krieg denn beginnen, Genosse Verteidigungsminister? Man hat mir versichert, dass unsere Armeen in vier Monaten bereit sind. In vier Monaten also? Ich nehme doch an, dass wir in vier Monaten genug Treibstoff haben, genug, um einen Krieg anzufangen. Petya war alt, aber nicht senil. Genosse Sergetov? Der Generalsekretär drückte sich wieder um die Verantwortung. Auf welche Seite sollte er sich schlagen? Der junge Kandidat kam zu einem raschen Entschluss. Die Bestände an leichten Treibstoffen sind im Moment hoch, musste Sergetov zugestehen. Wir bauen sie in den Wintermonaten, wenn der Verbrauch am niedrigsten ist, immer auf, und wenn man unsere strategischen Reserven hinzurechnet, ergeben sich 45, 60, beharrte der Verteidigungsminister. 45 Tage, das ist ein realistischerer Wert, Genosse. Sergetov hielt seine Stellung. Meine Behörde hat sich im Zug eines Programms zur Erhöhung der strategischen Reserven mit dem Treibstoffverbrauch von Einheiten der Streitkräfte befasst. Durch Einsparungen auf anderen Sektoren und Opfer in der Industrie ließe sich eine Kriegsreserve von 60, vielleicht sogar 70 Tagen aufbauen. Die kurzfristige Belastung für die Wirtschaft wäre nur gering, doch zur Mitte des Sommers würde sich das Bild rapide ändern. Sergetov legte eine Pause ein und war betroffen, weil er sich der unausgesprochenen Entscheidung so leicht gefügt hatte. Ich habe meine Seele verkauft. Oder wie ein Patriot gehandelt? Bin ich so geworden wie die anderen hier am Tisch? Oder habe ich nur die Wahrheit gesagt? Und was ist die Wahrheit? Feststand nur, dass er überlebt hatte. Fürs Erste. Wie ich Ihnen gestern darlegte, sind wir in beschränktem Maß zu einer Umstrukturierung der Produktion von Destillaten in der Lage. Meine Behörde ist der Ansicht, dass die Erzeugung militärisch wichtiger Treibstoffe um neun Prozent erhöht werden kann. Andererseits halten meine Analytiker alle existierenden Verbrauchseinschätzungen unter Gefechtsbedingungen für übertrieben optimistisch. Ein letzter, schwacher Protest. Besorgen Sie uns nur den Treibstoff, Michael Eduardowitsch. Der Verteidigungsminister lächelte kalt. Wir passen schon auf, dass er vernünftig verwendet wird. Laut Schätzung meiner Experten werden wir unsere Angriffsziele binnen zwei Wochen erreicht haben, wenn nicht früher. Aber ich konzidiere die Stärke der NATO-Armeen und gehe daher von dreißig Tagen aus. Es bleibt uns also immer noch mehr als genug Treibstoff. Und wenn die NATO herausbekommt, was wir planen? fragte der alte Petya. Sie wird nichts erfahren, denn wir bereiten bereits unsere Maskirovka vor, unser Ablenkungsmanöver. Die NATO ist keine starke Allianz. Ihre Minister zanken sich um den Verteidigungsbeitrag ihrer Länder. Die Bevölkerungen sind uneins und verweichlicht. Weil sie es noch immer nicht fertiggebracht hat, ihre Waffensysteme zu standardisieren, ist der Nachschub ein Chaos. Und ihr wichtigstes, stärkstes Mitglied trennt ein 5000 Kilometer breiter Ozean von Europa. Die Sowjetunion hingegen ist von der westdeutschen Grenze nur eine Nachtfahrt mit dem Zug entfernt. Wenn alles versagt und unsere Absichten bekannt werden, können wir jederzeit Halt machen, sagen, wir hielten Manöver ab und zu Friedensbedingungen zurückkehren und wären dann nicht schlimmer dran, als wenn wir nichts unternommen hätten. Zuzuschlagen brauchen wir nur, wenn alles bereit ist. Zurückziehen können wir uns immer. Alle wussten, dass das eine geschickte Lüge war, aber niemand hatte den Mut, sie anzuprangern. Wann hatte sich eine einmal mobilisierte Armee je zurückgezogen? Bromkowski schwafelte noch ein paar Minuten lang und zitierte Lenins Warnung vor einer Gefährdung der Heimat des Weltsozialismus, doch selbst darauf reagierte niemand. Dass dem Staat oder eher der Partei und dem Politbüro Gefahr drohte, lag auf der Hand. Die Alternative war Krieg. Zehn Minuten später stimmte das Politbüro ab. Sergejtov und die acht anderen Kandidaten waren nur Zuschauer. Das Ergebnis lautete elf zu zwei für den Krieg. Der Prozess hatte begonnen. Datum. Zeit. Dritter, Zweiter. 17.15 Uhr. Blatt 1. Sowjetreport. B.C. Sowjetreport. BGT 2310.FL. TASS bestätigt Feuer auf Ölfeld. Rät. Für Nachmittagsausgabe Samstag vorgezogen. F.L. Von Patrick Flynn. F.C. Korrespondent Moskau AP. Moskau. AP. Die sowjetische Nachrichtenagentur TASS bestätigte heute, in Westsibirien habe sich ein schwerer Brand ereignet. Das Parteiorgan Pravda meldete das Unglück und lobte die heldenhaften Feuerwehrleute, die durch pflichtbewussten Einsatz zahllose Menschenleben gerettet und weitere Schäden an einer naheliegenden Einrichtung verhindert hätten. Dem Vernehmen nach brach der Brand durch technisches Versagen im automatischen Steuerungssystem der Raffinerie aus und verbreitete sich rasch, wurde aber von den tapferen Feuerwehrleuten und mutigen Arbeitern, die ihnen heroisch zur Hilfe eilten, nicht ohne Opfer, bald gelöscht. Obgleich in westlichen Berichten Zweifel angemeldet wurden, erloschen die Flammen offenbar rascher als erwartet. Im Westen werden nun Spekulationen über ein hochmodernes Löschsystem in der Anlage angestellt, das es den Sowjets ermöglichte, den Brand unter Kontrolle zu bringen. ABBA 32, 16.01, Est, F.L. Ende. 3. Korrelation der Kräfte Moskau »Nach meiner Meinung hat man mich überhaupt nicht gefragt«, erklärte Generalstabschef Marshal Chavurin. »Als man mich am Donnerstagabend rief, war die politische Entscheidung längst gefallen. Wie lange ist es her, dass der Verteidigungsminister mich um eine auf stichhaltigen Argumenten basierende Entscheidung gebeten hat?« »Und was haben Sie gesagt?«, fragte Marschall Rochkow, Oberbefehlshaber der Heerestruppen. Die erste Reaktion war ein grimmiges, ironisches Lächeln. »Die Streitkräfte der Sowjetunion seien nach einer Vorbereitungszeit von vier Monaten in der Lage, diese Aufgabe zu erfüllen.« »Vier Monate?« Rochkow starrte aus dem Fenster, drehte sich dann um. »Wir werden nicht bereit sein.« »Die Feindseligkeiten beginnen am 15. Juni«, erwiderte Chavurin. »Wir müssen bereit sein, Juri.« »Sollte ich denn vielleicht sagen, bedauere, Genosse Generalsekretär, aber die Sowjetarmee ist dazu nicht in der Lage? Ich wäre entlassen und durch einen fügsameren Mann ersetzt worden. Sie wissen ja, wer das ist. Wollen Sie lieber unter Bukharin dienen?« »Dieser Idiot«, gräulte Rochkow. Die brillanten Pläne des damaligen Generalleutnants Bukharin hatten die Sowjetarmee nach Afghanistan geführt. Bukharin, fachlich eine Null, war von seinen politischen Beziehungen nicht nur gerettet, sondern bis fast an die Spitze des Militärs befördert worden. »Soll also er in diesem Zimmer sitzen und ihnen seine Pläne diktieren?«, fragte Chavurin. Rochkow schüttelte den Kopf. Die beiden waren befreundet, seit sie 1945 bei dem letzten Vorstoß auf Wien Panzerverbände befehligt hatten. »Und wie fangen wir das an?«, fragte Rochkow. »Roter Sturm«, erwiderte der Marschall schlicht. »Roter Sturm« hieß der Plan für einen Panzerangriff auf Westdeutschland und die Niederlande, der unter Berücksichtigung von Strukturveränderungen in den Streitkräften beider Seiten laufend auf den neuesten Stand gebracht wurde und auf eine rapide Zunahme der Spannungen zwischen Ost und West eine drei Wochen dauernde Kampagne vorsah. Trotzdem wurde im Einklang mit der sowjetischen Militärdoktrin ein strategischer Überraschungseffekt als Voraussetzung für den Sieg gefordert, der nur mit konventionellen Waffen errungen werden sollte. »Wenigstens sind keine Atomwaffen im Spiel«, sagte Rochkow. Andere Pläne mit anderen Bezeichnungen sahen nämlich verschiedene Szenarien vor, die den Einsatz von taktischen und gar strategischen Kernwaffen bedeuteten. Etwas, das kein Mann in Uniform gerne in Erwägung zog. Trotz des Säbelrasselns ihrer politischen Herren wussten diese Berufssoldaten zu gut, dass der Gebrauch nuklearer Waffen nur zu grauenerregenden Unsicherheitsfaktoren führte. »Und die Maskirovka?« Spielt sich in zwei Stufen ab. Die erste ist rein politisch und gegen die Vereinigten Staaten gerichtet. Die zweite führt kurz vor Kriegsbeginn der KGB durch. Sie stammt vom KGB Nord und wurde von uns vor zwei Jahren besprochen. Rochkow grunzte. Die Gruppe Nord war ein Ad-Hoc-Komitee, das sich aus den Abteilungsleitern des KGB zusammensetzte und erstmals Anfang der 70er Jahre von dem damaligen KGB-Chef Yuri Andropov einberufen worden war. Sein Zweck war die Erforschung von Möglichkeiten zur Spaltung der NATO im Allgemeinen und die Führung von politischen und psychologischen Operationen zur Untergrabung des westlichen Wehrwillens im Besonderen. Der spezifische Plan, der zur Vorbereitung auf einen heißen Krieg die militärische und politische Struktur der NATO erschüttern sollte, war der bislang kühnste Schwindel der Gruppe Nord. Ob er Erfolg haben würde, stand dahin. Die beiden hohen Offiziere tauschten einen ironischen Blick. Wie die meisten Berufssoldaten misstrauten sie Spionen und ihren Plänen. »Vier Monate«, wiederholte Rochkow. »Da gibt es viel zu tun.« »Und wenn dieser KGB-Zauber nicht funktioniert?« »Der Plan ist gut. Er soll den Westen nur eine Woche lang täuschen. Obwohl zwei besser wären. Entscheidend ist natürlich, wie rasch die NATO voll kriegsbereit ist. Wenn wir den Mobilisierungsprozess um sieben Tage verzögern können, ist uns der Sieg sicher.« »Und wenn nicht?« fragte Rochkow. Der wusste, dass selbst eine Verzögerung von sieben Tagen keine Garantie bot. »Dann ist er nicht sicher. Aber das Gleichgewicht der Kräfte bleibt für uns günstig. Das wissen Sie, Juri.« Über die Option, bereits mobilisierte Streitkräfte wieder zurückzuziehen, hatte der Verteidigungsminister mit dem Chef des Generalstabs überhaupt nicht gesprochen. »Zuerst einmal muss rund um die Disziplin verbessert werden.« sagte der Oberbefehlshaber. »Und ich muss sofort meine Kommandeure informieren. Es muss intensiv geübt werden. Wie ernst ist die Treibstoffknappheit?« Schavürin reichte seinem Untergebenen die Unterlagen. »Könnte schlimmer sein. Wir haben genug für ein erweitertes Übungsprogramm. Ihre Aufgabe ist nicht leicht, Juri, aber vier Monate sind doch gewiss eine ausreichende Zeit, oder?« »Natürlich nicht. Aber es war sinnlos, das auszusprechen.« »Wie Sie sagten, reichen vier Monate aus, um unseren Männern die Disziplin zum Kampf einzuimpfen.« »Habe ich freie Hand?« »In Grenzen.« »Einem Gemeinen klarzumachen, dass er vor dem Feldwebel stramm zu stehen hat, ist eine Sache. Einen Papierkrieger in einen Feldoffizier zu verwandeln, eine andere.« Rorschkow umging den Kern des Problems, aber sein Vorgesetzter verstand genau, was gemeint war. »Sie haben in beiden Fällen freie Hand, Juri. Aber gehen Sie in unser beider Interesse behutsam vor.« Rorschkow nickte knapp. Er wusste schon, wem er die Aufgabe übertragen würde. »Mit den Truppen, die wir vor vierzig Jahren anführten, André, könnten wir das schaffen.« Rorschkow setzte sich. »Und im Grunde haben wir das gleiche Material wie damals. Und dazu bessere Waffen. Der größte Unsicherheitsfaktor sind die Männer. Als wir mit unseren Panzern in Wien einfuhren, waren unsere Leute harte, zähe Kerle mit Fronterfahrung. Vergessen Sie nicht, dass sich auch der Westen mit diesem Problem herumzuschlagen hat. Wie will er kämpfen, wenn er uneins ist und überrascht wird? Juri, der Plan kann funktionieren. Er muss einfach klappen.« Am Montag spreche ich mit meinen Kommandeuren. Norfolk, Virginia. »Passen Sie nur gut darauf auf!« Commander Daniel X. McCafferty reagierte nicht sofort. USS Chicago war erst vor sechs Wochen in Dienst gestellt worden, mit Verspätung wegen eines Feuers auf der Werft. Sie hatten gerade eine harte, fünfwöchige Testfahrt im Atlantik hinter sich und nahmen nun Proviant für ihre erste Dienstfahrt an Bord. McCafferty war noch immer von seinem neuen Boot entzückt und konnte sich nicht an ihm sattziehen. Er war gerade mit dem Oberbürgermeister von Chicago über das gewölbte Oberdeck gegangen, der Beginn jeder Führung durch ein U-Boot, obwohl es hier so gut wie nichts zu sehen gab. »Wie bitte?« »Passen Sie gut auf Ihr Schiff auf,« sagte der U.B. von Chicago. »Wir nennen es Boot, Sir, und versprechen angesichts der Patenstadt, gut auf es aufzupassen.« »Darf ich Sie in die Messe bitten?« »Noch mehr Leitern?« Der U.B. zog eine Grimasse. »Und wohin geht morgen die Fahrt?« »Aufs Meer, Sir.« McCafferty trat auf die oberste Sprosse der Leiter. Der U.B. von Chicago folgte ihm. »Das hätte ich mir auch gedacht.« Für einen Mann Ende fünfzig kletterte er recht gelenkig. »Was treiben Sie eigentlich auf diesen Booten?« »Ozeanografische Forschung heißt es bei der Marine.« McCafferty drehte sich um und entschuldigte sich mit einem Lächeln für die Antwort auf die peinliche Frage. Auf der Chicago entwickelten sich die Dinge rasch. Die Navy wollte sehen, wie wirksam die neuen Schalldämpfsysteme waren. In dem Akustik-Erprobungsgebiet vor den Bahamas waren alle Ergebnisse positiv ausgefallen. Nun wollte man sehen, wie gut das Boot in der Barensee funktionierte. Darüber musste der U.B. lachen. »Na, dann zählen Sie bestimmt im Auftrag von Greenpeace-Wahle.« »Wo wir hinfahren, gibt es welche, das kann ich Ihnen verraten.« »Was haben Sie da für Kacheln an Deck?« »Ich wusste gar nicht, dass es Schiffe mit Gummideck gibt.« »Das sind echofreie Kacheln, Sir. Das Gummi schluckt Schallwellen, dadurch wird das Boot leiser und ist mit so nah schwerer zu orten.« »Kaffee?« »Man sollte doch meinen, dass es an einem Tag wie heute...« Der Käpt'n lachte in sich hinein. »Finde ich auch. Aber an Bord herrscht strenges Alkoholverbot.« Der U.B. hob seinen Becher und stieß mit McCafferty an. »Glückliche Fahrt!« Moskau Sie versammelten sich in der Offiziersmesse des Militärbezirks Moskau in der Ulica Krasnokasarmenaya, einem gewaltigen, beeindruckenden Bau aus der Zarenzeit. Die Oberbefehlshaber trafen sich regelmäßig um diese Zeit in Moskau und begingen den Anlass mit üppigem Festessen. Rozhkov begrüßte seine Kameraden am Haupteingang, und als alle versammelt waren, führte er sie in den Keller zu den prunkvollen Dampfbädern. Anwesend waren alle Oberbefehlshaber der Heeresgruppen und ihre Stellvertreter, dazu die Befehlshaber der Luftwaffe und der Flotten, eine kleine Galaxis aus Sternen, Ordensbändern und Goldpressen. Zehn Minuten später waren sie nackt, hatten nur ein Handtuch und einen Bündel Birkenzweige in der Hand und sahen aus wie ganz normale Männer in mittleren Jahren, vielleicht etwas besser in Form als der Durchschnitt in der Sowjetunion. Alle kannten sich. Manche waren zwar Rivalen, aber doch Berufskollegen und verbrachten die ersten Minuten in der für ein russisches Dampfbad typischen intimen Atmosphäre mit oberflächlicher Konversation über Kinder und Enkel. Schließlich kam die klassische Diskussion über die Dicke des Dampfes auf. Rorschkopf schlichtete den Streit gebieterisch mit einem dünnen, stetigen Strahl kalten Wassers auf die erhitzten Ziegelsteine in der Mitte des Raumes. Das davon ausgelöste Zischen reichte aus, eventuelle Horchgeräte im Raum zu zerstören, wenn sie in der feuchten Luft nicht schon längst korrodiert waren. Rorschkopf hatte sich noch nicht anmerken lassen, was bevorstand, weil er es für besser hielt, die Männer mit einem Schock zu konfrontieren und ihre freimütigen Reaktionen abzuwarten. Genossen, ich habe eine Erklärung abzugeben. Die Gespräche verstummten, die Männer schauten ihn fragend an. Genossen, in vier Monaten, genauer gesagt am 15. Juni, starten wir eine Offensive gegen die NATO. Einen Augenblick lang war nur das Zischen des Dampfes zu vernehmen. Dann lachten drei Männer, die sich auf der Fahrt vom Kreml in ihren Wagen einen kräftigen Schluck genehmigt hatten, laut auf. Andere, die nahe genug saßen, um das Gesicht Rorschkopf sehen zu können, schwiegen. »Ist das Ihr Ernst, Genosse Marschall?«, fragte der Oberbefehlshaber West. Er bekam ein Nicken zur Antwort und sprach weiter. »Könnten Sie uns dann bitte den Grund für dieses Unternehmen nennen?« »Sicher.« »Über die Katastrophe in Nizhne-Wartowsk sind Sie alle informiert. Was Ihnen noch nicht bekannt ist, sind die strategischen und politischen Implikationen.« Er umriss knapp alle Entscheidungen des Politbüros. »In vier Monaten starten wir die entscheidendste Militäroperation in der Geschichte der Sowjetunion. Die Zerschlagung der NATO als politische und militärische Macht. Und das Unternehmen wird erfolgreich verlaufen.« Als er geendet hatte, schaute er die Offiziere schweigend an. Der Dampf begann die erwünschte Wirkung zu zeigen, ernüchterte jene, die getrunken hatten, und brachte sie zum Schwitzen. »Gewöhnt euch ruhig daran,« dachte Rorschkopf. »Im Lauf der nächsten Monate werdet ihr gehörig schwitzen müssen.« Dann sprach Pavel Alexeev, stellvertretender OB Südwest. »Gerüchte habe ich ja gehört. Aber steht es denn so ernst?« »Jawohl.« »Wir haben genug Treibstoff für zwölf Monate unter Friedens und für sechzig Tage unter Kriegsbedingungen.« Dass dabei bis Mitte August die Wirtschaft am Boden liegen würde, verschwieg er. Alexeev beugte sich vor und schlug sich mit den Birkenzweigen. Er war mit fünfzig Jahren der zweitjüngste Offizier im Raum, ein respektierter Soldat und intellektueller, ein durchtrainierter, gutaussehender Mann mit den Schultern eines Holzfällers. Aus scharfen, dunklen Augen spähte er durch die aufsteigende Dampfwolke. »Mitte Juni?« »Jawohl«, erwiderte Rozhkov. »So viel Zeit bleibt uns, um unsere Pläne und Truppen vorzubereiten.« Rozhkov schaute sich im Raum um. Schon machte der Dampf einen Teil der Decke unsichtbar. »Ich nehme an, dass wir hier sind, um ganz offen sprechen zu können.« »So ist es, Pavel Leonidovich«, antwortete Rozhkov, nicht im geringsten überrascht, dass Alexeev als erster das Wort ergriffen hatte. Rozhkov hatte die Karriere dieses Mannes im Laufe der vergangenen zehn Jahre mit Bedacht gefördert. Alexeev war der einzige Sohn eines verwegenden Panzergenerals des großen Vaterländischen Krieges, der unter Khrushchev bei einer der unblutigen Säuberungen Ende der fünfziger Jahre zwangsweise in den Ruhestand versetzt worden war. »Genossen«, Alexeev erhob sich und stieg von der Holzbank auf den Marmorboden. »Ich akzeptiere alles, was Marshal Rozhkov gesagt hat. Aber vier Monate, vier Monate, in denen unser Vorhaben aufgedeckt werden, uns das Überraschungsmoment entgleiten könnte. Was mag dann geschehen? Nein, für einen solchen Fall haben wir Plan Schukov 4, sofortige Mobilmachung. An sechs Stunden können wir wieder auf unseren Befehlsständen sein. Wenn wir schon einen Überraschungsangriff führen wollen, dann so, dass er geheim bleibt. In 72 Stunden.« Wieder hörte man nur das Wasser auf den hellbraunen Ziegeln verdampfen. Aber dann brach im Raum ein Stimmengewirr los. Schukov 4 war die Wintervariante eines Plans, der die Aufdeckung eines beabsichtigten Überraschungsangriffes der NATO auf den Warschauer Pakt voraussetzte. Für diesen Fall sah die sowjetische Militärdoktrin den Angriff als beste Verteidigung vor, der NATO durch einen Frontalangriff der Panzerdivisionen der Kategorie A in Ostdeutschland zuvorzukommen. »Wir sind aber nicht bereit,« wandte OB West ein. Er saß in Berlin, vor Ort, und befehligte die zahlenmäßig stärksten Verbände der Welt. Für einen Angriff auf Westdeutschland war er vorwiegend eher verantwortlich. Alexej fupt die Hand. »Der Gegner aber auch nicht. Er ist sogar noch unvorbereiteter. Berücksichtigen wir unsere Geheimdienstmeldungen. 14 Prozent Ihrer Offiziere sind im Urlaub. Gut, es ist das Ende einer Übungsperiode, aber gerade aus diesem Grund wird ein Großteil Ihres Geräts nun gewartet. Und man kann davon ausgehen, dass ihre Befehlshaber zu Besprechungen in die jeweiligen Hauptstädte gefahren sind. So wie wir. Ihre Truppen sind im Winterquartier und tun Winterdienst. Dies ist die Jahreszeit für Wartung und Papierkrieg. Das Sportprogramm ist eingeschränkt. Wer will schon im Schnee herumrennen? Die Männer frieren und trinken mehr als gewöhnlich. Jetzt ist unsere Chance. Die Geschichte lehrt, dass der sowjetische Soldat im Winter die besten Leistungen bringt. Und die Abwehrbereitschaft der NATO ist auf dem Tiefstand. Und unsere auch, Sie Grünschnabel, fauchte der OB West. Das lässt sich in 48 Stunden ändern, konterte Alexeev. Ausgeschlossen, unterstützte der Stellvertreter des OB West seinen Chef. Maximale Bereitschaft wird sich erst in einigen Monaten erreichen lassen, stimmte Alexeev zu. Er wusste, dass sein Standpunkt bei seinen Vorgesetzten nur mit Sachlichkeit anzubringen war. Seine Erfolgsaussichten waren zwar gering, aber er wollte es wenigstens versuchen. Aber es wird schwer, wenn nicht unmöglich sein, die notwendigen Maßnahmen zu kaschieren. Wie Marshal Roszkow sagte, ist uns politische und diplomatische Maskirovka versprochen worden, sagte ein General. Dass der KGB und unsere geschickte politische Führung Wunder bewirken, bezweifle ich nicht. Vielleicht war der Raum ja doch verwandst. Aber ist es nicht zu viel verlangt von den Imperialisten, die uns fürchten und hassen und durch ihre Agenten und Spionagesatelliten belauern, zu erwarten, dass sie eine Steigerung unserer Übungsaktivitäten um 100 Prozent einfach übersehen? Wir wissen, dass sich ihre Alarmbereitschaft erhöht, wenn unsere Einheiten Feldübungen abhalten, und wegen der Frühjahrsübungen wird ihre Abwehrbereitschaft ohnehin höher sein. Ein Abweichen von unserem normalen Übungsprogramm würde sie warnen. Ostdeutschland wimmelt nur so von westlichen Spionen. Die NATO wird Verdacht schöpfen und reagieren, sich uns mit allem, was sie in ihren Arsenalen hat, an der Grenze entgegenstellen. Greifen wir aber andererseits mit dem an, was uns zur Verfügung steht. Und zwar jetzt sind wir im Vorteil. Unsere Männer sind nämlich nicht im Skiurlaub. Schukow 4 sieht den Übergang vom Friedens- zum Kriegszustand innerhalb von 48 Stunden vor. So schnell kann die NATO unmöglich reagieren. Bis ihre Offiziere die Geheimdienstmeldungen verarbeitet und ihren Ministern vorgelegt haben, rollen unsere Panzer schon in der Bundesrepublik durchs Kinzigtal. Zu viel kann schiefgehen. Der OB West erhob sich so rasch, dass ihm das Handtuch von den Hüften zu rutschen drohte. Er hielt es mit einer Hand fest und ballte die andere. Die Verkehrsregelung muss ausgearbeitet werden. Unsere Männer müssen an den neuen Waffensystemen üben. Unsere Heeresflieger müssen auf den Fronteinsatz gegen die Imperialisten vorbereitet werden. Bitte sehr. Da haben sie ein unüberwindliches Problem. Die Piloten müssen mindestens einen Monat lang intensiv üben. Und meine Panzerbesatzungen, Geschützbedienungen und Infanteristen auch. Wenn du eine Ahnung von deiner Arbeit hättest, wärst du jetzt bereit, du nichtsnutziger Hurenbock, dachte Alexej. Der OB West war ein Mann von 61, der unter Vernachlässigung seiner Dienstpflichten gerne seine Potenz unter Beweis stellte. Aber der Mann galt als politisch zuverlässig. So geht das also in unserem System, sagte sich der jüngere General. Zur Verteidigung des Vaterlandes brauchen wir Kämpfer. Und was kriegen wir? Politisch zuverlässige Bürohengste. Alexej spielte seine letzte Karte aus. Genosse General, Ihre Divisions-, Regiments- und Bataillonskommandeure sind tüchtige Männer. Vertrauen Sie ihnen! Es konnte nicht schaden, das Banner der Roten Armee zu schwenken, fand Alexejew. Rozhkov erhob sich. Was Sie sagen, Pavel Leonidovich hat Hand und Fuß. Aber dürfen wir ein Warbon-Spiel um die Sicherheit des Landes wagen? Er schüttelte den Kopf und zitierte wie schon so oft die Militärdoktrin. Nein. Gewiss, wir setzen auf den Überraschungseffekt, wenn unser erster schwerer Schlag den Weg für den kühnen Vorstoß unserer Panzer frei macht. Während das Politbüro den Westen mit Friedensangeboten in Sicherheit wiegt, bereiten wir unseren Schlag vor. Und wenn er fällt, trifft er den Gegner, der es drei Tage vorher Verdacht geschöpft hat, unvorbereitet. Die Offiziere folgten Rozhkov, um sich unter der kalten Dusche den Schweiß von den Leibern zu waschen. Zehn Minuten später versammelten sie sich erfrischt im Speisesaal im zweiten Stock. Die Kellner, größtenteils KGB-Informanten, stellten fest, dass eine etwas gedrückte Stimmung herrschte. Unterhaltungen wurden so leise geführt, dass sie nichts mitbekamen. Die Generale wussten wohl, dass das Lefortovo-Gefängnis des KGB nur einen knappen Kilometer entfernt war. »Unsere Pläne?« fragte der OB Südwest seinen Stellvertreter. »Wie oft haben wir die schon durchgespielt?« bemerkte Alexeev. »Alle Karten und Formeln haben wir seit Jahren studiert, wissen, wo die gegnerischen Truppen und Panzerverbände konzentriert sind, kennen die Straßen und Autobahnen, die wir benutzen werden. Unsicher ist nur, ob unsere sorgfältig ausgearbeiteten Pläne auch Erfolg haben werden. Wir sollten sofort angreifen. Dann hätten nämlich beide Seiten mit diesem Unsicherheitsfaktor zu kämpfen.« »Und wenn unsere Offensive zu erfolgreich ist und die NATO-Kernwaffen einsetzt?« fragte Rozhkov. Alexeev gestand zu, dass dieser Faktor entscheidend wichtig und unberechenbar war. »Das könnte ohnehin eintreffen.« »Genosse, alle unsere Pläne setzen einen Überraschungseffekt voraus. Die Kombination von Überraschung und Erfolg wird den Westen zwingen, die nukleare Option zu erwägen.« »Irrtum, junger Freund«, rückte der OB Südwest. »Das ist eine rein politische Entscheidung. Auch die Entscheidung für den Nicht-Einsatz von Kernwaffen ist ein politischer Prozess, der seine Zeit braucht.« »Wie können wir uns des strategischen Überraschungseffekts sicher sein, wenn wir vier Monate lang warten,« fragte Alexeev. »Die politische Führung hat uns die entsprechenden Maßnahmen versprochen.« »In dem Jahr, in dem ich an die Frunze-Akademie kam, verkündete die Partei, wann wir ins Stadium des wahren Kommunismus eintreten würden. Das war ein feierliches Versprechen. Der Termin war vor sechs Jahren.« »Pascha!« »Bei mir können Sie sich so etwas erlauben.« »Ich habe Verständnis.« »Aber wenn Sie nicht lernen, Ihre Zunge im Zaum zu halten...« »Verzeihung, Genosse General, aber wir müssen mit der Möglichkeit rechnen, dass uns die Überraschung nicht gelingt.« »Im Gefecht sind trotz sorgfältigster Vorbereitungen Risiken unvermeidlich,« zitierte Alexeev aus einem Lehrbuch der Frunze-Akademie. »Korrekt, Pascha!« Der OB Südwest lachte und schenkte seinem Stellvertreter georgischen Wein ein. »Wenn der Überraschungsangriff misslingt, steht uns ein Zermürbungskrieg von ungeheuren Ausmaßen bevor. Eine hochtechnisierte Version von 1418.« »Den wir gewinnen werden.« Roschkov setzte sich neben Alexeev. »Richtig,« stimmte Alexeev zu. »Alle sowjetischen Generale gingen von der Voraussetzung aus, dass eine Offensive, die keine rasche Entscheidung brachte, ein blutiger Abnutzungskrieg, der beide Seiten gleichermaßen erschöpft folgen musste. Und für einen solchen Krieg waren die Sowjets dank größerer Truppen und Materialreserven besser gerüstet. Vorausgesetzt, dass wir das Tempo der Schlacht bestimmen und es unseren Freunden von der Marine gelingt, der NATO den Nachschub aus den USA abzuschneiden. Die NATO hat Kriegsmaterial für rund fünf Wochen auf Lager. Unsere schöne, teure Flotte muss den Atlantik abriegeln.« »Maslov?« Roschkov machte eine Geste zum Oberbefehlshaber der Marine. »Bitte sagen Sie uns etwas über das Kräfteverhältnis im Nordatlantik.« »Was ist unser Auftrag?« fragte Maslov argwöhnisch. »Wenn der Überraschungsangriff im Westen misslingt, Andrei Petrovich, werden unsere teuren Genossen von der Marine Europa von Amerika abschneiden müssen,« erklärte Roschkov. Seine Reaktion auf die Antwort war ein ungläubiges Blinzeln. »Keben Sie mir eine Fallschirmjäger-Division und ich erfülle diese Aufgabe,« erwiderte Maslov nüchtern. Er hatte ein Glas Wasser in der Hand und den Alkohol an diesem Februarabend mit Bedacht gemieden. »Die Frage ist nur, ob unsere strategische Haltung auf See offensiv oder defensiv sein soll. Die Seestreitkräfte der NATO, vor allem die der USA, stellen eine direkte Bedrohung der Rodina, des Vaterlandes dar. Nur die US Navy verfügt über Flugzeuge und Flugzeugträger, mit denen sie die Halbinsel Kohler angreifen kann. Wir wissen sogar, dass solche Pläne existieren.« »Na und?« merkte der OB Südwest an. »Man kann einen Angriff auf sowjetischen Boden natürlich nicht auf die leichte Schulter nehmen, aber wir werden in diesem Feldzug schwere Verluste hinnehmen müssen, ganz gleich, wie brillant wir ihn auch führen. Entscheidend ist nur das Endergebnis.« »Ein erfolgreicher amerikanischer Angriff auf Cola würde uns effektiv an der Abregelung des Atlantiks hindern.« »Es ist ein Irrtum, eine solche Attacke einfach abzutun.« »Ein Eindringen der Amerikaner in die Barentssee stellte eine direkte Bedrohung unserer nuklearen Abschreckung dar und könnte ernstere Konsequenzen haben, als sie sich vorstellen.« Admiral Maslow beugte sich vor. »Bekämen wir aber andererseits von Stavka die Mittel zur Durchführung des Unternehmens Nordlicht, könnten wir die Initiative ergreifen und die Art der Operationen im Nordatlantik nach Belieben diktieren.« Er hob einen Finger. »Erstens hinderten wir die Amerikaner in einem Angriff auf die Heimat. Zweitens könnten wir den Großteil unserer U-Boote im Atlantik einsetzen, wo die Schifffahrtswege verlaufen, anstatt ihnen eine passive Verteidigungsrolle zuzuweisen. Und drittens könnten wir maximalen Gebrauch von unseren Marinefliegern machen. So verwandeln wir unsere Marine auf einen Schlag von einer Defensiv- in eine Offensivwaffe.« »Und dafür brauchen Sie nur eine Division Luftlandetruppen? Bitte erläutern Sie uns Ihren Plan näher, Genosse Admiral.« Maslow sprach fünf Minuten lang und schloss. »So verpassen wir den Kriegsmarinen der NATO auf einen Schlag mehr, als sie verdauen können, und sichern uns eine wertvolle Position für die Nachkriegszeit.« »Lassen wir die Trägerverbände doch lieber herankommen und zerstören sie dann,« mischte sich der OB West ein. Maslow antwortete, »Die Amerikaner werden im Atlantik fünf oder sechs Träger gegen uns einsetzen können. Jeder hat 58 Flugzeuge, die, abgesehen von ihrer Schutzfunktion für die Flotte, auch als Jäger oder Atombomber dienen können. Ich würde vorschlagen, Genosse, diese Schiffe so weit wie möglich von der Heimat fernzuhalten.« »Andrei Petrovic, ich bin sehr beeindruckt«, sagte Roschkow versonnen und sah auch Respekt in Alexeevs Augen. Unternehmen Nordlicht war kühn und simpel. »Ich möchte bis morgen Nachmittag umfassend über diesen Plan informiert werden. Ein Erfolg ist also sehr wahrscheinlich, wenn Ihnen die erforderlichen Mittel zur Verfügung gestellt werden.« »Wir haben fünf Jahre an diesem Plan gearbeitet und unser Hauptaugenmerk auf Einfachheit gerichtet. Vorausgesetzt, der Plan bleibt geheim, müssen zur Sicherung des Erfolges nur zwei Operationen gelingen.« Roschkow nickte. »Dann haben Sie meine Unterstützung.« Der Außenminister trat wie üblich von links auf und ging mit federnden Schritten, die über seine sechzig Jahre hinwegtäuschten, zum Rednerpult. Vor ihm drängte sich eine Meute von Reportern, die von Soldaten in zwei Gruppen aufgeteilt worden waren, die Leute von der Presse mit ihren Fotografen und die Fernsehteams mit ihren Kameras und Scheinwerfern. Der Außenminister hasste die grellen Lichter und die Männer, die sie schleppten, die Leute von den westlichen Medien, die keine Manieren hatten, immer herumschnüffelten und nachbohrten, immer Antworten auf Fragen verlangten, die kein Russe zu stellen wagte. Merkwürdig, dachte er und schaute von seinem Redemanuskript auf. Vor diesen ausländischen Spionen muss ich manchmal offener sein als vor dem Zentralkomitee. Allesamt Spione. Natürlich konnte man sie mit sorgfältig vorbereiteter Desinformation manipulieren, und genau das hatte er nun vor. Doch im Großen und Ganzen stellten sie eine Bedrohung dar, weil sie keine Ruhe gaben. »Meine Damen und Herren«, begann er auf Englisch, »ich möchte eine kurze Erklärung abgeben und bedauere, gegenwärtig keine Fragen beantworten zu können.« Der Präsident der Vereinigten Staaten hat im Zusammenhang mit der Rüstungskontrolle oft »Taten, nicht Worte« gefordert. Wie Sie wissen, sind bei den gegenwärtigen Abrüstungsverhandlungen in Wien zur Enttäuschung der ganzen Welt seit einem Jahr keine wesentlichen Fortschritte erzielt worden, und eine Seite gibt der anderen die Schuld. Es ist allen friedensliebenden Völkern der Welt bekannt, dass die Sowjetunion keinen Krieg will, und dass angesichts des nuklearen Winters, des Fall-out und des Overkill nur ein Wahnsinniger den Atomkrieg als realistische Option auch nur in Erwägung ziehen würde. »Donnerwetter«, murmelte Patrick Flynn, Chef des AP-Büros. Die Sowjets nahmen die Möglichkeit eines nuklearen Winters nur selten zur Kenntnis, und hatten den Begriff noch nie bei einem so öffentlichen Anlass benutzt. Schon hatte er die Nase im Wind und witterte. Die Zeit für eine beträchtliche Reduzierung der strategischen Waffen ist gekommen. Trotz unserer zahlreichen ernsten und aufrichtigen Abrüstungsvorschläge fahren die Vereinigten Staaten mit der Aufstellung destabilisierender Offensivwaffen fort. Der MX-Interkontinentalrakete mit Erstschlagsystem Trident D5. Zwei verschiedener Typen von Marschflugkörpern, deren Eigenschaften die Verifizierung eines Abrüstungsabkommens so gut wie unmöglich machen. Und natürlich die sogenannte strategische Verteidigungsinitiative SDI, die Offensivwaffen in den Weltraum tragen will. Dies also sind die Taten der Amerikaner. Er sah auf und setzte in ironischem Tonfall hinzu und dabei verlangt Amerika mit frommen Worten sowjetische Taten. Von morgen an werden wir ein für allemal sehen, ob man Amerikas Wort trauen kann oder nicht. Von morgen an wird sich erweisen, wie groß der Unterschied zwischen amerikanischen Friedensworten und sowjetischen Friedenstaten ist. Morgen wird die Sowjetunion in Wien einen Vorschlag zur Reduzierung der existierenden strategischen und taktischen Atomwaffen um 50 Prozent unterbreiten, die drei Jahre nach Ratifizierung erreicht und durch neutrale Beobachterteams, deren Zusammensetzung alle Unterzeichneten einvernehmlich bestimmen, vor Ort verifiziert werden soll. Bitte beachten Sie, dass ich alle Unterzeichneten gesagt habe. Die Sowjetunion lädt Großbritannien, Frankreich und, er schaute auf, die Volksrepublik China ein, sich mit uns an den Verhandlungstisch zu setzen. Eine Salve von Blitzen zwang ihn kurz, das Gesicht abzuwenden. Meine Damen und Herren, bitte blenden Sie mich nicht. Er lächelte und hielt sich eine Hand vor die Augen. Ich habe meine Rede nicht ausfändig gelernt. Oder möchten Sie, dass ich in Russisch fortfahre? Gelächter, dann vereinzelter Applaus. Der alte Fuchs lässt seinen Charme spielen, dachte Flynn und machte sich hastig Notizen. Diese Erklärung war potenziell Dynamit. Er fragte sich, was nun als nächstes kam und war ganz besonders auf den genauen Wortlaut des Vorschlags gespannt. Flynn berichtete nicht zum ersten Mal über Abrüstungsverhandlungen und wusste nur zu gut, dass eine generelle Umschreibung von Vorschlägen, deren tatsächlichen Inhalt oft grotesk verzerrte. Der Teufel steckte hier im Detail. Nun weiter, der Außenminister blinzelte, um wieder klar sehen zu können. Man hat uns beschuldigt, wir hätten nie mit einer Geste unseren guten Willen unter Beweis gestellt. Dass dieser Vorwurf falsch ist, liegt auf der Hand. Doch diese boshafte Unterstellung kursiert im Westen nach wie vor. Das hat nun ein Ende. Nie wieder wird das aufrichtige Streben des sowjetischen Volkes nach einem gerechten und dauerhaften Frieden infrage gestellt werden können. Ab heute wird die Sowjetunion als Geste des guten Willens, die sie die Vereinigten Staaten und andere interessierte Nationen nachzuahmen auffordert, eine ganze Klasse atomgetriebener Raketen-U-Boote, die im Westen als Yankee bekannt ist, außer Dienst stellen. Alle aktiven Boote dieser Klasse, derzeit 20, die je zwölf Interkontinentalraketen tragen, gehören zur sowjetischen Nordflotte und sind auf der Kola-Halbinsel stationiert. Von heute an werden wir pro Monat eines dieser Boote deaktivieren. Wie Sie wissen, bedarf die Totaldeaktivierung einer so komplexen Waffe einer Werft. Es muss nämlich die Raketenanlage in ihrer Gesamtheit aus dem Rumpf entfernt werden. Und aus diesem Grund lässt sie sich nicht über Nacht völlig entschärfen. Doch um die Ehrlichkeit unseres Vorhabens unbestreitbar zu demonstrieren, fördern wir die Vereinigten Staaten zu einer von zwei Maßnahmen auf. Erstens. Wir werden ein ausgewähltes Team von sechs amerikanischen Marineoffizieren diese sechs Boote inspizieren und verifizieren lassen, dass ihre Raketenrohre vor der Entfernung der Raketenanlage mit Beton ausgegossen worden sind. Im Gegenzug würden wir erwarten, dass einer gleichen Anzahl sowjetischer Offiziere zu einem späteren Zeitpunkt ähnliche Inspektionsbesuche auf amerikanischen Werften gestattet werden. Zweitens. Für den Fall, dass die Vereinigten Staaten eine auf Gegenseitigkeit beruhende Verifizierung der Abrüstungsmaßnahmen ablehnen, sind wir bereit, diese Kontrollen von einer sechsköpfigen Gruppe von Offizieren aus Drittländern vornehmen zu lassen. Über die Zusammensetzung dieser Gruppe könnten sich die Vereinigten Staaten und die Sowjetunion im Laufe der kommenden 30 Tage einigen. Ein Team aus neutralen Ländern wie Schweden oder Indien würde die Sowjetunion im Prinzip akzeptieren. Meine Damen und Herren, es ist Zeit, dem Wettrüsten ein Ende zu setzen. Ich will die blumigen Phrasen, die wir alle nun schon seit zwei Generationen hören, nicht wiederholen. Es soll niemand mehr sagen können, die Sowjetunion habe ihren Beitrag zur Verringerung der Kriegsgefahr nicht geleistet. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Jeh senkte sich Schweigen über den Raum, bis nur noch das Surren der Kameras zu hören war. Donnerwetter, murmelte Flynn nach zehn Sekunden. Kann man wohl sagen, stimmte der Reuter-Korrespondent William Calloway zu. Flynn zog eine Grimasse und schaute dem Außenminister nach, der sich lächelnd verabschiedete. Das muss ich schriftlich sehen. Fahren Sie mit mir zurück? In Moskau war es bitter kalt. Am Straßenrand lagen Schneehaufen. Der Himmel war blau und die Wagenheizung funktionierte nicht. Flynn fuhr, sein Freund las laut die Presseerklärung vor. Der Entwurf des Abrüstungsvorschlags umfasste neunzehn mit Anmerkungen versehene Seiten. Erstaunlich fair, sagte der Reuter-Korrespondent Calloway verwundert. Sie schlagen eine Abrüstung mit Eliminierung vieler existierender Waffen vor, lassen beide Seiten überholte Raketen ersetzen, gestehen beiden Seiten je 5000 Sprengköpfe zu und wollen diese Zahl über einen Zeitraum von fünf Jahren nach der dreijährigen Reduzierungsperiode stabil halten. Ein separater Vorschlag lädt zu Verhandlungen über den Totalabbau schwererer Raketen ein, die durch mobile Flugkörper ersetzt werden dürfen. Doch die Anzahl der Testflüge soll beschränkt bleiben. Er blätterte um und überflog den Rest des Vertragsentwurfs. Kein Wort über das Star-Wars-Forschungsprogramm. Na nur, hat er das nicht in seinem Vortrag erwähnt? Patrick, das ist wirklich Dynamit. Könnte direkt in Washington verfasst worden sein. Es wird natürlich Monate dauern, bis alle Details geklärt sind, aber das ist ein ernsthafter und großzügiger Vorschlag. Nichts über Star Wars? Flynn zog kurz die Stirn kraus und bog rechts ab. Sollte das bedeuten, dass die Russen bei ihren Forschungen einen Durchbruch erzielt hatten? Muss mal in Washington nachfragen, dachte er. Willie, da haben wir eine Mordsstory. Wie heißt deine Schlagzeile? Was hältst du von … Frieden? Darüber musste Calloway nur lachen. For Mead, Maryland Amerikanische Nachrichtendienste werten, wie ihre Konkurrenz überall auf der Welt, die Berichte aller Nachrichtenagenturen aus. Toland sah sich die Meldungen von AP und Reuter an und verglich sie mit der Version, die in der Sowjetunion über Mikrowelle an die Redaktionen der Regionalausgaben von Pravda und Istvestia gesendet worden waren. Die Art und Weise, in welcher Nachrichten in der Sowjetunion wiedergegeben werden, soll den Parteimitgliedern den Standpunkt der Führung verdeutlichen. Kommt mir alles bekannt vor, sagte sein Abteilungsleiter. Beim letzten Mal scheiterten die Verhandlungen, weil beide Seiten mobile Raketen haben, sie der anderen Seite aber verweigern wollten. Aber der Ton der Meldung, verdammt, über ihre eigenen Abrüstungsvorschläge berichten sie immer mit Enthusiasmus. Das wissen sie doch genau, Bob. Gewiss, Sir, aber dies ist meines Wissens das erste Mal, dass die Russen einseitig ein Waffensystem außer Dienst stellen. Die U-Boote der Yankee-Klasse sind technisch überholt. Na und? Obsolet oder nicht, die Russen werfen nie etwas weg. In ihren Lagerhäusern stehen immer noch Geschütze aus dem Zweiten Weltkrieg, nur für den Fall, dass sie noch einmal gebraucht werden. Dieser Fall liegt anders. Und die politischen Implikationen … »Wir reden nicht von Politik, sondern von Nuklearstrategie«, wählte der Abteilungsleiter zurück. Als ob da ein Unterschied bestünde, sagte sich Torland. Kiew, Ukraine Nun, Pasha? Genosse General, da steht uns eine gewaltige Arbeit bevor. Alexeyev hatte Haltung angenommen. Man befand sich im Kiefer Hauptquartier des Militärbereichs Südwest. »Unsere Einheiten müssen ausgiebig üben. Übers Wochenende habe ich über 80 Bereitschaftsmeldungen unserer Panzer- und Panzergrenadierdivisionen durchgelesen.« Alexeyev legte eine Pause ein, ehe er fortfuhr. »Taktische Ausbildung und Bereitschaft waren die Achillesferse der sowjetischen Streitkräfte. Ihre Soldaten, größtenteils Wehrpflichtige, dienten zweieinhalb Jahre lang und brauchten die Hälfte dieser Zeit, um sich die militärischen Grundkenntnisse anzueignen. Selbst Unteroffiziere waren Wehrpflichtige, die auf spezielle Schulen geschickt wurden, aber nach Ablauf ihres Wehrdienstes den Streitkräften wieder verloren gingen. Aus diesem Grund verließen sich die Sowjets auf ihre Offiziere, die oft Aufgaben erfüllten, die im Westen einem Feldwebel zufielen. Der einzige zuverlässige Faktor in der sowjetischen Armee war das Offizierskorps. Die Wahrheit ist, dass wir unseren Bereitschaftsgrad im Augenblick nicht kennen. Unsere Obersten benutzen in ihren Meldungen ausnahmslos die gleichen Floskeln. Jeder erklärt, die Norm erfüllt zu haben, die gleiche Anzahl von Übungsstunden, die gleiche Anzahl politischer Lektionen, die gleiche Zahl beim Übungsschießen verwendeter Patronen. Nun ja, die Abweichung liegt unter drei Prozent und die vorgeschriebene Anzahl von Feldübungen selbstverständlich des angemessenen Typs. So wie es im Buch steht, merkte der Generaloberst an. Natürlich. Genau. Viel zu genau. Keine Abweichungen wegen schlechten Wetters. Keine Abweichungen wegen verspäteter Treibstofflieferungen. Zum Beispiel verbrachte das 703. Panzergrenadierregiment den ganzen letzten Oktober im Ernteeinsatz bei Scharkow. Er füllte aber dennoch die Übungsnorm für den entsprechenden Zeitraum. Lügen sind schon schlimm, aber diese sind einfach lächerlich. So schlimm kann es doch nicht sein, Pavel Leonidovich. Können wir es wagen, etwas anderes anzunehmen, Genosse? Der General starrte auf seinen Schreibtisch. Nein. Gut, Pasha, Sie haben einen Plan formuliert. Lassen Sie einmal hören. Sie arbeiten im Augenblick unseren Angriffsplan gegen die islamischen Länder aus. Ich muss hinaus, um unsere Truppenführer auf Trab zu bringen. Wenn wir rechtzeitig vor dem Angriff im Westen unsere Ziele erreichen wollen, müssen wir an den schlimmsten Missetätern ein Exempel statuieren. Ich hatte an vier Kommandeure gedacht, deren Verhalten eindeutig kriminell war. Hier sind Namen und Anklagepunkte. Er reichte einen Bogen über den Tisch. Darunter sind zwei gute Leute, Pasha, wandte der General ein. Diese Männer sind Hüter des Staates und genießen großes Vertrauen. Dieses Vertrauen haben sie sich durch Lügen verscherzt und dabei den Staat gefährdet. Sind Ihnen die Konsequenzen dieser Anklage bekannt? Selbstverständlich. Auf Hochverrat steht die Todesstrafe. Habe ich jemals eine Bereitschaftsmeldung verfälscht? Oder Sie? Alexejev schaute kurz weg. Eine harte Maßnahme, die ich nur ungern ergreife, aber wenn wir unsere Einheiten nicht auf Vordermann bringen, müssen junge Männer wegen des Versagens ihrer Offiziere sterben. Kriegsbereitschaft ist wichtiger als vier Lügner. Eine Armee ohne Disziplin ist ein wertloser Haufen. Wir haben Anweisung von Stavka, an aufsässigen, gemeinen und unteroffizieren Exempel zu statuieren. So ist es nur gerecht, dass auch Ihre Obersten drankommen. Ihre Verantwortung ist größer. Ihr sollt höher. Ihr werden einige Exempel viel für die Erneuerung unserer Armee tun. Überlassen wir die Sache dem Inspektorat? Das wäre das Beste, stimmte Alexejev zu. Auf diese Weise konnte die oberste Führung die Verantwortung für die Maßnahmen abwälzen. Übermorgen lasse ich den Generalinspekteur Teams zu diesen Regimentern schicken. Heute früh gingen bei allen Divisions- und Regimentshauptquartieren unsere Übungsbefehle ein. Die Nachricht von der Verhaftung der vier Verräter wird die Kommandeure unserer Einheiten veranlassen, sie energisch in die Tat umzusetzen. Doch auch so wird es zwei Wochen dauern, bis wir erkennen, worauf wir uns konzentrieren müssen. Und dann bleibt uns noch genug Zeit, für Abhilfe zu sorgen. Was unternimmt der OB West? Ähnliches, hoffe ich. Alexejev schüttelte den Kopf. Hat er bei Ihnen schon Einheiten angefordert? Nein, aber das kommt noch. Offensive Operationen gegen die Südflanke der NATO sollen nämlich unterbleiben. Das ist Teil der fortgesetzten Maskirowka. Sie können davon ausgehen, dass viele unserer Einheiten der Kategorie B nach Deutschland verlegt werden, möglicherweise sogar Panzereinheiten der Kategorie A. Ganz gleich, wie viele Divisionen dieser Idiot bekommt. Es ist ihm nie genug. Gut. Solange wir genug Truppen zur Eroberung der Ölfelder haben, wenn die Zeit gekommen ist, meinte Pasha. Welchen Plan sollen wir ausführen? Den alten. Er muss natürlich auf den neuesten Stand gebracht werden. Der alte Plan war vor dem sowjetischen Einmarsch in Afghanistan ausgearbeitet worden, und inzwischen sah die Rote Armee die Entsendung von Panzergrenadierdivisionen in von bewaffneten Moslems bewohnte Gebiete aus einer ganz neuen Perspektive. Alexejev ballte die Fäuste. Ist ja großartig. Wir sollen einen Plan formulieren, ohne zu wissen, wann er ausgeführt wird und welche Kräfte wir zur Verfügung haben. Tja, da werden Sie zustoßen müssen, Pasha. Der OB Südwest lachte in sich hinein. Der jüngere Mann lächelte bedrückt. Allerdings, Genosse General, geschlafen wird nach dem Krieg. Fünf Seeleute und Spione Chesapeake Bay, Maryland Er blinzelte schmerzlich geblendet zum Horizont. Über der grünlich-braunen Küste von Maryland war die Sonnenscheibe nur zur Hälfte zu sehen und erinnerte ihn daran, dass er am Vortag bis spät gearbeitet hatte, noch später zu Bett gegangen und um halb fünf aufgestanden war, um angeln zu gehen. Langsam nachlassende Kopfschmerzen wiesen auf die Sechserpackung Bier hin, die er vor dem Fernseher gelehrt hatte. Aber er war zum ersten Mal in diesem Jahr hinausgefahren und warf nun mit Vergnügen die Angel an einer Stelle aus, wo das stille Wasser der Bucht sich kräuselte. War das ein Blaufisch oder ein Klippenbarsch? Auf jeden Fall ließ er sich von seinem Köder nicht locken. Kaffee, Bob. Gerne, Pop. Robert Toland steckte seine Angelrute in den Halter und lehnte sich in den Mitschiffs angebrachten Drehsessel seines Boston Whalers zurück. Edward Keegan, sein Schwiegervater, reichte ihm die gefüllte Plastikkappe einer großen Thermosflasche. Kalt oder nicht, es tut gut, mal wieder hier draußen zu sein. Keegan trank aus seinem Becher und setzte einen Fuß auf den Köderkasten. Es war nicht nur das Fischen, stimmten die beiden überein, sondern auch die Gelegenheit, einmal der Zivilisation zu entkommen. Wäre schön, wenn die Klippenbarsche sich wieder mal sehen ließen? Ja. Und vor allem, hier gibt's kein Telefon. Und dein Piepser? Hm, den muss ich in der anderen Hose vergessen haben. Keegan lachte in sich hinein. Wie, die A wird heute ohne mich auskommen müssen. Meinst du, das schaffen die? Die Navy hat's auch überstanden. Keegan, Absolvent der Marineakademie, hatte seine 30 Jahre abgedient und dann eine Stelle beim Verteidigungsnachrichtendienst angenommen. Tolent war Lieutenant auf einem in Pearl Harbor stationierten Zerstörer gewesen, als er Martha Keegan kennenlernte, die an der Universität von Hawaii im Hauptfach Psychologie und im Nebenfach Surfen studierte. Sie waren jetzt seit 15 Jahren glücklich verheiratet. Keegan stand auf und griff nach seiner Angel. Nun, was gibt's im Fork? Bob Tolent war Analytiker der mittleren Ebene in der Nationalen Sicherheitsbehörde NSA. Die Navy hatte er nach sechsjähriger Dienstzeit verlassen, blieb aber Reservist. Seine Arbeit bei der NSA passte gut zum Dienst als Marinereservist. Er war Kommunikationsexperte, hatte Elektronik studiert und hörte derzeit von Horchposten der NSA oder Lausch-Satelliten aufgefangene sowjetische Signale ab. So nebenbei hatte er auch sein Russisch-Diplom erworben. Letzte Woche kam mir etwas hochinteressantes unter, aber mein Chef wollte seine Bedeutung nicht erkennen. Wer ist denn dein Abteilungsleiter? Captain Albert Redman, US Navy. Tolent sah einem Fischerboot nach, das einige Meilen weiter dahin tuckerte und Krabbenfallen auswarf. Ein Arschloch! Keegan lachte. So was solltest du nicht laut sagen, Bob. Immerhin wirst du nächste Woche zum Reservedienst einberufen. Mit Bert habe ich vor fünfzehn Jahren mal gearbeitet und musste ihm ab und zu mal was auf den Deckel geben. Der Mann neigt zur Rechthaberei. Das ist sehr milder ausgedrückt, schnaubte Torland. Auf den neuen Abrüstungsvorschlag hin stieß ich letzten Mittwoch auf etwas ganz Ungewöhnliches. Aber er legte es einfach zu den Akten. Ich frage mich, weshalb er sich überhaupt neue Daten ansieht. Kannst du mir verraten, worum es ging? Eigentlich nicht. Bob wankte kurz. Verdammt, wenn er noch nicht einmal mit dem Großvater seiner Kinder reden konnte. Ein Lausch-Satellit überflog letzte Woche das Hauptquartier eines sowjetischen Militärbezirks und fing ein Telefongespräch über Mikrowelle auf. Es war ein Bericht an Moskau über vier oberste Militärbezirk Karpaten, die wegen getürkter Bereitschaftsmeldungen erschossen wurden. Offenbar soll er nächste Woche im Roten Stern erscheinen. Den Brand auf dem Ölfeld hatte er inzwischen ganz vergessen. So? Keegan hob die Augenbrauen. Und was hat Bert dazu gesagt? War auch höchste Zeit, dass die mal aufräumen. Das war alles. Und was meinst du dazu? Bob, mit den verrückten Wahrsagern bei Trends und Plänen habe ich nichts zu tun. Aber die Russen bringen keinen zum Spaß um. Wenn der Ivan öffentlich Menschen hinrichten lässt, bezweckt er damit etwas. Das waren keine Personaloffiziere, die gegen Schmiergeld Versetzungen arrangierten. Sie wurden auch nicht erschossen, weil sie Treibstoff oder Holz für ihre Datschen abgezweigt hatten. Ich habe in unserem Archiv nachgesehen und festgestellt, dass über zwei von ihnen Akten vorliegen. Beide waren Stabsoffiziere mit Gefechtserfahrung in Afghanistan und angesehene Parteimitglieder obendrein. Einer war Absolvent der Frunserakademie und hatte sogar Artikel in Militärisches Denken veröffentlicht. Doch alle vier wurden wegen verfälschter Bereitschaftsmeldungen vor das Kriegsgericht gestellt und drei Tage später erschossen. Krasnaya Svezda wird die Story in ein paar Tagen als Dreiteiler bringen. Gezeichnet Der Beobachter. Unter diesem Pseudonym schrieben hohe Offiziere im Roten Stern, dem täglich erscheinenden Organ der sowjetischen Streitkräfte, wenn im Auftrag des Oberkommandos oder des Politbüros politische Erklärungen abzugeben waren. »Irgendetwas stimmt hier nicht«, fuhr Tollend fort. »Gewiss, man erschießt Unteroffiziere und Gemeine, aber doch keinen Oberst, der für das Journal des Generalstabs geschrieben und nur bei einer Meldung ein bisschen geschummelt hat.« Er atmete langsam aus und war froh, das von der Seele zu haben. Das Fischerboot lief nach Süden und ließ in seinem Kielwasser parallele Wellen zurück, die an der spiegelglatten Oberfläche auf sie zurollten. »Schade, dass ich meine Kamera nicht dabei habe«, dachte Tollend. »Du hast recht. Das fällt aus dem Rahmen«, murmelte Keegan. »Genau.« Ich blieb gestern Abend länger im Büro und ging einer Vermutung nach. Im Lauf der vergangenen fünf Jahre hat die Rote Armee die Namen von vierzehn hingerichteten Offizieren publik gemacht. Darunter war ein Oberst, ein Personaloffizier in Georgien, der gegen Bestechungsgeld Versetzungen arrangierte. Bei den anderen handelte es sich um einen Fall von Spionage, drei Vernachlässigungen der Dienstpflicht unter Alkoholeinfluss und neun ganz normale Korruptionsfälle. Die Burschen hatten alles Mögliche, vom Treibstoff bis hin zum Großrechner Naljevo linksherum auf dem Schwarzmarkt verhökert. Und nun werden auf einmal allein in einem Militärbezirk vier Regimentskommandeure hingerichtet.« »Das könntest du Redmond vorlegen.« »Ach, Zeitverschwendung.« »Hast du Kontakt zu Leuten vom zivilen Nachrichtendienst?« »Nein. Meine Kollegen beschäftigen sich alle mit militärischer Telekommunikation.« »Vergangenen Montag habe ich beim Mittagessen mit einem Mann von der CIA gesprochen, den ich schon seit einer Ewigkeit kenne. Wie auch immer, er riss Witze über eine neue Knappheit in der Sowjetunion.« »Schon wieder eine?« Bob war amüsiert. Versorgungsengpässe waren in Russland nichts Neues. Zahnpasta, Toilettenpapier, Scheibenwischer, davon hörte er in der Kantine immer wieder. »Ja, und diesmal geht es um Batterien für Autos und Lastwagen. Seit vier Wochen ist nirgends eine Batterie aufzutreiben. Viele Autos sind stillgelegt, und weil überall gestohlen wird, klemmen die Leute abends ihre Batterien ab und nehmen sie mit ins Haus.« »Aber in Toljati gibt es doch eine große Batteriefabrik?« Torland meinte, ein mithilfe von Fiat errichtetes riesiges Kraftfahrzeugwerk im europäischen Russland. »Die fährt drei Schichten. Was hältst du davon?« Norfolk, Virginia Torland musterte in der Offiziersmesse in Norfolk sein Spiegelbild. Die Uniform passte noch, wenngleich sie um die Taille herum etwas eng saß. Seine Ordensspange wies nur kümmerliche anderthalb Riemen auf, aber er hatte immerhin das Seedienstabzeichen, seine Schwimmflügel. Er war nicht immer nur ein glorifizierter Funker gewesen. An den Ärmeln trug er die zweieinhalb Streifen eines Lieutenant Commander. Noch einmal kurz über die Schuhe gefahren, und dann war er zur Tür hinaus an diesem hellen Montagmorgen, bereit, seine jährlichen zwei Wochen Dienst bei der Flotte anzutreten. Fünf Minuten später fuhr er die Mitcher Avenue hinunter zum Hauptquartier des Oberbefehlshabers der Atlantikflotte, Sinkland Fleet, einem niedrigen, nicht sagenden Gebäude, das einmal ein Krankenhaus gewesen war. Torland, ein Frühaufsteher, fand den Parkplatz an der Ingersoll Street halb leer vor, suchte sich aber trotzdem einen unmarkierten Platz, um nicht den Zorn eines hohen Offiziers heraufzubeschwören. Bob? Bob Torland? rief jemand. Ed Morris! Inzwischen war er Commander Edward Morris, USN, stellte Torland fest, und der goldene Stern am Uniformrock identifizierte ihn als Kommandanten eines Schiffes. Torland salutierte, ehe er seinem Freund die Hand gab. Nachdem sie Erinnerungen ausgetauscht und von ihren Familien gesprochen hatten, wies Torland auf den Stern. Dann erzähl mal von deiner neuen Liebe. Schau dir mein Auto an. Torland drehte sich um. Morris Ford trug das Kennzeichen FF1094. Im Uneingeweihten war das eine ganz gewöhnliche Nummer, aber ein Seemann wusste, dass sie ein Kommando signalisierte. U. Jagdfregatte 1094. USS Ferris. Bescheidenheit war ja schon immer deine Stärke, bemerkte Torland grinsend. Gratuliere, Ed. Seit wann hast du sie? Seit zwei Jahren. Sie ist groß, schön und mein. Hättest da bleiben sollen, Bob. Der Tag, an dem ich sie übernahm, war wie Jimmys Geburt. Fein, Ed. Aber es stand doch schon immer fest, dass du ein Schiff bekommst und ich nicht. Torlands Personalakte enthielt einen Tadel, weil er als Wachhabender einen Zerstörer auf Grund gesetzt hatte. Eigentlich nur Pech. Eine unklare Eintragung auf der Seekarte und eine ungünstige Tide hatten den Irrtum ausgelöst, aber eine Karriere in der Navy war rasch ruiniert. Weißt also deine zwei Wochen runter? Stimmt. Celia ist ihre Elternbesuchung gefahren und ich bin Strohwitfer. Was isst du heute Abend? Gehen wir zu McDonalds? Torland lachte. Von wegen. Danny McCafferty ist mit Chicago auch hier. Wenn wir einen vierten Mann auftreiben, können wir vielleicht Bridge spielen wie damals. Morris versetzte seinem Freund einen Stoß. So, ich muss weiter. Wir treffen uns um halb sechs im Foyer der Offiziersmesse. Danny hat mich für halb sieben zum Essen auf sein Boot eingeladen. Da bleibt uns gerade eine Stunde zur Justierung der Geisteshaltung. Aye, aye, Commander. Wie auch immer. Da war ich also auf Will Rogers, erzählte McCafferty. Schon fünfzig Tage auf Patrouille. Und ich hatte Wache, klar? So nah, sagt, sie bekämen ein komisches Signal rein Richtung 052. Wir laufen auf Periskoptiefe. Ich fahr das Ding aus, stell es auf 052 und da zuckelt doch tatsächlich ein Segler mit vier Knoten und Ruderautomatik vorbei. Na, es war ein trüber Tag. Ich schalte auf Vergrößerung um und da liegen doch der Käpt'n und sein Fräulein Matt auf dem Ruderhaus und bumsen. Das Boot war vielleicht tausend Meter entfernt. Ehrlich, das war, als hätte ich daneben gestanden. Haben wir also die Fernsehkamera im Periskop eingeschaltet und das Band laufen lassen? Fünfzehn Minuten hat es gedauert. Die Crew hat die Kassette die ganze nächste Woche lang gespielt. Ist gut für die Moral, wenn man weiß, wofür man kämpft. Alle drei Offiziere lachten. Ich hab's doch schon immer gesagt, Bob, bemerkte Morris. U-Boot-Fahrer sind ein heimtückischer Verein. Und pervers dazu. Und wie lange hast du Chicago schon, Danny? fragte Torland bei der zweiten Tasse Kaffee nach dem Essen. Die drei hatten die Offiziersmesse des U-Bootes für sich, denn die anderen Offiziere an Bord waren entweder auf Wache oder schlafen gegangen. Drei hektische Monate. Die Zeit auf der Werft nicht mitgerechnet, sagte McCafferty und trank seine Milch aus. Torland war aufgefallen, dass Dan in der Messe des Stützpunktes bei der Justierung der Geisteshaltung, die aus dem Kippen dreierkräftiger Drinks bestand, nicht mitgemacht hatte. McCafferty war nicht mehr der Alte. Merkt man das nicht an der käsigen Haut, die Höhlenbewohner und U-Boot-Fahrer gemeinsam haben? witzelte Morris. Ganz zu schweigen von dem schwachen Leuchten, das Leute von atomgetriebenen Booten umgibt. McCafferty grinste. Dann traf der vierte Mann ein, ein junger Ingenieur, der gerade Reaktorwache gehabt hatte. Chicagos Reaktor war nicht in Betrieb. Das Boot wurde von Land mit Strom versorgt, aber die Vorschriften verlangten auch dann volle Reaktorwache, wenn der Teekessel nicht siedete. Na, Jungs, ich kann euch verraten, dass ich vor vier Wochen echt blass geworden bin. McCafferty wurde ernst. Wie das? fragte Torland. Du weißt ja, was wir mit diesen Booten für eine Drecksarbeit machen müssen. In Küstennähe Informationen sammeln? Denn du solltest wissen, dass die elektronischen Daten, die ihr da auffangt, in unserer Behörde landen. Vielleicht kenne ich sogar die Leute, auf deren Datenanforderung hin ihr eure Einsatzbefehle bekommt. Bob widerstand der Versuchung, sich zu auffällig umzusehen. Er war nämlich noch nie an Bord eines Atom-U-Boots gewesen. Es war kalt und rochstark nach Maschinenöl. Rundum glänzte und funkelte alles wie neu. Also das war die eine Milliarde Dollar teure Maschine, die die elektronischen Elend-Daten sammelte. Wir waren oben in der Barentssee nordöstlich vom Kola-Fjord und verfolgten ein russisches Boot, eins aus der Oskar-Klasse, lagen gut zehn Meilen hinter ihm und landen auf einmal mitten in einer Übung mit scharfer Munition. Überall sausten Raketen rum. Sie versenkten drei alte Schiffe und bepflasterten ein halbes Dutzend Ziellichter. »Nur das Oskar?« fragte Morris. »Wie sich herausstellte, fuhren da auch noch ein Papa und ein Mike herum. Das ist der Nachteil unserer leisen Boote. Wenn die anderen nicht wissen, dass wir da sind, könnten wir ganz schön in die Scheiße geraten. Ringsum werden Raketenabschussrohre geflutet. So nah schlägt Alarm.« »Wie sollten wir wissen, dass nicht auf einmal echte Torpedos abgeschossen werden?« Wir fuhren die ESM-Antenne aus und fingen ihr Periskopradar auf. Dann fetzen so ein paar Dinger direkt über unsere Köpfe weg. Für ein paar Minuten war das ganz schön haarig, Jungs. McCafferty schüttelte den Kopf. Zwei Stunden später zogen die drei Boote mit zwanzig Knoten wieder heim in den Stall. Ziemlich lebhaft für eine erste Dienstfahrt. »Hattest du dabei den Eindruck, dass die Russen etwas Ungewöhnliches taten?« Torlens Interesse war je geweckt. »Hast du denn nicht gehört, dass sie ihre Patrouillen mit Dieselbooten im Norden stark reduziert haben? Gut, die hört man normalerweise kaum, aber seit zwei Monaten sind sie einfach nicht mehr da. Nur eins habe ich gehört. Ein einziges. Früher war das da oben anders. Satellitenfotos zeigen massenhaft Dieselboote im Hafen. Offenbar läuft ein massives Instandsetzungsprogramm. Und gewöhnlich wird auch um diese Jahreszeit nicht mit scharfer Munition geübt.« McCafferty lachte. »Vielleicht waren sie es auch müde, dauernd an den ollen Zerstörern rumzukratzen und zu pinseln und schickten sie da an, wo sie auch hingehören. Auf den Grund.« »Unsinn«, schnaubte Morris. »Nenne mir doch einmal einen Grund, aus dem du einen ganzen Haufen Dieselboote außer Dienst stellen würdest«, sagte Torlens, der inzwischen bedauerte, bei der zweiten und dritten Runde im Casino nicht gepasst zu haben. Etwas Wichtiges löste in seinem Kopf einen Alarm aus, aber der Alkohol ließ sein Gehirn langsamer arbeiten.« »Verdammt«, versetzte McCafferty. »Es gibt keinen.« »Was stellen Sie dann mit diesen Dieselbooten an?« »Selbst gesehen habe ich die Satellitenfotos nicht, Bob, sondern nur von ihnen gehört. Da aber in den Trockendocks keine besondere Aktivität herrscht, kann es keine Generalüberholung sein.« Endlich ging Torlend ein Licht auf. »Sag mal, ist es einfach, in einem U-Boot die Batterien auszuwechseln?« »Nein.« »Das ist ein schwerer, unangenehmer Job.« »Spezielle Maschinen braucht man dazu aber nicht. Unsere Teams erledigen das in drei bis vier Wochen. Ivans Boote haben eine höhere Batteriekapazität und sind wartungsfreundlicher ausgelegt. Da sie ihre Batterien rascher verschleißen als Boote im Westen, sind sie durch Wartungsluken im Rumpf leichter auszutauschen. Die ganze Geschichte wird von Hand erledigt.« »Worauf willst du hinaus, Bob?« Torlend berichtete von den vier erschossenen sowjetischen Obersten. »Dann höre ich, dass in Russland Batterien knapp sind. Für Lastwagen und Personenautos sind keine zu haben. Was die Privatfahrzeuge angeht, verstehe ich das ja noch, aber in Russland gehört doch jeder Laster dem Staat. Und ist für den Fall einer Mobilmachung für den Einsatz vorgemerkt. Laster benutzen doch die gleichen Batterien, oder?« »Ja, Bleibatterien.« »Ist die Fabrik vielleicht abgebrannt?«, fragte Commander Morris. »Ich weiß, dass der Ivan gewöhnlich einer Riesenfabrik den Vorzug vor einem Haufen kleiner gibt.« »Nein, sie fährt drei Schichten.« McCafferty rückte seinen Stuhl zurecht. »Und was braucht alles Batterien?«, war Morris rhetorische Frage. »U-Boote,« verkündete McCafferty. »Panzer? Schützenpanzer? Befehlsfahrzeuge? Startwagen für Flugzeuge? Alles mögliche Militärgerät?« »Bob, was du da sagst, bedeutet, dass der Ivan ganz plötzlich beschlossen hat, seinen Bereitschaftsgrad durch die Bank zu erhöhen.«, fragt sich nur. »Weißt du eigentlich, wovon du redest?« »Und ob, Danny?« »Die Geschichte von den vier obersten habe ich selbst gesehen. Sie kam über meinen Schreibtisch.« Der Ivan weiß noch immer nicht, wie empfindlich unsere Lausch-Satelliten sind und sendet nach wie vor im Klartext gesprochene und fernschriftliche Nachrichten, die wir auffangen. »Vergisst bitte gleich, dass ihr das gehört habt, klar?« Die anderen nickten. »Die Sache mit den Batterien bekam ich aus Zufall zu hören, aber ein Bekannter aus dem Pentagon konnte sie bestätigen.« »Hinzu kommt nun deine Story von den Übungen mit schärfer Munition, denn?« »Wenn wir nur noch bestätigen könnten, dass die Dieselboote tatsächlich zum Batterieaustausch außer Dienst gestellt sind, ergibt sich langsam ein Bild.« »Wie wichtig sind eigentlich neue Batterien für ein Boot mit Dieselantrieb?« »Sehr wichtig,« erwiderte Chicagos Kommandant. »Es hängt zwar sehr von Qualitätskontrolle und dem Wartungsstandard ab, aber neue Batterien verdoppeln den Aktionsbereich.« »Verdammt nochmal! Wisst ihr, wonach das klingt?« »Ivan ist immer gefechtsklar, aber diesmal scheint er es ernst zu meinen,« bemerkte Morris. »In der Zeitung steht aber nur, er benehme sich wie ein wiedergeborener Engel und wolle abrüsten.« »Gentlemen, hier stimmt etwas nicht.« »Ich muss das irgendwie auf dem Dienstweg nach oben weiterleiten.« »Bei uns in Formeat könnte der Vorgang einfach liegen bleiben,« Torland dachte an seinen Abteilungsleiter. »Da kann ich helfen,« sagte McCafferty nach einer kurzen Pause. »Morgen früh habe ich einen Termin bei Com Sutherland. Du kommst am besten mit, Bob.« Torland trug Vizeadmiral Richard Pipes, Befehlshaber der U-Bootflotte im Nordatlantik, zwanzig Minuten lang seine Daten vor. Pipes war der erste schwarze U-Bootfahrer, der sich durch Leistung drei Sterne verdient hatte, in einem Beruf, der traditionell Weißen vorbehalten gewesen war, und stand in dem Ruf ein harter und anspruchsvoller Vorgesetzter zu sein. Der Admiral hörte schweigend zu und trank Kaffee aus einem mit drei Sternen verzierten Becher. Er hatte ärgerlich reagiert, als McCaffertys Meldung durch den Vortrag eines Reservisten ersetzt worden war, seine Haltung aber nach drei Minuten geändert. Nun vertieften sich die Falten um seinen Mund. »Junger Mann, Sie haben einige Sicherheitsvorschriften verletzt, um mir das zu erzählen.« »Ich weiß, Sir«, erwiderte Torland. »Dazu braucht man Mum. Freut mich, dass ein junger Offizier mal Initiative beweist, anstatt nur an seine Karriere zu denken.« Preips stand auf. »Was Sie mir da erzählt haben, gefällt mir nicht. Einerseits spielt der Ivan mit diesem ganzen diplomatischen Zirkus den Weihnachtsmann, andererseits versetzt er seine U-Boot-Flotte in Gefechtsbereitschaft. Vielleicht ein Zufall, vielleicht auch nicht. Besprechen wir das doch einmal mit Sinkland und seinem Nachrichtenchef.« Toland zog eine Grimasse. »Auf was habe ich mich da eingelassen?«, fragte er sich. »Sir, man hat mich nur im Rahmen einer Übung hierher versetzt.« »Wie auch immer, auf diesen Aufklärungskram scheinen Sie sich zu verstehen, Commander. Halten Sie die Geschichte, die Sie mir gerade erzählt haben, für wahr?« Toland richtete sich auf. »Jawohl, Sir.« »Dann bekommen Sie die Chance, den Beweis zu erbringen. Haben Sie den Mumm etwas zu riskieren, oder tun Sie Ihre Meinungen nur bei Freunden und Verwandten kund?«, herrschte der Admiral. Toland wusste, dass Pipes als harter Brocken galt. Der Reservist stand auf. »Legen wir los, Admiral!« Pipes wählte eine dreistellige Nummer, seine Direktleitung zu Sinkland. »Bill, Ihr Dick, ich habe hier einen Jungen im Büro, den Sie sich mal anhören sollten. Es geht um das, was wir letzten Donnerstag besprochen haben.« Eine kurze Pause. »Genau. Finde ich auch.« »Ei, äh, Sir. Bin schon unterwegs.« Pipes legte auf. »McCafferty, ich bin dankbar, dass Sie diesen Mann mitgebracht haben. Ihren Bericht gehen wir heute Nachmittag um 15.30 Uhr durch. Toland, kommen Sie mit.« Eine Stunde später wurde Lieutenant Commander Robert M. Toland beschieden. Er sei auf Anweisung des Verteidigungsministers zum verlängerten aktiven Dienst bestimmt worden. In Wirklichkeit kam der Befehl von Sinkland, aber die Formulare konnten erst in einer Woche korrekt ausgefüllt werden. An diesem Tag lud der Sinkland seine Gattungsbefehlshaber, drei Sterne-Admirale, die Flugzeuge, Schiffe, U-Boote und Versorgungsschiffe kommandierten zum Mittagessen ins Gebäude 1 des Komplexes ein. Die Unterhaltung war gedämpft und verstummte ganz, als die Stuarts den nächsten Gang servierten. Alle waren über 50. Erfahrene, ernsthafte Männer, die Pläne für einen Fall, von dem sie hofften, dass er nie eintreten würde, ausarbeiteten und ausführten. Diese Hoffnung bestand weiter, doch beim Kaffee wurde beschlossen, die Flottenübungen zu intensivieren und eine Reihe von unangemeldeten Inspektionen durchzuführen. Sinkland ließ sich für den nächsten Morgen einen Termin beim Chef der Marineoperationen geben und sein Nachrichtendienstchef bestieg eine Zivilmaschine nach Hawaii, um sich mit seinem für den Pazifik zuständigen Kollegen zu treffen. Torland wurde von seinem Posten abgelöst und zu Intentionen versetzt, dem nachrichtendienstlichen Beraterstab von Sinkland. 6. Die Beobachter Norfolk, Virginia Intentionen war ein kleines Büro im zweiten Stock, in dem normalerweise vier Offiziere arbeiteten. Es war also nicht einfach, Torland zusätzlich unterzubringen, insbesondere, da alle Geheimdokumente abgedeckt werden mussten, während die Möbelpacker den Schreibtisch aufstellten. Als sie endlich fort waren, stellte Bob fest, dass er gerade genug Platz hatte, um sich auf seinen Drehsessel zu zwängen. Die Bürotür war mit einem elektronischen Kombinationsschloss gesichert, das über fünf in eine Metallplatte eingelassene Kippschalter bedient wurde. Durch die vergitterten Fenster des Raumes in der Nordwestecke des Sinkland-Gebäudes sah man eine Landstraße und sonst kaum etwas. Die tristen Vorhänge blieben zugezogen, und die verschossene Wandfarbe erinnerte an eine Gelbfieberstation. Der ranghöchste Offizier war ein Colonel der Marineinfanterie, der den Einzug mit stummer Missbilligung verfolgt hatte, die Bob erst verstand, als der Mann sich erhob. »Weiß der Teufel, wie ich jetzt aufs Klo komme?« murrte der Colonel, der Chuck Lowe hieß, und manövrierte sein Gipsbein hinter dem Schreibtisch hervor. Sie gaben sich die Hände. »Was haben Sie mit dem Bein angestellt, Colonel?« »War auf der Gebirgsjägerschule in Kalifornien. Lief in der Freizeit Ski und fiel auf die Nase.« »Die Ärzte meinen, es sei dumm, sich den Oberschenkelknochen so knapp überm Knie zu brechen,« erklärte Lowe mit einem ironischen Lächeln. »Da habe ich mich jahrelang abgerackert, um aus dem Nachrichtendienst rauszukommen, und ausgerechnet jetzt, wo ich mein eigenes Regiment bekommen habe, muss sowas passieren.« »Willkommen an Bord, Tolland. Besorgen Sie uns doch mal einen Kaffee.« Auf einem Aktenschrank stand eine Kanne. Die drei anderen Offiziere, erklärte Lowe, hielten Vortrag. »Ich habe Ihren Bericht an Sinkland gesehen. Hochinteressant. Was hat der Ivan Ihrer Meinung nach vor?« »Sieht so aus, als erhöhe er rund um seinen Bereitschaftsgrad, Colonel. Hier können Sie ruhig Chuck zu mir sagen.« »Fein, ich heiße Bob.« »Sie beschäftigen sich bei der NSA mit Fernmeldeaufklärung, nicht wahr? Und sind Satellitenspezialist, wie ich höre.« Tolland nickte. »Für russische und amerikanische Satelliten, aber vorwiegend für unsere. Hin und wieder sehe ich mir Fotos an, kümmere mich aber hauptsächlich um den Fernmeldeverkehr. Dabei fing ich übrigens die Geschichte mit den vier Obersten auf. Es wird auch mehr geübt als sonst um diese Jahreszeit. Ivans Panzer scheinen freier herumkurven zu können, und es stört ihn offenbar auch nicht, wenn ein Bataillon ein gepflügtes Feld plattwalzt. Und Sie sollen auf alles achten, was sich ungewöhnlich ausnimmt. Ganz gleich, wie lächerlich es auch scheinen mag, stimmt's? Dann sehen Sie sich mal diese Bilder an, die wir von DIA bekommen haben. Lowe zog zwei Fotos im Format 20x25 aus einem braunen Umschlag und reichte sie turnend. Sie zeigten das gleiche Stück Land, aber zu verschiedenen Jahreszeiten und aus verschiedenen Winkeln aufgenommen. Tolland schaute auf. »Eine Kolchose?« »Ja, Nummer 1196, rund 200 Kilometer nordwestlich von Moskau. Sehen Sie den Unterschied?« Tolland schaute sich die Bilder noch einmal an. Auf einem sah er eingezäunte Gärten, auf dem anderen einen neuen Zaun, der das eingefriedete Gebiet fast verdoppelte. »Die Bilder hat mir ein ehemaliger Kollege, ein Colonel von der Army, geschickt, weil er dachte, ich könnte sie interessant finden. Ich bin nämlich auf einer Maisfarm in Iowa aufgewachsen.« »Ivan gibt also mehr Land für die private Bestellung frei?« »Seltsam, davon habe ich nichts gehört.« Low schüttelte den Kopf. »Eben. Und das finde ich sonderbar. So etwas sollten Sie doch bekannt geben. Für die Presse wäre das ein weiterer Hinweis auf die Liberalisierung, die wir beobachtet haben. Vielleicht betrifft das nur diese eine Kolchose? Nein, wir haben Ähnliches an fünf anderen Stellen beobachtet. Gewöhnlich benutzen wir unsere Aufklärungssatelliten ja nicht für sowas, aber die Aufnahmen sind wohl an einem Tag entstanden, an dem die wichtigen Objekte unter einer Wolkendecke lagen.« »Kommt ein bisschen spät, oder? Können die Bauern mit dem Land um diese Jahreszeit noch etwas anfangen?« »Ich bekam die Bilder vor zwei Tagen, aber sie wurden wohl schon vor längerem aufgenommen. Zur Saatzeit. Gehen wir davon aus, dass wir es hier mit einem landesweiten Programm zu tun haben. Bitte evaluieren Sie das, Bob.« Die Augen des Colonel wurden schmal. »Zweifellos ein geschickter Schachzug, der einen Teil Ihrer Versorgungsprobleme löst, besonders was Gemüse betrifft.« »Mag sein. Berücksichtigen Sie, dass Gemüseanbau arbeitsintensiv ist und nur geringen Maschineneinsatz erfordert.« »Was halten Sie vom demografischen Aspekt des Programms?« Tolland blinzelte. In der US Navy neigte man dazu, die Marines für dumm zu halten, weil sie sich ihren Lebensunterhalt mit Sturmangriffen gegen MG-Feuer verdienten. Die meisten Kolchosebauern sind relativ alt, im Durchschnitt Ende 40, Anfang 50. Es sind diese Leute, die das Privatland bestellen, während die jüngeren Traktoren und Mähdrescher fahren. Wollen Sie damit sagen, dass die Russen auf diese Weise ihre Lebensmittelerzeugung steigern, ohne die jungen Männer im Wehrdienstalter?« »So könnte man's sehen,« sagte Lowe. »Politisch gesehen ist das Dynamit. Der private Sektor, der einzige Produktive der ganzen sowjetischen Landwirtschaft, wurde bislang aus ideologischen Gründen klein gehalten, weil man keine neue Generation von Kulacken heranziehen wollte. Und nun erweitert man ihn auf einmal, ohne die Tatsache bekannt zu geben. Und gleichzeitig erhöht man den Bereitschaftsgrad der Streitkräfte. Tolland, ich glaube nicht an Zufälle, auch wenn ich nur ein dummer Feldoffizier bin, dessen Aufgabe es ist, Strände zu stürmen.« Lowe's Uniformjacke hing in der Ecke. Tolland trank einen Schluck Kaffee und sah sich die Ordensspangen an. Drei Auszeichnungen in Vietnam, dazu das Navy Cross. Lowe, ein zierlich gebauter Mann, wirkte in dem olivgrünen Pullover, wie ihn die Offiziere der Marineinfanterie trugen, entspannt und fast gelangweilt, aber seine braunen Augen drückten etwas ganz anderes aus. Colonel Lowe war Tollands Gedankengängen gefolgt. Chuck, wenn Sie sich wirklich gefechtsbereit machen, ist es mit einem Exempel an vier Obersten nicht getan. Man wird auch am unteren Ende der Rangleiter etwas unternehmen müssen. »Jawohl. Und darauf müssen wir nun achten. Ich habe über DAE veranlasst, dass uns ab sofort nach Erscheinen des Roten Sternen über Satellit ein Fotofaximile zugeht. Wenn sich etwas tut, taucht es bestimmt in Krasnaya Svesta auf.« Tolland trank seinen Kaffee aus. Die Sowjets hatten eine ganze Klasse von Raketen-U-Booten außer Dienst gestellt und führten in Wien Abrüstungsverhandlungen. Sie kauften in Amerika und Kanada Weizen zu erstaunlich günstigen Bedingungen und ließen sogar 20 Prozent des Getreides von amerikanischen Frachtern transportieren. Wie passte das zu den Signalen, die er gesehen hatte? Wenn man es logisch betrachtete, passte nichts. Es sei denn, es läge ein spezifischer Fall vor, und der war ausgeschlossen. Oder? Sporla Ukraine Das Donnern der 125-Millimeter-Panzerkanone kann einem die Haare vom Kopf fetzen, dachte Alexeev. Aber nach fünf Stunden dieser Übung drang es nur noch als dumpfes Dröhnen durch seine Ohrschützer. Am Morgen war der Boden noch grasbewachsen und mit jungen Bäumen bestanden gewesen. Inzwischen hatte er sich in eine einförmige Schlammwüste verwandelt, nur markiert von den Kettenspuren der Kampfpanzer T-80 und der BMP-Schützenpanzer. Dreimal hatte das Regiment die Übung durchgeführt, einen Frontalangriff mit Panzern und aufgesessener Infanterie gegen einen gleichstarken Feind simuliert. Neunzig Geschütze auf Selbstfahrlerfetten und Raketenwerfer hatten Feuerunterstützung geboten. Dreimal. Alexeev drehte sich um, nahm Helm und Ohrenschützer ab und schaute den Regimentskommandeur an. Soll das ein Garderegiment sein, Genosse Oberst? Eine Eliteeinheit der Roten Armee? Diese Milchbärte könnten ja noch nicht mal einen türkischen Puff bewachen, geschweige denn was Vernünftiges drin anstellen. Und Sie kommandieren diesen rollenden Zirkus jetzt seit vier Jahren. Was haben Sie in dieser Zeit eigentlich getrieben, Genosse Oberst? Sie haben gelernt, Ihre Einheit total zu verheizen. Dreimal. Ihre Artilleriebeobachter sind nicht richtig postiert. Ihre Kampf- und Schützenpanzer gehen immer noch nicht koordiniert vor. Und Ihre Panzerschützen bringen es nicht fertig, ein drei Meter hohes Ziel zu treffen. Wenn ein NATO-Verband diese Anhöhe gehalten hätte, wären Sie und Ihre Einheit jetzt tot. Alexeev musterte das Gesicht des Obersten. Bisher rot vor Angst war es jetzt weiß vor Zorn geworden. Gut. Der Verlust dieser Leute ist für den Staat kein schwerer Schlag, aber sie vergeuden wertvolles Gerät, wertvollen Treibstoff, wertvolle Munition und vor allem meine wertvolle Zeit. Genosse Oberst, ich verlasse Sie jetzt. Wenn ich zurückkomme, führen wir diese Übung noch einmal durch. Wenn Ihre Männer da nichts Ordentliches leisten, können Sie für den Rest Ihres Lebens Bäume zählen. Alexeev stampfte weg und erwiderte den Gruß des Obersten nicht. Sein Adjutant, ein Oberst der Panzertruppe, hielt die Wagentür auf und stieg hinter seinem Vorgesetzten ein. Der Verein macht sich ganz ordentlich, nicht wahr? fragte Alexeev. Er ist noch nicht gut genug, hat aber Fortschritte gemacht, gestand der Adjutant zu. Es sind nur noch sechs Wochen Zeit. Dann muss die Einheit nach Westen. Das war eine unglückliche Bemerkung. Alexeev hatte diese Division zwei Wochen lang auf Gefechtsbereitschaft getrimmt, nur um vorgestern erfahren zu müssen, dass sie dem OB West für die deutsche Front zugeteilt worden war und nicht in seinen bislang unvollständigen Plan für den Vorstoß gegen Iran und Irak einbezogen werden konnte. Man hatte ihm bereits seine vier Elite-Panzerdivisionen abgenommen und jede Änderung in der Schlachtordnung Südwest erzwang eine Umstrukturierung seines Plans für die Eroberung des Persischen Golfs.« »In diesen sechs Wochen werden die Männer allerhand zu tun haben,« merkte der Oberst an. »Was halten Sie vom Kommandeur?« Alexeev zuckte die Achseln. »Er ist mit fünfundvierzig zu alt und schon zu lange auf seinem Posten. Ansonsten aber ein guter Mann.« »Zu gut zum Bäume zählen?« Alexeev lachte. Der Ausdruck stammte aus der Zarenzeit und bedeutete, dass nach Sibirien Verbande nichts zu tun hatten, als Bäume zu zählen. Das hatte sich unter Lenin geändert. Die Menschen im Gulag konnten über Mangel an Beschäftigung nicht klagen. »Bei den letzten beiden Versuchen hätten sie Erfolg haben können, glaube ich. Dieses Regiment wird bereit sein, zusammen mit dem Rest der Division.« USS Ferris »Zu nah an Brücke! Kontaktrichtung 094!« schallte eine Stimme aus dem Lautsprecher am Schott. Commander Morris schwang seinen erhöht montierten Drehsessel herum, um die Reaktion des wachhabenden Offiziers zu beobachten. Der Wachhabende schaute durchs Fernglas in die angegebene Richtung. »Nichts zu sehen!« Morris erhob sich. »Zustand 1 AS einleiten.« »Ei, ei! Gefechtsstationen!« bestätigte der Wachhabende. Ein Bootsmannsmat trat an die Sprechanlage und blies auf seiner Bootsmannspfeife drei Töne ins Mikrofon. »Alarm! Alarm! Alle man auf Gefechtsstationen zur U-Boot-Jagd!« Als nächstes ertönte das Alarmsignal und eine ruhige Vormittagswache fand ein Ende. Morris ging nach Achtern und rutschte eine Leiter hinunter in die Gefechtszentrale CIC. Sein erster Offizier übernahm nun die Brücke und gab dem Kommandanten Gelegenheit, vom taktischen Nervenzentrum des Schiffes aus, die Waffen und Sensoren zu überwachen. Überall auf der Fregatte rannten Männer auf ihre Stationen. Wasserdichte Türen und Luken wurden geschlossen und verschraubt, Löschtrupps legten ihre Ausrüstung an. Das Ganze dauerte nur vier Minuten. »Wird immer besser«, dachte Morris, als der Sprecher im CIC die Meldungen »bemannt und klar« an ihn weitergab. Seit Ferris vor vier Tagen aus Norfolk ausgelaufen war, hatte es wie befohlen durchschnittlich dreimal am Tag Alarm gegeben. Morris vermutete, dass sein Freund Toland ein Wespennest angestochen hatte. Das Übungsprogramm war praktisch verdoppelt worden, die entsprechende Anweisung war streng geheim. Und, erstaunlicher noch, das schärfere Übungstempo musste die Wartungspläne in Mitleidenschaft ziehen, eine Tatsache, die man nicht auf die leichte Schulter nehmen durfte. »Alle Stationen bemannt und bereit«, verkündete der Sprecher schließlich. »Auf dem ganzen Schiff herrscht Zustand Zebra.« »Gut«, bestätigte der taktische Gefechtsoffizier T.A.O. »Bitte Meldung«, befall Morris. »Sir, Navigations- und Luftabwehrradar sind in Bereitschaft. So nah im Passivmodus«, erwiderte der T.A.O. »Scheint sich um ein schnorchelndes U-Boot zu handeln. Kontakt kam ohne Warnung auf die Schirme. Zielbewegungsanalyse in Ausarbeitung. Der Kontakt hat rasch die Fahrtrichtung geändert und scheint sich von uns zu entfernen. Entfernung zehn Meilen.« »Ist die Kontaktmeldung schon nach Norfolk abgegangen?« »Wir warten auf Ihre Anweisung, Sir.« »Gut. Mal sehen, ob wir den Burschen festnageln können.« Binnen fünfzehn Minuten warf der Hubschrauber der Ferris Sonarbojen über dem U-Boot ab, und die Fregatte peilte es mit ihrem starken, aktiven Sonar an. Diese Maßnahmen würden erst eingestellt werden, wenn sich das sowjetische U-Boot geschlagen gab und auf Schnorcheltiefe zurückkehrte, oder der Fregatte entkam, was Morris einen dicken Minuspunkt eintragen würde. Zweck der Übung war, dem Kommandanten des U-Bootes das Vertrauen in sein Boot, seine Mannschaft und sich selbst zu rauben. USS Chicago Sie liefen tausend Meilen vor der Küste mit fünfundzwanzig Knoten auf Nordostkurs. Die Mannschaft war unzufrieden, weil eine dreiwöchige Fahrtunterbrechung in Norfolk schon nach acht Tagen ein Ende gefunden hatte, nach einer langen Fahrt eine bittere Pille. Urlaube und Reisen mussten abgebrochen werden, und kleinere Wartungsarbeiten, die eigentlich Techniker vom Land hätten erledigen sollen, wurden nun rund um die Uhr von der Mannschaft ausgeführt. Zwei Stunden nach dem Tauchen hatte McCafferty der Mannschaft seinen versiegelten Einsatzbefehl verlesen. Zwei Wochen lang intensive Ziel-Auffassungs- und Torpedoübungen, dann weiter in die Barentsee zur Aufklärung. Das sei hochwichtig, sagte er den Männern. Aber das hörten die nicht zum ersten Mal. 7. Erste Observationen Norfolk, Virginia Torland hoffte, dass seine Uniform richtig saß. Es war halb sieben an einem Mittwochmorgen, und er hatte seit vier seinen Vortrag geprobt und den Sinkland verflucht, der vermutlich nur deshalb so früh aufstand, um am Nachmittag eine Runde Golf einschieben zu können. Den Lagerraum der Flak-Offiziere schienen Welten vom Rest des geschmacklosen Baus zu trennen, aber das konnte kaum überraschen. Admirale wissen ihren Komfort zu schätzen. Die Offiziere nahmen je nach Rang auf Ledersesseln Platz. Vor ihnen lagen Notizblocks. Stuarts brachten mehrere Kannen Kaffee auf Silbertabletts herein und zogen sich dann zurück. Der Sinkland nickte Torland zu. Guten Morgen, Gentlemen. Vor ungefähr vier Monaten wurden vier Oberste der sowjetischen Armee, allesamt Regimentskommandeure in mechanisierten Divisionen, wegen Verfälschung von Bereitschaftsmeldungen vors Kriegsgericht gestellt und hingerichtet. Anfang dieser Woche meldete der Rote Stern, das Organ der sowjetischen Streitkräfte, die Exekution einer Reihe von Soldaten der Armee. Alle bis auf zwei waren in den letzten sechs Monaten ihrer Dienstzeit. Allen wurde Missachtung der Befehle ihrer Feldwebel vorgeworfen. Warum ist das von Bedeutung? Torland legte eine kurze Pause ein. Die russische Armee ist für ihre harte Disziplin bekannt. Doch auch hier, wie so oft in der Sowjetunion, ist nicht alles so, wie es sich ausnimmt. Anders als in den meisten Armeen ist dort ein Feldwebel kein Berufssoldat, sondern ein Wehrpflichtiger, der schon zu Beginn seiner Dienstzeit wegen Intelligenz, politischer Zuverlässigkeit oder vermuteter Führerqualitäten für eine Sonderausbildung ausgewählt wurde. Er absolviert einen harten, sechs Monate langen Kurs, wird dann auf der Stelle zum Feldwebel ernannt und zu seiner Einheit zurückgeschickt. Seine praktische Erfahrung ist so gering wie die seiner Untergebenen. Und seine besseren Kenntnisse auf den Gebieten Taktik und Waffeneinsatz spiegeln sich lediglich im Sold wider. In westlichen Armeen ist der Ausbildungsunterschied zwischen Feldwebeln und neuen Rekruten sehr viel größer. In Russland werden Soldaten zweimal im Jahr eingezogen, im Januar und im Juni. Angesichts der üblichen zweijährigen Dienstzeit haben wir es also in jeder Einheit mit vier Klassen zu tun. Die niedrigste ist im ersten Halbjahr, die höchste im vierten. Die jungen Soldaten der letzten Klasse verlangen und bekommen auch meist das Beste – Verpflegung, Uniform, Dienst. Und sie setzen sich über die Autorität der Unteroffiziere der Kompanie hinweg. Befehle kommen direkt von den Offizieren, nicht von den Zugführern, und werden gewöhnlich unter weitgehender Missachtung dessen, was bei uns als militärische Disziplin auf Unteroffiziersebene gilt, ausgeführt. Wie Sie sich vorstellen können, ist dies eine gewaltige Belastung für die Unteroffiziere und zwingt die Offiziere, mit unerträglichen Zuständen zu leben.« »Bei der sowjetischen Marine ist das aber anders,« merkte der Befehlshaber der Kampfverbände Atlantik an. »Gewiss, Sir. Wie wir wissen, dienen die Seeleute drei, nicht zwei Jahre, und ihre Lage unterscheidet sich von der ihrer Kameraden im sowjetischen Heer. Doch auch dort haben diese Verhältnisse jetzt ein Ende. Es wird nämlich energisch durchgegriffen.« »Und wie viele Soldaten wurden erschossen?« fragte der General der zweiten Marineinfanteriedivision. »Elf, Sir. Mit Namen und Einheit aufgeführt. Sie finden die Aufstellung in Ihren Unterlagen.« »Die meisten waren in der vierten Klasse, also dem letzten Halbjahr ihrer Dienstzeit.« »Lassen sich aus dem Artikel, den Sie lasen, generelle Rückschlüsse ziehen?«, fragte der Sinkland. »Nein, Admiral. Bei allen sowjetischen Publikationen, ob militärisch oder zivil, gilt die ungeschriebene Regel, dass kritisiert, aber nicht generalisiert werden darf. Man kann Individuen anprangern, aber nicht das System. Ein kleiner, aber bedeutsamer Unterschied. Wenn Übeltäter mit Namen genannt werden, richtet sich die Kritik natürlich gegen das ganze System, aber auf politisch akzeptable Weise. Dieser Artikel gibt jedem Offizier, Unteroffizier und Soldaten der sowjetischen Streitkräfte zu verstehen, dass ein neuer Wind weht. Die Frage ist nur, warum? Und es hat den Anschein, als sei dies kein isolierter Fall.« Toland schaltete einen Arbeitsprojektor ein und ließ eine grafische Darstellung erscheinen. »Bei der sowjetischen Marine ist eine Zunahme der Übungen mit scharfen Schiff Schiffraketen um 70 Prozent zu verzeichnen.« »Der Einsatz von Diesel-U-Booten ist reduziert und laut Geheimdienstmeldungen liegt eine ungewöhnlich große Zahl von Booten wegen Routine, aber außer planmäßiger Wartungsarbeiten in den Werften.« Wir haben Grund zu der Annahme, dass dies im Zusammenhang mit einer landesweiten Batterieknappheit steht. Offenbar werden in allen sowjetischen Unterseebooten die Batterien ausgetauscht und aus diesem Grund wurde die Batterieproduktion von zivil auf militärisch umgestellt. Es ist zudem erhöhte Aktivität bei sowjetischen Überwasserverbänden, Marinefliegern und Langstreckenbombern festgestellt worden, zusammen mit intensivierten Waffenübungen. Zudem scheinen sowjetische Überwasserkampfschiffe länger auf See zu bleiben und realistische Gefechtsübungen durchzuführen. Dies hat man zwar schon zuvor getan, aber niemals unangekündigt. Zusammen mit dem, was wir bei Armee und Luftwaffe beobachten konnten, hat es den Anschein, als würde die Kampfbereitschaft durch die Bank erhöht. Zum einen schlägt die Sowjetunion eine Reduzierung der strategischen Kernwaffen vor, zum anderen nimmt die Gefechtsbereitschaft ihrer konventionellen Kräfte rapide zu. Wir halten diese Kombination von Faktoren für potenziell gefährlich. »Kommt mir ziemlich nebulös vor«, meinte ein Admiral, ohne die Pfeife aus dem Mund zu nehmen. »Wie sollen wir jemanden davon überzeugen, dass an der Sache etwas dran ist?« »Gute Frage, Sir. Isoliert betrachtet ist jeder dieser Indikatoren harmlos und logisch. Doch was uns Sorgen macht, ist die Tatsache, dass sich alles zur selben Zeit abspielt. Insbesondere weckt die Sache mit den Batterien unser Interesse. Wir erleben den Beginn einer Entwicklung, die zu einer schweren Störung der sowjetischen Wirtschaft führen kann. Die Batteriefabrik arbeitet zwar in drei Schichten. Auf privatem Sektor sind Batterien aber trotzdem knapp. Das Gesamtbild gefällt mir nicht.« »Mir auch nicht.« »Was unternehmen Sie sonst?«, fragte der Sinkland. »Wir haben den OB der alliierten Streitkräfte in Europa, Sack Yur, gebeten, uns über etwaige ungewöhnliche Aktivitäten der sowjetischen Armeegruppe in Deutschland zu informieren. Die Norweger überwachen die Barentssee intensiver. Wir bekommen mehr Zugang zu Satellitenfotos von Häfen und Marinestützpunkten. Die IAE ist über unsere Daten informiert und stellt Selbstermittlungen an. Es tauchen langsam weitere Einzelheiten auf.« »Wann beginnt das Frühlingsmanöver des Warschauer Pakts?«, fragte Sinkland. »Die diesjährige Übung, die übrigens Fortschritt heißt, beginnt in drei Wochen. Es besteht die Aussicht, dass die Sowjets im Zuge der Entspannung NATO-Beobachter und die westliche Presse einladen werden. Auf einmal tun die Russen Dinge, um die wir sie schon immer gebeten haben.« »Das finde ich beängstigend«, meinte der OB der Überwasserflotte Atlantik. »Versuchen Sie mal, das den Medien zu verkaufen«, schlug der Befehlshaber der Marineflieger Atlantik vor. »Vorschläge?«, fragte der Sinkland. »Unser Übungsprogramm ist bereits ziemlich intensiv, aber es könnte nicht schaden, noch einen Zahn zuzulegen«, antwortete der für Operationen zuständige Offizier. »Turland, Sie haben einen hässlichen Verdacht geschöpft«, sagte der Sinkland. »Fein, dafür werden Sie bezahlt.«, »Guter Vortrag«. Bob verstand den Wink und verabschiedete sich. Die Admirale blieben zurück, um sich weiter über die Lage zu beraten. »Nun, wie ist's gelaufen?«, fragte Chuck Lowe, als Toland zurück in sein Büro kam. Toland zog die Jacke aus und tat so, als wollte er zusammensacken. »Nicht übel. Jedenfalls hat mir keiner den Kopf abgerissen.« »Ich habe vorhin nichts gesagt, um Ihnen keine Sorgen zu machen, aber der Sinkland ist zum Frühstück am liebsten gebratenen Commander mit gehacktem Lieutenant.« »Kein Wunder. Schließlich ist er Admiral.« »Das war nicht mein erster Vortrag, Chuck.« Toland wusste, dass die Marines alle Seeleute für Schlappschwänze hielten. Lowe brauchte in diesem Glauben nicht auch noch bestärkt zu werden. »Irgendwelche Entscheidungen?« »Der Sinkland sagte etwas von einem intensivierten Übungsprogramm und schickte mich dann hinaus.« »Gut. Später bekommen wir einen Schwung Satellitenfotos herein. CIA in Langley und CIA in Arlington stellen Fragen. Noch nichts Definitives, aber es hat den Anschein, als wären sie auf ein paar relevante Daten gestoßen.« »Wenn sich herausstellt, dass sie Recht haben.« »Na ja, Sie wissen ja, wie das funktioniert.« »Sicher. Die Lorbeeren wird jemand in Washington ernten, aber das ist mir scheißegal, Chuck. Hoffentlich habe ich mich geirrt. Ich will nichts wie heim und in meinen Garten.« »Ich habe wenigstens eine gute Nachricht für Sie. Man hat unseren Fernseher an einen Satellitenempfänger angeschlossen, damit wir uns die russischen Abendnachrichten ansehen können. Dabei erfahren wir zwar keine harten Fakten, bekommen aber Aufschluss über die Stimmung. Ich habe vorhin einmal den Empfang geprüft und festgestellt, dass der Ivan ein Eisenstein-Festival laufen hat. Heute Abend gibt's Panzerkreuzer Potjomkin, und die Serie endet am 30. Mai mit Alexander Nevsky.« »So?« »Nevsky habe ich auf Video. Die Russen haben die Kopie bei Emy in London im Digitalverfahren restaurieren und Prokofjevs Filmmusik im Dolby-System neu aufnehmen lassen.« »Fein. Das schneiden wir mit,« meinte Torland. Low reichte ihm eine 20 Zentimeter dicke Akte. »Zeit, wieder an die Arbeit zu gehen.« Kiew, Ukraine. »Es sieht günstiger aus, Genosse,« meldete Alexeev. »Die Disziplin im Offizierskorps hat sich unglaublich gebessert. Die Übung des 261. Garderegiments verlief heute früh recht ordentlich.« »Und das 173. Garderegiment?« fragte der OB Südwest. »Muss ich noch anstrengen. Sollte aber rechtzeitig bereit sein,« sagte Alexeev zuversichtlich. »Endlich benehmen sich die Offiziere wie Offiziere. Nun müssen wir die Gemeinen dazu bringen, sich wie Soldaten zu verhalten. Wenn Fortschritt beginnt, werden wir sehen, wie es klappt. Unsere Offiziere müssen von der Lehrbuch-Choreografie abkommen und reale Gefechtsszenen durchspielen. Fortschritt gibt uns Gelegenheit, solche Führer zu identifizieren, die sich realen Gefechtsbedingungen nicht anpassen können, und sie durch jüngere, fähigere Männer zu ersetzen.« Er nahm vor dem Schreibtisch seines Vorgesetzten Platz. Alexeev rechnete sich aus, dass er mit seinem Schlafpensum einen Monat im Rückstand war. »Sie sehen erschöpft aus, Pasha,« bemerkte der OB Südwest. »Kein Problem,« Alexeev lachte in sich hinein. »Aber noch ein Trip mit dem Hubschrauber und mir wachsen Flügel.« »Pasha, Sie gehen jetzt heim und kommen erst in vierundzwanzig Stunden wieder.« »Ich, ein Pferd, wäre schon längst zusammengebrochen,« unterbrach der General. »Ich befehle Ihnen hier mit vierundzwanzig Stunden Ruhe. Morgen um sechzehn Uhr gehen wir unseren Plan für den persischen Golf durch.« Alexeev stand auf. Sein Chef war ein grantiger alter Bär, der keine Widerrede duldete. »Jawohl, die Akten sollen beweisen, dass ich alle Befehle meines Vorgesetzten befolge.« Beide lachten. Beide hatten die Spannungsentladung nötig. Alexeev verließ das Büro und ging hinunter zu seinem Dienstwagen. Als sie kurz darauf vor seinem Wohnblock anhielten, musste der Fahrer seinen General wecken. USS Chicago. »Bahn, Pirschen!«, befahl McCafferty. Vor zwei Stunden hatte Chicagos so nah, über eine Distanz von vierundvierzig Meilen hinweg, ein Überwasserschiff geortet, das sie nun immer noch verfolgten. Auf Anweisung des Kommandanten hatte so nah dem Feuerleittrupp nicht verraten, worum es sich bei dem Objekt handelte. Im Augenblick galt jeder Oberflächenkontakt als feindliches Kriegsschiff. »Entfernung 3500 Meter,« meldete der erste Offizier. »Richtung 142, Geschwindigkeit 18 Knoten, Kurs 261.« »Periskop ausfahren!« Das Angriffsseerohr glitt auf der Steuerbordseite des Sockels aus seiner Versenkung. Ein Steuermannsmat trat hinter das Instrument, klappte die Handgriffe herunter und richtete es aus. Der Kapitän nahm den Bug des Ziels ins Fadenkreuz. »Ziel markieren!« Der Steuermannsmat drückte den Knopf an der Gurke und übertrug so die Richtung an den Feuerleitcomputer MK 117. »20 Grad Steuerbord voraus!« Der Feuerleittechniker gab die Daten in den Computer ein. Die Mikrochips berechneten augenblicklich Entfernungen und Winkel. »Gleichung eingestellt! Rohre 3 und 4 klarmachen!« »Gut!« McCafferty trat vom Periskop zurück und warf dem Ersten einen Blick zu. »Wollen Sie mal sehen, was wir versenkt haben?« »Tonnerwetter!« Der erste Offizier lachte. McCafferty griff zum Mikrofon der Bordsprechanlage. »Hier spricht der Kommandant. Wir haben gerade eine Verfolgungsübung abgeschlossen und, falls das jemanden interessiert, die Universe Ireland versenkt. Einen 34.000 Brutto-Registertonnen großen Supertanker. Das wär's!« Er steckte das Mikrofon zurück in seinen Halter. »Kritik, erster Offizier?« »Das war zu einfach, Sir«, meinte der Angesprochene. »Fahrt und Kurs des Objekts blieben konstant. Wir hätten die Zielbewegungsanalyse drei oder vier Minuten früher haben können, wenn wir nicht auf einen Zickzackkurs fixiert gewesen wären. Aber insgesamt lief es ganz ordentlich, finde ich.« McCafferty nickte zustimmend. »Vorsicht war geboten, denn ein schnelles Objekt wie ein Zerstörer mochte durchaus direkt auf sie zulaufen. Langsamere Schiffe würden unter Kriegsbedingungen unablässig den Kurs ändern.« »Wir schaffen es schon noch.« Der Kommandant schaute hinüber zum Feuerleittrupp. »Gut gemacht, Leute. Weiter so.« Er nahm sich vor, beim nächsten Mal so nah, den Kontakt erst dann melden zu lassen, wenn sie ganz dicht herangekommen waren. Dann würde sich erweisen, wie rasch seine Männer einen Blitzangriff hinbrachten. Bis dahin sollten vom Computer simulierte Gefechte geübt werden.« Norfolk, Virginia »Eindeutig Batterien!« Low reichte Torland die Satellitenfotos, auf denen Lastwagen sichtbar waren. Die Ladefläche der meisten waren mit Planen abgedeckt, aber drei Pritschen waren dem Blick des hochfliegenden Spähsatelliten ausgesetzt gewesen. Zu erkennen waren badewannenförmige Großbatterien, die von Matrosen über eine Papier geschleppt wurden. »Wie alt sind diese Aufnahmen?« fragte Torland. »Achzehn Stunden.« »Die wären mir heute früh zu Pass gekommen,« murrte der jüngere Mann. »Sieht so aus, als legen da drei Tango. Die Laster sind zehn Tonner, insgesamt neun Stück. Ich habe mich erkundigt, die Batterien wiegen leer je 218 Kilo.« »Aua! Wie viele braucht ein U-Boot?« »Eine ganze Menge,« Torland grinste. »Die genaue Anzahl kennen wir nicht. Ich stieß auf vier verschiedene Schätzungen, die um 34 Prozent voneinander abweichen, aber die Zahl der Batterien ist wohl von Boot zu Boot variabel. Je länger ein Typ in Produktion ist, desto größer die Versuchung, Modifikationen vorzunehmen. Jedenfalls ist das bei uns so.« Torland schaute auf. »Wir brauchen mehr Bilder.« »Dafür ist bereits gesorgt. Von nun an stehen wir auf dem Verteiler für alle Fotos von Marineeinrichtungen. Was halten Sie von den Aktivitäten der Überwasserschiffe?« Torland zuckte die Achseln. Die Lichtbilder zeigten ein Dutzend Kriegsschiffe, vom Kreuzer bis zur Korvette. Auf allen Decks stapelten sich Kabelrollen und Kisten. Es waren viele Männer zu sehen. »Dies hier sagt nicht viel aus. Es fehlen Kräne, also wurde nichts Schweres an Bord genommen. Aber auch Kräne sind beweglich. Das ist das Problem bei Schiffen. Alles, was uns interessiert, ist abgedeckt. Fest steht nur, dass die Schiffe im Hafen liegen. Alles andere ist reine Spekulation. Selbst bei den U-Booten gehen wir nur von der Annahme aus, dass sie neue Batterien an Bord nehmen.« »Ich bitte Sie, Bob«, schnaubte Low. »Denken Sie doch einmal nach, Chuck«, erwiderte Torland. »Die Russen wissen genau, wozu unsere Satelliten da sind. Sie kennen ihre Umlaufbahnen und können genau sagen, wo sie sich zu einem gegebenen Zeitpunkt befinden. Viele ist ihnen also schwer, uns etwas vorzumachen? Wir verlassen uns zu sehr auf diese Dinger. Sie sind nützlich, aber nur in Grenzen. Wäre schön, wenn wir jemanden vor Ort hätten.« Poljarni, UDSSR »Ist schon ein komisches Gefühl, wenn man zusieht, wie Beton in ein Schiff gegossen wird,« bemerkte Flynn auf der Rückfahrt nach Murmansk. »Von Ballast hatte er wohl noch nie etwas gehört.« »Aber ist das nicht auch großartig?« rief der Begleiter, ein Kapitänleutnant der sowjetischen Marine aus. »Wenn Ihre Kriegsmarine nur unserem Beispiel folgen würde.« Der kleinen Pressegruppe war es gestattet worden, von einer Pier aus der Neutralisierung der beiden ersten Raketen-U-Boote der Yankee-Klasse zuzuschauen. Das Ganze war sorgfältig inszeniert worden, wie Flynn und Calloway festgestellt hatten. Verblüffend war immer noch, dass man ihnen erlaubt hatte, einen so geheimen Stützpunkt zu betreten. »Schade, dass Ihr Präsident kein Beobachterteam von der amerikanischen Marine schickte,« fuhr ihr Begleiter fort. »Da muss ich Ihnen recht geben,« Flynn nickte. Das hätte eine viel bessere Story abgegeben. So hatten sich zwei Offiziere, ein Schwede und ein Inder, beide keine U-Boot-Fahrer, die Zement-Zeremonie, wie es bei der Presse hieß, aus der Nähe angesehen und später feierlich gemeldet, es sei in der Tat Beton in alle Raketenabschussrohre der beiden Boote geschüttet worden. Flynn hatte jeden Schüttvorgang gestoppt und nahm sich vor, zu Hause Berechnungen anzustellen. Was war der Rauminhalt eines Abschussrohrs? Wie viel Beton fasste es? Wie lange dauerte es, bis es voll war. »Sie müssen aber zugestehen, dass die amerikanische Reaktion auf Ihren Verhandlungsvorschlag sehr positiv war.« Währenddessen schaute William Calloway aus dem Wagenfenster. Er hatte über den Falklandkrieg berichtet und viel Zeit auf Schiffen und Werften verbracht, die Vorbereitungen für die lange Fahrt in den Südatlantik beobachtet. Sie fuhren nun an den Hafenanlagen für die Kriegsschiffe vorbei. Irgendetwas stimmte hier nicht. »Und wie findet unser englischer Freund die sowjetischen Werften?« fragte der Kapitänleutnant und lächelte breit. »Viel moderner als unsere,« erwiderte Calloway. »Und Hafenarbeitergewerkschaften gibt es bei Ihnen wohl auch nicht?« Der Offizier lachte. »In der Sowjetunion sind Gewerkschaften überflüssig, weil die Werktätigen schon alle Produktionsmittel besitzen.« »Dienen Sie auf einem U-Boot?« fragte der Engländer. »Nein,« rief der Offizier aus und lachte wieder, »ich komme aus der Steppe und liebe blauen Himmel und den weiten Horizont. Ich respektiere meine Kameraden von den U-Booten, aber mit ihnen fahren möchte ich nicht.« »Geht mir auch so,« stimmte Calloway zu. »Wir älteren Engländer lieben unsere Parks und Gärten.« »Auf welchem Schiff fahren Sie?« »Im Augenblick tue ich Dienst an Land, aber meine letzte Fahrt war auf dem Eisbrecher Leonid Brezhnev. Wir hatten einen Forschungsauftrag und hielten auch vor der aktischen Küste Handelsschiffe den Weg zum Pazifik frei.« »Das muss eine schwierige Aufgabe gewesen sein,« meinte Calloway und dachte, »red schön weiter, alter Junge.« »Und eine gefährliche obendrein?« »Gewiss, man muss vorsichtig sein. Aber wir Russen sind an Kälte und Eis gewöhnt.« »Ich würde mich nie zum Seemann eignen,« fuhr Calloway fort. Flynn sah ihn zweifelnd an. »Viel zu viel Arbeit, selbst wenn man im Hafen liegt. Ist auf ihren Werften immer so viel los?« »Ach, das ist noch gar nichts,« versetzte der Russe, ohne nachzudenken. Der Mann von Reuter nickte. Die Decks der Schiffe waren vollgestellt, aber es herrschte keine sonderliche Aktivität. Nur wenige Männer liefen herum. Viele Kräne standen still. Laster waren abgestellt. Doch auf den Decks herrschte ein Durcheinander als ob. Er schaute auf die Armbanduhr. Halb vier. Langst noch nicht Feierabend.« »Ein großer Tag für die Entspannung,« wechselte er das Thema. »Und eine großartige Story für unsere Leser.« »Sehr gut,« der Kapitänleutnant lächelte. »Es ist Zeit für einen echten Frieden.« Nach der vierstündigen Tortur auf den unbequemen Aeroflot-Sitzen waren die Korrespondenten wieder in Moskau. Sie gingen zu Flints Auto. Calloways stand immer noch in der Werkstatt. »Hätte ich doch meinen Morris mitgebracht,« murrte Calloway. »Für diese russischen Mühlen kriegt man ja keine Ersatzteile.« »Gibt das eine gute Story, Patrick?« »Klar. Schade, dass ich keine Aufnahmen machen konnte. Immerhin hatte man ihnen Soff-Fotobilder von der Betonzeremonie versprochen.« »Was zielten Sie von der Werft?« »Groß genug war sie jedenfalls. Ich war mal einen Tag lang auf der Werft der US-Marine in Norfolk. Sehen alle gleich aus.« Calloway nickte nachdenklich. »Warum war ihm Pogliarni so sonderbar vorgekommen? War er als Reporter zu argbönisch? Er fragte sich immer wieder, was wird hier vertuscht?« Er arbeitete nun schon zum dritten Mal in Moskau, aber bisher hatte man ihn nie auf einen Marinestützpunkt gelassen. Einmal hatte er Murmansk besuchen dürfen. Bei einem Gespräch mit dem Bürgermeister hatte er gefragt, welche Auswirkungen die vielen Seeleute auf die Stadtverwaltung hatten. Man sähe ja immer uniformierter auf den Straßen. Der Bürgermeister hatte versucht, der Frage auszuweichen und schließlich erklärt, »Keine Marine in Murmansk!« Die typisch russische Antwort auf eine unangenehme Frage, aber nun ließ man auf einmal ein halbes Dutzend Reporter aus dem Westen auf eine der geheimsten Einrichtungen. Also hatten sie nichts zu verbergen. Oder?« Calloway beschloss, eine Story zu schreiben und loszuschicken und dann mit einem Freund bei der Botschaft einen Cognac zu trinken. Außerdem sollte es dort eine Party geben. Zurück in Moskau schrieb Calloway seinen Bericht. Aus einem Brandy wurden vier und beim letzten Glas beugte sich der Korrespondent über eine Karte des Marinestützpunkts und erklärte mithilfe seines trainierten Gedächtnisses die Aktivitäten, die er gesehen hatte. Eine Stunde später waren diese Daten verschlüsselt und wurden nach London telegrafiert. Das Kamerateam vom Fernsehen war begeistert. Zum ersten Mal seit Jahren durfte es eine sowjetische Einheit in Aktion filmen und die vielen Schnitzer, die sie miterlebten, würden ihrem Bericht für die Abendnachrichten des Netzes NBC so die rechte Würze verleihen. Im Augenblick steckte gerade ein Panzerbataillon an einer Kreuzung der Staatsstraße 101, 50 Kilometer südlich von Berlin, fest. Irgendwo waren sie falsch abgebogen und der Bataillonskommandeur brüllte seine Untergebenen an. Nach zwei Minuten trat ein Hauptmann vor und wies auf die Landkarte. Ein Major wurde von der Szene verbannt, nachdem der jüngere Mann das Problem offenbar gelöst hatte. Die Kamera folgte dem niedergeschlagenen Major bis zu seinem Dienstwagen. Fünf Minuten später war das Bataillon aufgesessen und rollte wieder. Die Kameramänner packten gemächlich ihr Gerät ein und der Chefreporter hatte Zeit, hinüber zu einem französischen Offizier zu gehen, der die Prozedur ebenfalls beobachtet hatte. Der Franzose war Verbindungsoffizier beim Vier-Mächte-Ausschuss, einem praktischen Überbleibsel aus dem Zweiten Weltkrieg, das es beiden Seiten ermöglichte, einander nachzuspionieren. Der hagere Mann mit dem ausdruckslosen Gesicht trug die Flügel eines Fallschirmjägers und rauchte Goloahas. Selbstverständlich war er Geheimdienstoffizier. Nun, Major, was halten Sie davon? fragte der NBC-Reporter. Sie haben sich verfahren. Hätten vor vier Kilometern links abbiegen sollen. Ein lakonisches Achselzucken. Eine besonders beeindruckende Leistung haben die Russen da nicht geboten, finden Sie nicht? Der Reporter lachte. Der Franzose wurde noch nachdenklicher. Ist Ihnen aufgefallen, dass Sie einen deutschen Offizier dabei hatten? Ein Deutscher war das? Mir fiel nur auf, dass er eine andere Uniform trug. Warum hat man ihn nicht nach dem Weg gefragt? Tja, warum nicht? versetzte der französische Major. Was er verschwieg, war die Tatsache, dass er nun schon zum vierten Mal miterlebt hatte, wie ein sowjetischer Offizier auf die Hilfe seines deutschen Kameraden von der Volksarmee verzichtete. Dass sowjetische Einheiten sich verfransten, war nichts Neues. Die Russen hatten nicht nur eine andere Sprache, sondern auch ein anderes Alphabet und wurden aus diesem Grund von DDR-Offizieren begleitet. Aber nun … Er schnippte seine Zigarette auf die Straße. Was ist Ihnen sonst noch aufgefallen, Monsieur? Der Oberst war stinksauer auf den Major. Und dann wies ihn ein anderer Offizier, ein Hauptmann, glaube ich, auf den Fehler hin. Sehr gut. Der Franzose lächelte. Der Major war auf dem Weg zurück nach Berlin und das Bataillon hatte nun einen neuen Kommandeur. Das Lächeln verschwand. Sieht ganz schön dumm aus, wenn sich ein ganzes Panzerbataillon verfährt. Finden Sie nicht auch? Der Franzose stieg in seinen Wagen, um den Russen zu folgen. Haben Sie im Ausland noch nie die Orientierung verloren? Klar. Wem ist sowas noch nicht passiert? Sie haben den Fehler dann aber rasch bemerkt, nicht wahr? Der Franzose gab seinem Fahrer ein Zeichen. Und diesmal dachte er … Sehr interessant. Der Fernsehreporter zuckte die Achseln und ging zurück zu seinem Wagen. Er folgte dem letzten Panzer der Kolonne, die mit 30 Stundenkilometern nach Nordwesten fuhr und auf der Staatsstraße 187, wie durch ein Wunder, zu einer anderen sowjetischen Einheit stieß. Die Kettenfahrzeuge verringerten ihre Geschwindigkeit auf 20 Stundenkilometer und rasselten nach Westen, zum Manövergebiet. Norfolk, Virginia Es sah eindrucksvoll aus. In den Fernsehnachrichten aus Moskau war zu verfolgen, wie ein ganzes Panzerregiment über eine Ebene vorrückte. Über dem Angriffsziel stiegen Erdfontänen auf, als Artillerie die simulierten feindlichen Stellungen mit Trommelfeuer belegte. Jagdbomber am Himmel, Hubschrauber vollführten ihren Todestanz. Aus dem Off verkündete der Kommentator die Bereitschaft der Sowjetunion, jede fremde Bedrohung abzuwehren. Der nächste Bericht befasste sich mit den Abrüstungsverhandlungen in Wien. Nach den üblichen Klagen über Einwände der Amerikaner gegen bestimmte Aspekte des großzügigen sowjetischen Vorschlags meldete der Sprecher, es seien dennoch echte Fortschritte erzielt worden und es sei nun zum Sommer eine umfassende Übereinkunft in Sicht. Klingt ganz normal, kommentierte Chuck Law. Wenn eine Übereinkunft bevorsteht, lässt das Gemeckern nach und kurz vor der Unterzeichnung werden die jetzt direkt euphorisch. Kam Ihnen das Manöver normal vor? Und wie? Haben Sie mal darüber nachgedacht, wie angenehm es ist, 100 Panzern mit Kanonen vom Kaliber 125 mm gegenüberzustehen? Nicht zu vergessen die Artillerieunterstützung und die Flugzeuge. Wenn die Russen kommen, setzen sie das gesamte Inventar ein. Sie beherrschen die Taktik aus dem FF. Und was hätten wir dem entgegenzusetzen? Wir ergreifen die Initiative und lassen den Gegner seinen Schlachtplan erst gar nicht entwickeln. Wer nur zu reagieren bereit ist, kann gleich einpacken. Richtig. Auf See ist das nicht anders. Kiew, Ukraine Alexeev goss sich am Tisch in der Ecke eine Tasse Tee ein und trat dann breit grinsend vor den Schreibtisch seines Chefs. Genosse General, Fortschritt läuft gut. Habe ich auch festgestellt. Das hätte ich nie geglaubt. Unser Offizierskorps hat sich erstaunlich verbessert. Der Ballast ist weg und die Männer, denen wir neue Posten gegeben haben, sind eifrig und tüchtig. Die Hinrichtung der vier Obersten hat also gewirkt, meinte der OB Südwest-Sardonisch. Er hatte das Manöver während der ersten beiden Tage von seinem Hauptquartier ausgeleitet und sehnte sich danach hinaus ins Feld zu kommen, wo es wirklich zur Sache ging. Doch das war nicht die Aufgabe eines Oberbefehlshabers einer Front. Er musste sich auf Alexeevs Berichte verlassen. Ein harter, aber guter Entschluss. Die Resultate sprechen für sich selbst. Die Begeisterung des jüngeren Mannes ließ nach, denn sein Gewissen plagte ihn immer noch. Er verdrängte den Gedanken. Noch zwei intensive Übungswochen und die Rote Armee ist bereit. Wir schaffen es. Wir können die NATO schlagen. Wir werden es nicht mit der NATO aufnehmen müssen, Pasha. Dann sei Allah den Arabern gnädig. Und uns. Der OB West bekommt nämlich noch eine Panzerdivision von uns. Der General hob eine Depesche. Und zwar jene, die Sie heute besucht haben. Wie hat sie sich gehalten? Recht gut, wie ich höre. Ein Klassenkamerad von mir ist im Stab des OB West. Auch dort werden unfähige Männer ausgeschaltet. Ein Mann auf einem neuen Posten hat einen besseren Ansporn, seine Arbeit ordentlich zu tun, als jemand, bei dem sie zur Routine verkommen ist. An der Spitze ist das natürlich anders. Ich hatte nie erwartet, den OB West einmal in Schutz nehmen zu müssen, aber wie ich höre, bringt er seine Leute ebenso auf Trab wie wir. Wenn Sie so großmütig sind, muss ich die Lage wirklich gebessert haben? Stimmt. Leider sind wir wieder eine Panzerdivision los. Nun, der OB West hat sie nötiger als wir. Passen Sie auf. Wir fegen die Araber weg wie Dreck auf glatten Fliesen. Der Fall liegt anders als in Afghanistan. Unser Auftrag ist erobern, nicht befrieden. Und das schaffen wir. Als einziges Problem sehe ich die Zerstörung der Ölfelder. Selbst mit Fallschirmjägern können wir sie nicht daran hindern, sich mit einer Politik der verbrannten Erde zu verteidigen. Trotz alledem sind unsere Ziele erreichbar. 9. Ein letzter Blick. Norfolk, Virginia. Wie schnell so etwas doch zur Gewohnheit wird, Chuck. Sie sahen nun schon den vierten russischen Film über Satellit. Toland reichte Low die Schüssel mit dem Popcorn. Schade, dass wir sie ans Marine Corps verlieren. Mir ist es recht. Ich hab den Papierkrieg satt. Werden Sie unsere Filmabende denn überhaupt nicht vermissen? Toland lachte. Na, vielleicht ein bisschen. Sie empfingen nun schon seit Wochen das Signal eines sowjetischen Nachrichtensatelliten, vorwiegend der russischen Fernsehnachrichten wegen, aber auch, um sich einmal in der Woche den Eisenstein-Film anzusehen. Heute gab es Alexander Nevsky, sein Meisterwerk. Toland riss eine Dose Coke auf. Wie würde der Ivan wohl auf einen Western von John Ford reagieren? Ich habe das Gefühl, dass Eisenstein sich bei Ford etwas abgeschaut hat. Tja, John Wayne hätte da gut reingepasst. Oder besser noch Errol Flynn. Fahren Sie heute heim? Ja, gleich nach dem Film. Stellen Sie sich vor, vier Tage frei. Ob ich das aushalte? Der Vorspann war neu und unterschied sich von der Version, die Toland daheim auf Band hatte. Der Original-Dialog war beibehalten und entstört worden, doch die Musik hatte das Moskauer Staatssinfonieorchester mit Chor neu aufgenommen. Erstklassige Kopie, bemerkte Low. Viel besser als meine, stimmte Toland zu. Zwei VHS-Rekorder liefen, doch die Bänder stammten nicht aus Navy-Beständen. Sacklands Generalinspekteur hatte einen üblen Ruf. Die Offiziere hatten die Kassetten aus eigener Tasche bezahlt. Der Film begann auf einer mit Knochen und Waffen übersäten Steppe, Überreste einer Schlacht gegen die Mongolen. Dann fielen mordend und brandschatzend die Ritter des deutschen Ordens ein, und das Volk erhob sich, um unter der Führung des anfangs zögerlichen Fürsten von Novgorod, Alexander Nevsky, die Eindringlinge zurückzuschlagen. Zdawaitje, judi russikje na slavni boi, na smirtnie boi. Donnerwetter, Toland setzte sich auf. Die neue Version klingt sehr schmissig. Die Tonqualität war trotz leichter Übertragungsstörungen fast perfekt. Steh auf, russisches Volk, zum gerechten Kampf bis auf den Tod. Steh auf, du tapferes, freies Volk, verteidige unsere schöne Heimat. Toland stellte fest, dass Russland oder russisch über zwanzig Mal vorkamen. Sonderbar, merkte er an, davon will man doch eigentlich loskommen. Die Sowjetunion soll eine glückliche Völkerfamilie sein und kein neues russisches Reich. Eine Laune der Geschichte, kommentierte Lowe. Stalin gab den Film in Auftrag, um die Bevölkerung vor den Nazis zu warnen. Die Entscheidungsschlacht wurde auf dem gefrorenen Peipussee geschlagen. Die Ordensritter griffen in Keilformationen an, die Russen unter Nevsky reagierten mit dem Versuch einer doppelten Umfassung à la Kanak. Dann folgte der unvermeidliche Zweikampf der Feldherrn, den Fürst Alexander für sich entschied, und daraufhin gerieten die Reihen der Deutschen ins Wanken. Als sie versuchten, sich am Rande des Sees zum Gegenangriff zu formieren, brach das Eis und fast alle ertranken. Welcher Idiot stellt sich mit einer halben Tonne Blech am Leib auf einem zugefrorenen See zur Schlacht, stöhnte Toland. »Die Schlacht fand 1242 tatsächlich so statt«, erklärte der Körner. »Genau siebenhundert Jahre vor Stalingrad.« Am Schluss befreite Alexander das besetzte Pskov und beschwor in einer Rede das Schicksal, das jedem Angreifer Russlands droht. »Lieser Nevsky ist wohl Stalin nachempfunden, oder?« »Da ist etwas dran«, stimmte Low zu. »Die starke, einsame Vaterfigur. Wie auch immer, Alexander Nevsky ist wohl der beste Propagandafilm aller Zeiten.« Low holte einen Pappkarton unter seinem Schreibtisch hervor und begann, seine Sachen einzupacken. »Ein nützlicher Abend. Falls Krieg möglich ist, sollte man so viel wie möglich über den Gegner in Erfahrung bringen.« »Glauben Sie denn, dass es Krieg gibt?« Low zog die Stirn kreuz. »Davon habe ich seit Vietnam die Nase voll. Aber dafür werden wir schließlich bezahlt.« Toland stand auf und reckte sich. »Colon, es war angenehm, mit Ihnen zusammenzuarbeiten. Viel Glück bei Ihrem neuen Regiment.« »Ganz meinerseits. Besuchen Sie mich doch einmal in Lejeune.« Nachdem sie sich voneinander verabschiedet hatten, ging Toland zu seinem Wagen und fuhr rasch über den Interstate Terminal Boulevard zum Interstate Highway 64. Unterwegs tauchten immer wieder Szenen aus Eisensteins Film vor seinen Augen auf, besonders die grässliche, in der ein Ordensritter mit dem Kreuz am Gewand in Pskov einer Mutter das Kind von der Brust reißt und es in die Flammen wirft. Wen brachte so etwas nicht auf? Kein Wunder, dass das mitreißende Lied »Steh auf, russisches Volk« jahrelang beliebt gewesen war. Manche Szenen schrien geradezu nach blutiger Rache. Bald summte er Prokofjevs feurigen Ruf zu den Waffen vor sich hin. »Bist ein richtiger Geheimdienstoffizier«, dachte Toland und lächelte. »Denkst wie die Leute, die du studieren sollst. Verteidige unsere schöne Heimat. Sanashus Milju Cisnuju.« »Wie bitte?«, fragte eine Frau verdutzt. Toland schüttelte den Kopf. »Hatte er denn laut gesungen?« Mit einem verlegenen Lächeln händigte er die fünfundsiebzig Cent Maut für den Straßentunnel aus. Was sollte diese Frau von einem amerikanischen Marineoffizier halten, der auf Russisch vor sich hinsang? Moskau. Kurz nach Mitternacht fuhr der Laster über die Kemeni-Brücke und auf den Borovitskaya-Platz und bog dann nach rechts ab zum Kreml. Am ersten Kontrollposten hielt der Fahrer an. Die Papiere waren natürlich in Ordnung, sie wurden durchgewinkt. Auch an der zweiten Kontrolle ging alles glatt. Nun waren es nur noch 500 Meter zum Lieferanteneingang des Ministerratsgebäudes. »Was haben Sie denn an diese Tageszeit abzuliefern, Genosse?«, fragte ein Hauptmann der Roten Armee. »Reinigungsmittel. Hier, ich will sie Ihnen zeigen.« Der Fahrer stieg aus und ging langsam hinter den Laster. »Nach Dienst muss angenehm sein, wenn alles so friedlich ist.« »Wohl wahr«, stimmte der Hauptmann zu. Noch neunzig Minuten, dann wurde er abgelöst. »Bitte sehr.« Der Fahrer zog die Plane beiseite. Auf der Ladefläche standen zwölf Kanister und eine Kiste mit Ersatzteilen. »Aus Deutschland?«, fragte der Hauptmann, der hier erst seit zwei Wochen Dienst tat, überrascht. »Da. Dieses Reinigungsmittel ist für Teppiche. Dieses da für Toilettenwände. Und das da für Fensterscheiben. Und die Ersatzteile. Naja, auch deutsche Maschinen gehen mal kaputt, setzte er mit einem spöttischen Grinsen hinzu.« »Öffnen Sie einen Behälter,« befahl der Hauptmann. »Sicher. Aber ich warne Sie vor dem Geruch. Welchen soll ich aufmachen?« Der Fahrer griff nach einem kleinen Brecheisen. »Diesen da.« Der Hauptmann wies auf den Toilettenreiniger. Der Fahrer lachte. »Da haben Sie sich das stinkigste Zeug ausgesucht. Treten Sie zurück, Genosse, damit Sie das Zeug nicht auf die Uniform bekommen.« Der Hauptmann war noch so neu auf diesem Posten, dass er mit Bedacht nicht zurücktrat. »Gut«, dachte der Fahrer, setzte das Brecheisen an, hebelte und schlug mit der freien Hand aufs Ende des Werkzeugs. Der Deckel sprang ab und bespritzte den Hauptmann mit Lösungsmitteln. »Puh!« Der Gestank war ekelerregend. »Ich habe Sie gewarnt, Genosse Hauptmann.« »Was ist denn das für ein Dreckszeug?« »Damit entfernt man hartnäckige Flecken von Kacheln.« »Geben Sie Ihre Uniform so rasch wie möglich in die Reinigung, Genosse Hauptmann, denn die Substanz ist säurehaltig und könnte den Stoff angreifen.« Der Hauptmann wollte wütend werden, aber hatte ihn der Mann nicht gewarnt? »Sowas passiert mir nicht noch einmal«, dachte er. »Gut, laden Sie ab.« Der Hauptmann gab einem Gefreiten einen Wink und entfernte sich. Der Soldat schloss auf. Fahrer und Beifahrer gingen ins Haus und holten eine Sackkarre, mit der sie die Behälter zum Aufzug transportierten. Im dritten Stock brachten sie ihre Ladung in einen Lagerraum, der sich direkt unter dem großen Konferenzsaal im vierten Stock befand. »Der Vorfall mit dem Hauptmann war günstig«, meinte der Beifahrer. »So, und jetzt an die Arbeit.« »Jawohl, Genosse Oberst«, erwiderte der Fahrer eilfertig. Vier Behälter Teppichreinigungsmittel enthielten Sprengladungen. Der Oberst hatte sich die Blaupausen des Gebäudes angesehen und eingeprägt, die Stützen befanden sich an den äußeren Ecken des Raumes, und an ihnen wurde je eine Ladung befestigt. Davor stellte man zur Tarnung die leeren Behälter. Als nächstes entfernte der Fahrer, ein Leutnant, zwei Platten der Deckenverkleidung und legte Eisenträger frei, die den Fußboden des vierten Stockes stützten. An ihnen wurden die übrigen Ladungen befestigt. Der Oberst nahm einen elektronischen Zeitzünder aus der Tasche, schaute auf die Armbanduhr, wartete drei Minuten lang und aktivierte den Timer dann durch Knopfdruck. Die Bomben sollten in genau drei Stunden explodieren. Der Oberst sah dem Leutnant beim Aufräumen zu und schob dann die Sackkarre zurück zum Aufzug. Zwei Minuten später verließen sie das Gebäude. Der Hauptmann war zurückgekommen. »Genosse«, sagte er zu dem Fahrer, »warum lassen Sie Ihren älteren Kollegen alle Arbeit tun? Zeigen Sie doch ein bisschen Respekt.« »Anständig von Ihnen, Genosse Hauptmann.« Der Oberst lächelte schief und zog eine Halbliterflasche Wodka aus der Tasche. »Ein Schluck?« Die Freundlichkeit des Hauptmanns verflog. »Ein Arbeiter, der im Dienst trinkt, und noch dazu im Kreml. Scheren Sie sich fort!« »Wiedersehen, Genosse.« Der Fahrer stieg in den Laster. Sie hatten wieder zwei Kontrollen zu passieren, aber ihre Papiere waren immer noch in Ordnung. Als der Kreml hinter ihnen lag, bogen sie in den Markska-Prospekt ab und fuhren nach Norden zur KGB-Zentrale am Zerzhinsky-Platz zwei. Crofton, Maryland »Wo sind die Kinder?« »Im Bett.« Martha Toland umarmte ihren Mann. Sie trug ein dünnes, attraktives Gewand. »Ich war heute so lange mit ihnen schwimmen, dass sie die Augen nicht offenhalten konnten.« Ein schämisches Lächeln, das er zum ersten Mal am Sunset Beach auf Ohio gesehen hatte. Martha mit dem Surfbrett und dem knappen Bikini. Sie war immer noch eine Wasserratte, und der Bikini passte auch noch. Martha ging in die Küche und kam mit einer Flasche Rosé und zwei Gläsern zurück. »Komm, geh mal duschen und entspann dich ein bisschen. Dann können wir es uns endlich gemütlich machen.« Das hörte sich gut an. Was danach kam, war noch besser. 10. Die Pulververschwörung Crofton, Maryland Es war dunkel und das Telefon läutete. Toland war nach der langen Fahrt und vom Wein noch benommen und reagierte erst nach dem zweiten Läuten richtig. Nach einem Blick auf die Uhr auf dem Nachttisch »Pesst noch mal, zwei Uhr elf«, nahm er ab. »Ja«, sagte er Barsch. »Lieutenant Commander Toland, bitte.« »Am Apparat.« »Hier, Sinkland. Bitte kehren Sie sofort auf Ihren Posten zurück. Bestätigen Sie den Befehl, Commander.« »Sofort zurück nach Norfolk, verstanden.« Toland setzte sich auf und schwang die Beine aus dem Bett. »Schatz, was ist?« fragte Martha. »Ich werde in Norfolk gebraucht.« »Wann denn?« »Sofort.« Martha, auf einen Schlag wach, setzte sich im Bett auf. Die Decke glitt ihr von der Brust, und das durchs Fenster fallende Mondlicht verlieh ihrer Haut einen ätherischen Schimmer. »Du bist doch gerade erst gekommen.« »Als ob ich das nicht wüsste.« Bob stand auf und wankte ins Bad. Wenn er Norfolk lebend erreichen wollte, musste er erst einmal duschen und ein paar Tassen Kaffee trinken. Als er zehn Minuten später mit Rasierschaum im Gesicht zurückkam, hatte seine Frau den Schlafzimmerfernseher angestellt. »Sieh dir das mal an, Bob.« »Hier, Rich Sattler, live aus dem Kreml,« sagte ein Reporter im blauen Blazer. Hinter ihm konnte Toland die düsteren Mauern der Festung sehen. Doch dort standen nun bewaffnete Soldaten im Kampfanzug Wache. Toland ging auf den Fernseher zu. Dort war etwas Merkwürdiges im Gange. Eine ganze Kompanie bewaffneter Soldaten im Kreml könnte alles Mögliche bedeuten, nur nichts Gutes. Im Ministerratsgebäude kam es heute zu einer Explosion. Ich nahm um halb zehn Uhr Moskauer Zeit ein Interview auf, und plötzlich hörten wir einen scharfen Knall. »Rich, hier Diana McGee im Studio.« Das Bild von Sattler vor dem Kreml schrumpfte in eine Ecke des Schirmes, als der Regisseur die attraktive schwarze Moderatorin des Nachrichtensenders CNN einblendete. »Ich nehme an, dass Sie Personal vom sowjetischen Sicherheitsdienst bei sich hatten. Wie reagierten diese Leute?« »Das kann ich Ihnen gleich zeigen. Sobald meine Techniker das Band eingelegt haben...« Er drückte sich den Ohrhörer tief ins Ohr. »Okay, Diana. Band läuft!« Die Bandaufnahme trat an die Stelle des Live-Bildes und füllte den ganzen Schirm. Zunächst ein Standbild. Sattler, der auf die Kremlmauer wies. Dann begann das Band zu laufen. Sattler zuckte zusammen und fuhr herum, als eine donnernde Explosion über den weiten Platz hallte. Mit dem Reflex des Profis schwenkte der Kameramann sofort und stellte nach kurzem Wackeln die Linse auf eine Wolke aus Staub und Rauch scharf, die von dem modernen Gebäude in dem ansonsten im slawischen Rokoko-Stil gehaltenen Kremlkomplex aufstieg. Eine Sekunde später zoomte er die Szene heran. Drei Geschosse des Gebäudes waren ihrer Glasfenster beraubt, und die Kamera folgte einem großen Konferenztisch, der aus einem Stockwerk fiel und dann an Montiereisen zu baumeln schien. Die Kamera ging tiefer. Auf der Straße waren eine oder zwei Leichen und einige von Trümmern zerquetschte Autos zu sehen. Binnen Sekunden füllten rennende Männer in Uniform und die ersten Dienstwagen den Platz. Eine unscharfe Gestalt, bei der es sich nur um einen Mann in Uniform handeln konnte, trat je vor die Linse. An diesem Punkt wurde das Band angehalten, und auf dem Bildschirm erschien wieder Rich Sattler. Unser Begleiter, ein Hauptmann der Miliz, unterbrach die Aufnahme und beschlagnahmte die Videokassette. Wir durften weder die Feuerwehren noch die mehreren hundert bewaffneten Soldaten filmen, die nun das gesamte Gebiet bewachen. Wir bekamen das Band aber gerade zurück und können Ihnen nun, da das Feuer gelöscht ist, auch ein Live-Bild des Gebäudes zeigen. Ich kann dem Mann fairerweise keinen Vorwurf machen, denn für ein paar Minuten ging es hier ziemlich wild zu. Wurden Sie bedroht, Rich? Sattler schüttelte entschieden den Kopf. Nein, Diana, man schien sich vorwiegend um unsere Sicherheit zu sorgen. Außer dem Milizhauptmann haben wir nun einen Zug Infanteriesoldaten bei uns, dessen Führer erklärte, er sei mit seinen Männern zu unserem Schutz da. Der Zutritt zur Unfallstelle ist uns verwehrt, und wir dürfen den Platz auch nicht verlassen. Die Kamera schwenkte zum Gebäude. Wie Sie sehen, durchsuchen dort rund 500 Männer von Feuerwehr, Polizei und Militär die Trümmer nach weiteren Opfern, und rechts von uns steht ein Kamerateam vom sowjetischen Fernsehen. Torland sah sich das Fernsehbild genau an. Die eine Leiche, die er erkennen konnte, wirkte erstaunlich klein, aber er schrieb das der Entfernung und der Perspektive zu. Diana, wir haben es hier offenbar mit dem ersten schweren Terrorangriff in der Geschichte der Sowjetunion zu tun. Wie verlautete, wurde im Gebäude des Ministerrats eine Bombe zur Explosion gebracht. Ein Unfall ist ausgeschlossen. Fest steht, dass drei oder mehr Menschen ums Leben kamen und vierzig oder fünfzig verletzt wurden. Interessant ist, dass zum Zeitpunkt der Explosion eine Sitzung des Politbüros anberaumt war. Heiliger Strohsack! Torland stellte die Dose Rasierschaum auf den Nachttisch. Können Sie sagen, ob ein Mitglied des Politbüros unter den Toten oder Verletzten ist? fragte Diana McGee sofort. Nein, erstens sind wir zu weit von der Unfallstelle entfernt und zweitens fahren die Herren mit ihren Dienstwagen auf der anderen Seite des Gebäudes vor. Aber unsere Milizhauptmann entfuhr, Himmel, da ist das Politbüro drin. Rich, wie ist die Reaktion in Moskau? Lässt sich von hier aus nur schwer beurteilen. Die Kremlgarde ist schockiert und verständlicherweise wütend, aber, das möchte ich betonen, Ihr Zorn richtet sich nicht gegen Amerikaner. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass im Kreml eine Bombe explodiert ist, möglicherweise der Versuch, das Politbüro auszuschalten. Von der Polizei erfuhren wir, dass es mindestens drei Tote und 40 bis 50 Verletzte gegeben hat. Weitere Berichte folgen, sobald neue Informationen vorliegen. Sie sahen einen Exklusivbericht aus Moskau, Diana McGee lächelte. Dann verblasste ihr Bild und es folgte eine Bierreklame. Martha stand auf und schlüpfte in einen Morgenrock. Ich stelle den Kaffee auf. Heiliger Strohsack, sagte Turlin noch einmal. Zum Rasieren brauchte er länger als gewöhnlich und schnitzig zweimal, weil er sich im Spiegel auf seine Augen und nicht auf sein Kinn konzentrierte. Er zog sich rasch an und schaute bei seinen schlafenden Kindern herein, beckte sie aber nicht. Vierzig Minuten später fuhr er mit offenen Wagenfenstern nach Süden und hörte Nachrichten. War im Kreml wirklich eine Bombe explodiert? Reporter unter Termindruck oder Fernsehleute auf der Jagd nach einem Knüller recherchierten oft nicht sorgfältig genug. War die Explosionsursache vielleicht eine undichte Gasleitung gewesen? Gab es in Moskau Gasleitungen? Sollte es wirklich eine Bombe gewesen sein, würden die Sowjets instinktiv annehmen, dass der Westen dahinter steckte und eine höhere Alarmstufe auslösen. Und der Westen würde automatisch das Gleiche tun, um für eine mögliche sowjetische Aktion gerüstet zu sein. Nichts Auffälliges, nichts Provokatives, vorwiegend eine Geheimdienst- und Aufklärungsaktion, für die die Sowjets Verständnis haben würden. Bei uns wurde dieses Szenarium schon öfter durchgespielt, sagte sich Torland und entsahen sich verschiedener Anschläge auf amerikanische Präsidenten. Und wenn Sie uns nun doch die Schuld geben? fragte sich Torland. Ausgeschlossen. Sie mussten doch wissen, dass niemand so verrückt sein konnte. Oder? Norfolk, Virginia Er fuhr weitere drei Stunden lang, wünschte sich weniger Wein und mehr Kaffee getrunken zu haben und ließ das Autoradio laufen, um wach zu bleiben. Kurz nach sieben traf er ein und fand zu seinem erstaunen Colonel Lowe an seinem Schreibtisch vor. Ich muss mich erst am Dienstag in Le Gen melden und dachte, fährst mal ins Büro und siehst dir die Sache an. Fassen Sie auf, das ist der Gipfel. Lowe hielt einen Bogen aus dem Fernschreiber hoch. Wir haben vor einer halben Stunde bei Reuter mitgeschnitten und erfahren, dass der KGB einen Westdeutschen namens Gerhard Falk verhaftet hat und ihn beschuldigt, die Bombe im Kreml gelegt zu haben. Die hohen Tiere sind davongekommen, aber erwischt hat es offenbar sechs junge Oktobristen, die dem Politbüro eine Präsentation machen wollten. Kinder! Passen Sie auf, jetzt ist der Teufel los! Tollen schüttelte den Kopf. Schlimmer hätte es wirklich nicht kommen können. Und man behauptet, es sei ein Deutscher gewesen? Ein Westdeutscher, korrigierte Lowe. Die NATO-Nachrichtendienste sind schon wild am Nachprüfen. Die offizielle sowjetische Verlautbarung nennt seinen Namen, Falk und seinen Wohnort, ein Vorort von Bremen, und seinen Beruf. Er hat eine kleine Exportfirma. Sonst nichts weiter. Aber das sowjetische Außenministerium erklärte weiter, mit negativen Auswirkungen auf die Wiener Abrüstungsgespräche sei nicht zu rechnen. Es sei zwar unwahrscheinlich, dass Falk allein handelte, doch man habe nicht den Wunsch anzunehmen, dass wir etwas mit der Sache zu tun haben. Fein. Schade, dass Sie zurück zu Ihrem Regiment müssen, Chuck. Sie haben das Talent, immer die wichtigsten Zitate herauszupicken. Commander, es mag sein, dass wir das Regiment bald brauchen. Die Sache stinkt nämlich zum Himmel. Sechs tote russische Kinder, und die Bombe hat angeblich ein Deutscher gelegt. Mag sein, meinte Toland, ein halbherziger Advokat des Teufels versonnen, aber meinen Sie, wir könnten diese Tatsache der Presse oder jemandem in Washington verkaufen? Das Ganze klingt zu verrückt und zufällig. Lowe nickte. Gehen wir der Sache aber trotzdem auf den Grund. Nur für den Fall, dass sie gestellt ist. Rufen Sie bei CNN in Atlanta an und finden Sie heraus, wie lange sich dieser Sattler um die Genehmigung zum Filmen im Kreml bemüht hatte, von wem er sie bekam und ob er sie von einer anderen Stelle als seinen normalen Pressekontakten erhielt. Eine getürkte Sache? Toland fragte sich, ob sie nun clever oder verrückt waren. Selbst ein Herrenmagazin kann man in die Sowjetunion nur mit Diplomatenpost einschmuggeln. Und nun will man uns vormachen, dass ein Deutscher unbemerkt eine Bombe in den Kreml geschafft hat, um das Politbüro in die Luft zu sprengen. »Brechten wir das denn fertig?«, fragte Toland. »Wenn die CIA so verrückt wäre, das auch nur zu versuchen?« Lowe schüttelte den Kopf. »Kaum. Das schaffen selbst die Russen nicht.« »Der Kreml muss eine tiefgestaffelte Verteidigungsanlage haben. Röntgenapparate, Spürhunde, 300 Wächter von drei verschiedenen Einheiten, KGB, MWD, wahrscheinlich auch noch die Miliz. Sie wissen ja, wie sehr die sich vor ihren eigenen Bürgern fürchten. Glauben Sie vielleicht, die lassen einen Deutschen durch?« »Sie können also nicht behaupten, Falk sei ein Irrer gewesen, der auf eigene Forst handelte.« »Bleibt also nur...« »Genau.« Toland griff nach dem Telefon und rief den Kabelsender an. »Kiew, Ukraine.« »Kinder!«, flüsterte Alexeev. »Wegen dieser Maskirovka ermordet die Partei unsere eigenen Kinder.« »Was ist aus uns geworden?« Auch sein General war blass, als er den Fernseher ausschaltete. »Wir müssen diese Gedanken verdrängen, Pascha. Das ist hart, aber notwendig. Der Staat ist nicht perfekt, aber wir müssen ihm dienen.« Alexeev musterte seinen Vorgesetzten aufmerksam. An den letzten Worten war der General fast erstickt. »Der Tag der Abrechnung wird kommen,« sagte sich Pascha. »Aber werde ich ihn noch erleben?« »Vermutlich nicht,« dachte er resigniert. Moskau »Soweit ist es mit der Revolution gekommen,« dachte Sergetov und starrte auf die Trümmer. Es war Spätnachmittag, aber die Sonne stand noch hoch. Die Feuerwehrleute und Soldaten hatten die Bergungsarbeiten fast abgeschlossen und luden nun den Schutt auf Lastwagen. Sein Anzug war staubig. »Muss in die Reinigung,« dachte er und sah zu, wie die siebte kleine Leiche mit einer Sanftheit, die irgendwie fehl am Platz wirkte, angehoben wurde. Ein Kind wurde noch vermisst. Es bestand wenig Hoffnung. In der Nähe packte ein Sanitäter vom Heer mit zitternden Händen Verbandsmaterial aus. Links von ihm weinte ein Infanterie-Major vor Zorn. Die Fernsehkameras waren natürlich auch da. »Haben wir uns bei den Amerikanern abgeguckt,« dachte Sergetov, »die Teams drängen sich vor und zeichnen jede grässliche Szene für die Abendnachrichten auf.« Zu seiner Überraschung sah er auch ein amerikanisches Team. »Aha, wir haben den Massenmord zum internationalen Zuschauersport gemacht.« Sergetov war viel zu wütend, um sich seine Emotionen anmerken zu lassen. »Es hätte auch mich erwischen können,« dachte er. »Donnerstag bin ich immer früher da.« »Das weiß jeder. Die Wächter, die Beamten und ganz gewiss auch meine Kollegen im Politbüro.« »Das also ist das vorletzte Teilstück der Maskirovka. Das Volk aufbringen. Motivieren.« »Sollte auch ein Mitglied des Politbüros in den Trümmern liegen?« »Selbstverständlich nur ein Kandidat.« »Du irrst dich bestimmt,« sagte sich Sergetov. Sein Verstand widmete sich der Frage mit kalter Objektivität und prüfte gleichzeitig sein persönliches Verhältnis zu den älteren Mitgliedern des Politbüros. Er wusste nicht, was er von der Sache halten sollte. Eine seltsame Lage für einen Parteiführer. Norfolk, Virginia »Mein Name ist Gerhard Falk,« sagte der Mann. »Ich reiste vor sechs Tagen über Odessa in die Sowjetunion ein. Seit zehn Jahren bin ich Agent des Bundesnachrichtendienstes. Mein Auftrag war die Ausschaltung des Politbüros mittels einer Bombe, die ich in einen Lagerraum unmittelbar unterhalb des Sitzungssaals legte.« Lowe und Toland starrten fasziniert auf dem Bildschirm. Falk sprach ein perfektes Russisch mit Leningrader Akzent. »Ich betreibe seit vielen Jahren eine Export-Importfirma in Bremen und bin auf den Handel mit der Sowjetunion spezialisiert. Ich habe viele Reisen in die Sowjetunion unternommen und dabei oft unter dem Deckmantel eines Geschäftsmanns Agenten gesteuert, deren Auftrag die Schwächung und Ausspähung der politischen und militärischen Infrastruktur der Sowjetunion war.« Die Kamera ging näher. Falk las monoton vom Blatt ab und schaute nur selten in die Linse. Er hatte ein blaues Auge und seine Hände zitterten leicht. »Sieht aus, als hätten Sie ihn ein bisschen durch die Mange gedreht,« merkte Lowe an. »Interessant,« versetzte Toland. »Man gibt uns zu verstehen, dass man solche Methoden anwendet.« Lowe schnaubte. »Falk, Kerlen wie ihm, die kleine Kinder in die Luft sprengen, ist doch kein Wunder. Das Ganze ist ernsthaft überlegt und geplant.« »Ich möchte klarstellen«, fuhr Falk fort, »dass es nicht meine Absicht war, Kindern Schaden zuzufügen. Das Politbüro war ein legitimes politisches Ziel. Aber einen Krieg gegen Kinder führt mein Land nicht.« Aus dem Off kam ein empörtes Geheul. Wie auf ein Stichwort hin fuhr die Kamera zurück und zeigte zwei KGB-Offiziere in Uniform, die den Sprecher mit ausdruckslosen Minen flankierten. Das Publikum setzte sich aus rund zwanzig Zivilisten zusammen. »Wann sind Sie eingereist?«, fragte einer der beiden. »Das habe ich Ihnen bereits gesagt.« »Warum wollte Ihr Land die Führer unserer Partei töten?« »Ich bin ein Spion«, erwiderte Falk, »und führe Aufträge aus. Ich stelle keine Fragen und befolge meinen Befehl.« »Wie wurden Sie festgenommen?« »Ich wurde in Kiew auf dem Bahnhof verhaftet. Wie man mir auf die Spur kam, sagte man mir nicht.« »Clever«, kommentierte Lowe. »Moment, er bezeichnet sich als Spion«, wandte Tolland ein. »Sowas sagt man doch nicht, sondern man nennt sich einen Offizier.« »Ein Agent ist ein Ausländer, der für jemanden arbeitet, und ein Spion ein Bösewicht.« »Die Russen verwenden die Begriffe so wie wir.« Eine Stunde später ging über Telex der CIA-DIA-Bericht ein. Gerhard Eugen Falk, 44, geboren in Bonn. Gutes Abiturzeugnis, aber sein Lichtbild war aus den Unterlagen des Gymnasiums verschwunden. Wehrdienst in einem Transportbataillon, dessen Akten vor zwölf Jahren bei einem Kasernenbrand vernichtet wurden. Studium der Geisteswissenschaften. Gute Noten, aber wieder kein Foto. Und drei Professoren, die ihm Zweier gegeben hatten, konnten sich offenbar nicht an ihn entsinnen. Eine kleine Import-Export-Firma. Woher kam das Startkapital? Auf diese Frage wusste niemand eine Antwort. Lebte ruhig, bescheiden und allein in Bremen, galt als freundlich. Grüßte seine Nachbarn, knüpfte aber keine gesellschaftlichen Kontakte. Ein guter, sehr korrekter Chef, wie seine Sekretärin erklärte, der viel unterwegs war. Kurz, viele wussten, dass es ihn gab, nicht wenige machten Geschäfte mit ihm, aber niemand wusste etwas Genaues über ihn. »Ich sehe die Schlagzeilen schon jetzt. Die Handschrift der CIA.« Toland riss das Blatt aus dem Fernschreiber und schob es in einen Aktendeckel. In einer halben Stunde sollte er beim Sinkler einen Vortrag halten. »Was konkret soll ich sagen?«, fragte sich Toland. »Erzählen Sie ihm, die Deutschen wollten Russland angreifen.« »Wer weiß. Vielleicht nehmen Sie Moskau diesmal ein,« meinte Low nachdenklich. »Chuck, Sie haben einen Knall.« »Na schön. Meinetwegen nur der Versuch, die Russen in Verwirrung zu stürzen und Deutschland ein für alle Mal wieder zu vereinigen. Das behauptet der Ivan-Bob.« Low schaute aus dem Fenster. »Das ist eine klassische Geheimdienst-Operation. Dieser Falk ist ein Agent, wie er im Buche steht. Wer er ist, woher er kommt und für wen er arbeitet, bekommen wir bestimmt nie heraus. Wir wissen zwar, dass die Deutschen so verrückt nicht sind, aber im Augenblick weisen alle Indizien auf sie hin. »Sagen Sie dem Admiral, dass etwas Finsteres im Gange ist.« Tollend tat genau das und wurde von dem Admiral, der harte Informationen verlangte und brauchte, zusammengestaucht. Kiew, Ukraine »Genossen, in zwei Wochen beginnt unsere Offensive gegen die NATO«, eröffnete Alexeev seinen Vortrag und legte die Gründe dar. Die versammelten Chor- und Divisionskommandeure nahmen die Erklärung leidenschaftslos hin. »Noch nie im Verlauf der letzten vierzig Jahre war die Lage für den Staat so ernst. Die letzten vier Monate haben wir damit verbracht, unsere Armee auf Trab zu bringen. Sie und ihre Untergebenen haben unsere Befehle gut befolgt, und ich kann nur sagen, dass ich stolz bin, mit ihnen gedient zu haben. Die üblichen politischen Tiraden überlasse ich ihren Politoffizieren.« Alexeev erlaubte sich ein kleines Lächeln. »Wir sind Berufsoffiziere der sowjetischen Armee und kennen unsere Aufgabe. Die Existenz der Rodina hängt von unserer Fähigkeit ab, sie zu erfüllen. Alles andere ist unwichtig«, schloss er. 11. Die Schlachtordnung Sporla, Ukraine »Bitte fangen Sie an, Genosse Oberst«, sprach Alexeev in sein Funkgerät und verkniff sich hinzuzufügen, »wenn du mich blamierst, kannst du Bäume zählen.« Der General befand sich auf einer Anhöhe 500 Meter westlich des Gefechtsstands des Regiments, begleitet von seinem Adjutanten und dem Mitglied des Politbüros Mikhail Sergetov. Erst die Artillerie. Sie sahen die Blitze, lange bevor sie den grollenden Donner der Schüsse hörten. Die Granaten wurden hinter einem drei Kilometer entfernten Hügel abgefeuert und flogen links von ihnen im hohen Bogen vorbei, durchschnitten die Luft mit einem Geräusch, das ein reißendes Leinen erinnerte. Der Mann von der Partei zuckte bei dem Lärm zusammen, wie Alexeev feststellte, wieder so ein verweichlichter Zivilist. »Ich habe dieses Geräusch nie gemocht«, sagte Sergetov knapp. »Kennen Sie es denn, Genosse Minister?«, fragte Alexeev beflissen. »Ich diente vier Jahre in einem motorisierten Schützenregiment«, erwiderte er, »und lernte meinen Kameraden an den Zielplanpausen nicht zu trauen.« »Dumm von mir.« »Verzeihung, Genosse General.« Dann die Panzergeschütze. Durch Feldstecher sahen sie die mächtigen Kampfpanzer wie Traumungeheuer aus dem Wald auftauchen und beim gleitenden Vormarsch über das wellige Übungsgelände aus langen Rohren Feuerspucken. Zwischen den Panzern verteilt fuhren die Schützenpanzer. Dann flogen die Kampfhubschrauber von links und rechts das Ziel an und schossen ihre Lenkflugkörper auf die Bunker- und Panzerfahrzeugattrappen ab. Das Kampfziel, eine Anhöhe, war inzwischen vor Explosionen und Erdfontänen kaum noch sichtbar. Alexejew schätzte die Übung mit geübtem Blick sorgfältig ein. Wer auf dieser Anhöhe saß, hatte es nicht leicht. Selbst auf Schützen in tiefen, engen Löchern, selbst auf Panzer in verdeckten Stellungen musste das Artilleriefeuer so erschreckend wirken, dass es den Bedienungsmannschaften der Lenkwaffen die Konzentration nahm, das Fernmeldepersonal aus der Fassung brachte, vielleicht sogar die Offiziere behinderte. Denkbar. Aber das Gegenfeuer der feindlichen Artillerie und die Panzerabwehrhubschrauber und Erdkampfflugzeuge, die auf die vorrückenden Panzerbataillone niederstoßen konnten. So viele Gründe, ein Risiko einzugehen, und so viele es bleiben zu lassen. So viele Unsicherheitsfaktoren im Gefecht. Wenn nun Deutsche diese Anhöhe hielten, waren die Deutschen jemals aus der Fassung geraten? Selbst 1945 vor Berlin nicht. Zwölf Minuten später hatten die Kampf- und Schützenpanzer die Höhe erreicht. Die Übung war vorbei. Hübsch, Genosse General, meinte Sergetow und nahm die Ohrschützer ab. Wenn ich mich recht entsinne, beträgt die vorgeschriebene Zeit für diese Übung 14 Minuten. Die Panzer- und Infanteriefahrzeuge haben gut zusammengearbeitet. Ich habe zwar noch nie Kampfhubschrauber im Einsatz gesehen, aber auch das war eindrucksvoll. Die entscheidende Verbesserung wurde bei der Koordinierung von Artilleriefeuer und Infanterie in der letzten Angriffsphase erzielt. Das Problem kenne ich gut, meinte Sergetow lachend. Meine Kompanie hatte zwar keine Verluste zu verzeichnen, aber zwei Freunde von mir wurden von der eigenen Artillerie verletzt. Zum Glück nicht ernsthaft. Wenn ich mir die Bemerkung erlauben darf, Genosse Minister, es freut mich, dass auch Mitglieder des Politbüros dem Staat in Uniform gedient haben. Das erleichtert uns armen Soldaten die Kommunikation. Ein Freund bei Hof konnte nicht schaden, fand Alexeev, und Sergetow schien ein anständiger Kerl zu sein. Mein ältester Sohn wurde erst im letzten Jahr aus dem Militärdienst entlassen, und mein jüngerer Sohn wird nach Abschluss seiner Studien in der Roten Armee dienen. So etwas bekam der General nur selten zu hören. Alexeev setzte den Feldstecher ab und starrte den Mann von der Partei kurz an. »Sie brauchen es nicht auszusprechen, Genosse General.« Sergetow lächelte. »Ich weiß, die Sprößlinge hoher Parteifunktionäre wählen nur selten eine solche Karriere. Aber wer herrschen will, muss erst dienen lernen.« »So, und nun habe ich einige Fragen an Sie.« »Bitte folgen Sie mir, Genosse Minister.« Die beiden Männer gingen zurück zu Alexeevs gepanzertem Gefechtsstandsfahrzeug. Der Adjutant entfernte sich, nachdem er die Besatzung des umgebauten Mannschaftstransportwagens entlassen hatte, und ließ Sergetow und Alexeev allein. Der General schenkte aus einer Thermosflasche heißen Tee ein. »Auf Ihr Wohl, Genosse Minister.« »Und auf Ihres, Genosse General.« Sergetow trank einen kleinen Schluck und stellte die Tasse auf den Kartentisch. »So, und nun zur Hauptsache. Wie ist unsere Bereitschaft für roter Sturm?« »Es sieht gegenüber Januar bemerkenswert besser aus. Unsere Männer sind fit und haben ihre Aufgaben unablässig geübt. Aufrichtig gesagt, würde ich mir lieber noch zwei Monate Zeit nehmen. Aber ja, wir sind bereit.« »Gut gesagt, Pavel Leonidowitsch. Und darf ich jetzt bitte die Wahrheit hören?« meinte Sergetow mit einem Lächeln. Alexeev war trotzdem sofort auf der Hut. »Ich bin kein Nahgenosse, Minister. Es wäre Wahnsinn, Ihnen etwas vorzulügen.« »Bei uns ist die Wahrheit oft der größere Wahnsinn.« »Lassen Sie uns ganz offen miteinander reden.« »Gewiss, ich habe Macht. Aber wir beide kennen Ihre Grenzen. Es sind im Augenblick nur Kandidaten des Politbüros draußen bei unseren Einheiten, und es ist unser Auftrag, den Vollmitgliedern Bericht zu erstatten.« »Sind wir wirklich bereit, Genosse General? Werden wir siegen?« »Ja. Wenn uns ein strategischer Überraschungseffekt gelingt und die Maskirovka Erfolg hat, sollten wir siegen können,« erwiderte Alexeev vorsichtig. »Ein Sieg ist also nicht garantiert.« »Sie haben gedient, Genosse Minister. Auf dem Gefechtsfeld ist nichts garantiert. Die Qualität einer Armee erweist sich erst, wenn Blut geflossen ist. Das ist bei unserer nicht der Fall. Wir haben alles in unseren Kräften Stehende getan, um sie auf ihre Aufgabe vorzubereiten. »Sie wollten noch zwei Monate haben,« stellte Sergeto fest. »Mit einer solchen Aufgabe ist man nie wirklich fertig. Es gibt immer wieder etwas, das noch verbessert werden kann. Erst vor einem Monat begannen wir hohe Offiziere auf Bataillons- und Regimentsebene durch jüngere, energischere Männer zu ersetzen. Eine Maßnahme, die sehr erfolgreich war. Doch eine Reihe von jungen Hauptleuten, die nun die Funktion eines Majors erfüllen, könnte noch mehr Erfahrungen sammeln.« »Sie haben also immer noch Zweifel?« »Zweifel wird es immer geben, Genosse Minister. Ein Krieg lässt sich nicht angehen wie eine Mathematikaufgabe. Wir haben es mit Menschen zu tun, nicht mit Zahlen.« »Gut, Pavel Leonidowitsch. Sehr gut. Sie sind ein ehrlicher Mann.« Sergetov hob die Teetasse und trank dem General zu. »Ich kam hierher, weil ein Genosse aus dem Politbüro. Piotr Bromkowski mir von ihrem Vater erzählte.« »Onkel Päthia«, Alexei fnickte. »Er war beim Vorstoß auf Wien Kommissar in der Division meines Vaters und besuchte uns so oft, als ich noch klein war. Geht es ihm gut?« »Nein. Er ist alt und krank. Er hält den Angriff gegen den Westen für Wahnsinn. Mag sein, dass er ein bisschen senil ist, aber da er sich im Krieg ausgezeichnet hat, wollte ich hören, wie Sie unsere Chancen einschätzen.« »Keine Angst, ich werde Sie nicht denunzieren. Zu viele Leute haben Angst, uns, dem Politbüro, die Wahrheit zu sagen. Aber es ist Zeit, dass die Wahrheit ans Licht kommt. Ich will Ihre fachmännische Meinung hören.« Was als Bitte begonnen hatte, endete als barscher Befehl. Alexejev sah seinem Gast fest in die Augen. Der Charme war verflogen, ihr Blau war kalt. Hier drohte Gefahr. Selbst einem General, aber was der Mann gesagt hatte, stimmte. »Genosse, wir planen einen raschen Feldzug und erwarten, den Rhein innerhalb von zwei Wochen zu erreichen. Diese Einschätzung ist sogar noch zurückhaltender als die Pläne, die vor fünf Jahren galten. Die NATO hat ihren Bereitschaftsgrad erhöht, insbesondere ihre Panzerabwehr verbessert. Ich persönlich halte drei Wochen für ein realistischeres Ziel, abhängig vom Überraschungsmoment und den vielen Imponderabilien im Krieg. Das Überraschungsmoment ist also entscheidend? »Das ist es immer,« erwiderte Alexejev sofort und zitierte die sowjetische Militärdoktrin. Im Krieg ist Überraschung der wichtigste Faktor. Die taktische Überraschung ist eine operative Kunst, die ein geschickter Truppenführer im Allgemeinen beherrscht. Strategische Überraschungen erzielt man auf politischer Ebene. Das ist ihre Aufgabe. Und das ist wichtiger als alles, was wir hier bei der Armee leisten können. Wenn ein echtes, strategisches Überraschungsmoment erzielt wird, wenn unsere Maskirovka klappt, ist der Sieg so gut wie sicher. Und wenn nicht, dann haben wir acht Kinder umsonst ermordet, dachte Alexejev. Welche Rolle hatte dieser charmante Bursche dabei gespielt? Dann kann der Erfolg ausbleiben. Würden Sie mir bitte eine Frage beantworten? Können wir die NATO politisch spalten? Sergejtov zuckte die Achseln und war gereizt, weil er in seine eigene Falle gegangen war. Wie Sie sagten, Pavel Leonidowitsch, gibt es viele Imponderabilien. Was, wenn das Unternehmen keinen Erfolg hat? Dann wird der Krieg eine Willens- und Nervenprobe. Hierbei sollten wir gewinnen. Wir können leichter Verstärkung heranführen. Außerdem haben wir nahe der Gefechtszone mehr Truppen, Panzer und Flugzeuge als die NATO-Mächte. Und Amerika? Amerika liegt jenseits des Atlantiks, für dessen Sperrung wir einen Plan haben. Gewiss, Amerika kann Truppen nach Europa fliegen, aber keine Waffen, keinen Treibstoff. Dazu braucht man Schiffe. Und die sind leichter zu zerstören als eine kämpfende Division. Und etwaige Überraschungen von Seiten der NATO? Der General lehnte sich zurück. Es liegt in der Natur von Überraschungen, dass Sie sich nicht vorhersagen lassen, Genosse. Es ist die Aufgabe unserer Geheimdienste, sie zu reduzieren oder ganz auszuschalten. Aus diesem Grund berücksichtigt unser Plan eine Reihe von Eventualitäten. Was zum Beispiel, wenn der Überraschungseffekt gänzlich verloren geht und die NATO vor uns angreift? Er hob die Schultern. Weit käme sie nicht, stiftete aber Verwirrung. Sorgen macht mir nur noch eine nukleare Reaktion, aber das ist eher eine politische Frage. Allerdings. Sergitows Sorge galt seinem älteren Sohn. Wenn die Reservisten einberufen wurden, musste Ivan in seinen Panzer klettern, und man brauchte kein Mitglied des Politbüros zu sein, um zu wissen, wohin er rollen würde. Alexejev hatte nur Töchter. Glückspilz, dachte Sergitow und sagte laut, Und diese Einheit hier kommt nach Deutschland? Ja, Ende der Woche. Und Sie? Während der ersten Phase des Krieges ist es unsere Aufgabe, als strategische Reserve für die Operationen des OB West zu fungieren und mögliche Übergriffe gegen die Südflanke abzuwehren. Aber das macht uns keinen großen Kummer. Griechenland und die Türkei müssten kooperieren, um uns zu bedrohen. Eine Möglichkeit, die ausgeschlossen ist, wenn sich unser Geheimdienst nicht völlig irrt. Mein OB und ich werden später Phase 2 des Plans durchführen und den Persischen Golf besetzen. Die Araber sind bis an die Zähne bewaffnet, aber ihre Zahl ist gering. Was tut Ihr Sohn im Augenblick? Meine Älteste? Der hat gerade mit Erfolg das erste Jahr seines Arabistikstudiums abgeschlossen. Sergitow war überrascht, im Zusammenhang mit Roter Sturm daran nicht gedacht zu haben. Solche Leute können wir gebrauchen. Wer sonst bei uns Arabisch kann, ist meist selbst Moslem, und für den Einsatz im Persischen Golf würde ich zuverlässigere Männer bevorzugen. Trauen Sie den Söhnen Allahs denn nicht? Im Krieg traue ich keinem. Wenn Ihr Sohn Arabisch kann, werde ich Verwendung für ihn finden. Das Übereinkommen wurde mit Kopfnicken bestätigt, und beide fragten sich, ob der andere das nicht geplant hatte. Norfolk, Virginia Fortschritt ist nicht wie geplant zu Ende gegangen, sagte Torland. Satelliten und andere Aufklärungsmittel zeigen, dass die sowjetischen Kräfte in Ostdeutschland und Westpolen noch immer in Gefechtsformationen im Feld liegen. Es gibt auch Hinweise, dass an mehreren Stellen in der Sowjetunion Züge zusammengestellt werden, und zwar auf Verschiebebahnhöfen, deren Lage mit einem Plan zum Transport zahlreicher Truppen nach Westen im Zusammenhang stehen könnte. Heute früh liefen sechs U-Boote der sowjetischen Nordflotte aus, offenbar um im Mittelmeer operierende Verbände abzulösen. Im Laufe der nächsten zwei Wochen werden sich also mehr russische U-Boote als gewöhnlich im Nordatlantik befinden. Informieren Sie mich näher über die Verbände, die im Mittelmeer abgelöst werden, befahl der Sinkline. Es handelt sich um einen Victor, ein Echo, drei Foxtrots und einen Juliet. Die letzte Woche verbrachten Sie längsseits eines Tenders in Tripoli. Das Mutterschiff blieb in libyschen Gewässern zurück. Die Straße von Gibraltar werden Sie morgen um 13 Uhr Sulu-Zeit passieren. Sie warten also nicht auf die erste Ablösung? Nein, Admiral. Gewöhnlich wartet man, bis die ablösenden Verbände ins Mittelmeer eingefahren sind, aber in drei von zehn Fällen verfährt man so. Es sind also zwölf sowjetische Boote nach Norden und nach Süden unterwegs. Dazu ein November und drei weitere Foxtrots, die mit der kubanischen Marine geübt haben. Auch letztere liegen am Mutterschiff, wie wir heute Vormittag feststellten. Die Information ist gerade zwei Stunden alt. Gut. Und wie sieht es in Europa aus? Keine weiteren Informationen über Falk. Die Nachrichtendienste der NATO rannten gegen eine Wand. Und auch in Moskau verlautete nichts Neues. Noch nicht einmal das Datum der Gerichtsverhandlung. Die Deutschen wissen überhaupt nichts über den Mann. Man hat seine Wohnung Stück für Stück auseinandergenommen und nichts Belastendes gefunden. Gut, Commander. Was halten Sie persönlich davon? Admiral Falk ist meiner Meinung nach ein sowjetischer Agent, der vor 13 Jahren in die Bundesrepublik eingeschleust wurde und dort bis jetzt als Maulwurf lebte. Sie halten das Ganze also für eine Operation des sowjetischen Geheimdienstes. Überrascht mich nicht. Was ist der Zweck der Übung? fragte der Sinklein scharf. Sir, bestenfalls soll ungeheurer politischer Druck auf Westdeutschland ausgeübt, das Land vielleicht sogar aus der NATO getrieben werden. Schlimmstenfalls, danke. Das schlimmste Szenarium haben wir bereits erstellt. Gut gemacht, Torland. Und ich muss mich wegen gestern bei Ihnen entschuldigen. Es war nicht Ihre Schuld, dass nicht alle Daten vorlagen, die ich haben wollte. Torland blinzelte ungläubig. Es kam nicht oft vor, dass sich ein Vier-Sterne-Admiral vor anderen Offizieren bei einem Lieutenant-Commander der Reserve entschuldigte. Was treibt Ihre Flotte? Admiral, wegen schlechter Witterungsverhältnisse liegen keine Satellitenfotos von Momansk vor, aber wir rechnen damit, dass es bis morgen Nachmittag aufklart. Die Norweger haben ihre Patrouillen in der Barentssee intensiviert und sagen, dass, abgesehen von den U-Booten, im Augenblick nur wenige russische Schiffe auf See sind. Aber das ist schon seit einem Monat so. Und lässt sich innerhalb von drei Stunden ändern, merkte ein anderer Admiral an. Wie ist es Ihrer Einschätzung nach um den Bereitschaftsgrad der Flotte bestellt? Seit ich begann, mich mit ihm zu befassen, war er noch nie so hoch, erwiderte Torland. Praktisch hundert Prozent. Wie Sie gerade sagten, Sir, können die Russen jederzeit mit ihrem gesamten Inventar in See stechen. Wenn sie auslaufen, werden wir das bald erfahren, meinte Admiral Pipes. Drei meiner Boote behalten dort oben die Dinge im Auge. Ehe ich hierher kam, sprach ich mit dem Verteidigungsminister. Er wird sich heute mit dem Präsidenten treffen und um Verteidigungsstufe DEFCON 3 Global ersuchen. Die Deutschen haben gebeten, Spirale grünen Kraft zu belassen, bis die russischen Aktivitäten abebben. Was haben die Sowjets ihrer Ansicht nach vor, Commander? fragte der Sinkland. Sir, bis heute Nachmittag werden wir mehr wissen. Der Generalsekretär wird bei einer Sondersitzung des obersten Sowjets und vielleicht auch morgen bei der Beerdigung sprechen. Sentimentaler Sack, grollte Pipes. Eine Stunde später saß Torland im Büro vor dem Fernseher und vermisste Chuck Lowe, der ihm bei der Übersetzung hätte helfen können. Der Generalsekretär hatte die unangenehme Angewohnheit, so rasch zu sprechen, dass Torland nur mit Mühe folgen konnte. Die 40 Minuten lange Rede bestand zu drei Vierteln aus den üblichen politischen Phrasen. Am Ende jedoch gab der Generalsekretär die Mobilisierung der Reserveeinheiten der Kategorie 2 bekannt, um der deutschen Bedrohung entgegenzutreten. 12. Arrangements für Begräbnisse Norfolk, Virginia Das Haus der Allunionskonferenz war ungewöhnlich voll, wie Torland feststellte. Normalerweise wurden mit solchem Pomp nur Helden begraben. Einmal hatten hier drei Kosmonauten aufgebahrt gelegen, doch nun ging es um elf Helden. Acht junge Oktobristen aus Pskov und drei Beamte, die dem Politbüro zugearbeitet hatten, lagen, umgeben von einem Blumenmeer in polierten Särgen aus Birkenholz. Torland sah genauer hin. Die Särge standen erhöht, sodass man die Opfer sehen konnte, aber zwei Gesichter waren mit schwarzer Seide abgedeckt und gerahmte Fotos auf den Särgen zeigten, wie die Kinder im Leben ausgesehen hatten. Die Säulenhalle war schwarz und rot drapiert. Selbst die Lüste hatte man für diesen feierlichen Anlass verhängt. Die Familien der Opfer, Eltern ohne ihre Kinder, sowie Frauen und Kinder ohne ihre Väter, standen aufgereiht. Ihre Gesichter verrieten weniger Emotionen als einen Schock, offenbar hatten sie sich noch nicht mit dem Schicksalsschlag abgefunden und hofften noch immer, aus diesem Albtraum aufzuwachen und ihre Lieben gesund in ihren Betten vorzufinden. Der Generalsekretär schritt die Reihe der Trauernden ab, umarmte jeden und hatte ein schwarzes Band am Ärmel, das im Kontrast zu dem Lenin-Orden an seinem Revers stand. Torland konzentrierte sich auf sein Gesicht. Der Mann war erschüttert. Fast konnte man sich vorstellen, dass seine eigene Familie betroffen war. Eine Mutter ließ sich umarmen, dann küssen und brach fast zusammen, fiel auf die Knie und schlug die Hände vors Gesicht. Noch vor ihrem Mann lag der Generalsekretär neben ihr auf den Knien, zog ihren Kopf an seine Schultern. Einen Augenblick später half er ihr auf die Beine und schob sie sanft in die schützenden Arme ihres Mannes, eines Hauptmanns der sowjetischen Armee, dessen Gesicht eine steinerne Maske war. Allmächtiger, dachte Torland, das hätte selbst Eisenstein nicht besser inszenieren können. »Kaltherziges Schwein«, dachte Sergetov, der mit dem Rest des Politbüros links von den Särgen stand. Er hielt das Gesicht in Särgen zugewandt, schaute aber zur Seite und musste Fernsehkameras entdecken, die die Zeremonie aufzeichneten. Die ganze Welt würde sie miterleben, hatte man ihm versichert. So perfekt war also der vorletzte Akt der Maskerovka organisiert. Eine Ehrengarde aus Soldaten der Roten Armee und jungen Pionieren bewachte die ermordeten Kinder. Geigen schluchzten. »Was für eine Maskerade«, sagte sich Sergetov. »Seht nur, wie rührend wir uns um die Hinterbliebenen unserer Opfer kümmern.« In seinen 35 Jahren in der Partei hatte er genügend Lügen gehört und erzählt, aber diese Szene stellte alles in den Schatten. Sein Blick kehrte zögernd zu dem wechselnden Gesicht eines Kindes zurück. Wie oft war er abends heimgekommen und hatte sich seine schlafenden, inzwischen erwachsenen Kinder angeschaut, davon überzeugt, dass sie normal atmen, dem Schnüffeln gelauscht, wenn eines erkältet war, dem Murmeln, wenn eines träumte. Wie oft hatte er sich eingeredet, dass er und die Partei für ihre Zukunft arbeiteten. »Kriegst keinen Schnupfen mehr, Kleines«, sagte er stumm zu einem Kind. »Und aus ist's mit den Träumen. Da siehst du, was die Partei für deine Zukunft geleistet hat.« Als ihm die Tränen kamen, wurde er wütend auf sich selbst, denn seine Genossen mochten glauben, das gehörte zur Vorstellung. Am liebsten hätte er sich umgeschaut und betrachtet, was seine Kollegen vom Politbüro von ihrem Werk hielten. Fast wünschte sich Sergetov, das Gebäude fünf Minuten früher betreten zu haben. Lieber tot, als von einer solchen Infamie profitieren. Aber in diesem Fall hätte er bei dieser Farce eine noch größere Rolle gespielt. Norfolk, Virginia »Genossen, vor uns liegen die unschuldigen Kinder unseres Volkes«, begann der Generalsekretär so langsam und leise, dass Toland das Dolmetschen leichter fiel. Neben ihm stand der Chef von Sinclairns Nachrichtendienstabteilung, ermordet von der teuflischen Maschinerie des Staatsterrorismus, hingeschlachtet von einem Volk, das unser Vaterland zweimal mit üblen Träumen von Eroberung und Mord überfiel. »Vor uns liegen die einfachen, treuen Diener der Partei, von faschistischer Aggression zu Märtyrern gemacht.« »Genossen, den Familien dieser unschuldigen Kinder, den Familien dieser braven Männer sage ich, dass der Tag der Abrechnung kommen wird. Die Toten bleiben unvergessen. Dieses gemeine Verbrechen wird gesühnt werden.« »Guter Gott«, Toland schaute zu seinem Vorgesetzten auf. »Das ist es. Es gibt Krieg, Bob. Gehen wir zum Chef.« »Sind Sie ganz sicher?«, fragte der Sinclairnt. »Möglich, dass Sie sich mit weniger zufrieden geben«, erwiderte Toland, »aber das bezweifle ich. Diese Operation hat die russische Bevölkerung auf eine noch nie dagewesene Weise aufgehetzt.« »Reden Sie nicht um den Brei herum. Sie sagen, dass diese Menschen absichtlich ermordet wurden, um eine Krise heraufzubeschwören.« Der Sinclairnt starrte auf seine Schreibtischplatte. »Kaum zu glauben.« »Admiral, entweder glauben wir das, oder wir glauben, dass die westdeutsche Regierung auf eigene Faust beschlossen hat, einen Krieg mit der Sowjetunion vom Zaun zu brechen.« »Himmel noch mal, warum denn?« »Das wissen wir nicht, Sir. Vorgänge sind leichter zu ergründen als Gründe.« Der Sinclairnt stand auf und ging in eine Ecke des Dienstzimmers. Es gab Krieg, aber er wusste nicht, warum. Er wollte den Grund wissen. »Wir berufen die Reserven ein.« »Torland, Sie haben in den vergangenen zwei Monaten verdammt gute Arbeit geleistet. Ich werde Ihre Beförderung zum Commander beantragen. Was ich für Sie vorhabe, liegt zwar außerhalb Ihres normalen Dienstbereichs, aber ich glaube, dass Sie es schaffen. Ich versetze Sie zum Stab des Befehlshabers der zweiten Flotte auf einen Flugzeugträger.« »Es wäre schön, wenn ich noch ein, zwei Tage mit meiner Familie verbringen könnte, Sir«, der Admiral nickte. »Das sind wir Ihnen schuldig. Die Nimitz ist im Augenblick ohnehin auf der Überfahrt, und Sie können dann vor der spanischen Küste an Bord gehen. Melden Sie sich ja Mittwoch früh zurück.« Der Sinkland kam auf ihn zu und drückte ihm die Hand. »Gut gemacht, Commander.« Zwei Meilen weiter lag die Ferris an ihrem Tender. Ed Morris stand auf der Brücke und sah zu, wie die mit Raketentreibsätzen ausgerüsteten Asrock-Torpedos mit einem Kran in den Bug geladen und dann in die Bunker geschoben wurden. Ein weiterer Kran senkte Achtern-Versorgungsmaterial aufs Hubschrauberdeck ab. Zum ersten Mal in seinen zwei Jahren als Kommandant der Ferris trug das Schiff die volle Waffenladung. Am achtzelligen Asrock-Werfer, Pfefferbüchse genannt, behoben Techniker eine kleine Funktionsstörung. Ein anderes Team vom Tender befasste sich, zusammen mit Leuten vom Schiff, mit einem Radarproblem. Er war nun am Ende seiner Wartungs- und Instandsetzungs-Checkliste angelangt. Die Maschinen der Fregatte funktionierten perfekt, besser als bei einem fast zwanzig Jahre alten Schiff zu erwarten war. Noch ein paar Stunden, dann war USS Ferris voll einsatzbereit. Wofür? Noch immer kein Einsatzbefehl, Skipper? fragte der erste Offizier. Nein. Aber wenn Sie mich fragen, wissen selbst die Admiräle noch nicht, was eigentlich läuft. Morgen früh versammeln sich die Kommandanten beim Sinkland. Vielleicht erfahre ich dort etwas. Was halten Sie von dieser deutschen Geschichte? Die Crowds, mit denen ich zur See gefahren bin, waren ordentliche Kerle. Die ganze russische Befehlsstruktur in die Luft sprengen. So verrückt ist doch keiner. Morris zuckte die Achseln und zog eine finstere Miene. Andererseits muss aber nicht alles auf der Welt mit Logik zugehen. Skipper, ich hab das Gefühl, dass wir die Asrock brauchen werden. Da haben Sie leider recht. Crofton, Maryland Auf See? fragte Martha Toland ungläubig. Da werde ich gebraucht. Und da gehöre ich hin, ob es uns nun passt oder nicht. Bob konnte seiner Frau nicht in die Augen sehen. Es war schon schlimm genug, ihre brüchige Stimme zu hören. Bob, ist es wirklich ernst? Schwer zu sagen. Schau mal, Martha, Ed Morris und Dan McCafferty haben inzwischen ihre eigenen Schiffe und müssen auch fort. Soll ich vielleicht zurückbleiben und mich an Land verkriechen? Die Antwort seiner Frau war vernichtend. Das sind Profis, du aber nicht, sagte sie kalt. Du spielst den Wochenendkrieger und reißt einmal im Jahr deine zwei Wochen ab, nur um so zu tun, als wärst du noch bei der Navy. Bob, du bist Zivilist und gehörst nicht aufs Meer. Kannst ja noch nicht mal schwimmen. Und ob, protestierte Toland, der den Streitpunkt absurd fand. So? Seit fünf Jahren habe ich dich nicht mehr im Schwimmbecken gesehen. Verdammt noch mal, Bob, und wenn dir etwas passiert? Was soll ich dann den Kindern sagen? Dass ich mich nicht gedrückt habe. Toland wandte den Kopf ab. Damit hatte er nicht gerechnet. Martha kam aus einer Navy-Familie und sollte eigentlich Verständnis haben. Doch nun liefen ihr die Tränen über die Wangen und ihre Lippen zuckten. Er nahm sie in die Arme. Pass auf, ich komme auf einen Flugzeugträger, klar? Auf unser größtes, sicherstes, am besten geschütztes Schiff, umgeben von einem Dutzend anderer Schiffe, die den Gegner auf Distanz halten, und ausgerüstet mit hundert Flugzeugen. Ich soll mit herausfinden, was der Gegner vorhat, damit man ihn so fern wie möglich halten kann. Martha, Martha, ich werde gebraucht. Der Admiral hat mich eigens angefordert. Ehmann scheint mich für wichtig zu halten. Er lächelte sanft, um die Lüge zu vertuschen. Träger waren die am besten geschützten Schiffe der Marine, weil sie für die Russen das Ziel Nummer eins darstellten. Verzeihung. Sie löste sich von ihm und ging ans Fenster. Was machen Danny und Ed? Die haben viel mehr zu tun als ich. Dannys Boot ist oben. Im Augenblick ist er der Sowjetunion näher, als ich es jemals sein werde. Ed macht klar zum Auslaufen. Er hat ein 1052er, ein Begleitschiff, und wird wahrscheinlich Geleitzüge vor U-Booten schützen. Beide haben Familie. Du bekamst wenigstens Gelegenheit, mich noch einmal zu sehen. Martha drehte sich um und lächelte zum ersten Mal seit seinem unerwarteten Auftauchen. Sei vorsichtig. 13. Fremde kommen und gehen Aachen Schuld war der Verkehr. Der Umschlag landete, wie versprochen, im richtigen Postfach, und der Schlüssel passte auch. Minimale persönliche Beteiligung. Der Major grollte, weil er sich so exponieren musste, aber das geschah nicht zum ersten Mal, seit er für den KGB arbeitete, und er brauchte diese neuesten Informationen, wenn sein Auftrag eine Erfolgschance haben sollte. Der Major faltete den DIN A4-Umschlag und steckte ihn in die Jackentasche, ehe er das Gebäude verließ. Draußen auf dem Gehsteig überzeugte er sich mit Blicken nach links und rechts, dass er nicht verfolgt wurde. Alles klar. Der KGB-Offizier hatte ihm versprochen, das konspirative Haus sei völlig sicher. Vielleicht. Das Taxi wartete auf der anderen Straßenseite. Er hatte es eilig. Die Autos hielten vor der Ampel, und er beschloss, die Straße auf der Stelle zu überqueren und nicht erst den Umweg zum Fußgängerübergang zu machen. Als sich der Verkehr wieder in Bewegung setzte, trat er vom Bordstein, ohne sich umzusehen. Den beschleunigenden Peugeot nahm er überhaupt nicht wahr. Dessen Geschwindigkeit betrug nur 25 Stundenkilometer, aber das reichte. Der rechte Kotflügel erwischte den Major an der Hüfte, wirbelte ihn herum und schleuderte ihn gegen einen Laternenpfahl. Ehe er wusste, wie ihm geschah, wurde er ohnmächtig, was eine Gnade war, denn das rechte Hinterrad des Peugeot zerquetschte ihm beide Fußgelenke. Seine Kopfverletzungen waren schwer. Er lag reglos auf dem Bauch, und aus einer Hauptarterie schoss eine Blutfontäne auf den Gehsteig. Der Wagen hielt sofort an, die Fahrerin sprang heraus, um zu sehen, was sie angerichtet hatte. Ein Kind, das noch nie viel Blut gesehen hatte, schrie, ein Briefträger rannte los, um einen Polizisten zu holen, und ein anderer Mann rief in einem Laden den Krankenwagen. Der Verkehr war zum Stillstand gekommen. Der Taxifahrer stieg aus, überquerte die Straße und versuchte, an den Verletzten heranzukommen, doch über den beugten sich schon sechs Männer. »Der ist tot«, verkündete einer, »und der Major sah auch tatsächlich so aus.« Die Fahrerin des Peugeot versuchte, den Umstehenden zu erklären, der Mann sei ihr direkt ins Auto gelaufen, und sie habe nicht mehr bremsen können, aber da sie das auf Französisch tat, komplizierte sie das Ganze nur noch mehr. Der Taxifahrer hatte sich durch die Schaulustigen gedrängt und konnte den Verletzten nun fast berühren. Er musste unbedingt den Umschlag an sich bringen. Doch dann traf der Polizist ein. »Alles zurück«, befahl der Beamte. Ein Zuschauer meldete, der Krankenwagen sei bereits verständigt. Der Polizist nickte knapp und sah zu seiner Erleichterung einen Hauptwachtmeister herannahen. »Krankenwagen?« »Schon unterwegs, Herr Hauptwachtmeister.« »Mein Name ist Dieter, Verkehrspolizist.« »Wer hat das Fahrzeug gelenkt?«, fragte der Hauptwachtmeister. Die Fahrerin begann stockend auf Französisch zu berichten. Ein Mann, der das Ganze mit angesehen hatte, unterbrach sie. »Der Mann trat vom Gehsteig, ohne sich umzusehen. Der Dame blieb keine Zeit zum Bremsen. Ich bin Bankier und kam direkt hinter diesem Mann aus dem Postamt. Meine Karte.« Der Bankier reichte dem Hauptwachtmeister seine Geschäftskarte. »Vielen Dank, Herr Dr. Müller.« »Darf ich Sie bitten, eine Aussage zu machen?« »Selbstverständlich. Ich komme gleich mit zur Wache.« Der Taxifahrer stand am Rand der Menschenmenge. Als erfahrener KGB-Führungsoffizier sah er nicht zum ersten Mal eine Operation scheitern, aber dieser Zwischenfall war einfach absurd. Da lag der stolze Spetsnazmann, umgefahren von einer angejahrten Französin. Warum hatte er nicht auf den Verkehr geachtet? Ich hätte den Umschlag von jemand anderem abholen lassen sollen, dachte er. »Scheiß auf die Befehle.« »Wie soll ich das der Zentrale beibringen?« »Wenn etwas schief ging, war nie die Zentrale schuld.« Dann traf der Krankenwagen ein. Der Hauptwachtmeister zog dem Verletzten die Brieftasche aus der Hose. Das Opfer hieß Siegfried Baum und kam aus Hamburg-Altona. Er beschloss, mit dem Verletzten ins Krankenhaus zu fahren. Die Sanitäter gingen zügig ans Werk. Dem Verletzten wurde eine Halskompresse umgelegt und er kam dann auf die Bahre. Der Hauptwachtmeister schaute auf die Uhr und stellte fest, dass die ganze Prozedur nur sechs Minuten in Anspruch genommen hatte. Dann stieg er in den Krankenwagen. »Wie ernst ist es?« fragte er. »Vermutlich Schädelbruch. Starker Blutverlust. Wie ist das passiert?« »Unachtsamkeit beim Überqueren der Straße.« »Idiot«, kommentierte der Sanitäter. »Als hätten wir nicht schon so genug zu tun.« »Kommt er durch?« »Hängt von der Kopfverletzung ab.« Der Sanitäter zuckte die Achseln. »Na, er kommt sofort auf den Operationstisch. Haben Sie seine Personalien? Ich muss ein Formular ausfüllen.« Baum, Siegfried, Kaiserstraße 17, Hamburg-Altona. »Hm. Sein Blutdruck fällt rasch. Der Fahrer zog den Krankenwagen in eine scharfe Linkskurve und das Martinshorn schaffte freie Bahn. Eine Minute später hielten sie vor der Polyklinik an, wo schon ein Arzt und zwei Pfleger warteten. Innerhalb von zehn Minuten war eine Intubation vorgenommen worden. Der Patient erhielt eine Bluttransfusion und hing am Tropf. Dann wurde er in die Neurochirurgie gebracht. Der Hauptwachtmeister blieb mit dem Krankenhausarzt in der Notaufnahme. »So, und wer ist das?«, fragte der junge Doktor. Der Polizeibeamte nannte ihm die Personalien. »Ein Deutscher?« »Wieso finden Sie das sonderbar?« »Über Funk hieß es, der Verletzte sei Ausländer.« »Das Unfallfahrzeug wurde von einer Französin gesteuert.« »Ach so. Ich hielt den Mann für den Ausländer.« »Wieso?« »Als ich ihm den Schlauch einführte, fielen mir seine schlampigen Plomben auf.« »Vielleicht stammt er aus der Ostzone«, meinte der Hauptwachtmeister. Der Arzt schnaubte. »So eine Stümperei verzapft doch kein Deutscher. Das kann ja jeder Klempner besser.« Der Arzt füllte rasch das Aufnahmeformular aus. »Wo sind seine Sachen?« Der Hauptwachtmeister war von Natur aus neugierig, einer der Gründe, weshalb er nach der Bundeswehr zur Polizei gegangen war. Der Arzt führte ihn in ein Zimmer, in dem die persönliche Habe des Patienten aufbewahrt wurde. Sie fanden die Kleidung säuberlich gefaltet vor. Jackett und Hemd lagen getrennt, damit die Blutflecken nichts anderes beschmutzten. Kleingeld, ein Schlüsselbund und ein großer Umschlag wurden gerade von einem Pfleger registriert. Der Polizeibeamte griff nach dem braunen Umschlag. Er war am Vortag in Stuttgart aufgegeben worden, Porto 10 Mark. Auf eine Eingebung hin schlitzte er den Umschlag mit seinem Taschenmesser auf. Weder der Arzt noch der Pfleger erhoben Einspruch, immerhin war der Mann Polizeibeamter. Der Umschlag enthielt unter anderem ein geheim gestempeltes Bundeswehrdokument, das den Namen Lammersdorf trug. Der Hauptwachtmeister hielt die Lageskizze einer NATO-Fernmeldezentrale in der Hand, die keine 30 Kilometer entfernt war. Er war Hauptmann der Reserve und hatte für den MAD gearbeitet. Wer war dieser Siegfriedbaum? Er musterte den Rest des Inhalts und ging dann ans Telefon. Rota, Spanien Das Düsentransportflugzeug landete pünktlich. Toland stieg aus der Frachttür und wurde von einer leichten Brise begrüßt. Zwei Seeleute nahmen ihn in Empfang und wiesen auf einen Hubschrauber, dessen Rotor sich bereits drehte. Zusammen mit vier anderen Männern kletterte er rasch an Bord und war Minuten später in der Luft. Sein erster Besuch in Spanien hatte genau elf Minuten gedauert. Niemand unternahm den Versuch, eine Unterhaltung anzufangen. Toland schaute aus einem der kleinen Fenster, sah blaues Wasser. Sie befanden sich in einem U-Jagd-Hubschrauber des Typs Seeking. Der Chef der Besatzung war ein Sonar-Operator, der an seinen Geräten drehte, offenbar einen Test durchführte. Im Helikopter war es eng, Achtern waren Sonobojen verstaut, aller verfügbare Raum wurde von Waffen- und Sensorinstrumenten eingenommen. Nach halbstündigem Flug begann der Hubschrauber zu kreisen und landete dann auf der USS Nimitz. Auf dem Flugdeck war es heiß, laut und es stand nach Kerosin. Ein Besatzungsmitglied wies sie zu einer Leiter, hinunter zur Laufplanke, rings ums Flugdeck und in einen Durchgang. Hier betraten sie eine ruhige, klimatisierte und gegen den Fluglärm von oben abgeschirmte Atmosphäre. »Lieutenant Commander Toland«, rief ein Verwaltungsunteroffizier, »hier! Bitte kommen Sie mit mir, Sir!« Toland folgte dem Seemann durch ein Labyrinth von Räumen unter dem Flugdeck und wurde schließlich zu einer offenen Tür gewesen. »Sie müssen Toland sein«, erklärte ein etwas erschöpft wirkender Offizier. »Was wollen Sie zuerst hören? Die guten Nachrichten oder die schlechten?« »Die schlechten.« »Gut. Sie müssen sich die Kurie mit anderen teilen, weil nicht genug zur Verfügung stehen.« »Macht aber nichts. Ich habe schon seit drei Tagen nicht mehr geschlafen. Deswegen sind Sie unter anderem hier. Willkommen an Bord, Commander. Ich bin Chip Bennet.« Der Offizier reichte Toland ein Fernschreiben. »Sie scheinen beim Sinkland beliebt zu sein.« Das Fernschreiben verkündete knapp, Lieutenant Robert A. Toland sei zum Commander ernannt worden, eine Beförderung, die ihn zum Tragen der drei Goldstreifen, aber vorerst noch nicht zum Kassieren der Bezüge eines Commanders berechtigte. »Wie ein Kuss von der Cousine«, sann Toland und sagte, »Für den Anfang nicht übel. Was soll ich hier tun?« »Theoretisch sind Sie mein Assistent, aber wir werden im Augenblick derart mit Informationen überschwemmt, dass wir das Territorium etwas aufgeteilt haben. Ihnen überlasse ich die morgendlichen und abendlichen Meldungen an den Kommandanten des Verbandes, die um sieben und um zwanzig Uhr erfolgen. »Konteradmiral Samuel Baker Jr. ist ein scharfer Hund und früher mal auf Atom-U-Booten gefahren. Er legt auf knappe, präzise Berichte mit Fußnoten und Quellenangaben wert. Schlafen tut er so gut wie nie. Ihre Station ist in der Gefechtsinformationszentrale CIC beim taktischen Offizier des Verbandes.« Bennett trieb sich die Augen. »Und was geht auf dieser verrückten Welt eigentlich vor?« »Wie sieht es aus?« fragte Tollend zurück. »Beschissen. Heute wurde der Start der Raumfähre Atlantis verschoben, angeblich wegen eines Computerproblems. Eben erfahre ich, dass nur umgeladen wird. Anstelle von vier zivilen Satelliten werden nun Aufklärungssatelliten in die Umlaufbahn gebracht. Bei uns fängt man wohl an, die Sache ernst zu nehmen. Aachen Als Siegfried Baum sechs Stunden später noch von der Narkose benommen erwachte, sah er drei Männer in Chirurgen kitteln. »Wie geht es Ihnen?« »Wie geht es Ihnen?« »Es ist alles aus, mein Freund.« Nun schaltete der Sprecher auf Deutsch um. »Wir wissen, dass Sie ein sowjetischer Offizier sind und Geheimdokumente bei sich hatten.« »Warum interessieren Sie sich für Lammersdorf?« »Ich habe nichts zu sagen«, erwiderte Baum auf Deutsch. »Dafür ist es jetzt zu spät«, rügte der Vernehmende und sprach nun wieder russisch. »Aber wir wollen es Ihnen leicht machen.« »Der Arzt hat die Genehmigung gegeben, Ihnen ein neues Medikament zu verabreichen, das Sie bewegen wird, uns alles zu sagen, was Sie wissen.« »Sie sollten sich auch über Ihre Lage im Klaren sein«, fügte der Mann schärfer hinzu. »Sie sind Offizier in der Armee eines fremden Landes, halten sich mit gefälschten Papieren in der Bundesrepublik auf und hatten Geheimdokumente in Ihrem Besitz. Das kann Ihnen eine lebenslange Gefängnisstrafe eintragen. Aber wenn Sie kooperieren, werden Sie vielleicht später gegen einen deutschen Agenten ausgetauscht. Wenn Sie sich aber sperren, werden Sie den bei dem Unfall erlittenen Verletzungen erliegen.« »Ich habe Familie«, sagte Major Andrei Czerniavin leise. Er war verängstigt und verwirrt und konnte nicht wissen, dass er über den Tropf bereits Natrium-Pentotal erhielt, das sein Hirnfunktionen beeinträchtigte. Bald würde er sich über die langfristigen Konsequenzen seiner Handlungen nicht mehr im Klaren sein. Dann kam es nur noch auf das Hier und Jetzt an. »Ihrer Familie wird kein Leid geschehen«, versprach Oberst Weber. Der Heeresoffizier, der zum BND abgestellt war, hatte schon viele sowjetische Agenten verhört. »Wenn man die Familien aller Spione strafte, die wir erwischen, gingen dem KGB bald die Leute aus.« Weber gestattete sich nun einen milderen Ton. Die Drogen begannen zu wirken, und wenn der Fremde benommen war, würde er ihm sanft die Informationen entlocken. Sonderbar nur, dass ihm diese Technik ein Psychiater beigebracht hatte. In Filmen wurde immer wieder gezeigt, wie brutal die Deutschen verhörten, aber ihm war in der Ausbildung nur am Rande beigebracht worden, wie man mit Gewalt Geständnisse erzwingt. »Schade«, dachte er, »jetzt kämen mir ein paar harte Tricks zu Pass. Seine Familie wohnte bei Kulmbach, nicht weit von der innerdeutschen Grenze.« »Kiew, Ukraine«, »Hauptmann Ivan Mikhailovich Sergetov, wie befohlen zur Stelle, Genosse General.« »Nimmen Sie Platz, Genosse Hauptmann.« »Die Ähnlichkeit mit dem Vater ist frappierend,« dachte Alexeev, »klein und untersetzt, der stolze Blick, die Intelligenz.« »Ein junger Mann auf dem Weg nach oben.« »Von Ihrem Vater höre ich, dass Sie Arabistik studieren.« »Das stimmt, Genosse General.« »Haben Sie sich auch mit den Leuten befasst, die diese Sprache sprechen?« »Das gehört zum Lehrplan, Genosse.« Sergetov Junior lächelte. »Sogar der Koran war Pflichtlektüre.« »Außerdem bekommen wir Gelegenheit, unsere Kenntnisse im Gespräch mit Diplomaten aus befreundeten arabischen Ländern zu verbessern.« »Sie waren drei Jahre lang bei den Panzern.« »Können wir die Araber schlagen?« »Israel, das nur über einen Bruchteil unserer Ressourcen verfügt, schaffte das mit Leichtigkeit.« »Der arabische Soldat ist ein ungebildeter Bauer, von inkompetenten Offizieren schlecht ausgebildet.« »Ein junger Mann, der auf alles eine Antwort parat hat,« dachte Alexeev. »Genosse Hauptmann, Sie kommen für die bevorstehende Operation gegen die Staaten am Persischen Golf zu meinem Stab. Ich werde mich auf Ihre Sprachkenntnisse stützen und erwarten, dass Sie Lageberichte von den Nachrichtendiensten überprüfen. Wie ich höre, werden Sie auch zum Diplomaten ausgebildet. Nützlich. Ich lasse mir immer gerne ein Gegengutachten zu den Daten von KGB und GRU erstellen. Nicht etwa, weil ich unseren Kollegen misstraue, sondern schlicht, weil ich die Daten von jemandem, der in Heeresbegriffen denkt, prüfen lassen will. Und die Tatsache, dass Sie bei den Panzern gedient haben, macht Sie für mich doppelt wertvoll. Noch eine Frage. Wie reagieren die Reservisten auf die Mobilisierung? »Selbstverständlich mit Begeisterung,« erwiderte der Hauptmann. »Iwan Mikhailovich, ich nehme an, dass Sie von Ihrem Vater gehört haben, was ich für ein Mann bin. Ich lausche aufmerksam den Worten der Partei. Doch Soldaten, die sich auf die Schlacht vorbereiten, müssen die ungeschminkte Wahrheit erfahren, um die Wünsche der Partei erfüllen zu können.« Hauptmann Sergetov fiel die vorsichtige Ausdrucksweise auf. »Das Volk ist aufgebracht, Genosse General, über den Anschlag im Kreml und den Mord an den Kindern. Begeisterung ist wohl keine Übertreibung.« »Und Ihre Haltung, Ivan Mikhailovich?« »Genosse General, mein Vater hat mich auf diese Frage vorbereitet und gebeten, Ihnen zu versichern, dass er von dem Plan keine Kenntnis hatte. Entscheidend sein nun,« meinte er, »das Land zu sichern, damit es solche Tragödie nicht noch einmal gibt.« Alexeyev antwortete nicht sofort. Er war betroffen von der Erkenntnis, dass Sergetov vor drei Tagen seine Gedanken gelesen und verblüfft, weil das Mitglied des Politbüros seinem Sohn ein so großes Geheimnis anvertraut hatte. Doch er war erleichtert, weil er den Mann richtig eingeschätzt hatte. Ihm konnte man trauen. Auch seinem Sohn? Michael Eduardowitsch schien jedenfalls dieser Meinung zu sein. »Genosse Hauptmann, vergessen wir diese Dinge. Wir haben auch so schon genug Beschäftigung. Abtreten!« Das Ganze ist eine Farce, meldete Weber vier Stunden später dem Bundeskanzler. Er war mit dem Hubschrauber nach Bonn geflogen. Ein brutales Täuschungsmanöver. »Das wissen wir auch,« versetzte der Kanzler, der nach dem Ausbruch der Krise zwei schlaflose Nächte verbracht hatte, gereizt. Der Bundeskanzler, der Mann im Krankenhaus, ist ein Andrei Ietsch Czerniavin. Vor zwei Wochen reiste er mit gefälschten Papieren aus der CSSR ein. Er ist Offizier der sowjetischen Elite-Kommandotruppe Speznas. Der Mann wurde bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt und hatte die kompletten Pläne der NATO-Fernmeldezentrale Lammersdorf bei sich. Die Sicherheitsposten der Einrichtung wurden gerade vor einem Monat verlegt. Dieses Dokument hier ist erst zwei Wochen alt. Er hatte auch einen Dienstplan und eine Liste aller wachhabenden Offiziere, und die ist erst drei Tage alt. Zusammen mit einem zehnköpfigen Team kam er über die tschechische Grenze und erhielt erst jetzt den Einsatzbefehl. Am Tag nach Erhalt der Order um Mitternacht den Stützpunkt angreifen. Es lag auch ein Stornierungssignal bei für den Fall, dass die Pläne geändert werden. Er kam also schon vor der Explosion im Kreml nach Deutschland. Der Kanzler, der die ganze Affäre unwirklich fand, war verdutzt. Genau, Herr Bundeskanzler. Es passt alles zusammen. Die Russen werden Deutschland angreifen, aus welchem Grund auch immer. Alle Schachzüge bis zu diesem Punkt waren nur Täuschungsmanöver, um uns in Sicherheit zu wiegen. Hier ist das komplette Protokoll der Vernehmung Czerniavins. Er ist über vier weitere Spetsnaz-Operationen informiert, die alle auf einen großen Angriff gegen uns hinweisen. Inzwischen liegt er unter schwerer Bewachung im Militärlazarett in Koblenz. Wir haben auch eine Videoaufnahme seines Geständnisses. Kann das nicht alles eine russische Provokation sein? Warum brachte man diese Dokumente nicht mit, als man die Grenze überschritt? Nach dem Umbau der Einrichtung in Lammersdorf brauchte man korrekte Informationen. Wie Sie wissen, wurden seit vergangenem Sommer die Sicherheitsmaßnahmen bei Fernmeldeanlagen der NATO verschärft, und unsere russischen Freunde haben wohl ebenfalls ihre Angriffspläne auf den neuesten Stand gebracht. Die Tatsache allein, dass sie über diese, zum Teil erst wenige Tage alten Dokumente verfügen, ist erschreckend. Und zur Enttarnung des Mannes kam es, Weber berichtete von dem Unfall. Wir haben jeden Grund zu der Annahme, dass es sich um einen echten Unfall und keine Provokation handelte. Die Fahrerin, eine Madame Anne-Marie LeCourte, ist Modeagentin in Paris, eine unwahrscheinliche Tarnung für eine sowjetische Spionin. Und wozu auch das Ganze? Erwartet man von uns, dass wir nur auf diesen Zwischenfall hin die DDR angreifen? Erst beschuldigt man uns des Bombenanschlags im Kreml, und dann provoziert man uns? Nein, das ist unlogisch. Wir haben hier einen Mann, dessen Auftrag es war, durch Lahmlegung von NATO-Fernmeldeeinrichtungen eine sowjetische Invasion vorzubereiten. Herr Bundeskanzler, diese Daten müssen sofort ans Oberkommando der NATO gelangen. Im Augenblick observieren wir das konspirative Haus, und der Wegen ist zu stürmen. GSG 9 steht bereit, aber vielleicht sollte die Aktion besser nicht von uns allein, sondern von der NATO durchgeführt werden. Ich muss mich erst mit dem Kabinett beraten, und dann mit dem Präsidenten der USA und anderen NATO-Regierungschefs telefonieren. Mit Verlaub, Herr Bundeskanzler, dazu ist keine Zeit mehr. Mit Ihrer Genehmigung werde ich Kopien des Videobands an den CIA-Verbindungsoffizier und auch an die Briten und Franzosen weitergeben. Die Russen werden uns angreifen, das steht fest. Alarmieren wir also zuerst die Nachrichtendienste und lassen Sie das Fundament für Ihre Konsultationen mit dem Präsidenten und anderen legen. Wir müssen sofort handeln, Herr Bundeskanzler. Hier geht es um sein oder nicht sein. Der Kanzler starrte auf seinen Schreibtisch. Einverstanden. Was fangen wir mit diesem Tschernjavin an? Weber hatte bereits Schritte eingeleitet. Er ist den bei dem Verkehrsunfall erlittenen Verletzungen erlegen. Fernsehen und Presse werden das heute Abend melden. Selbstverständlich steht er unseren Verbündeten zwecks weiterer Vernehmungen zur Verfügung. Ich bin sicher, dass CIA und andere ihn noch vor Mitternacht sehen wollen. Der Bundeskanzler starrte aus dem Fenster seines Arbeitszimmers und dachte an seine eigene Militärzeit vor 40 Jahren. Damals war er ein verängstigter kleiner Junge gewesen, der kaum unterm Stahlhelm hervorgucken konnte. Es gibt also wieder Krieg. Wie viele Opfer wird dieser fördern? Ja, Herr Bundeskanzler. Leningrad Der Kapitän stand in der Brückennock und schaute nach Backbord. Schlepper schoben den letzten Schwimmcontainer auf den Aufzug am Heck und fuhren dann zurück. Der Aufzug wurde einige Meter angehoben und der leichterähnliche Container kam auf einem bereits auf seinen Schienen stehenden Wagen zur Ruhe. Das Laden wurde vom ersten Offizier, der Julius Fuzzig vom Winsch-Bedienungsstand aus überwacht. Mit den anderen auf dem Achterdeck arbeitenden Männern stand der Offizier über Sprechfunk in Verbindung. Als der Aufzug das dritte Frachtdeck erreicht hatte, öffnete sich eine Tür und gab den Blick in einen riesigen Raum frei. Matrosen befestigten Stahltrossen an den Wagen. Winden zogen den Schwimmcontainer aufs dritte, unterste Frachtdeck des leichter Mutterschiffes, auch CB oder Lash genannt. So wie die Wagen die Markierungslinie überfahren hatten, wurde die wasserdichte Tür geschlossen und das Licht ging an, damit die Matrosen den leichter verzurren konnten. Saubere Arbeit, dachte der erste Offizier. Die ganze Ladeaktion hatte nur elf Stunden gedauert. Fast ein Rekord. Der letzte Leichter wird in dreißig Minuten gesichert sein, meldete der Bootsmann dem Ersten, der die Nachricht an die Brücke weitergab. Kapitän Cheroff rief den Maschinenraum an. Maschinen in dreißig Minuten, klar! Der Ingenieur bestätigte den Befehl und legte auf. Auf der Brücke wandte sich der Kapitän an seinen ranghöchsten Passagier, einen Fallschirmjäger-General, der die blaue Jacke eines Schiffsoffiziers trug. Was machen Ihre Männer? Mein Paar sind jetzt schon seekrank. General Andreev lachte. Sie waren zusammen mit Tonnen militärischer Ausrüstungsgegenstände an Bord gebracht worden. Denke, dass meine Leute sich auf den unteren Decks die Füße vertreten können. Ich kommandiere ein Schiff, kein Gefängnis. Solange Sie nichts anrühren, ist alles klar. Das haben Sie schon eingeschärft bekommen, versicherte Andreev. Gut, in ein paar Tagen werden Sie alle Hände voll zu tun haben. Ich bin übrigens zum ersten Mal auf einem Schiff. Wirklich? Keine Angst, Genosse General. Hier ist es viel sicherer und bequemer als in einem Flugzeug, aus dem Sie auch noch hinausspringen. Der Kapitän lachte. Das Schiff ist groß genug und liegt trotz der leichten Ladung ruhig. Leichte Ladung? fragte der General. Sie haben über die Hälfte der Ausrüstung meiner Division an Bord. Wir können über 35.000 Tonnen tragen. Ihre Ausrüstung ist sperrig, aber nicht besonders schwer. Ein neuer Gedanke für den General, der gewöhnlich in Lufttransport begriffen dachte. Unter Deck wuselten unter Aufsicht ihrer Unteroffiziere und Offiziere über tausend Mann des 234. Garde Luftlanderegiments umher. Abgesehen von kurzen Perioden in der Nacht saßen sie hier unten fest, bis die Fuzik den Ärmelkanal hinter sich gelassen hatte und hielten das erstaunlich gut aus, denn die gewaltigen Frachträume, obgleich mit Leichtern und Ausrüstungsgegenständen vollgestellt, boten weitaus mehr Platz, als sie von ihren Transportflugzeugen her gewöhnt waren. Die Schiffsbesatzung hatte zwischen Leichtern Planken aufgeregt, um Schlafgelegenheiten zu schaffen, und die Soldaten von den öligen Arbeitsflächen, wo die Crew Inspektionsgänge machte, fernzuhalten. Bald sollten die Offiziere des Regiments über die Systeme an Bord, besonders die Löschanlage, informiert werden. Es herrschte striktes Rauchverbot. Die Seeleute waren von dem bescheidenen Verhalten der Fallschirmjäger, die die neue Umgebung wohl etwas einschüchterte, überrascht. Drei Schlepper strafften die mit dem Schiff verbundenen Trossen und zogen es langsam vom Kai. Zwei andere stießen dazu, als es klar war, und schoben den Bug herum, bis er zur Ausfahrt des Hafens von Leningrad wies. Der General sah zu, wie der Kapitän das Manöver überwachte. Mit einem jungen Offizier im Schlepptau von einer Brückennock auf die andere eilte und im Vorbeigehen Ruderkommandos gab. Kapitän Cheroff war knapp sechzig und hatte mehr als zwei Drittel seines Lebens auf See verbracht. »Aufkommen!« befahl er. »Langsam voraus!« Der Rudergänger bestätigte beide Befehle auf der Stelle. »Nicht schlecht«, dachte der General und entsann sich abfälliger Bemerkungen über die Handelsmarine. Der Kapitän trat wieder neben ihn. »So, das Gröbste hätten wir hinter uns.« »Immerhin hatten sie Unterstützung«, bemerkte der General. »Ach was! Die Schlepper werden von Säufern befehligt und demolieren hier dauernd Schiffe.« Der Kapitän ging an die Seekarte. Vorzüglich. Eine tiefe, gerade Fahrrinne bis zur Ostsee. Jetzt konnte er sich etwas entspannen. Der Kapitän machte es sich auf seinem Brückensessel bequem und rief »Tee!« Sofort erschien ein Steward mit einem Tablett. »Ist denn kein Schnaps an Bord?« fragte Andreev überrascht. »Nein. Es sei denn, Ihre Männer hätten welchen mitgebracht«, erwiderte Cherow. »Auf meinem Schiff dulde ich keinen Alkohol.« »Sehr gut«, der erste Offizier gesellte sich zu Ihnen. »Ach, dann alles klar. Seewachen aufgestellt, Auskuchs auf Ihren Posten, Deckinspektion wird gerade durchgeführt.« »Deckinspektion?« fragte Andreev. »Normalerweise prüfen wir bei jeder Wachablösung alle Luken auf Dichtheit«, erklärte der Erste. »Da Ihre Männer an Bord sind, findet diese Kontrolle alle zwei Stunden statt.« »Trauen Sie meinen Leuten nicht?« Der General war etwas beleidigt. »Würden Sie uns denn in Ihren Flugzeugen trauen?« versetzte der Kapitän. »Sie haben natürlich recht.« Andreev erkannte den Fachmann, wenn er einen vor sich hatte. »Können Sie ein paar Männer entbehren, die meinen Unteroffizieren das Notwendigste beibringen?« Der erste Offizier zog Bögen aus der Tasche. »Der Unterricht beginnt in drei Stunden. In zwei Wochen sind Ihre Männer ordentliche Seeleute.« »Sondern Kummer macht mir die Brandbekämpfung«, meinte der Kapitän. »Ein Kriegseinsatz bedeutet Gefahr. Genosse General, ich möchte wissen, wie Ihre Männer zur Sicherheit und Verteidigung des Schiffes beitragen können.« Daran hatte der General nicht gedacht. Bei der für seinen Geschmack viel zu hastigen Vorbereitung der Operation hatte er keine Gelegenheit gehabt, seine Männer auf ihre Pflichten an Bord vorzubereiten. »Mein für die Flugzeugabwehr zuständiger Mann wird mit Ihnen reden, sobald es Ihnen recht ist.« Er machte eine Pause. »Wie schwere Schäden kann das Schiff einstecken, ohne unterzugehen?« »Julius Futzig ist kein Kriegsschiff, Genosse General.« Pirov lächelte kryptisch. »Inen wird aber aufgefallen sein, dass praktisch unsere gesamte Ladung aus stählernen Leichtern besteht. Diese Leichter haben doppelte Wände mit einem Meter Abstand dazwischen, was die Fuzig vielleicht sicherer macht als ein Kriegsschiff mit seinen wasserdichten Abteilungen. Die Brandgefahr macht mir die meisten Sorgen. Wenn es uns gelingt, vernünftige Löschübungen abzuhalten, können wir durchaus einen oder sogar drei Raketentreffer überstehen. Der General nickte nachdenklich. »Meine Männer stehen Ihnen jederzeit zur Verfügung.« »Sobald wir den Ärmelkanal hinter uns haben.« Der Kapitän stand auf und schaute noch einmal auf die Seekarte. »Bedauere, dass wir Ihnen keine Vergnügungspfahrt bieten können. Vielleicht wird der Rückweg angenehmer.« Der General hob die Teetasse. »Darauf will ich trinken, Genosse. Auf den Erfolg.« »Jawohl.« »Erfolg.« Kapitän Cherov hob ebenfalls die Tasse und sehnte sich fast nach einem Wodka, um ordentlich auf das Unternehmen zu trinken. Er war bereit. Seit seiner Militärzeit auf Minenräumbooten hatte er zum ersten Mal die Gelegenheit, dem Staat direkt zu dienen. Er war entschlossen, den Auftrag erfolgreich auszuführen. Koblenz »Guten Abend, Major.« In einem abgesperrten Flügel des Militärlazarets setzte sich der CIA-Chef Bonn mit seinen britischen und französischen Geheimdienstkollegen und zwei Dolmetschern zusammen. »Reden wir von Lammersdorf?« Ohne Wissen der Deutschen verfügten die Briten über eine Akte, die sich mit den Aktivitäten von Major Chernyavin in Afghanistan befasste, und ein zwar unscharfes, aber doch erkennbares Foto des Mannes enthielt, an den sich die Mujahedin als Teufel von Kandahar erinnerten. General Jean-Pierre de Ville vom französischen DGSE, der das Beste Russisch sprach, führte die Vernehmung. Inzwischen war Chernyavin ein gebrochener Mann. Das Band mit seinem mittels Drogen herbeigeführten Geständnis brach den letzten Widerstand. Der Major, in den Augen seiner Landsleute schon so gut wie tot, wiederholte, was diese Männer bereits wussten, aber selbst hören wollten. Drei Stunden später gingen Blitzmeldungen nach Washington, London und Paris, und Vertreter der drei Nachrichtendienste fassten Berichte an ihre Kollegen in den restlichen NATO-Ländern ab. 14. Gas Wandlitz, DDR Szenarium 6 Witterungsverhältnisse in Frühling und Sommer Temperaturen und Luftfeuchtigkeit moderat Witter aus West und Südwest, 10 bis 30 Stundenkilometer in Bodennähe, auf Höhe über dem Meer kompensiert Einsatz hochpersistenter Kampfstoffe gegen Kommunikationsketten Pompkussanlagen, Flugplätze, Nachschub und Kernwaffenlager, normale Fehlerquote, siehe Anhang 1 Abschnitt F Der Staatsratsvorsitzende der Deutschen Demokratischen Republik las das Dokument trotz seiner Magenkrämpfe zu Ende. Wie bei Szenarien 1, 3, 4 und 5 wird jede über einen Zeitraum von 15 Minuten hinausgehende Warnfrist den praktisch kompletten Mob-Vierschutz von Kampftruppen und Versorgungspersonal sichern. Das Problem der Zivilopfer bleibt bestehen, da sich über 100 der oben aufgeführten Kategorien in der Nähe von Ballungszentren befinden. Der biologische Abbau persistenter Kampfstoffe wie Gd, die voraussichtliche Wahl der Sowjets, Analyse sowjetischer Literatur zu diesem Thema, siehe Anhang 2 Abschnitt C, wird durch allgemein milde Temperaturen und witterungsbedingt reduzierte Photosynthese verlangsamt und führt zu einer Verbreitung des Kampfstoffes in Aerosolform durch den Wind. Eine minimale Quellenkonzentration von 2 Milligramm pro Kubikmeter Die erwarteten vertikalen Temperaturengradienten und Wolkenschichten vorausgesetzt, ist das toxische Risiko für die BRD und die DDR in Windrichtung mit geschätzt 0,3, unseren Berechnungen nach plus oder minus 50 Prozent, abhängig von Kontamination oder chemischer Zersetzung der C-Munition, ebenso groß wie über den Zielen selbst. Da die frei zugängliche sowjetische Literatur von Quellenkonzentrationen über dem Ziel ausgeht, die deutlich über der mittleren letalen Dosis LCT50 liegen, muss mit schwerster Gefährdung der gesamten deutschen Zivilbevölkerung gerechnet werden. Der erwartete Gegenschlag der NATO wird vorwiegend psychologischer Natur sein. Der Einsatz sowjetischer C-Waffen allein wird zur effektiven Kontaminierung des Großteils des Territoriums beider deutscher Staaten führen. Es ist damit zu rechnen, dass zwölf Stunden nach Abschuss der ersten Granaten in ganz Deutschland, östlich des Rheins, für ungeschütztes Personal ein Risiko besteht. Mit ähnlichen Auswirkungen kann in der GSSR und je nach Windrichtung und Geschwindigkeit auch in Westpolen gerechnet werden. Zudem ist der Fortbestand dieser Kontamination über das 1,5-fache des mittleren Persistenzwertes des eingesetzten Kampfstoffes hinaus zu erwarten. Dies ist das letzte und statistisch wahrscheinlichste Szenarium gemäß der im Auftrag vorgegebenen Spezifikationen. Abschnitt 8 Zusammenfassung Wie sich zeigt, haben alarmierte militärische Verbände trotz einer taktischen Warnfrist von nur wenigen Minuten nur eine geringe Zahl an Ausfällen zu befürchten, allerdings auch ein Nachlassen der Kampfkraft um 30 bis 40 Prozent, ein Wert, der übrigens für beide Seiten gilt. Aber die Zahl der Zivilopfer wird größer sein als bei einem Schlagabtausch mit taktischen nuklearen Waffen 200 Sprengköpfe a 100 Kilotonnen, siehe Anhang Abschnitt A, gegen eine Mixtur von militärischen und zivilen und industriellen Zielen. Es muss also trotz der Tatsache, dass chemische Waffen industrielle Anlagen nicht direkt beschädigen, mit ernsten, kurz- und langfristigen Auswirkungen auf die Wirtschaft gerechnet werden. Selbst der Einsatz nicht-persistenter Stoffe an den VRV muss wegen der Bevölkerungsdichte in Deutschland und der offenkundigen Unfähigkeit jeder Regierung, die Bevölkerung adäquat zu schützen, zwangsläufig zu gravierenden Auswirkungen auf die Zivilbevölkerung führen. Was die unmittelbaren Auswirkungen betrifft, stellen die in Szenarium 2 angeführten über 10 Millionen Opfer unter der Zivilbevölkerung eine Belastung des Gesundheitswesens dar, die vergleichsweise größer ist als die Folgen der Sturmflutkatastrophe in Bangladesch 1970 und synergetische Nebeneffekte haben wird, deren Ausarbeitung den Rahmen dieser Studie sprengen würde. Auftragsspezifikationen schlossen die Untersuchungen bioökologischer Effekte eines C-Schlagabtausches ausdrücklich aus. Der Leser muss darauf hingewiesen werden, dass die weitreichenden Auswirkungen leichter zu studieren als zu beseitigen sind. Es mag beispielsweise erforderlich sein, erst einmal tonnenweise Insektenlarven zu importieren, ehe in Europa auch nur die widerstandsfähigste Feldfrucht wieder gedeihen kann. Im Augenblick kann die Fähigkeit, selbst organisierte Armeen, die Leichen von Millionen Zivilisten in einem fortgeschrittenen Zustand der Verwesung zu entsorgen, nicht einfach vorausgesetzt werden. Darüber hinaus würden die zur Wiederaufnahme der Industrieproduktionen erforderlichen Zivilisten im wahrsten Sinne des Wortes dezimiert. Eine Analyse der Auswirkungen der chemischen Kriegsführung im europäischen Operationsgebiet unter Berücksichtigung hochgerechneter atmosphärischer Freisetzungswerte. Lawrence Livermore National Laboratories LLNL 882504 CR 8305 89178 Sigma 2 intern. Geheim. Johannes Bittner warf den Bericht nicht in den Papierkorb, aber er hatte das Bedürfnis, sich die Hände zu waschen. Mal wieder eine Ähnlichkeit zwischen Ost und West, dachte er kalt. Klingt wie von Wortprozessoren verfasst. Genau wie bei uns. Genosse Generaloberst? Der Staatsratsvorsitzende sah zu dem Oberbefehlshaber der Streitkräfte auf. Der Offizier hatte ihm zusammen mit einem Kollegen und in Zivil das Dokument, das erst vor zwei Tagen von einem im westdeutschen Verteidigungsministerium hochplatzierten DDR-Spion beschafft worden war, in seine Dienstvilla in Wandlitz bei Berlin gebracht. Und wie genau ist dieses Dokument? Genosse, wir können die Computermodelle der Amerikaner natürlich nicht überprüfen, aber die Formeln bzw. Einschätzungen der Wirksamkeit sowjetischer Kampfstoffe und der Witterungsverhältnisse sind von unserem Geheimdienst und ausgewählten Fakultätsmitgliedern der Universität Leipzig geprüft worden, und es besteht kein Anlass zu zweifeln an seiner Echtheit. Die Amerikaner haben sogar die Gesamtmenge der zum Einsatz kommenden Kampfstoffe unterschätzt, warf Oberst Melitin, Direktor der Analyse Ausland, ein. Er war ein hagerer, strenger Mann, dessen Augen deutlich verrieten, dass er seit Langem nicht geschlafen hatte. Sie überschätzen nämlich die Treffgenauigkeit der russischen Einsatzmittel. Sonst noch etwas, Melitin? fragte Bittner scharf. Genosse, was ist das Kriegsziel der Russen? Die Neutralisierung der NATO und Zugang zu erweiterten wirtschaftlichen Kapazitäten. Bitte äußern Sie sich, Genosse Oberst, befahl Bittner. Genosse, ein Erfolg des Warschauer Paktes könnte ein wiedervereinigtes Deutschland bedeuten. Ich möchte betonen, dass ein vereinigtes Deutschland, auch ein sozialistisches, von der Sowjetunion als strategische Bedrohung angesehen werden würde. Melitin atmete tief durch, ehe er fortfuhr. Setzte er nun sein Leben aufs Spiel? Genosse Staatsratsvorsitzender, ein sowjetischer Erfolg würde das kapitalistische und das sozialistische Deutschland in eine Mondlandschaft verwandeln. Mindestens zehn bis dreißig Prozent unserer Bevölkerung tot, das Land auch bei Ausbleiben eines westlichen Vergeltungsschlages verseucht. Wir haben heute erfahren, dass die Amerikaner C-Bomben vom Typ Big Eye über den Luftstützpunkt Rammstein einzufliegen beginnen. Wenn unsere Alliierten ihre chemischen Waffen einsetzen und sich die NATO revanchiert, ist nicht ausgeschlossen, dass unser Land, die deutsche Kultur, aufhören werden zu bestehen. Unter militärischen Gesichtspunkten ist ein solches Ziel nicht vertretbar. Aber ich möchte die Vermutung äußern, Genosse, dass es sich um ein zusätzliches politisches Ziel des russischen Plans handeln könnte. Bittner blieb ungerührt und seine Gäste konnten nicht ahnen, dass ihnen ein eiskalter Schauer überlief. Das Treffen der letzten Woche in Warschau war schon beunruhigend genug gewesen, aber nun sah er die Motive hinter den Versicherungen der sowjetischen Führung allzu deutlich vor sich. Und es besteht keine Möglichkeit, unsere Zivilbevölkerung zu schützen? fragte Bittner. Genosse, der General seufzte, diese Kampfstoffe brauchen nicht eingeatmet zu werden, sondern wirken auch durch Hautkontakt. Wer eine kontaminierte Fläche berührt, vergiftet sich. Wir können den Menschen befehlen, zu Hause zu bleiben und Türen und Fenster zu schließen, aber Häuser und Wohnblocks sind nicht luftdicht. Außerdem müssen die Leute essen. In Schlüsselindustrien muss gearbeitet werden. Ärzte, Sanitäter, Angehörige der Sicherheitskräfte, viele unserer wertvollsten Bürger sind am stärksten exponiert. Diese Aerosole ziehen unsichtbar übers Land und verseuchen alles, Wiesen, Bäume, Zäune, Mauern, Lastwagen. Gewiss, der Regen wird viel wegwaschen, aber Tests ergaben schon vor Jahren, dass sich manche dieser Gifte an verdeckten Stellen wochen und gar monatelang halten. Wir brauchten Tausende von Entgiftungstrupps, um unser Land wieder so sicher zu machen, dass die Bürger unbeschadet zum Markt gehen können. Oberst Meletin hat recht. Wenn die Russen ihre C-Waffen einsetzen und die Amerikaner entsprechend reagieren, können wir von Glück sagen, wenn in sechs Monaten noch die Hälfte unserer Bevölkerung am Leben ist. Es ist leichter, die Bürger vor den Auswirkungen von Kernwaffen zu schützen, als vor Gasen. Moskau. Was haben die gesagt? schrie der Verteidigungsminister fast. Unsere Genossen aus dem sozialistischen Bruderstaat DDR haben uns mitgeteilt, dass sie den Einsatz von C-Waffen auf ihrem Territorium als schwerwiegende Frage von nationalem Interesse betrachten müssen, erklärte der Außenminister trocken. Darüber hinaus leitete man uns Geheimdienstmeldungen zu, die deutlich darlegen, dass der Gebrauch solcher Waffen die Haltung der NATO nur verhärten und möglicherweise zum Einsatz anderer Massenvernichtungsmittel führen würde. C-Waffen sind aber Teil des Plans, wandte der Verteidigungsminister ein. Genossen, merkte Sergitow an, wir alle wissen, dass der Einsatz chemischer Kampfstoffe katastrophale Auswirkungen auf die Zivilbevölkerung hat. Würde er also nicht unsere politische Maskirovka entwerten? Behaupten wir nicht, wir legen nur mit der Regierung der Bundesrepublik im Streit. Wie sähe es aus, wenn wir schon am ersten Kriegstag kaltblütig tausende von Zivilisten ausrotteten? Es stellt sich noch eine weitere Frage, sagte Bromkowski. Er war zwar alt und gebrechlich, genoss aber dank seiner Erfahrungen aus dem letzten Krieg gegen Deutschland Respekt. Wenn wir diese Waffen gegen alle NATO-Armeen einsetzen, und wie könnten wir sie auf deutsche Einheiten beschränken? Werden Amerika und Frankreich, die Gas als Massenvernichtungswaffen betrachten, mit ähnlichen Mitteln antworten? Das Arsenal der Amerikaner ist ein Witz, erwiderte der Verteidigungsminister. Ich habe Studien aus Ihrem Hause gesehen, die etwas anderes aussagen, versetzte Bromkowski. Vielleicht werden Sie die Kernwaffen der NATO auch komisch finden. Wenn wir tausende von westdeutschen Zivilisten töten, wird die Bundesregierung den Einsatz von Atomwaffen gegen Ziele auf unserem Territorium fordern. Glauben Sie vielleicht, der Präsident der Vereinigten Staaten würde zögern, seine Massenvernichtungswaffen freizugeben, wenn wir ein paar tausend amerikanische Soldaten umgebracht haben? Genossen, wir diskutieren diese Frage nicht zum ersten Mal. Der Krieg gegen die NATO ist eine politische Operation, nicht wahr? Warum werfen wir mit dem Einsatz solcher Waffen unsere politische Kamouflage weg? Inzwischen steht fest, dass mindestens ein NATO-Land nicht an dem russisch-deutschen Krieg teilnehmen wird. Ein großer Erfolg unserer politischen Strategie. Mit dem Einsatz von C-Waffen gehen wir dieses Vorteils verlustig und setzen uns politischen Gefahren in mehr als einer Richtung aus. Ich finde, dass das Politbüro die Kontrolle über diese Waffen behalten sollte. Genosse Verteidigungsminister, wollen Sie uns sagen, dass der Krieg nur mit Massenvernichtungsmitteln zu gewinnen ist? Der Alte beugte sich grimmig entschlossen vor. Hat sich die Lage geändert? Sagten Sie nicht, unsere Armeen würden zurückbeordert, wenn das strategische Überraschungsmoment verloren geht? Ist dieser Fall eingetreten? Das Gesicht des Verteidigungsministers wurde starr. Die Rote Armee ist bereit und in der Lage, ihren Auftrag auszuführen. Zum Rückzug ist es nun zu spät. Auch dies ist eine politische Frage, Petja. Die NATO mobilisiert, merkte Sergitow an. Viel zu spät und nur halbherzig, gab der Direktor des KGB zurück. Ein Land haben wir bereits vom NATO-Bündnis abgespalten. Andere bearbeiten wir und verbreiten in Europa und Amerika fleißig Desinformationen über den Bombenanschlag. Der Wille der Bevölkerung der NATO-Länder ist schwach. Niemand will wegen ein paar deutschen Mördern in den Krieg ziehen. Und die Politiker werden schon einen Weg finden, sich von einem Konflikt zu distanzieren. Aber nicht, wenn wir Zivilisten mit Gas vergiften. Der Außenminister nickte. Petja und Sergitow haben recht. Der politische Preis des Einsatzes dieser Waffen ist einfach zu hoch. Washington, D.C. Aber warum? fragte der Präsident. Das wissen wir nicht, Sir. Der Direktor der CIA fand die Frage sichtlich unbequem. Ihr Wissen, dass der Bombenanschlag im Kreml eine reine Erfindung war. Haben Sie heute früh die Washington Post gesehen? Die Presse schreibt, man sehe diesem Falk den CIA- oder BND-Agenten schon von Weitem an. Mr. President, in Wirklichkeit war Falk mit Sicherheit ein vom KGB gesteuerter Schläfer. Die Deutschen haben kaum etwas über ihn in Erfahrung gebracht. Das hat den Anschein, als sei er vor 13 Jahren plötzlich aufgetaucht und habe zwölf Jahre still sein Export-Import-Geschäft betrieben. Alles deutet darauf hin, dass sich die Sowjets auf einen Angriff gegen die NATO vorbereiten. Wehrpflichtige am Ende ihrer Dienstzeit werden zum Beispiel nicht entlassen. Und es gibt keine Hinweise auf Vorbereitungen für den neuen Jahrgang, der schon vor Tagen in den Kasernen hätte eintreffen sollen. Und schließlich wäre da noch der Fall des Spetsnaz-Majors, den die Deutschen festgenommen haben. Er wurde vor dem Bombenanschlag in die Bundesrepublik eingeschleust und hatte Anweisung, eine NATO-Fernmeldezentrale anzugreifen. Was den Grund angeht, Mr. President, den kennen wir wirklich nicht. Wir können nur die Handlungen der Russen beschreiben, nicht ihre Motive. Gestern Abend sagte ich im Fernsehen, wir bekämen die Lage mit diplomatischen Mitteln in den Griff. Das mag uns noch gelingen, wenn wir uns direkt mit den Sowjets in Verbindung setzen, erklärte der nationale Sicherheitsberater. Aber solange wir keine positive Reaktion bekommen, müssen auch wir zeigen, dass wir es ernst meinen. Mr. President, die Einberufung weiterer Reserven ist unumgänglich. Nordatlantik Dwarzehen ließen die Julius Fuzik mit Zehngart Schlagseite rollen, was den Soldaten das Leben schwer machte, wie Kapitän Cherov feststellte, aber für Landraten hielten sie sich recht ordentlich. Die Mitglieder seiner Crew baumelten an Tauen über die Bordkanten und übermalten mit Spritzpistolen das Emblem der russischen Reederei. Soldaten entfernten mit Schweißbrennern Teile der Aufbauten, um eine Ähnlichkeit mit der Silhouette der Dr. Lykes, eines amerikanischen Frachters, herzustellen. Das Achterschiff der Fuzik mit dem Aufzug war bereits schwarz gestrichen worden und die Aufbauten trugen eine schwarze Raute, Symbol der US-Reederei. Trupps veränderten mit vorgefertigten Teilen Farbe und Umriss der beiden Schornsteine. Mithilfe von Leinwandschablonen wurde die neue, sechs Meter hohe Beschriftung an der Bordwand angebracht. Wie lange noch, Kapitän? Mindestens vier Stunden. Die Arbeit geht gut voran. Cherov konnte seine Besorgnis nicht verbergen. Sie befanden sich weit von allen Schifffahrtsrouten mitten im Atlantik, aber man wusste nie. Und wenn ein amerikanisches Flugzeug oder Schiff uns ausmacht? fragte General Andreev. Dann werden wir feststellen, wie erfolgreich unsere Löschübungen waren, und unsere Mission schlägt fehl. Cherov fuhr mit der Hand über die polierte Reling Osttig. Er hatte das Schiff nun seit sechs Jahren kommandiert und in fast jeden Hafen des Nord- und Südatlantik gesteuert. Wir nehmen nun Fahrt auf. In Vorlichter See läuft das Schiff ruhiger. Moskau Wann reisen Sie ab? fragte Flynn Calloway. Bald, Patrick. Sie kommen doch hoffentlich mit. Die unverheirateten Kinder der beiden Männer studierten, und ihre Frauen hatten sie schon am Vortag zurück in den Westen geschickt. Ach, ich weiß nicht. Ich bin noch nie davon gelaufen. Flynn warf einen finsteren Blick auf das leere Podium am anderen Ende des Raumes. Es ist mein Beruf, vor Ort zu sein und zu berichten. Aus dem Lefortovo-Gefängnis gibt's nichts zu berichten, bemerkte Calloway. Ist Ihnen ein Pulitzerpreis denn nicht genug? Flynn lachte. Ich dachte schon, den hätte außer mir jeder vergessen. Willy, was verschweigen Sie mir? Ohne guten Grund würde ich nicht abreisen, Patrick. Erst am Abend zuvor hatte er erfahren, dass die Chancen für eine friedliche Beilegung des Konflikts knapp fünfzig Prozent betrogen. Zum hundertsten Mal pries der Reuter-Korrespondent seinen Entschluss, mit dem britischen Geheimdienst zusammenzuarbeiten. Ah, es geht los. Flynn holte seinen Notizblock hervor. Der Außenminister kam herein und trat ans Rednerpult. Er sah ungewöhnlich erschöpft aus, sein Anzug war knittrig, sein Hemdkragen schmutzig, als hätte er die ganze vergangene Nacht mit dem Versuch verbracht, die Deutschlandkrise mit diplomatischen Mitteln beizulegen. Meine Damen und Herren, ein Jahr, das so vielversprechend für die Ost-West-Beziehungen begonnen hat, liegt in Trümmern vor uns. Die Vereinigten Staaten, die Sowjetunion und die anderen Länder, die unserer Einladung nach Wien gefolgt waren, stehen kurz vor einem umfassenden Abkommen zur Beschränkung strategischer Atomwaffen. Amerika und die Sowjetunion haben so rasch und kooperativ wie nie zuvor ein Getreidelieferungsabkommen getroffen, und in diesem Augenblick werden in Odessa am Schwarzen Meer die ersten Ladungen gelöscht. Der Tourismus aus dem Westen in die Sowjetunion hat Rekordziffern erreicht, ein Beweis für die Völkerverständigung im Geist der Entspannung. Alle diese Anstrengungen, das Bemühen zwischen Ost und West einen gerechten und dauerhaften Frieden zu schaffen, sind von einer Handvoll Revanchisten, die aus dem Zweiten Weltkrieg nichts gelernt haben, zerstört worden. Meine Damen und Herren, der Sowjetunion liegen unwiderlegbare Beweise vor, dass die westdeutsche Regierung eine Bombe im Kreml explodieren ließ, um die Wiedervereinigung Deutschlands mit Gewalt herbeizuführen. Wir verfügen über geheime deutsche Dokumente, die beweisen, dass die westdeutsche Regierung den Sturz der sowjetischen Regierung plante und beabsichtigte, die darauf folgenden inneren Wirren zur Wiederherstellung von Deutschlands Position als Vormacht auf dem Kontinent zu nutzen. Jeder Europäer weiß, was dies für den Weltfrieden bedeuten würde. Deutschland ist in diesem Jahrhundert zweimal in mein Land eingefallen. Über 40 Millionen Staatsbürger fielen bei der Abwehr dieser beiden Invasionen und wir haben auch den Tod von Millionen anderer Europäer nicht vergessen, die ebenfalls Opfer des deutschen Nationalismus wurden. Polen, Belgier, Franzosen, Engländer und Amerikaner. Nach dem Zweiten Weltkrieg hielten wir alle dieses Problem für endgültig gelöst. In diesem Sinne wurden die Abkommen geschlossen, die Deutschland und Europa in zwei Einflusssphären aufteilten und durch die Herstellung eines Gleichgewichts der Kräfte einen europäischen Krieg unmöglich machten. Wir wissen, dass die Wiederbewaffnung Deutschlands durch den Westen als vorgebliche Verteidigungsmaßnahme gegen eine imaginäre Bedrohung aus dem Osten, ungeachtet der Tatsache, dass der Warschauer Pakt erst nach Gründung der NATO gebildet wurde, den ersten Schritt des Westens zur Wiedervereinigung Deutschlands als Gegengewicht zur Sowjetunion darstellte. Dass dies eine unsinnige und überflüssige Politik war, liegt nun auf der Hand. Ich frage Sie, wer in Europa will ernsthaft ein wiedervereinigtes Deutschland? Selbst die Mitglieder der NATO stellten ihre Agitation in diese Richtung schon vor Jahren ein. Lediglich gewisse Kreise in Deutschland sehen die Tage deutscher Macht in einem anderen Licht als wir, die unter ihr zu leiden hatten. Die Bundesrepublik Deutschland hat offensichtlich gegenüber ihren westlichen Alliierten den Spieß umgedreht und beabsichtigt, die NATO als Schild zu benutzen, aus dessen Schutz heraus sie eine Offensive starten will, deren Ziel nur die Erschütterung des friedenswahrenden Kräftegleichgewicht sein kann. Obwohl wir dem Westen Schuld an der Entstehung dieser Situation geben könnten, möchte ich betonen, dass die Sowjetunion weder Amerika noch seine NATO-Alliierten für sie verantwortlich macht. Auch mein Land hat die bittere Lektion gelernt, dass ein Verbündeter über seine Freunde herfallen kann, wie ein Hund seinen Herrn anfallen mag. Die Sowjetunion hat nicht den Wunsch, die dramatischen Fortschritte dieses Jahres auf dem Gebiet der Beziehungen zum Westen wegzuwerfen. Der Außenminister legte eine Pause ein und fuhr dann fort. Doch die Sowjetunion kann die Tatsache, dass auf ihrem Boden eine vorsätzliche Aggression gegen sie begangen wurde, nicht ignorieren. Die Regierung der Sowjetunion wird deshalb heute der Regierung in Bonn eine Note zugehen lassen. Als Preis für unsere Nachsicht, als Preis für die Wahrung des Friedens fordern wir die sofortige Demobilisierung der westdeutschen Streitkräfte auf eine mit der Wahrung des inneren Friedens zu vereinbarende Stärke. Außerdem fordern wir Bonn auf, seine Aggression einzugestehen, das Parlament aufzulösen und Neuwahlen anzusetzen, damit das deutsche Volk selbst entscheiden kann, wie gut ihm gedient worden ist. Schließlich verlangen und erwarten wir, dass die Regierung der Sowjetunion und die Familien der von revanchistischen deutschen Nationalisten hingeschlachteten voll entschädigt werden. Die Nichterfüllung dieser Bedingungen wird schwerwiegendste Folgen haben. Wie ich bereits sagte, haben wir keinen Anlass zu der Vermutung, dass bei diesem Akt des internationalen Terrorismus eine Komplizenschaft anderer westlicher Länder besteht. Die Krise ist daher eine Angelegenheit der Regierung der Sowjetunion und der Regierung in Bonn. Es ist unsere Hoffnung, dass diese Krise mit diplomatischen Mitteln beigelegt werden kann. Wir fordern die Regierung in Bonn auf, die Konsequenzen ihrer Handlungen mit größter Sorgfalt abzuwägen und den Frieden zu wahren. Mehr habe ich nicht zu sagen. Der Außenminister sammelte sein Manuskript ein und ging. Die versammelten Reporter unterließen jeden Versuch, ihm Fragen zu stellen. Flynn steckte seinen Notizblock in die Tasche und schraubte seinen Füllhalter zu. Der AP-Reporter war in Plompen zurückgeblieben, um das Eintreffen der Khmer Rouge abzuwarten und war dabei fast ums Leben gekommen. Er hatte über Kriege, Revolutionen und Aufstände berichtet und war dabei zweimal verwundet worden. Doch Kriegsberichterstattung war etwas für junge Männer. Wann wollen Sie abreisen? »Spätestens Mittwoch. Ich habe bei SRS schon zwei Tickets nach Stockholm reserviert,« antwortete Calloway. »Ich schicke ein Telegramm nach New York und lasse das Moskauer Büro morgen schließen. Willie, ich warte, bis Sie soweit sind, aber ich kann Ihnen sagen, es ist Zeit zu verschwinden. Über diese Geschichte berichte ich lieber von einem sichereren Ort aus.« »Über wie viele Kriege haben Sie berichtet, Patrick?« »Seit Korea praktisch über jeden.« USS Ferris DEFCON 2 Gefechtsbereitschaft, Option Bravo in Kraft Dieser Spruch muss als Kriegswarnung verstanden werden. Ausbruch von Feindseligkeiten zwischen NATO und Warschauer Pakt nun wahrscheinlich, wenngleich nicht sicher. Ergreifen Sie alle für die Sicherheit Ihres Schiffes erforderlichen Maßnahmen. Feindseligkeiten können ohne wiederholte Warnung ausbrechen.« Ed Morris griff in seiner Kajüte zum Telefon. »Rufen Sie den ersten Offizier in meine Kammer!« Der erste Offizier erschien in weniger als einer Minute. »Wie ich höre, haben Sie einen heißen Spruch, Sir.« »DEFCON 2. GB-Option Bravo.« Er händigte das Formular mit dem knapp formulierten Spruch aus. »Wir beginnen sofort mit Fahrtkondition 3. Asrock und Torpedostationen werden rund um die Uhr bemannt.« Asrock war ein U-Jagd-Flugkörper. »Und was sagen wir den Männern?« »Ich möchte das erst mit den Offizieren durchgehen und dann zur Mannschaft sprechen. Spezifische Einsatzbefehle liegen noch nicht vor. Vermutlich laufen wir zum Geleitschutzdienst, entweder nach Norfolk oder nach New York.« USS Nimitz »Gut, Tolland. Raus damit!« Baker setzte sich zurück. »Admiral, die NATO hat ihren Bereitschaftsgrad erhöht. Vom Präsidenten ist DEFCON 2 autorisiert worden. Die Reserveflotte der Navy wird mobilisiert. Reforger beginnt um ein Uhr Zulu-Zeit. Die Briten haben Queen's Order 2 in Kraft gesetzt und auf vielen Flugplätzen in Deutschland wird es rund gehen. »Wann ist Unternehmen Reforger abgeschlossen?« »Die Operation zur Verstärkung unserer Streitkräfte in Europa wird acht bis zwölf Tage in Anspruch nehmen, Sir.« »So viel Zeit wird uns kaum bleiben.« »Jawohl, Sir.« »Berichten Sie über die sowjetische Satellitenaufklärung,« befahl Baker. »Admiral, im Augenblick haben Sie nur einen Radarsehaufklärungssatelliten oben. Kosmos 1801. Gepaart ist er mit Kosmos 1813, einem elektronischen Speer, der vermutlich reaktorgetrieben ist und zur Ergänzung des Radarsystems auch über Kameras verfügt. »Davon höre ich zum ersten Mal.« Die NSA fing vor mehreren Monaten Hinweise auf ein Videosignal auf, aber diese Erkenntnis wurde, weil unbestätigt, nicht an die Navy freigegeben. Toland verschwieg, dass zu dieser Zeit die Auffassung vorherrschte, die Marine brauche dies nicht zu wissen. Toland war anderer Ansicht gewesen. Und immerhin war er von der NSA jetzt vor Ort. »Ich nehme an, dass der Ivan noch weitere Radarsatelliten auf Lager und Start bereit hat. Es wurde eine ungewöhnlich große Anzahl von Nachrichtensatelliten in niedrige Umlaufbahnen gebracht. Dazu eine Menge elektronische Vögel. Normalerweise haben sie nur sechs oder sieben oben, inzwischen aber insgesamt zehn. Somit ist ihre elektronische Aufklärungskapazität sehr groß. Unsere elektronischen Emissionen können ihnen nicht entgehen. Und es lässt sich nichts dagegen unternehmen? Vorerst nicht, Sir. Die Air Force verfügt, wenn ich mich recht entsinne, über sechs oder sieben Antisatelliten-Raketen, die jedoch nur einmal erfolgreich gegen einen echten Satelliten getestet wurden. Und seit vergangenem Jahr ist ein Antisat-Moratorium in Kraft. Vermutlich kann die Air Force versuchen, das Programm zu reaktivieren, aber das wird einige Wochen dauern. Priorität als Ziele haben die Radarsatelliten, schloss Torland hoffnungsvoll. Gut. Unser Befehl lautet, bei den Azoren zur Saratoga zu stoßen und die amphibischen Einheiten der Marineinfanterie nach Island zu eskortieren. Ich nehme an, dass uns die Russen den ganzen Weg beobachten werden. Hoffentlich gibt uns die isländische Regierung Landeerlaubnis, wenn wir dort eintreffen. Ich habe gerade erfahren, dass man sich dort nicht entscheiden kann, ob es sich um eine echte Krise handelt oder nicht. Nehmen wir noch mal. Meinen Sie, die NATO hält zusammen? Angeblich haben wir Beweise, dass der ganze Zirkus nur ein Täuschungsmanöver ist. Der Haken ist nur, dass viele Länder den Russen die Scharade abkaufen. Zumindest offiziell. Finde ich großartig. Verfeinern Sie Ihre Analyse der Bedrohung durch sowjetische U-Boote und Flugzeuge permanent. So wie sich bei Ihren Einheiten auf See die geringste Veränderung ergibt, will ich informiert werden. Fünfzehn Die Seefestung USS Chicago Lotung Fragte McCafferty leise Fünfzig Fuß unterm Kiel Antwortete der Navigator Wir sind zwar noch ein gutes Stück außerhalb russischer Gewässer, kommen aber in zwanzig Meilen ans Schelferranzer. Im Lauf einer halben Stunde meldete er nun zum achten Mal, was vor ihnen lag. McCafferty nickte, wollte nichts sagen, kein unnötiges Geräusch verursachen. In der Angriffszentrale der Chicago hing die Spannung so dick wie der Zigarettenrauch, den die Entlüftung nicht ganz absaugen konnte. Er schaute sich um und stellte fest, dass seine Besatzungsmitglieder verstohlen mit gehobenen Brauen und leichtem Kopfschütteln ihre Verfassung verrieten. Am nervösesten war der Navigator. Gegen ihre Anwesenheit hier sprach so gut wie alles. Ob Chicago sich in sowjetischen Hoheitsgewässern befand oder nicht, war eine rechtlich komplizierte Frage. Im Nordosten lag Kap Kanin, im Nordwesten Kap Sviatoi. Die Sowjets erhoben auf fast das gesamte Gebiet Anspruch als historische Bucht, während die Amerikaner es vorzogen, sich an die international anerkannte 24-Meilen-Zone zu halten. Jedermann an Bord wusste, dass die Russen eher schießen würden, als eine Entscheidung gemäß internationalem Seerecht einzuholen. Frage? Würden die Russen sie finden? Sie fuhren in gerade 30 Pfaden tiefem Wasser. Und U-Boote, so wie die großen Haie, sind Kreaturen der Tiefe. Auf der taktischen Anzeige erschienen drei sowjetische Patrouillenschiffe, zwei Fregatten der Grisha-Klasse und eine Korvette der Poti-Klasse, alle auf die Abwehr von U-Booten spezialisiert. Alle waren meilenweit entfernt, stellten aber dennoch eine echte Bedrohung dar. Der einzige positive Aspekt war ein Sturm direkt über ihnen. Ein 20 Knoten Wind und strömender Regen störten die Leistung des Sonars, allerdings auch die ihrer eigenen Anlage, die einzige sichere Einrichtung zur Informationsbeschaffung. Und dann gab es Unsicherheitsfaktoren. Welche Spürgeräte hatten die Sowjets in diesen Gewässern? War das Wasser so klar, dass sie von einem Hubschrauber oder Anti-U-Boot-Flugzeug gesehen werden konnten? Trieb dort draußen ein Boot der Tango-Klasse langsam dahin, angetrieben von leisen Elektromotoren? Antworten auf diese Frage konnten nur das metallische Sirren einer hochdrehenden Torpedoschraube oder die Explosion einer Wasserbombe geben. McCafferty wegte diese Gefahren gegen die Priorität des Blitzbefehls von COM-Subland ab, sofort Einsatzgebiet von Raketen-U-Booten-Rotflotte feststellen. Diese Formulierung ließ ihm ein wenig Spielraum. – Wie exakt ist die Trägheitspeilung? – fragte McCafferty so lässig wie möglich. – Plus minus 200 Meter. Der Navigator schaute noch nicht einmal auf. McCafferty, der die Gedanken des Navigators erahnte, brummte. Schon seit Stunden war der Eingang einer Nevstar-Satellitenpeilung fällig, doch ein Signal stellte in einem Gebiet, in dem es von sowjetischen Schiffen nur so wimmelte, ein zu großes Risiko dar. Plus minus 200 Meter reichte normalerweise aus, doch nicht in seichten Gewässern getaucht vor einer feindlichen Küste. Wie exakt waren seine Seekarten? Lagen nicht eingezeichnete Wracks auf Grund? Selbst wenn seine Daten genau waren, würde es nach ein paar Meilen so eng werden, dass ein Fehler von 200 Metern Grundberührung, Beschädigung des U-Bootes und Lärm bedeuten musste. McCafferty zuckte die Achseln. Für diesen Auftrag war Chicago das beste Boot der Welt. Er tat ein paar Schritte und lehnte sich in den Sonarraum. Was treibt unser Freund? Kurs unverändert, Sir. Geräuschpegel ebenfalls. Zuckelt mit 15 Knoten dahin wie auf einer Vergnügungsfahrt, sagte der Sonar-Chef ironisch. Schöne Vergnügungsfahrt. Die mit Interkontinentalraketen bestückten Boote des Sowjets liefen in vierstündigen Abständen aus, und die Mehrzahl befand sich bereits in See. So etwas war noch nie vorgekommen. Und alle schienen nach Osten zu laufen, nicht wie gewöhnlich nach Norden oder Nordwesten, um in der Barents- oder Karasee oder unter der Polkappe zu kreuzen. Diese Information hatte Sackland von einer norwegischen P-3-Maschine erhalten, die Checkpoint Charlie abflog, die Stelle 50 Meilen vor der Küste, an der die sowjetischen Boote immer tauchten. Chicago, das diesem Gebiet nächste Boot, war zum Aufklären geschickt worden. Bald hatten sie ein Delta-3 geortet und zu verfolgen begonnen, einen modernen sowjetischen Boomer, wie man Raketen-U-Boote nannte. Beim Hinterherfahren waren sie parallel des Schelfs in hundert Pfadentiefe geblieben, bis ihr Ziel plötzlich nach Südwesten in flache Gewässer Richtung Müs Sviatoi Nors abdrehte, was es zur Einfahrt zum Weißen Meer führte, also in rein sowjetisches Gewässer. Wie weit konnten sie die Verfolgung wagen? Und was ging eigentlich vor? McCafferty kehrte in die Zentrale zurück und ging ans Periskop. Schauen wir uns um, meinte er. Seerohr ausfahren. Ein Mat betätigte die hydraulische Anlage und das Backbord-Suchperiskop stieg auf. Stopp! McCafferty ging in die Hocke und fing das Instrument ab, dessen Aufwärtsbewegung der Obersteuermann knapp unter der Oberfläche gestoppt hatte. In einer teuflisch unbequemen Haltung watschelte der Kommandant mit dem Periskop im Kreis herum. Am Bugschott war ein TV-Monitor angebracht, verbunden mit einer ins Seerohr eingebauten Fernsehkamera. Der erste Offizier und ein Obermat überwachten den Bildschirm. Keine Schatten, sagte McCafferty. Kein Hinweis auf ein Schiff. Bestätigt, Sir, meinte der erste Offizier. Mit Sonar abklären. Vorne lauschte die Sonarwache aufmerksam. Kreisende Flugzeuge erzeugten Lärm, aber in diesem Fall war nichts vernommen worden, was nicht notwendigerweise bedeutete, dass da draußen nicht doch hoch über ihnen ein Hubschrauber flog oder ein Boot der Griecher-Klasse mit abgestellten Dieseln driftete und auf Objekte wie Chicago lauschte. Keine Meldung von Sonar, Sir, sagte der erste Offizier. Zwei Fuß höher, befahl McCafferty. Wieder betätigte der Obersteuermann den Hebel und ließ das Seerohr um sechzig Zentimeter ansteigen, knapp über die Wasseroberfläche in den Wellentälern. Sir, rief der leitende ESM-Techniker. An der Spitze des Seerohrs war ein kleines Antennenelement montiert, das Signale zu einem Breitbandempfänger sandte. So wie es die Oberfläche durchbrach, flammten an der ESM-Konsole drei Warnlichter auf. Ich empfange drei, fünf, vielleicht sogar sechs Suchradarsignale auf dem Indiaband. Der Techniker begann, die Peilungen abzulesen. McCafferty entspannte sich. Ausgeschlossen, dass ein so kleines Objekt wie sein Periskop bei diesem Seegang durch Radar geortet werden konnte. Er drehte das Seerohr um dreihundertsechzig Grad. Ich sehe weder über Wasserschiffe noch Flugzeuge. Wellenhöhe 1,50. Wind aus Nordwest. Zwanzig bis fünfundzwanzig Knoten. Er klappte die Griffe hoch und trat zurück. Seerohr einfahren! Ehe er das zweite Wort ausgesprochen hatte, war die geölte Stahlsäule in ihrem Schacht verschwunden. Das Seerohr hatte sich exakt 5,9 Sekunden über der Oberfläche befunden. Selbst nach 15 Jahren auf U-Booten fand er immer noch erstaunlich, was die Männer innerhalb von sechs Sekunden vollbringen konnten. Der Navigator schaute rasch auf seine Seegkarte und ein Steuermann half ihm bei der Ermittlung der Ausgangspunkte der Signale. Sir! Der Navigator sah auf. Richtungen konsistent mit zwei bekannten Küstenradarstationen. Drei Don-2-Anlagen entsprechend den Richtungen von Sierra 2, 3 und 4. Er bezog sich auf die errechneten Positionen der drei sowjetischen Überwasserschiffe. Ein unidentifiziertes Signal. Richtung 247. Wie sieht das aus, Harkens? Landgestütztes Oberflächensuchradar Indiaband, erwiderte der Techniker und las die Frequenz und die Pulsbreitenwerte ab. Schwaches, unscharfes Signal, Sir. Allerdings eine Menge Aktivität, Sir. Und alle Anlagen sind auf verschiedene Frequenzen eingestellt. Die Radarsuche war also wohl koordiniert, damit die Sender sich nicht gegenseitig störten. Ein Elektriker spulte das Videoband zurück, damit McCafferty überprüfen konnte, was er durchs Periskop gesehen hatte. Das Bild war schwarz-weiß. Das Band wurde wegen der durch die rasche Rundumsuche des Kommandanten entstandenen Unschärfen mit halber Geschwindigkeit abgespielt. »Schon toll, wie schön nichts aussehen kann, was, Joe?«, fragte er seinen ersten Offizier. Die Wolkendecke hing gut unter tausend Fuß und der Seegang hatte das Periskop-Objektiv rasch mit Tröpfchen besprüht. »Seit über 80 Jahren bauen Sie jetzt U-Boote,« sinnierte McCafferty, »aber eine effiziente Methode zum Klarhalten der Linse hat noch keiner erfunden.« »Das Wasser sieht auch ziemlich trüb aus,« antwortete Joe. »Sichtung durch ein U-Boot-Abwehrflugzeug ist der Albtraum aller U-Boot-Fahrer.« »Mieses Flugwetter.« »Keine Sorge, uns sieht keiner,« sagte der Kommandant so laut, dass alle in der Zentrale es hören konnten. »Über die nächsten zwei Meilen wird das Wasser langsam tiefer, Sir,« meldete der Navigator. »Wie viel?« »Fünf Faden, Sir.« McCafferty warf dem ersten Offizier, der gerade das Steuer überwachte, einen Blick zu. »Nutzen wir die aus.« »Bei.« »Tauchoffizier, langsam zwanzig Fuß tiefer gehen.« »Bei.« Der Chief gab den tiefen Rudergängern die entsprechenden Befehle und in der Zentrale wurde hörbar aufgeatmet. McCafferty ging wieder nach vorne in den Sonarraum. »Was treiben unsere Freunde, Chief?« »Die Patrouillenboote klingen noch schwach, Sir, scheinen Kreise zu fahren. Die Richtungen ändern sich entsprechend. Auch die Schraubenumdrehung des Boomers ist konstanzer. Er zuckelt mit etwa fünfzehn Knoten dahin. Sonderlich leise ist er dabei nicht. Immer noch eine Menge mechanische Schallimpulse. Dem Krach nachzuschließen, den die da machen, wird dort gewartet. »Wollen Sie mal reinhören, Skipper?« Der Chief hielt einen Kopfhörer hoch. Sonar-Suchpeilungen wurden vorwiegend visuell wahrgenommen. Der Bordcomputer wandelte akustische Signale um und ließ sie auf einem Bildschirm erscheinen. Doch für richtiges Horchen war das noch immer kein echter Ersatz. McCafferty setzte den Kopfhörer auf. Als erstes hörte er das Surren der Reaktorpumpen des Delta. Sie liefen im mittleren Umdrehungsbereich und drückten Wasser aus dem Reaktor in den Wärmetauscher des Sekundärkreislaufs. Dann konzentrierte er sich auf die Schraubengeräusche. Das russische strategische U-Boot war mit zwei fünf schaufeligen Schrauben ausgerüstet und er versuchte erfolglos mitzuzählen, wie rasch sie rotierten. Da musste er sich auf das Wort seines Chiefs verlassen, wie üblich. »Peng!« »Was war das?« Der Chief wandte sich an einen anderen leitenden Sonar-Operator. »Hat er wer ein Luke zugeschlagen?« Der Sonar-Mann, First Class, schüttelte heftig den Kopf. »Klang eher, als hätte jemand einen Schraubenschlüssel fallen gelassen. Und zwar ganz in der Nähe.« Der Käpt'n musste lächeln. Alle Mann an Bord gaben sich betont lässig. In Wirklichkeit war jeder so angespannt wie er selbst, und McCafferty hatte nichts anderes im Sinn, als aus diesem verfluchten Teich zu verschwinden. Selbstverständlich durfte er seine Crew, seine Besorgnis nicht spüren lassen. Der Kommandant musste jederzeit über den Dingen stehen. »Aber was ist das für ein Scheißspiel?« sagte er sich. »Was haben wir hier eigentlich verloren?« »Ich habe keine Lust auf einen Krieg.« Er lehnte sich gegen den Türrahmen knapp vor der Zentrale, nur knapp zwei Meter von seiner Kammer entfernt, und hätte sich am liebsten dorthin zurückgezogen, ein, zwei Minuten hingelegt, sich am Waschbecken erfrischt. »Kommt nicht in Frage«, dachte er. »Durchhalten, Danny«, befahl er sich, fuhr sich mit dem Taschentuch über die Nase, ließ den Blick mit fast gelangweilter Miene über die Sonardisplays gleiten. Der coole Kommandant. Kurz darauf kehrte McCafferty in die Zentrale zurück. Er hatte, fand er, gerade genug Zeit im Sonarraum verbracht, um die Crew dort zu motivieren, ohne sie unter Druck zu setzen. Er sah sich lässig um. Der Raum war so überfüllt wie eine irische Bar am St. Patrick's Tag. Die Gesichter seiner Männer, nach außen hin kühl, waren trotz der Klimaanlage schweißnaß. Besonders die Tiefenrudergänger konzentrierten sich auf ihre Instrumente, steuerten das Boot mithilfe eines elektronisch definierten Displays tiefer, überwacht vom Tauchoffizier, dem dienstältesten Chief of Chicago. In der Mitte der Zentrale waren die beiden nebeneinander angebrachten Angriffsrohre voll eingefahren. Neben ihnen stand ein Steuermannsmart bereit, um sie gegebenenfalls sofort auszufahren. Der erste Offizier schritt den zur Verfügung stehenden Raum ab, schaute alle zwanzig Sekunden auf die Seegkarte, wenn er am achterlichen Ende Kehrt machte. Hier gab es nichts zu beanstanden. Es herrschte Spannung, aber die Arbeit wurde getan. »Insgesamt sieht es nicht so übel aus,« sagte McCafferty so laut, dass alle es hören konnten. Die Oberflächenverhältnisse machten eine Ortung unwahrscheinlich. »So nah an Zentrale!« »Zentrale, ei!« Der Kommandant griff zum Telefon. »Rumpfknistern!« »Es scheint aufzutauchen!« »Ja, Ziel bläst jetzt an, Sir!« »Verstanden.« »Halten Sie uns auf dem Laufenden, Chief!« McCafferty legte auf, trat an den Kartentisch. »Wieso jetzt auftauchen?« Der Navigator schnorte bei einem Matrosen eine Zigarette. McCafferty wusste, dass er normalerweise Nichtraucher war. Der Lieutenant musste husten, bekam von einem Steuermann zweiter Klasse einen höhnischen Blick und schaute dann hinüber zum Kommandanten. »Sir, hier stimmt etwas nicht,« sagte der Lieutenant leise. »Nur eine Frage,« erwiderte McCafferty, »warum ist er hier aufgetaucht?« »So nah an Zentrale!« Der Kommandant tobt wieder ab. »Sir, der Boomer scheint seine Tanks leer zu blasen.« »Sonst noch etwas Ungewöhnliches?« »Nein, Sir, aber er muss den größten Teil seiner Pressluftreserven aufgebraucht haben.« »Gut, Chief.« »Danke.« McCafferty legte auf und fragte sich, was das nun wieder zu bedeuten hatte. »Sir, haben Sie einen solchen Auftrag schon einmal ausgeführt?« fragte der Navigator. »Ich habe massenweise russische Boote verfolgt, aber hier drinnen nie.« »Das Ziel wird schließlich auftauchen müssen, denn hier an Tersky-Berek entlang ist das Wasser nur sechzig Fuß tief.« Der Navigator fuhr mit dem Zeigefinger über die Seekarte. »Und wir müssen dann die Verfolgung aufgeben,« stimmte McCafferty zu. »Aber das ist noch vierzig Meilen hin.« »Genau.« Der Navigator nickte. »Doch seit fünf Meilen verengt sich dieser Golf wie ein Trichter, der einem getauchten Boot am Ende nur noch eine einzige sichere Durchfahrt bietet.« »Verdammt, ich weiß auch nicht, was hier los ist.« McCafferty kam nach achtern, um sich die Karte anzusehen. »Die ganze Strecke von der Halbinsel Kohler aus lief er mit fünfzehn Knoten. Die nutzbare Tiefe war seit fünf Stunden gleichbleibend, nahm gerade ein bisschen zu und scheint sich auch für die nächsten zwei Stunden nicht zu ändern.« »Aber er taucht trotzdem auf,« meinte McCafferty. »Die einzige Veränderung stellt die Breite der Fahrrinne dar, und die liegt noch zwanzig Meilen vor uns.« McCafferty dachte darüber nach, starrte auf die Karte. Der Sonarraum meldete sich erneut. »Zentrale, ey? Was gibt's, Chief?« »Neuer Kontakt, Sir. Richtung 192. Ziel als Sierra 5 identifiziert. Überwasserschiff. Doppelschrauben. Dieselantrieb. Tauchte ganz plötzlich auf, Sir. Klingt nach Nadja-Klasse. »Leichte Kursänderung nach Backbord. Scheint mit dem Boomer zu konvergieren. Schraubenumdrehung indiziert rund zwölf Knoten Fahrt.« »Was treibt der Boomer?« »Fahrt und Kurs unverändert, Sir. Abblasen eingestellt. Er läuft nun an der Oberfläche, Sir. Wir hören Stampfen und Durchdrehen der Schrauben.« »Moment. Gerade hat ein Aktivsonar eingesetzt. Wir empfangen Nachhall. Richtung etwa 190. Wahrscheinlich von der Nadja. Hochfrequenzsonar jenseits des Hörbereichs. Schätzungsweise 22.000 Hertz.« McCafferty hatte plötzlich einen eiskalten Knoten im Magen. »Erster Offizier. Ich übernehme das Ruder.« »Reiß, Sir.« »Tauchoffizier. Gehen Sie auf 60 Fuß. Gerade hoch genug, ohne die Oberfläche zu durchbrechen. Observation. Seerohr ausfahren.« McCafferty suchte die Meeresoberfläche rasch nach Schatten ab. »Noch drei Fuß.« »Okay. Immer noch nichts.« »ESM-Werte?« »Inzwischen sieben Aktivradarquellen, Skipper. Positionen mehr oder weniger unverändert. Dazu ein neues Objekt an 191 Indiaband. Sieht nach Don 2 aus.« McCafferty stellte das Periskop auf die zwölffache Vergrößerung. Das sowjetische Raketen-U-Boot lag extrem hoch im Wasser. »Joe, was sehen Sie?« fragte McCafferty, der eine rasche Gegenbestätigung haben wollte. »Eindeutig ein Delta 3. Scheint trocken geblasen zu sein, Sir. Liegt über einen Meter höher als gewöhnlich. Muss eine Unmenge Pressluft verbraucht haben. Das da vor ihm scheint der Mast der Nadja zu sein, aber genau lässt sich das schwer sagen.« McCafferty spürte nun, dass Chicago schlingerte. Bellenschläge gegen das Periskop ließen seine Hände zittern. Die Seen brachen sich auch am Delta. Wasser strömte in die Flutschlitze in der Außenhaut entlang der Flanke hinein und wieder heraus. »ESM meldet, Signalstärke nährt sich Ortungswerten,« warnte der Techniker. »Er hat beide Periskope ausgefahren,« stellte McCafferty fest. »Er wusste, dass sein eigenes Seerohr schon viel zu lange oben gewesen war.« Er verdoppelte die Vergrößerung. Das führte zu einem Verlust an optischen Details, doch nun erschien der Turm der Delta im Okular. »Brückenposten vollzählig auf dem Turm. Aber es schaut keiner Achter aus. Seerohr einfahren. Tauchoffizier. Zehn Fuß tiefer gehen. Tiefenrudergänger. Gut gemacht. Schauen wir uns mal das Band an, Joe.« Sekunden später erschien auf dem TV-Monitor das Bild. Sie lagen 2000 Meter hinter dem Delta. Rund eine halbe Seemeile dahinter war der Radardom der Nadja sichtbar, die in den Querseen merklich schlingerte. Zur Aufnahme seiner 16 SS-18 Interkontinentarraketen hatte das russische U-Boot ein buckliges, abfallendes Achterschiff, das von hinten wie eine Straßenrampe wirkte. Keine Schönheit dieses Delta, aber es brauchte nur lange genug zu überleben, um seine Raketen abzuschießen, und die Amerikaner bezweifelten nicht, dass diese einwandfrei funktionierten. »Sehen Sie sich das mal an. Die haben so weit ausgeblasen, dass die Schrauben halb aus dem Wasser ragen,« kommentierte der erste Offizier. »Navigator. Wie weit noch bis zum Flachwasser?« »In diesem Kanal noch zehn Meilen mit mindestens vierundzwanzig Faden.« »Warum war das Delta schon so weit draußen aufgetaucht?« McCafferty griff zum Hörer. »So nahe. Was treibt Nadja?« »Sir, sie hat ihr Suchradar voll aufgedreht. Nicht auf uns gerichtet, aber wir empfangen Reflexionen und Nachhall vom Grund.« Die Nadja war ein Minensuchboot, das sicherlich auch den Auftrag hatte, als Sperrbrecher zu fungieren, der U-Boote in sichere Gebiete hinein und wieder heraus eskortierte. Und ihr Minensuchsonar im VHF-Bereich war aktiv. »Guter Gott!« »Ruder, hart, Backbord!« schrie McCafferty. »Ruder, hart, Backbord, ei!« Wenn er nicht angeschnallt gewesen wäre, hätte sich der Rudergänger den Kopf an der Decke angeschlagen. »Ein Minenfeld!« hauchte der Navigator. Überall in der Zentrale drehten sich die Köpfe. »Durchaus möglich!« McCafferty nickte grimmig. »Wie weit sind wir noch von der Stelle, an der der Boomer mit der Nadja zusammentraf, entfernt?« Der Navigator schaute aufmerksam auf die Karte. »Rund 400 Meter, Sir!« »Maschinenstopp!« Der Rudergänger bediente den Maschinentelegrafen. »Maschinenraum meldet Stopp, Sir! Kurs 180, Sir!« »Gut. Hier sollten wir einigermaßen sicher sein.« »Man kann wohl annehmen, dass sich das Delta einige Meilen vor dem Minenfeld mit dem Minensucher traf, oder?« »Glaubt ihr jemand, der Ivan würde einen Boomer riskieren?« »Rein rhetorische Frage.« Rundum seufzte der Erleichterung. Chicago verlor rasch an Fahrt, ging breitseits zum bisherigen Ziel. »Ruder Mitschiffs!« McCafferty befahl Drittelfahrt und griff nach dem Telefon zum Sonarraum. »Hat sich das Verhalten des Boomers geändert?« »Nein, Sir! Kurskonstant 190. Fahrt 15 Knoten. Wir hören immer noch das Aktivsonar der Nadja. Kurs 186. Fahrt gemäß Schraubenumdrehung ebenfalls 15 Knoten.« »Navigator! Sehen Sie zu, wie wir herauskommen. Gehen wir den Patrouillenbooten aus dem Weg und melden diese Geschichte so bald wie möglich weiter.« »Drei! Drei, fünf, acht! Sieht im Augenblick recht gut aus, Sir!« Der Navigator hatte den Kurs seit zwei Stunden konstant auf den neuesten Stand gebracht. »Sir, falls der Ivan hier tatsächlich ein Minenfeld gelegt hat, befindet es sich teilweise in internationalen Gewässern,« merkte der erste Offizier an. »Gar nicht dumm.« »Klar. Da die Russen diese Gewässer aber beanspruchen, ist es halt nur Pech, wenn jemand auf eine Mine läuft und dazu einen internationalen Zwischenfall auslöst?«, fragte Joe. »Wozu aber das Aktivsonar?«, wollte der Fernmeldeoffizier wissen. »Bei klarer Fahrtrenne kann man doch nach Sicht navigieren.« »Und wenn es gar keine klare Fahrtrenne gibt?«, gab der erste Offizier zurück. »Nehmen wir einmal an, Sie haben Grundminen gelegt und in einer Tiefe von, sagen wir mal, fünfzig Fuß Treibminen verankert. Die Möglichkeit, dass das Ankertau einer Mine vielleicht etwas zu lang ist, macht Sie wohl so nervös, dass Sie auf Nummer sicher gehen.« Und was bedeutet das Ganze? »Dass niemand Ihre Boomer verfolgen kann, ohne aufzutauchen.« Der Lieutenant verstand nun. »Und das werden wir auch schön bleiben lassen. Kein Mensch hat je behauptet, der Ivan sei auf den Kopf gefallen. Sein System hier ist perfekt. Denn er bringt alle seine Raketenboote dort unter, wo wir nicht an sie herankommen,«, fuhr McCafferty fort. Von unserer Position aus schafft es selbst ein Subrock nicht bis ins Weiße Meer. Und schließlich, wenn die Boote auslaufen sollen, brauchen sie nicht in einer einzigen Fahrtrenne herumzumurksen, sondern können auftauchen und losrauschen. Gentlemen, das bedeutet, dass Sie nicht jedem Boomer ein Jagdu-Boot zum Schutz gegen jemanden wie uns zuzuordnen brauchen. Sie bringen alle Ihre strategischen Boote in einer hübsch-sicheren Seefestung unter und haben damit Ihre Jagdboote für andere Aufgaben frei. Machen wir, dass wir hier rauskommen. Nordatlantik »Schiff in Sicht! Hier spricht ein Flugzeug der US Navy, Backboard, voraus. Bitte identifizieren. Over.« Kapitän Cherov reichte einem Major der Roten Armee den Hörer der Schiff-zu-Schiff-Funksprechanlage. »Navy, hier Dr. Lykes!« Für Cherov, der nur gebrochen Englisch sprach, klang der breite Mississippi-Dialekt des Majors wie kurdisch. Das nebelgraue Patrouillenflugzeug, das nun ihr Schiff umkreiste, konnten sie kaum ausmachen. »Nähere Angaben, Dr. Lykes!«, befahl die Stimme knapp. »Wir sind aus New Orleans mit allgemeiner Ladung nach Oslo unterwegs. Worum geht's denn?« »Sie befinden sich weit nördlich von einem Kurs nach Norwegen. Erklärung bitte.« »Navy, liest ihr denn keine Zeitung? Hier wird's bald mulmig und unser Ola Khan ist nicht billig. Wir haben Anweisung vom Boss, uns in der Nähe von Freunden zu halten. Schön, euch zu sehen, Boys. Wollt ihr uns ein Stückchen begleiten?« »Roger. Verstanden, Dr. Lykes. Wir teilen Ihnen mit, dass sich unseres Wissens nach keine U-Boote in diesem Gebiet befinden.« »Freien, Navy. Fahren wir eben weiter ein bisschen nach Norden und lassen uns von euch Luftunterstützung geben.« »Wir können zu ihrem Geleit kein Flugzeug abstellen.« »Klar. Aber wenn wir euch brauchen, kommt ihr doch, oder?« »Roger«, stimmte Penguin 8 zu. »Okay. Dann fahren wir weiter unser Nordkurs und drehen dann nach Osten zu den Fahrröhren ab. Sagt ihr uns Bescheid, wenn die Banditen auftauchen?« »Wenn wir welche finden, Doc, versuchen wir erst mal, sie zu versenken.« Übertrieb der Pilot. »Waldmannsheilboy. Out!« Penguin 8 »Mann, gibt's denn echte Menschen, die so reden wie der?«, fragte sich der Pilot der Orion laut. »Noch nie von Lykes-Lions gehört?«, versetzte sein Co-Pilot lachend. »Die nehmen nur Leute mit Südstaaten-Akzent. Alte Tradition.« »Der Kahn ist aber auf dem falschen Kurs.« »Sicher. Aber bis Geleitzüge zusammengestellt sind, würde ich auch versuchen, von einem geschützten Gebiet zum anderen zu hopsen.« »Wie auch immer, schließen wir mal die Sichtinspektion ab.« Der Pilot gab Gas und flog näher heran. Sein Co-Pilot griff nach dem Kennbuch. »Rumpf ganz in schwarz, Mitschiffs steht Lykes-Lines. Weiße Aufbauten, großes L in schwarzer Raute.« Er hob sein Fernglas. »Mast mit Krähennest vor den Aufbauten. Stimmt. Aufbauten schnittig, Antennenmast nicht. Nationalitäts- und Redereiflagge korrekt. Schwarze Schornsteine. Kräne achtern am leichter Aufzug. Die Anzahl der Kräne ist hier nicht angegeben. Sieht voll beladen aus. »Anstrich wirkt ein bisschen schlampig. Stimmt aber mit dem Buch überein. Einer von uns.« »Okay. Winken wir mal.« Der Pilot zog den Steuerknüppel nach links, steuerte die Orion direkt über das leichter Mutterschiff, wackelte dabei mit den Flügeln. Zwei Männer auf der Brücke winkten zurück. Die beiden anderen Männer, die mit tragbaren Luftabwehrraketen vom Typ Samen-Sieben auf sie zielten, sahen die Flieger nicht. »Viel Glück, Kumpels. Ihr werdet's brauchen.« M.S. Julius Fuzik »Der neue Anstrich wird eine visuelle Identifizierung erschweren, Genosse General«, sagte der Luftabwehroffizier leise. »Soweit ich sehen konnte, hatten sie keine Luftbodenraketen.« »Das wird sich rasch genug ändern. Sobald unsere Flotte ausläuft, werden die Patrouillenflugzeuge bewaffnet. Außerdem, wie weit kommen wir, wenn man uns identifiziert hat und andere Flugzeuge herbeiruft?« Der General sah dem sich entfernenden Flugzeug nach. Im Verlauf der Episode hatte ihm das Herz bis zum Hals geschlagen, doch nun konnte er beruhigt zu Chiroff auf die Brücken-Nock gehen. Kaki-Uniformen im amerikanischen Stil waren nämlich nur an die Offiziere des Schiffes ausgegeben worden. »Mein Kompliment an Ihren Sprachen, Offizier.« »Ich nehme an, dass das, was er da redete, Englisch war?« Nun, da die Gefahr vorüber war, konnte Andreev Jovial lachen. »Das hat man mir jedenfalls gesagt. Die Marine hatte eigens einen Mann mit Spezialkenntnissen angefordert. Es handelt sich um einen Geheimdienstoffizier, der in den USA gearbeitet hat.« »Wie auch immer. Er hatte Erfolg.« »Nun können wir sicher auf unser Ziel zulaufen«, sagte Chiroff, klang aber nicht ganz überzeugt. »Ich freue mich schon aufs Land, Genosse Kapitän.« Der General fühlte sich auf diesem großen, ungeschützten Ziel nicht sicher und sehnte sich nach festem Boden unter den Füßen. Als Infanterist hatte man wenigstens ein Gewehr, mit dem man sich verteidigen, gewöhnlich ein Loch, in dem man sich verstecken, und zwei Beine, auf denen man weglaufen konnte. Auf einem Schiff sah das ganz anders aus, wie er inzwischen gelernt hatte. Ein Schiff war ein riesiges Ziel, und dieser Frachter war praktisch wehrlos. Zu seinem Erstaunen fühlte er sich hier unbehaglicher als in einem Transportflugzeug. Dort hatte man wenigstens noch einen Fallschirm. Über seine Fähigkeit, an Land zu schwimmen, machte er sich keine Illusionen. Sunnyvale, Kalifornien »Schon wieder eine«, sagte der Chief Master Sergeant. Die Sache wurde inzwischen schon langweilig. Der Colonel hatte noch nie erlebt, dass die Sowjets mehr als sechs Fotoaufklärungssatelliten im Orbit hatten. Nun kreisten dort zehn. Dazu zehn elektronische Datensammler, teils vom Kosmodrom Baikonur bei Leninsk in Kasachstan, teils von Plesetsk in Nordrussland ausgestattet. »Das ist eine Rakete vom Typ F, Colonel«, sagte der Sergeant und hob den Blick von der Armbanduhr. »Brenndauer weicht von der des A-Typs ab.« Bei diesem russischen Trägersystem handelte es sich um eine abgewandelte Version der alten Interkontinentalrakete SS9, und sie hatte nur zwei Funktionen, »Radar-Seeaufklärungssatelliten«, »RORSAT« genannt, und »Anti-Satellitensysteme« in Umlaufbahnen zu bringen. Die Amerikaner beobachteten den Start über einen erst kürzlich in den Orbit gebrachten Aufklärungssatelliten KH2. Der Colonel griff nach dem Telefon mit der Standleitung zu NORAD im Cheyenne Mountain. USS Ferris »Solltest dich hinlegen, auf Vorrat schlafen«, dachte Morris, war aber zu aufgedreht. USS Ferris fuhr vor der Mündung des Delaware River Achterschleifen. Dreißig Meilen weiter nördlich wurden die Schiffe der Marine Reserveflotte, die seit Jahren in Bereitschaft gelegen hatten, seeklar gemacht, mit Panzern, Geschützen und Munition beladen. Auf dem Suchradar der Ferris erschienen zahlreiche Truppentransportflugzeuge, die vom Luftstützpunkt Dover starteten. Die gewaltigen Maschinen konnten Truppen nach Deutschland bringen, wo ihr Gerät bereits gelagert war. Doch wenn die Munition knapp wurde, musste der Nachschub auf die altmodische Weise erfolgen, in hässlichen, dicken, langsamen Frachtern. Fetten Zielen. Diese waren inzwischen vielleicht nicht mehr so langsam wie früher und größer, aber nicht mehr so zahlreich. Im Lauf von Morris' Karriere in der Navy war die amerikanische Handelsflotte stark geschrumpft. Nun konnte ein U-Boot ein Schiff versenken und dabei einen so großen Schaden anrichten wie im Zweiten Weltkrieg durch die Vernichtung von vier oder fünf. Ein weiteres Problem stellten die Besatzungen der Frachter dar, für die man bei der US Navy traditionell nichts als Verachtung übrig hatte. Das Durchschnittsalter der Crews betrug um die fünfzig Jahre, mehr als das Doppelte als auf jedem Schiff der Marine. Waren diese Opas den Belastungen des Gefechts gewachsen? fragte sich Morris. Er musste diesen Gedanken verdrängen. Diese alten Männer mit studierenden Kindern waren seine Herde. Er war der Schäfer, und unter der grauen Oberfläche des Atlantiks lauerten Wölfe. Keine große Herde. Erst kürzlich hatte er die Zahlen zu sehen bekommen. 170 in Privatbesitz befindliche Frachter unter amerikanischer Flagge. Durchschnittsgröße 18.000 Bruttoregistertonnen. Die Lage katastrophal zu nennen war noch eine Untertreibung. Sie konnten es sich nicht leisten, auch nur ein Schiff zu verlieren. Morris ging ans Radarsichtgerät der Brücke und sah sich den Start der Transportflugzeuge vom Stützpunkt Dover an. Jeder weiße Fleck auf dem Schirm stand für fünfhundert Mann. Was, wenn ihnen die Munition ausging? Noch ein Frachter, Sir. Der Wachoffizier wies auf einen Punkt an der Kim. Holländisches Containerschiff. Ich nehme an, es will Kriegsmaterial laden. Morris grunzte. Wir werden alle Hilfe brauchen, die wir kriegen können. Sunnyvale, Kalifornien Eindeutig, Sir, sagte der Colonel. Ein sowjetischer Antisat, 73 Seemeilen hinter einem von unseren Vögeln. Der Colonel hatte seinem Satelliten befohlen, die Kameras auf den neuen Begleiter zu richten. Die Lichtverhältnisse waren ungünstig, die Umrisse des russischen Killersatelliten aber unverkennbar. Ein fast dreißig Meter langer Zylinder mit einem Raketenmotor an einem und einer Radarsuchantenne am anderen Ende. Was schlagen Sie vor, Colonel? Sir, ich bitte um Genehmigung, meine Vögel nach Belieben zu manövrieren. So wie ein Objekt, das einen roten Stern trägt, auf 50 Meilen herankommt, werde ich eine Reihe von V-Delta-Manövern ausführen, um ihre Abfangkoordinaten durcheinander zu bringen. Das wird eine Menge Treibstoff kosten, warnte der Sink-Norad. Wir haben es hier mit einem doppelten Problem zu tun, General. Der Colonel reagierte wie ein Mathematiker. Option 1. Wir manövrieren die Vögel und nehmen den Treibstoffverbrauch in Kauf. Option 2. Wir lassen sie auf ihren Bahnen und riskieren Abschüsse. Ist ein russischer Killer erst einmal bis auf 50 Meilen herangekommen, kann er unseren Satelliten innerhalb von fünf Minuten abfangen und ausschalten. Gut, aber das muss von Washington genehmigt werden. Ich werde Ihren Vorschlag mit meiner Empfehlung weiterleiten. USS Nimitz Admiral, es kam gerade eine bedenkliche Meldung aus der Barenzsee. Torland las die Nachricht von Sinkland Fleet vor. Wie viele U-Boote können Sie jetzt auf uns loslassen? Vielleicht 30 mehr als bisher, Admiral. 30? Seit einer Woche hatte Baker nur schlechte Nachrichten erhalten. Diese fand er ganz besonders übel. Der Verband der Nimitz, begleitet von denen der Saratoga und des französischen Trägers Foch, gab einer amphibischen Einheit der Marineinfanterie, genannt Mao, die die Bodenverbände auf Island verstärken sollte, Gleitschutz. Eine Fahrt von drei Tagen. Sollte der Krieg kurz nach Erfüllung dieses Auftrags ausbrechen, war ihre nächste Aufgabe die Unterstützung des Verteidigungsplans für die GI-UK-Barriere, genannt GIUK, die kritisch bedeutsame Sperre der Durchfahrten zwischen Grönland, Island und Großbritannien. Trägereinsatzgruppe 21 war stark, aber war sie stark genug? Laut Doktrin musste eine aus vier Trägern bestehende Gruppe dort oben in der Lage sein, zu kämpfen und zu überleben, doch die Flotte war noch nicht komplett. Torland erhielt Berichte über verzweifelte diplomatische Bemühungen, den anscheinend kurz vor dem Ausbruch stehenden Krieg noch zu verhindern. Wie aber würden die Sowjets auf vier oder mehr Flugzeugträger in der norwegischen See reagieren? Offenbar wollte das in Washington niemand wissen, aber Torland hatte das Gefühl, dass es darauf auch nicht mehr ankam. Island hatte die Verstärkungen, die sie gerade eskortierten, erst vor zwölf Stunden akzeptiert, und dieser Vorposten der NATO hatte sie auch besonders nötig. USS Chicago McCafferty befand sich dreißig Meilen nördlich der Einfahrt zum Colafjord. Nach einer spannungsgeladenen sechzehnstündigen Fahrt von Cap Sviatoi war die Besatzung relativ froh, nun hier zu sein. Obwohl es in der Barentssee vor U-Bootjägern nur so wimmelte, hatten sie sich sofort nach Abgabe ihrer Meldung von der Zufahrt zum Weißen Meer zurückgezogen, um keinen ernsten Zwischenfall heraufzubeschwören. Hier hatten sie hundert Pfaden Wasser und genug Raum zu manövrieren. Fünfzig Meilen von Chicago entfernt sollte sich ein paar amerikanischer U-Boote befinden, dazu ein Engländer und zwei norwegische Dieselboote. Von diesen hörten seine Sonarmänner nichts, wohl aber ein Quartett von Grishas, die im Südosten mit Aktivsonar ein Objekt anpeilten. Die alliierten U-Boote hier hatten den Auftrag, zu beobachten und zu lauschen. Eine fast ideale Mission für sie, denn sie brauchten nur dahin zu schleichen und Kontakt mit Überwasserschiffen, die sich schon auf weite Distanzorten ließen, zu meiden. Sich zu verstecken war nun sinnlos. McCafferty dachte nicht daran, seinen Männern die Bedeutung der gerade beobachteten Konzentration der russischen strategischen Boote vorzuenthalten. Es hatte den Anschein, als stünde ein Krieg kurz bevor. Die Politiker in Washington und die Strategen in Norfolk und anderswo mochten noch ihre Zweifel hegen, doch hier, an der Spitze der Lanze, diskutierten die Offiziere und Männer der Chicago die Dislozierung der sowjetischen Schiffe und gelangten zum selben Schluss. Die Torpedo-Rohre des Bootes waren mit Torpedos vom Typ M48 und Harpoon-Raketen geladen. In den vertikalen Raketenabschussrohren vor dem Druckkörper steckten zwölf Tomahawks. Drei dieser Marschflugkörper waren mit Kernsprengköpfen zum Einsatz gegen Landziele ausgerüstet, bei den restlichen neun handelte es sich um konventionelle Antischiffsraketen. So wie eine Anlage an Bord auch nur das geringste Anzeichen einer Funktionsstörung zeigte, wurde sie sofort herausgerissen und von einem Techniker repariert. McCafferty war von seiner Crew angetan und ein wenig überrascht. Diese Männer waren noch so jung, Durchschnittsalter 21, passten sich der Lage aber vorzüglich an. Er stand im Sonarraum in der Nähe eines großen Computersystems, das einen Strom von Unterwassergeräuschen verarbeitete und bestimmte Frequenzbänder, die erfahrungsgemäß die akustische Signatur eines sowjetischen Schiffes markierten, analysierte. Die Signale erschienen auf einem Wasserfall-Display genannten Bildschirm, in Gestalt eines gelben Vorhangs, dessen hellere Linien die Richtung eines Geräusches, das von Interesse sein mochte, anzeigten. Vier Linien wiesen auf die Grishas hin. Versetzte Punkte stellten die Peilsignale ihres Aktivsonars dar. McCafferty fragte sich, hinter wem die Fregatten her waren, doch nur spekulativ, denn sein Boot wurde nicht angepeilt. Andererseits gab es bei der Beobachtung der Arbeitsweise des Gegners immer etwas zu lernen. Ein Team von Offizieren verfolgte in der Zentrale die Bewegungen der sowjetischen Patrouillenschiffe, hielt sorgfältig ihre Formationsmuster und Jagdbewegungen für den späteren Vergleich mit Nachrichtendienstvoraussagen fest. Am unteren Ende des Schirms erschien eine neue Reihe von Punkten. Ein Sonarmann drückte einen Knopf für eine selektivere Frequenzeinstellung, was eine leichte Veränderung auf dem Schirm auslöste, und stöpselte dann einen Kopfhörer ein. Das Display war auf schnelle Bilderzeugung geschaltet, und McCafferty sah, wie aus den Punkten Linien um Richtung 198 wurden, der Cola-Fjord. Wirrer Krach, Sir, meldete der Sonarmann. Ich höre Alphas und Charlies herauskommen, gefolgt von einem ganzen Rudel anderer Boote. Das Schraubengeräusch eines Alphas weist auf dreißig Knoten Fahrt hin, und dahinter lärmt es gewaltig, Sir. Eine Minute später wurde diese Beobachtung vom visuellen Display bestätigt. Die Frequenz- oder Tonlinien erschienen in den für bestimmte Klassen von U-Booten typischen Bändern, und die Boote verließen alle mit hoher Geschwindigkeit den Hafen. Die Kontaktkurslinien zeigten an, dass die Boote fächerförmig getaucht ausschwärmten, was ungewöhnlich war, da sie normalerweise erst weit vor der Küste unter Wasser gingen. Über zwanzig Boote, Sir, sagte der Sonar Chief leise. Das ist eine Großaktion. Allerdings. McCafferty ging zurück in die Zentrale. Seine Männer gaben dem Feuerleitcomputer bereits die Positionen der Kontakte ein und zeichneten am Kartentisch Kurse auf Papier. Noch hatte der Krieg nicht begonnen, aber es sah aus, als könnte er jeden Augenblick ausbrechen. Dennoch hatte McCafferty den Auftrag, sich von sowjetischen Verbänden fernzuhalten, bis das Stichwort fiel. Das gefiel ihm nicht. Besser gleich zuschlagen. Doch Washington hatte klargestellt, dass Vorfälle, die eine diplomatische Lösung verhindern könnten, vermieden werden sollten. Er entfernte sich von der Küste. Nach einer halben Stunde hatte sich die Lage beruhigt, und McCafferty ließ eine Slot-Boje ausstoßen. Dieser schwimmende Sender war so programmiert, dass Chicago 30 Minuten Zeit hatte, sich aus dem Gebiet zu entfernen. Dann übertrug er in Impulsen Informationen über ein UHF-Satellitenband. Im Umkreis von zehn Meilen geriet man auf sowjetischen Schiffen in Panik, weil man zweifellos glaubte, es handelte sich um ein U-Boot. Aus dem Spiel war plötzlich ernst geworden. Die Boje arbeitete über eine Stunde lang, sendete kontinuierlich ihre Daten an einen Nachrichtensatelliten der NATO. Bei Sonnenuntergang wurden diese Daten an alle NATO-Verbände auf See gefunkt. Die Russen kamen. Über Lautsprecher war zwar schon vor zwei Stunden der Sonnenuntergang verkündet worden, aber Bob Torland hatte noch Arbeit zu erledigen. Sonnenuntergänge auf See, wo die Sonnenscheibe hinter einem scharfen Horizont versank, weit von der verschmutzten Großstadtluft entfernt, genoss er immer sehr, doch was er nun sah, fand er fast ebenso attraktiv. Er stützte sich auf die Reling, schaute erst hinab auf den Schaum tief unten am schnittigen Rumpf des Flugzeugträgers und dann, nach kurzer Vorbereitung, zum Himmel. Torland, in Boston geboren und aufgewachsen, hatte erst bei der Marine die Milchstraße richtig zu sehen bekommen, und das breite, helle Sternenband war ihm nach wie vor ein Wunder. Über ihm standen die Sterne, nach denen er mit Sextant und trigonometrischen Tabellen navigieren gelernt hatte. Heute wendete die Marine dieses altväterliche Verfahren kaum noch an, sondern navigierte mithilfe von Computersystemen wie Omega und Loran. Die Schönheit der Sterne aber fesselte ihn nach wie vor. Arcturus, Vega und Altair funkelten und waren Bezugspunkte am Nachthimmel. Eine Tür ging auf, und ein Matrose, der das lila Hemd eines Flugzeugbetankers zu tragen schien, trat neben ihn auf die Laufplanke des Flugdecks. Das Schiff ist verdunkelt. Werfen Sie die Zigarette weg, sagte Torland, der sich in seiner Einsamkeit gestört fühlte, scharf. Verzeihung, Sir. Der Mann warf den Stummel über Bord und schaute dann Torland an. Kennen Sie die Sterne, Sir? Was soll die Frage? Ich bin in New York aufgewachsen, Sir, und nun zum ersten Mal auf See. So klar habe ich die Sterne noch nie gesehen, und ich weiß noch nicht einmal, wie sie alle heißen. Torland lachte leise. Ging mir auf meiner ersten Fahrt auch so. Hübsch, nicht wahr? Ja, Sir. Wie heißt dieser da? Der Junge klang müde. Kein Wunder nach den vielen Flugoperationen dieses Tages. Der Matrose wies auf den hellsten Fleck am Osthimmel. Bob musste erst kurz nachdenken. Das ist Jupiter. Ein Planet, kein Fixstern. Mit dem Fernglas können Sie seine Monde sehen. Nicht alle, aber vier. Dann zeigte er dem jungen Mann einige der Sterne, nach denen man navigierte. Und wie geht das, Sir? Man nimmt einen Sextanten und bestimmt ihre Höhe überm Horizont. Klingt schwieriger, als es ist. Man braucht nur ein bisschen Übung. Anschließend schlägt man den Winkel in einem Tabellenbuch nach. So wird schon seit Jahrtausenden von Jahren navigiert. Wie auch immer. Wenn man die genaue Zeit kennt und weiß, wo ein bestimmter Stern steht, kann man seine Position recht exakt bestimmen. Bis auf einige hundert Meter, sofern man den Prozess wirklich beherrscht. Der Standort lässt sich übrigens auch anhand des Mond- und Sonnenstandes bestimmen. Als erst einmal genau gehende Uhren erfunden waren, machte die Positionsbestimmung keine Schwierigkeiten mehr. Heutzutage macht man das mit Satelliten, habe ich gehört. Der Matrose setzte sich, legte den Kopf zurück und schaute auf zu dem Schleier aus weißen Punkten. Hinter ihnen rauschte das Kielwasser wie eine permanent brechende Welle. Irgendwie passten der Himmel und das Geräusch perfekt zusammen. Na, auf jeden Fall habe ich etwas über die Sterne gelernt. Wann geht's los, Sir? Toland schaute auf zum Sternbild Schütze. Dahinter befand sich das galaktische Zentrum. Manche Astrophysiker vertraten die Theorie, dort befände sich ein schwarzes Loch, die destruktivste aller bekannten Kräfte. Dagegen nahmen sich die Vernichtungsmittel, die der Mensch beherrscht, kümmerlich aus. Aber zum Töten genügten sie. Bald. USS Chicago Das U-Boot fuhr nun weit vor der Küste, fern den dahin jagenden sowjetischen U-Booten und Überwasserverbänden. Explosionen waren noch keine vernommen worden, aber lange konnte es nicht mehr dauern. Das nächste sowjetische Schiff lag 30 Meilen entfernt im Osten. Ein Dutzend andere waren geortet worden. Und alle peitschten die See mit Aktivsonar. McCafferty fand seinen Blitzeinsatzbefehl erstaunlich. Chicago wurde aus der Barensee abgezogen und in ein Patrouillengebiet im norwegischen Meer verlegt. Auftrag? Sowjetische U-Boote auf Südkurs in den Atlantik behindern. Es war eine politische Entscheidung getroffen worden. Man wollte den Eindruck, die NATO treibe die Sowjets in einen Krieg, vermeiden. Mit einer Handbewegung war der ursprüngliche Plan, die sowjetischen Flotten sozusagen vor der Tür anzugreifen, vom Tisch gefegt worden. McCafferty fragte sich, welche weiteren Überraschungen ihm noch bevorstanden. Die Torpedos und Raketen des U-Bootes waren nun klar zum Abschuss. Das Feuerleitsystem kontinuierlich bemannt und es waren Wachen unter Kriegsbedingungen aufgestellt worden. Doch ihr gegenwärtiger Befehl lautete Flucht. Der Kommandant verfluchte insgeheim die Leute, die diese Entscheidung getroffen hatten, hoffte aber gleichzeitig, dass sich der Krieg doch noch irgendwie vermeiden ließ. Brüssel Es muss bald losgehen, bemerkte der Comercent, Oberbefehlshaber der Luftstreitkräfte Europa-Mitte. Verflucht, so gefechtsbereit habe ich die Sowjets noch nie erlebt. Sie können nicht abwarten, bis unsere Reforger-Einheiten voll in Position sind. Sie müssen zuschlagen, und zwar bald. Ich weiß, worauf Sie hinaus wollen, Charlie, aber wir dürfen nicht den ersten Schlag führen. Was hört man von unseren Gästen? Der General der Air Force bezog sich auf Major Tschernjavins Spätsnaz-Kommandoteam. Die rühren sich immer noch nicht. Eine Einheit der bundesdeutschen GSG 9 observierte das konspirative Haus kontinuierlich. Ein britisches Team lag auf dem Weg zum vermutlichen Ziel Lammersdorf im Hinterhalt. Bei den Überwachungsteams befanden sich Geheimdienstoffiziere aus den meisten NATO-Ländern, die in direkter Verbindung mit ihren Regierungen standen. Und wenn das nur ein Köder ist, der uns dazu verleiten soll, als Erste zuzuschlagen, das können wir nicht, General. Ich warte auf grünes Licht zum Start von Operation Traumland, aber das bekommen wir erst, wenn der Ernstfall feststeht. Der Säkjör lehnte sich zurück. Er war in seinem unterirdischen Befehlsstand gefangen und seit zehn Tagen nicht mehr in seiner Dienstvilla gewesen. Wie rasch können Sie auf meinen Befehl reagieren? Alle meine Vögel sind startbereit. Die Besatzungen haben ihre Einsatzbefehle. Wenn ich sie in Alarmbereitschaft versetze, kann Traumland 30 Minuten nach ihrem Signal anlaufen. Gut, Charlie. Ich habe vom Präsidenten die Ermächtigung, jedem Angriff zu begegnen. Versetzen Sie Ihre Männer in Alarmbereitschaft. Gemacht. Das Telefon des Säkjör klingelte. Er hob ab, lauschte kurz, sah auf. Unsere Gäste setzen sich in Bewegung, sagte er zum Commerce Sand. Das Kennwort ist Feuerschein. Alle NATO-Streitkräfte wurden in höchste Alarmbereitschaft versetzt. Aachen Das Späznas-Team verließ das konspirative Haus und fuhr in zwei kleinen Lieferwagen nach Süden, Richtung Lammersdorf. Da sein Führer ums Leben gekommen war, waren nun an seinen Stellvertreter, einen Hauptmann, Kopien der Papiere, deren wegen sein Chef gestorben war, geschickt worden. Die Männer kannten ihre Aufgabe genau. Sie waren stumm und angespannt. Der Offizier hatte sich große Mühe gegeben, seinen Männern zu erklären, dass ihr Fluchtweg sorgfältig geplant sei, ein weiteres konspiratives Haus bereitstünde, in dem sie nur fünf Tage lang auf das Eintreffen der Truppen zu warten brauchten. Sie seien die Elite der Roten Armee, hatte er ihnen eingeschärft, gründlich für gefährliche Aufträge hinter den feindlichen Linien ausgebildet und daher dem Staat wertvoll. Jeder Mann hatte in den Bergen von Afghanistan Gefechtserfahrung gesammelt. Sie waren trainiert, bereit. Die Männer lauschten seine Ansprache so, wie es Elite-Truppen gewöhnlich tun, schweigend. Vor allem ihrer Intelligenz wegen ausgewählt, wussten sie wohl, dass ihnen nur Mut gemacht werden sollte. Die Mission hing vom Glück ab, und das hatte sie bereits verlassen. Major Cernyavin fehlte, und viele fragten sich, ob das Unternehmen bereits enttarnt war. Doch einer nach dem anderen schob diese Gedanken beiseite. Jedermann ging bald noch einmal seine Rolle bei der Zerstörung von Lammersdorf durch. Die Fahrer waren vom KGB und speziell für den Einsatz im Ausland ausgebildet. Sie blieben dicht beieinander, fuhren defensiv, achteten auf Verfolger. Beide hörten den Polizeifunk ab und standen über Funk miteinander in Verbindung. Die Mission war vor einer Stunde von den KGB-Offizieren besprochen worden. Die Zentrale in Moskau hatte mitgeteilt, die NATO sei noch nicht in voller Alarmbereitschaft. Der Lenker des ersten Lieferwagens, dessen Tarnberuf Taxifahrer war, fragte sich, ob die volle Alarmbereitschaft der NATO eine Parade auf dem Roten Platz bedeutete. »Jetzt biegen Sie ab. Wagen 3 aufholen. Wagen 1 biegen Sie an der nächsten Kreuzung links ab und setzen Sie sich vor Sie.« Oberst Weber benutzte ein Sprechfunkgerät, wie es auch von FIST-Trupps, Feuerunterstützungsteams, eingesetzt wurde. Der Hinterhalt war nun schon seit Tagen bereit gewesen und als die Objekte aus dem konspirativen Haus aufgetaucht waren, hatte man die Blitzmeldung sofort in der ganzen Bundesrepublik verbreitet. NATO-Verbände wurden in volle Gefechtsbereitschaft versetzt, denn dies konnte nur der erste Schlag eines heißen Krieges sein. Es sei denn, gestand Weber sich zu, der Späznas-Trupp begab sich nur von einem sicheren Platz zum anderen, um weiter abzuwarten. Wie sich die Dinger entwickeln würden, wusste er nicht, aber irgendwann musste es losgehen. Die beiden Transporter fuhren nun über die schmalen Straßen des Naturparks Nordeifel, um dem Militärverkehr auf den Bundesstraßen auszuweichen, doch in Mullards Hütte entdeckte der Fahrer des ersten Wagens einen Militärkonvoi mit britischen Panzern auf Tiefladern. Neue Challenger. Nun, so dicht an der belgischen Grenze, war mit Leoparden der Bundeswehr nicht zu rechnen gewesen. Es war schon immer ausgeschlossen gewesen, die Bundesrepublik an der Mobilmachung zu hindern. Er versuchte sich einzureden, die restlichen NATO-Länder hätten nicht so rasch gehandelt wie Westdeutschland. Wenn ihre Mission erfolgreich verlief, war die Kommunikation der NATO schwer gestört. In diesem Fall trafen die sowjetischen Panzerspitzen noch rechtzeitig ein, um sie zu retten. Der Konvoi verlangsamte seine Fahrt. Der Fahrer erwog ihn zu überholen, doch seine Anweisung lautete, verhalten Sie sich unauffällig. Alles bereit? fragte Weber in seinem Verfolgerfahrzeug. Bereit. Verflucht komplizierte Operation, dachte Major Armstrong. Eine Zusammenarbeit von Panzertruppen, SAS und dem Bundesgrenzschutz. Der Konvoi hielt an einem Rastplatz. Weber blieb hundert Meter dahinter stehen. Nun lag alles bei dem englischen Team. Um die beiden kleinen Lieferwagen herum blitzten Leuchtbomben auf. Der KGB-Fahrer verzog schmerzlich das Gesicht und kniff die Augen zu. Dann sah er, wie keine fünfzig Meter entfernt das Rohr einer Panzerkanone sich von seiner Auflage hob und direkt auf seine Windschutzscheibe richtete. »Achtung«, rief eine Stimme auf Russisch durch ein Megafon, »Achtung, Spetsnaz-Soldaten! Sie sind von motorisierten Einheiten umstellt! Kommen Sie nacheinander und unbewaffnet aus Ihren Fahrzeugen! Wenn Sie das Feuer eröffnen, werden Sie binnen Sekunden getötet!« Nun war eine zweite Stimme zu vernehmen. »Genossen, hier spricht Major Czernjawin! Kommt heraus! Ihr habt keine Chance!« Die Männer tauschten entsetzte Blicke. Der Hauptmann im ersten Fahrzeug begann, den Sicherungsstift aus einer Handgranate zu ziehen. Ein Feldwebel sprang ihn an und umklammerte seine Hände. »Wir dürfen nicht in Gefangenschaft geraten! So lautet unser Befehl!«, rief der Hauptmann. »Und ob!«, brüllte der Feldwebel zurück. »Los, steigt einzeln Ausgenossen! Mit erhobenen Händen!« Ein Schütze stieg langsam aus der Hecktür des Transporters. »Kommen Sie auf mich zu!«, sagte Czernjawin von einem Rollstuhl aus. Der Major hatte genug verraten, um seine Männer, mit denen er zwei Jahre lang gearbeitet hatte, zu retten. Es war sinnlos, sie nun hinschlachten zu lassen. »Man wird Ihnen nichts zu Leide tun! Wenn Sie eine Waffe bei sich haben, werfen Sie sie jetzt weg!« »Ich weiß, dass Sie einen Deutsch tragen, Schütze Ivanov!« »Gut. Der Nächste!« Es ging rasch. Ein Team von Männern des SAS und der GSG 9 sammelte die Sowjets ein, legte ihnen Handschellen an und führte sie mit verbundenen Augen ab. Bald waren nur noch zwei übrig. Die Handgranate komplizierte die Situation. Der Hauptmann hatte inzwischen eingesehen, dass Widerstand sinnlos war, konnte aber den Sicherungsstift nicht finden. Der Feldwebel rief Czernjawin eine Warnung zu, aber der saß im Rollstuhl und konnte nichts unternehmen. Zuletzt kam der Hauptmann heraus. Am liebsten hätte er mit der Handgranate nach dem Offizier geworfen, der, wie er glaubte, sein Land verraten hatte, sah aber dann einen Mann vor sich, der beide Beine in Gips hatte. »Ich habe eine scharfe Handgranate!«, erklärte der Hauptmann laut. »Ich werfe sie jetzt in diesen Transporter!« Und ehe ihn jemand daran hindern konnte, tat er das auch. Einen Moment darauf flog der Lieferwagen in die Luft und die Karten und Fluchtpläne des Trupps verbrannten. Zum ersten Mal seit Wochen grinste Major Czernjawin breit. »Gut gemacht, Andruska!« Zwei andere Spätsnaz-Trupps hatten weniger Glück und wurden in Sichtweite ihrer Ziele von deutschen Einheiten, die von Czernjawins Gefangennahme wussten, abgefangen. Doch es befanden sich noch weitere zwanzig Gruppen in der Bundesrepublik und nicht jede NATO-Einrichtung war rechtzeitig gewarnt worden. Rechts und links vom Rhein kam es zu erbitterten Feuergefechten. Ein Krieg, der Millionen in Mitleidenschaft ziehen sollte, begann mit verzweifelten Nachtkämpfen zwischen Einheiten von Zug- und Kompaniestärke. 17. Die Traumland-Frisbees Deutschland, VRV Der Ausblick hätte den meisten Piloten Angst eingejagt. Zwölfhundert Meter über ihm hing eine dichte Wolkendecke. Er flog durch Schauer, die er in dieser schwarzen Nacht eher hörte als sah, und die dunklen Silhouetten der Bäume schienen nach seinem dahinjagenden Kampfflugzeug zu greifen. In einer solchen Nacht flog nur ein Verrückter so tief. Umso besser. Er grinste hinter seiner Sauerstoffmaske. Colonel Douglas Ellington hielt den Steuerknüppel seines Kampfflugzeugs F-19A Ghost Rider mit den Fingerspitzen. Seine linke Hand lag auf den parallel angeordneten beiden Schubkontrollhebeln. Das auf die Windschutzscheibe projizierte Head-Up-Display zeigte 625 Knoten, 1 Knoten gleich 1,852 Kilometer Geschwindigkeit, 160 Fuß Höhe und Kurs 013 an. Umgeben waren die Zahlen von einem monochromen, holographischen Bild des vor ihm liegenden Terrains. Das Bild kam von einer Infrarotkamera im Bug des Flugzeugs und wurde von einem unsichtbaren Laserstrahl, der den Boden achtmal pro Sekunde abtastete, ergänzt. Zur Erweiterung des Gesichtsfeldes war sein übergroßer Helm mit einem Nachtsichtgerät ausgerüstet. »Über uns ist der Teufel los«, meldete sein Kampfbeobachter vom Rücksitz. Major Don Isley überwachte nicht nur die Funk- und Radarsignale, sondern auch ihre eigenen Instrumente. »Alle Systeme weiterhin nominal. Distanz zum Ziel nun 90 Meilen.« »Stimmt«, antwortete Douglas. »Duke Ellington, der dem Musiker sogar ein wenig ähnlich sah.« Ellington mochte diesen Auftrag. Sie flogen gefährlich tief über die Mittelgebirge Ostdeutschlands und ihre Frisbee, nie höher als 60 Meter, hüpfte auf die konstanten Kursänderungen des Piloten hin, auf und ab. Den Namen Ghost Rider, Geisterreiter, hatte der Maschine die Herstellerfirma Lockheed verpasst. Die Piloten nannten sie Frisbee, den unter dem Deckmantel der Geheimhaltung entwickelten Stealthfighter F-19A. Das Flugzeug hatte keine scharfen Ecken und Kanten, die Radarsignale sauber reflektierten. Ihre Düsentriebwerke mit hohem Nebenstromverhältnis waren auf eine bestenfalls unscharfe Infrarotsignatur hin entwickelt worden. Von oben erinnert der Umriss ihrer Tragflächen an eine Kirchenglocke. Von vorne gesehen schienen sie sich seltsam bodenwärts zu krümmen, was ihr den Spitznamen Frisbee eingetragen hatte. Obwohl sie mit modernster Elektronik vollgestopft war, setzte sie ihre aktiven Systeme gewöhnlich nicht ein. Radar- und Funkanlagen erzeugen elektronischen Lärm, den ein Feind orten konnte, und die ganze Idee bei der Entwicklung des Frisbees war ja seine scheinbare Nicht-Existenz im Flug gewesen. Hoch über ihnen blafften Hunderte von Kampfflugzeugen, jagten über die Grenze, drehten wieder ab. Jede Seite versuchte, die andere zu einem Gefecht zu verleiten. Beide Seiten hatten Radarflugzeuge zur Steuerung der Luftschlacht starten lassen, um einen Vorteil in einem Krieg zu gewinnen, von dessen Ausbruch bisher nur wenige Menschen etwas ahnten. Und wir landen einen raschen Schlag, dachte Erlington. Endlich mal was Vernünftiges. In Vietnam hatte er mit den Jagdbombern des Typs F-3A über hundert Einsätze geflogen und galt bei der Luftwaffe als führender Fachmann für geheime Tiefflugmissionen. Er fand zwar, dass die Frisbee ansprach wie eine müde Sau, aber das störte ihn nicht. Besser unsichtbar als agil, fand er, und war sich bewusst, dass er gerade im Begriff war, diese Behauptung unter Beweis zu stellen. Die Frisbee-Staffel drang nun in den dichtesten Flugabwehrgürtel der Welt ein. »Distanz zum Hauptziel nun sechzig Meilen«, berichtete Isley. »Alle Bordsysteme weiterhin nominal. Kein Feindradar hat uns erfasst. Sieht gut aus, Duke.« »Roger«. Erlington drückte den Knüppel nach vorn, als sie einen kleinen Berg überflogen hatten, und fing die Maschine fünfundzwanzig Meter über einem Weizenfeld wieder ab. Der Duke nutzte seine langjährige Erfahrung und trieb dieses Spiel bis an seine Grenzen. Ihr Hauptziel war eine sowjetische Il-76 Mainstay, ein AWACS-ähnliches Flugzeug, das in der Nähe von Magdeburg kreiste, günstigerweise nur zehn Meilen von ihrem Sekundärziel entfernt, der Autobahnbrücke über die Elbe bei Hohen Warte. Inzwischen wurde der Einsatz haariger. Je näher sie der Mainstay kamen, desto mehr Radarsignale, deren Intensität im Quadrat zunahm, trafen ihre Maschine. Früher oder später mussten Impulse zur Mainstay reflektiert werden, die ihre Ortung ermöglichten, trotz der gekrümmten, in radartransparenter Mischbauweise hergestellten Tragflächen. Die Stealth-Technologie erschwerte die Ortung durch Radar nur, machte sie aber nicht gänzlich unmöglich. Würden sie von der Mainstay entdeckt werden? Und wie rasch reagierten die Russen dann? Immer mit der Ruhe, sagte er sich, fliege so, wie du es trainiert hast. Sie hatten diesen Einsatz neun Tage lang im Dreamland geprobt, einem hochgeheimen Übungsgebiet bei dem riesigen Luftstützpunkt Nellis in Nevada. Selbst eine E3A Sentry, eine weitaus bessere Radarplattform als die Mainstay, konnte sie damals über vierzig Meilen kaum ausmachen. Es waren fünf Mainstays in der Luft, alle rund hundert Kilometer östlich der innerdeutschen Grenze. Eine schöne, sichere Distanz, denn dazwischen befanden sich über dreihundert Kampfflugzeuge. Noch zwanzig Meilen, Dirk. Gut, das reicht doch. Roger. Noch immer weder Feuerleid noch Sucher da in unsere Richtung. Viel Geschnatter über Funk, aber vorwiegend von Westen. Kaum Sprechfunk vom Ziel. Erlington senkte die linke Hand, um die vier AIM-9M Luftkampfraketen Sidewinder unter den Flügeln feuerbereit zu machen. Die Bordwaffenanzeige blinkte in einem freundlichen, tödlichen Grün. Achtzehn Meilen. Ziel schien normal zu kreisen. Keine Ausweichmanöver. Zehn Meilen pro Minute, berechnete Erlington. Noch eine Minute und vierzig Sekunden also. Sechzehn Meilen. Eisley las die Werte von der Anzeige eines Computers ab, der mit einem Navstar-Satelliten-Navigationssystem in Verbindung stand. Der Mainstay sollte eigentlich keine Chance bleiben, denn die Frisbee würde erst direkt unterm Ziel in den Steigflug gehen. Vierzehn Meilen, zwölf, zehn, acht, sechs bis zu dem umgebauten Transportflugzeug. Die Mainstay hat gerade kehrtgemacht. Ja, weicht aus. Wir sind gerade von einem Foxfire überflogen worden, sagte Eisley gelassen. Ein Abfangjäger MIG-25 war nun vermutlich auf Anweisung von IL-76 auf der Suche nach ihnen. Der Foxfire hatte dank seiner hohen Leistung und Wendigkeit eine gute Chance, sie zu orten, Stealth-Technologie hin oder her. Sind wir erfasst? Nein, noch nicht. Eisleys Blick war auf die Anzeigen des Radarwarnsystems geheftet. Noch kein Feuerleitradar für Raketen hatte die Frisbee erfasst. Wir kommen jetzt unters Ziel. Gut. Geh in den Steigflug. Erlington zog den Knüppel leicht zurück und schaltete die Nachbrenner ein. Die Triebwerke brachten die Maschine zwar nur auf Mach 1,3, doch gerade jetzt war es nötig, alle Leistungen, die zur Verfügung stand, einzusetzen. Laut Wetterbericht sollte die Wolkendecke bei 20.000 Fuß enden und die IL-76 flog noch 5.000 Fuß höher. Doch nun war die Frisbee verwundbar. Ihre Triebwerke strahlten die Infrarotsignatur ihrer vollen Leistung ab, das Stealth-Flugzeug gab seine Anwesenheit bekannt. Steig schneller, Baby! Tally-ho! Erlington's Jagdruf klang zu laut in der Bordsprechanlage, als er durch die Wolkendecke brach und ihm die Nachtsichtsysteme sofort die Mainstay zeigten, die fünf Meilen entfernt im Sturzflug Deckung suchte. Zu spät, denn sie flogen nun mit fast 1.600 Stundenkilometern auf ihr Ziel zu. Der Oberst nahm die Mainstay ins Visier. Mit dem rechten Daumen legte er den Hebel der Abschussfreigabe um, mit dem Zeigefinger drückte er zweimal auf den Abzug. Die Sidewinder lösten sich im Abstand von einer halben Sekunde vom Flugzeug. Ihre grellen Abgase blendeten ihn, doch er ließ sie nicht aus den Augen. Acht Sekunden später hatten sie ihr Ziel erreicht. In zehn Metern Distanz gingen ihre lasergesteuerten Annäherungszünder los und erfüllten die Luft mit tödlichen Splittern. Es ging alles viel zu schnell. Die beiden rechten Triebwerke der Mainstay explodierten, die Tragfläche löste sich und die sowjetische Maschine trudelte rasch ab, verschwand Sekunden später in den Wolken. Verdammt nochmal, dachte Erlington, als er eine Rolle drehte und im Sturzflug auf die sichere Bodennähe zujagte, das war einfach. Primärziel ausgeschaltet. So, und nun zum schwierigen Teil. An Bord einer E-3A Sentry, die über Straßburg kreiste, stellten die Radartechniker mit Befriedigung fest, dass alle fünf sowjetischen Radarflugzeuge innerhalb von zwei Minuten abgeschossen worden waren. Sie waren von der Leistung der F-19A wirklich überrascht. Der Brigadegeneral, der Operation Traumland befehligte, beugte sich vor und schaltete sein Mikrofon ein. »Trompeter, Trompeter, Trompeter«, sagte er und schaltete dann ab. »Gut, Jungs«, flüsterte er, »seht zu, dass es sitzt.« Aus den Wolken taktischer Kampfflugzeuge der NATO, die in Grenznähe kreisten, lösten sich hundert Tiefflieger, teils F-3F Aardvark, teils Tornado GR1, schwer beladen mit Treibstoff und Smartbomben, und tauchten ab. Sie folgten der zweiten Frisbeewelle, die sich bereits tief in der DDR befand und ausschwärmte, um Bodenziele anzugreifen. Hinter den Erdkampfflugzeugen begannen von Sentries überm Rhein gesteuerte Allwetterabfangjäger der Typen Eagle und Phantom ihre radargelenkten Luftkampfraketen auf sowjetische Jäger, die gerade ihren fliegenden Gefechtsstand verloren hatten, abzufeuern. Und schließlich stieß eine dritte Gruppe von NATO-Maschinen herab, um Bodenradarstationen, die als Ersatz für die abgeschossenen Mainstays in Betrieb gesetzt wurden, anzufliegen. Hohen Warte, DDR Er lenkten umkreiste sein Ziel in 1000 Fuß Höhe unter einer Entfernung von mehreren Meilen. Es handelte sich um eine Autobahnbrücke über die Elbe, zwei Bögen, die rund 500 Meter überspannten. Im Augenblick zeigte ihm die Nachtfernsehkamera seines Zielsuchsystems, das auf allen vier Spuren russische Tanks T-80 nach Westen rollten. Erlengton evaluierte das Bild auf seinem TV-Schirm. Es konnte sich nur um die zweite Angriffswelle handeln, die gegen die NATO in Marsch gesetzt worden war. Auf Höhe 76 südlich der Brücke am Ostufer war zu ihrer Verteidigung eine Samenbatterie aufgestellt worden, die inzwischen alarmiert sein musste. An seinem Kopfhörer erklang das konstante Piepsen des Radarwarngeräts, denn seine Maschine wurde von zwanzig Luftabwehrstellungen mit Suchstrahlen besprechen. Wenn er nur eine gute Reflexion bekam ... »Was sagt Pave-Tag?« »Nominal«, erwiderte Eisley knapp. Pilote und Kampfbeobachter standen jetzt unter enormem Stress. »Anstrahlen«, befahl Erlengton. Auf dem Rücksitz aktivierte Eisley den Pave-Tag-Zielortungslaser. Das komplizierte Pave-Tag-System war in der Nase der Frisbees eingebaut. Ganz unten befand sich ein drehbarer Turm, der einen Kohlendioxidlaser und eine Fernsehkamera enthielt. Mit einem Joystick richtete der Pilot die Kamera auf die Brücke, gab dann den Infrarotlaser frei. Auf der Fahrbahn überm Scheitel des Nordbogens tauchte ein unsichtbarer Fleck auf, der von einem Computer dort festgehalten wurde, bis er andere Instruktionen bekam. Ein Videorekorder nahm Erfolg oder Misserfolg des Einsatzes auf. »Ziel illuminiert«, sagte Eisley. »Uns trifft immer noch kein Feuerleitradar.« »Nemo!« »Ihr Schatten 4!« »Ziel illuminiert!« »Roger«. Fünfzehn Sekunden später fegte kreischend der erste Artwork von Süden her übers Wasser heran, stieg kurz auf und warf eine einzige lasergesteuerte Paveway-Bombe GBU-15 ab, ehe er hart nach Osten abdrehte. Ein optisches Computersystem in der Spitze der Bombe erkannte den reflektierten Infrarotstrahl und flog ihn durch Verstellung des Steuerschwanzes an. Südlich der Brücke war der Kommandeur der Luftabwehrbatterie bemüht, sich Klarheit zu verschaffen. Auf seinem Suchradar tauchte die Frisbee nicht auf. Dass mit Feinflugzeugen zu rechnen sei, hatte man ihm nicht gesagt, denn der sichere Anflugkorridor befand sich 25 Kilometer weiter nördlich, über dem vorgeschobenen Luftstützpunkt bei Malminkel. Vielleicht kommt der Krach von dort, dachte er. Es war kein Sonderalarm gegeben worden. Am Nordhorizont flammte es grellgelb auf. Drei Tornados der Bundesluftwaffe hatten gerade bei einem einzigen Anflug auf Malminkel hunderte von Streubomben abgeworfen. Ein halbes Dutzend sowjetischer Suchreu-Kampfflugzeuge gingen Flammen auf und ließ einen Feuerball aus brennendem Treibstoff zum Regenhimmel steigen. Der Batteriekommandeur zögerte nicht und befahl seinen Männern mit dem Feuerleitradar, die Umgebung seiner Brücken abzutasten. Einen Augenblick später wurde ein stromaufwärts anfliegender F-3 erfasst. Scheiße! Der Kampfbeobachter des Ardvark ließ sofort eine Antiradarrakete Shrike auf die Samenbatterie los und sicherheitshalber eine zweite auf das Suchradar, warf noch eine Paveway-Bombe auf die Brücke ab und dann wurde der F-3 heftig nach links herumgerissen. Ein für den Raketenabschuss verantwortlicher Offizier wurde bleich, als er erkannte, was da wie aus dem Nichts aus seinen Schirmen aufgetaucht war, und antwortete mit einer Salve von Boden-Luft-Flugkörpern. Die anfliegenden Maschinen mussten feindlich sein, und er hatte gerade drei kleinere Objekte ausgemacht. Seine erste Luftabwehrrakete traf die Hochspannungsleitungen, die gleich südlich der Brücke über den Plus geführt wurden. Das ganze Tal wurde wie von einem Stroboskop erhellt, als die Stromleitungen funkensprühend in den Plus fielen. Die beiden anderen Samen hefteten sich an den zweiten F-3. Die erste Paveway-Bombe traf präzise den Scheitel des Nordbogens. Sie war mit einem Verzögerungszünder ausgestattet und bohrte sich erst tief in den dicken Beton, ehe sie knapp vor dem Panzer eines Bataillonskommandeurs explodierte. Der Nordbogen war solide konstruiert und stand schon seit über fünfzig Jahren, doch vierhundertdreißig Kilo Hochbrisanz Sprengstoff rissen ihn auseinander. Im Nu klaffte eine sechs Meter breite Lücke in dem anmutig geschwungenen Bogen. Die von dem zweiten Artwork abgeworfene Bombe schlug dichter beim Ufer ein, und die östliche Hälfte des Bogens brach zusammen, riss acht Panzer mit in die Elbe. Die Besatzung des zweiten Artwork erlebte diesen Anblick jedoch nicht mehr. Eine der heranjagenden Samen traf ihn breitseits und riss ihn in Stücke, drei Sekunden nachdem die Shrike-Raketen zwei russische Radarfahrzeuge zerstört hatten. Zum Trauern blieb keiner Seite Zeit. Ein weiterer F-3 fegte Strom aufwärts, als die Samenbesatzungen verzweifelt nach Zielen suchten. Dreißig Sekunden später war der Nordbogen total zerstört und lag nach den Treffern dreier Smartbomben auf dem Grund der Elbe. Eisley richtete seinen Laserdesignator nun auf den Südbogen. Auf diesem stauten sich die Panzer vor einem Mannschaftstransporter BMP-1, der von der Explosion der ersten Bombe von einem Brückenbogen zum anderen geschleudert und zerfetzt worden war und nun brennend auf der Brücke lag. Der vierte Artwork gab zwei Bomben frei, die sich unbarmherzig ihrem Ziel näherten, diesmal einem Laserpunkt auf dem Turm eines festsitzenden Panzers. Brennender Dieseltreibstoff erhellte den Himmel, an dem die von den Panik geratenen Schützen abgefeuerten Samen-Sieben-Streifen zogen. Beide Paveway-Bomben detonierten in einem Abstand von knapp drei Metern und ließen den gesamten Bogen mit einer Kompanie gepanzerter Fahrzeuge in den Fluss stürzen. Nur noch eine Aufgabe zu erledigen, sagte sich Erlington. Dort, auf der parallel zum Fluss verlaufenden Nebenstraße hatten die Sowjets Ausrüstungsgegenstände zum Brückenschlagen gelagert. Die Pioniere konnten nicht weit sein. Die Frisbee überflog kreischend die Kolonne Lastwagen, die jeweils eine Brückenkomponente trugen, und warf eine Reihe von Leuchtbomben ab, ehe sie auf Baumwipfelhöhe zurück nach Westdeutschland und damit in die Sicherheit sauste. Die drei überlebenden Artwork flogen einzeln an und warfen jeweils zwei Rock-Eye-Streubomben, von denen die Brückenteile in Fetzen gerissen worden. Dann drehten die F-3 nach Westen ab und folgten dem F-19 nach Hause. Inzwischen war ein zweites Team, F-15 Eagle, nach Ostdeutschland geflogen, um vier Korridore für die zurückkehrenden NATO-Flugzeuge freizumachen. Sie schossen ihre durch Radar und Infrarot gelenkten Raketen auf die MiGs ab, die auf die zurückkehrenden NATO-Jagdbomber zuhielten, doch den Sowjets fehlten nun, worüber die Amerikaner noch verfügten, ihre Airwax-Flugzeuge. Das Resultat war dementsprechend. Den sowjetischen Jägern war nach dem Verlust der Mainstays keine Zeit zur Neugruppierung geblieben, und ihren Formationen wurde übel mitgespielt. Schlimmer noch, die Samenbatterien, deren Aufgabe die Unterstützung der MiGs war, erhielten den Befehl, eindringende Flugzeuge anzugreifen, und die Boden-Luftraketen begannen wahllos eigene Maschinen vom Himmel zu holen. Derweil hielten sich die NATO-Jagdbomber dicht am Boden. Als die letzte Maschine wieder die Grenze nach Westdeutschland überflogen hatte, war Operation Traumland genau 27 Minuten gelaufen. Die Mission war kostspielig gewesen, denn es waren zwei unersetzliche Frisbees und elf Jagdbomber verloren gegangen, trotzdem war sie ein Erfolg. Die Kampfflugzeuge der NATO hatten über 200 sowjetische Allwetterjäger abgeschossen. Vielleicht 100 weitere waren eigenen Samraketen zum Opfer gefallen. Die Eliteverbände der sowjetischen Luftverteidigung waren schwer angeschlagen. Aus diesem Grund würde der Nachthimmel über Europa vorerst von der NATO beherrscht werden. 36 wichtige Brücken waren anvisiert gewesen, 30 zerstört, der Rest schwer beschädigt. Den ersten Angriff der sowjetischen Bodentruppen, der in zwei Stunden beginnen sollte, würde die Unterstützung der zweiten Welle spezieller Sameinheiten und anderer Nachzügler von entscheidender Wichtigkeit, die frisch von der Ausbildung in der Sowjetunion herangeführt worden waren, fehlen. Die Luftstreitkräfte der NATO hatten ihren wichtigsten Auftrag erfüllt, und die gefürchtete Überlegenheit der sowjetischen Bodentruppen war entscheidend reduziert. Das Kräfteverhältnis bei der Landschlacht um Europa betrug nun fast eins zu eins. USS Ferris An der amerikanischen Ostküste war noch Vortag. USS Ferris führte um 22 Uhr einen aus 30 Schiffen und einem Dutzend Begleitfahrzeugen bestehenden Geleitzug aus der Mündung des Delaware River. Kommandant, bitte zum Funkraum, krächzte die Sprechanlage. Morris begab sich sofort nach Achtern zu dem immer verschlossenen Funkraum. Jetzt wird's ernst. Der Funkoffizier reichte ihm ein gelbes Nachrichtenformular. Zeit, 3.57 Uhr, 15. Juni, von Sackland an alle Schiffe. Sackland, top secret. 1. Beginnen Sie uneingeschränkten See- und Luftkrieg gegen Streitkräfte des Warschauer Paktes. 2. Kriegsplan Golf Tag 7. 3. Tapfere Herzen. Sackland Ende. Kriegsoption 7. Das bedeutete den Verzicht auf den Einsatz von Kernwaffen, wie Morris erfreut feststellte. Die Ferris hatte im Augenblick ohnehin keine an Bord. Er hatte nun freie Hand, jedes Kriegs- oder Handelsschiff des Ostblocks ohne Warnung anzugreifen. Morris steckte das Formular in die Tasche, ging zurück auf die Brücke und nahm wortlos das Mikrofon. Hier spricht der Kommandant. Achtung! Es ist offiziell. Wir haben Krieg. Von nun an keine Übungen mehr, meine Herren. Wenn es jetzt Alarm gibt, heißt das, dass da draußen ein Feind lauert, der scharf schießt. Das wäre alles. Er schaute den Wachhabenden an. Mr. Johnson, ich wünsche Dauerbetrieb für das Prairie-Masker-System. Eißer! Bei Prairie-Masker handelte es sich um ein System, das die Horchanlagen von U-Booten stören sollte. Zwei Metallbänder umgaben vor und hinter dem Maschinenraum den Rumpf der Fregatte. Dies war Masker. Die Bänder nahmen Druckluft auf und gaben sie in Millionen winziger Bläschen an das Wasser in der Umgebung des Schiffes ab. Das Prairie-System kaschierte auf ähnliche Weise die Schraubenflügel. Die Luftblasen erzeugten eine teilweise durchlässige Barriere, die vom Schiff erzeugte Geräusche einschloss und nur einen Bruchteil des Antriebslärms entweichen ließ. Somit war das Schiff von einem U-Boot aus nur sehr schwer zu orten. Wenn wir das offene Meer erreicht haben, lassen Sie den Schwanz und die Nixi raus. Das Schleppsonar und den Torpedoköder. Und zwar um 23.45 Uhr. Ich lege mich jetzt mal kurz hin, sagte Morris zu seinem Wachoffizier. Wenn sich etwas tut, rufen Sie mich. Eieißer. Vor ihnen suchte ein Trio von Anti-U-Boot-Flugzeugen des Typs Orion P3C das Seegebiet ab. Morris hatte Schlaf nötig, denn es konnte sein, dass in drei Stunden gleich am Kontinentalschelf ein U-Boot lauerte, und für diese Eventualität wollte er ausgeruht sein. Sunnyvale, Kalifornien Wo hackt's in Washington? fragte sich der Colonel. Alles, was er brauchte, war ein schlichtes Ja oder Nein. Im Augenblick waren drei Fotoaufklärungssatelliten vom Typ K.H. Keyhole, Schlüsselloch, in der Umlaufbahn, dazu neun Vögel, deren Funktion die elektronische Überwachung war. Das war die niedrigfliegende Konstellation. Um seine Kommunikations- und Nachrichtensatelliten in höheren Orbits fürchtete er nicht, aber die zwölf Erdenantrabanten, insbesondere die K.H., waren wertvoll und verwundbar. Zwei wurden dicht von russischen Killersatelliten begleitet, und einer seiner Vögel nährte sich gerade sowjetischem Territorium. Ein zweiter lag 40 Minuten hinter ihm. Dem dritten Keyhole war noch kein Killer zugewiesen worden, doch beim letzten Überflug von Leninsk war eine weitere Rakete vom Typ F auf der Abschussrampe beim Auftanken fotografiert worden. Sehen wir uns den Verfolger noch mal an, befahl er. Ein Techniker gab die entsprechenden Befehle ein, und eine halbe Welt entfernt starteten die Lage Regelungstriebwerke des Satelliten und drehten ihn im Weltraum herum, um seinen Kameras die Suche nach dem sowjetischen Killer zu ermöglichen. Er hatte fünfzig Meilen hinter und neun Meilen unter dem Amerikaner gelegen, war aber nun verschwunden. Sie haben das Ding innerhalb der letzten halben Stunde manövriert. Er griff zum Telefon, um dem Sink Norad mitzuteilen, dass er nun beabsichtigte, den Satelliten auf eigene Faust zu bewegen. Zu spät. Als sich der Keyhole erneut drehte, um seine Kameras auf die Erdoberfläche zu richten, wurde diese teilweise von einer zylindrischen Masse verdeckt. Dann blitzte es, und das TV-Bild verschwand vom Schirm. »Chris, haben Sie die Manövrierbefehle eingegeben?« »Jawohl, Sir«, erwiderte der Käpt'n und starrte noch immer auf den Bildschirm. »Führen Sie sie sofort aus!« Der Käpt'n drückte an der Computerkonsole die Enter-Taste. Während die Triebwerke der Satelliten raffinierte Bahnkorrekturen auslösten, ging das Telefon des Colonels. »Argus Control«, antwortete der Colonel. »Hier ist Sink Norad. Was zum Teufel ist da passiert? Der russische Killersatellit flog heran und explodierte. Wir empfangen kein Signal mehr von KH2, Sir. Ich muss annehmen, dass Sie den Vogel ausgeschaltet haben. Die anderen beiden Keyholes habe ich gerade angewiesen, mit 100 Fuß pro Sekunde die Delta V auszuführen. Und Washington können Sie ausrichten, man habe zu lange gewartet, Sir!« 18. Nordlicht. Kiew, Ukraine. Man hatte beschlossen, alle sowjetischen Frontbefehlshaber über die Entwicklung in Deutschland zu unterrichten. Alexeyev und sein Vorgesetzter kannten den Grund. Wenn jemand von seinem Posten abgelöst wurde, musste der neue Mann die Lage kennen. Den Meldungen des Nachrichtendienstes lauschten sie fasziniert. Niemand hatte erwartet, dass viele Spetsnaas Operationen erfolgreich verlaufen würden, doch es hatte den Anschein, dass es bei einigen geklappt hatte, besonders in den deutschen Häfen. Dann kam das Nachrichtendienstliche Briefing zu den Brücken über die Elbe. »Warum hatte man uns davor nicht gewarnt?« schnauzte der OB Südwest. »Genosse General«, erwiderte der Luftwaffenoffizier, »unseren Informationen zufolge war dieses Stealth-Flugzeug nur ein Prototyp und noch nicht in Dienst gestellt. Irgendwie ist es den Amerikanern gelungen, zumindest eine Staffel dieser Maschinen zu bauen. Mit ihrer Hilfe haben sie unsere fliegenden Radarleitstände eliminiert und so den Weg für einen massiven Angriff auf unsere Flugplätze und Nachschubwege freigemacht. Darüber hinaus haben sie eine gut geplante Luftschlacht gegen unsere Allwetterjäger ermöglicht. Ihr Unternehmen war erfolgreich, wenn auch nicht entscheidend.« »Aha, und der Kommandeur der Luftstreitkräfte West wurde wegen erfolgreicher Abweisung des Angriffs abgelöst?«, fauchte Alexeev. »Wie viele Maschinen haben wir verloren?« »Ich bin nicht befugt, das bekannt zu geben, Genosse General.« »Was haben Sie uns dann über die Brücken zu sagen?« »Die meisten Elbbrücken wurden mehr oder weniger schwer beschädigt. Außerdem wurden die in ihrer Nähe stationierten Übergangsmittel zerstört.« »Dieser verdammte Idiot! Hatte sein Brückengerät direkt neben den Primärzielen!« Der OB Südwest schaute zur Decke, als erwartete er einen Luftangriff auf Kiew. »Dort verlaufen nun mal die Straßengenosse, General«, sagte der Nachrichtendienstoffizier leise. Alexeev scheuchte ihn mit einer Handbewegung aus dem Raum. »Kein guter Anfang, Pasha. Einen General hatte man bereits abgelöst, den Namen seines Nachfolgers aber noch nicht bekannt gegeben.« Alexeev nickte zustimmend und schaute dann auf die Armbanduhr. »In einer halben Stunde rollen unsere Panzer über die Grenze, und dann haben wir für die andere Seite ein paar Überraschungen parat. Ihre Verstärkungen sind erst zur Hälfte in Stellung. Den psychologischen Bereitschaftsgrad unserer Männer haben sie noch nicht erreicht. Unser erster Schlag wird schmerzhaft sein.« Keflavik, Island »Perfektes Wetter«, verkündete First Lieutenant Mike Edwards und hob den Blick von der Karte neben dem Faxgerät. »In zwanzig bis vierundzwanzig Stunden trifft eine kräftige Kaltfront aus Kanada ein und bringt eine Menge Regen mit, aber heute haben wir klaren Himmel und keine Niederschläge. Wind aus West bis Südwest, fünfzehn bis zwanzig Knoten. Und viel Sonne«, schloss er grinsend. Die Sonne war vor fünf Wochen zum letzten Mal aufgegangen und würde auch im Lauf der nächsten fünf nicht richtig untergehen. Hier auf Island waren sie dem Nordpol so nahe, dass das Zentralgestirn in einem trägen Kreis über den azurblauen Himmel wanderte, am Nordwesthorizont kurz, partiell untertauchte, aber nie wirklich unterging. Daran musste man sich erst gewöhnen. »Jägerwetter«, stimmte Lieutenant Colonel Bill Jeffers zu, der Kommandeur des siebenundfünfzigsten Abfang-Jagdgeschwaders. »Black Knights«, das sich vornehmlich aus Jägern des Typs F-15 Eagle zusammensetzte, die keine hundert Meter entfernt im Freien standen. In den Maschinen saßen nun schon seit neunzig Minuten die Piloten in Startbereitschaft. Vor zwei Stunden war die Warnung eingegangen, eine große Anzahl sowjetischer Flugzeuge sei von taktischen Stützpunkten auf der Halbinsel Cola aufgestiegen. Ziel unbekannt. In Keflavik war immer viel Betrieb, aber in der letzten Woche war es hier zugegangen wie im Irrenhaus. Der Flughafen war nämlich nicht nur ein Stützpunkt der Army und der Navy, sondern zugleich auch ein überlasteter Zivilflughafen, auf dem viele Verkehrsflugzeuge zwischenlandeten. Ergänzt wurde dieser Verkehr seit vergangener Woche durch bedrohlich aussehende taktische Kampfflugzeuge auf dem Weg von den Vereinigten Staaten und Kanada nach Europa, mit kriegswichtigem Gerät, überladene Frachtmaschinen und Verkehrsflugzeuge, voll besetzt mit gleichen Touristen und den Angehörigen amerikanischer Soldaten, die nun an der Front standen. In Keflavik selbst waren 3000 Ehefrauen und Kinder evakuiert worden, der Stützpunkt war nun kampfbereit. Sollte ein sowjetischer Angriffskrieg ausbrechen wie ein neuer Vulkan, war Keflavik so gut wie möglich vorbereitet. Mit Ihrer Erlaubnis, Colonel, werde ich das noch einmal mit dem Kontrollturm besprechen. Die Wettervorhersage für die nächsten 24 Stunden klingt recht solide. Und der Jetstream? Befindet sich dort, wo er schon die ganze Woche über war. Keine Aussicht auf Änderung. Gut. Stoßen Sie zu. Edwards setzte seine Mütze auf und ging hinaus. Er trug eine dünne, blaue Offiziersjacke über seinem Drilliganzug im Stil der Marineinfanterie und freute sich nach wie vor, dass die Kleidervorschriften bei der Air Force ziemlich lässig gehandhabt wurden. Sein Jeep enthielt den Rest seiner Kampfausrüstung. 38er Revolver und Gürtel, dazu den Parker, der vor drei Tagen zusammen mit der Tarnausrüstung ausgegeben worden war. Man hatte an alles gedacht, sein Edwards, als er den Motor des Jeeps anließ. Sogar an kugelsichere Westen. Keflavik muss getroffen werden, sagte er sich. Jeder wusste das, bereitete sich darauf vor und versuchte nicht daran zu denken. Dieser isolierteste Vorposten der NATO an der Westküste Islands stellte das verriegelte Tor zum Nordatlantik dar. Wenn der Russe einen Seekrieg führen wollte, musste Island neutralisiert werden. Von Keflaviks vier Startbahnen operierten 18 Eagle-Abfangjäger, neun P3C Orion zur U-Bootjagd und, tödlichste Waffe von allen, drei E3A AWACS, die Augen der Jäger. Zwei waren im Augenblick in der Luft. Einer kreiste 20 Meilen nordöstlich von Cap Fontour, der andere direkt über Ritzdein, das 150 Meilen nördlich von Flavik lag. Dies war höchst ungewöhnlich. Wenn nur drei AWACS zur Verfügung standen, war es schon schwer genug, eine Maschine permanent in der Luft zu halten. Der Befehlshaber der Streitkräfte auf Island musste das Ganze sehr ernst nehmen. Edwards zuckte die Achseln. Wenn tatsächlich sowjetische Backfire-Bomber auf sie zuhielten, konnte er nichts weiter tun. Er war der neue Meteorologie-Offizier des Geschwaders und hatte gerade seine Vorhersage abgeliefert. Edwards stellte seinen Jeep auf dem Parkplatz eines Offiziers am Tower ab und beschloss, den 38er mitzunehmen. Die Anlage war nicht eingezäunt und man konnte nie wissen, ob sich nicht jemand seine Waffe ausborgte. Auf dem Stützpunkt wimmelte es nur so von Marineinfanteristen und Militärpolizisten der Air Force, die mit ihren M16-Gewehren und den Handgranaten am Gürtel sehr martialisch aussahen. Er trottete die Außentreppe hoch und fand im Kontrollraum nicht wie gewöhnlich fünf, sondern acht Männer vor. »Hi, Jerry«, sagte er zum Chef, Lieutenant Jerry Simon von der Navy. Von den zivilen Fluglotsen, die sonst hier arbeiteten, war keine Spur zu sehen. »Morgen, Mike«, witzelte Simon zurück. »Es war drei Uhr fünfzehn, Ortszeit. Schöner Morgen.« Die Sonne war schon aufgegangen und schien grell durch die Jalousien an den geneigten Fenstern. »Wie sieht's aus?«, fragte Edwards und trat an seine meteorologischen Instrumente. »Beschissen,« erklang es im Chor. »Schön, dass wir alle das Gleichgewicht behalten«, merkte Edwards an. Der kleine, knochige Offizier war sofort nach seiner Ankunft vor zwei Monaten von allen akzeptiert worden. Er stammte aus East Point in Maine und hatte die Akademie der Luftwaffe absolviert, durfte aber als Brillenträger nicht fliegen. Seine äußere Erscheinung, 1,65 groß, 55 Kilo leicht, flößte niemandem Respekt ein, doch sein ansteckendes Grinsen, sein unerschöpflicher Vorrat an Witzen und seine anerkannte Fähigkeit, den wirren Witterungsverhältnissen über Nordatlantik einen Sinn zu entnehmen, bewirkten, dass in Keflavik jeder gerne mit ihm umging. »Mack, Flug 5, 2, 0, Roger.« »Rollmann los, Dicker, wir brauchen Platz«, sagte ein müde Lotse. Einige hundert Meter entfernt begann ein riesiger Transporter C-5A Galaxy auf Startbahn 1, 8 zu beschleunigen. Edwards sah durch ein Fernglas zu. Man gewöhnte sich nur schwer daran, dass ein solches Monstrum tatsächlich flog. »Irgendwelche Nachrichten?«, fragte Simon Edwards. »Seit der Meldung aus Norwegen nichts? Viel Aktivität auf Cola«, erwiderte Edwards und machte sich wieder ans Kalibrieren seines Digitalbarometers. Angefangen hatte es vor sechs Wochen. Die auf einem halben Dutzend Stützpunkte um Severomorsk stationierten Marineflugzeuge und Langstreckenbomber hatten fast kontinuierlich geübt und Missionen mit Angriffscharakter geflogen. Dann hatte vor zwei Wochen die Aktivität plötzlich nachgelassen. Das war ein unheilverkündender Aspekt. Erst wurden alle Besatzungen bis zur Perfektion gedrillt, dann folgte eine Wartungs- und Instandsetzungsperiode, in der sichergestellt wurde, dass alle Instrumente und Flugzeuge voll einsatzbereit waren. Und was trieben die Russen nun? Flogen sie einen Angriff gegen Bordeaux in Norwegen? Oder vielleicht gegen Island? Edwards nahm einen Blockhalter und bestätigte mit seiner Unterschrift, die tägliche Überprüfung der Instrumente im Tower vorgenommen zu haben. Die Aufgabe hätte er auch einem Techniker überlassen können, doch diese Mannschaftsgrade unterstützen die Flugzeugmechaniker des Jägergeschwaders und er konnte es selbst übernehmen. Zudem hatte er so einen Vorwand, den Kontrollturm zu betreten und »Mr. Simon«, sagte der ranghöchste Fluglotse rasch, »ich habe gerade eine Blitzmeldung von Sentry 1 empfangen. Warnung rot. Viele Banditen im Anflug, Sir, aus Nord-Nord-Ost. Jetzt meldet sich Sentry 2. Die haben sie auch erfasst. Klingt nach vierzig bis fünfzig Banditen, Sir.« Edwards fiel auf, dass anfliegende Feindmaschinen hier Banditen und nicht wie üblich Zombies genannt wurden. »Freunde im Anflug?« »Sir, in zwanzig Minuten trifft eine MAC C-141 ein, gefolgt von acht weiteren in fünf Minutenintervallen, alle aus Dover. Sagen Sie denen, Sie sollen kehrt machen, und lassen Sie sich das bestätigen. Kevlawick ist bis auf Weiteres geschlossen.« Simon wandte sich an seinen Telekommunikationsmann. »Lassen Sie Sackland melden, dass wir angegriffen werden.« Überall um sie herum blückten Alarmhörner los. Unter ihnen zog im Schatten des frühen Morgens das Bodenpersonal mit roten Fähnchen markierte Sicherungsstifte aus den bereitstehenden Abfangjägern. Edwards sah, wie ein Pilot einen Styroporbecher lehrte und sich anzuschnallen begann. Die Anlasserwagen neben den Jägern spuckten Dieselqualm aus und erzeugten Strom zum Starten der Triebwerke. »Tower! Ihr Jägerführer! Alarmstart! Macht die Startbahn frei, Jungs!« Simon griff nach dem Mikrofon. »Roger! Jägerführer! Die Startbahn gehören euch! Ausschwärmen nach Plan Alpha! Drauf! Out!« Unter ihnen wurden Kabinenhauben geschlossen, Keile vor Rädern weggezogen und der Chef jedes Bodenpersonalteams grüßte zackig seinen Piloten. Aus dem Schrillen der Düsentriebwerke wurde ein Donnern, als die Maschinen schwerfällig aus der Aufstellung anrollten. »Wo ist Ihre Gefechtsstation, Mike?« fragte Simon. »Im MET-Gebäude.« Edwards nickte und wandte sich zur Tür. »Viel Glück, Jungs!« An Bord von Sentry 2 sahen die Radaroperatoren einen weiten Halbkreis aus Leuchtpunkten auf sich zukommen. Neben jedem Leuchtpunkt standen BGR und Daten über Kurs, Höhe und Geschwindigkeit. Jeder Punkt oder Blip stellte einen Badger-Bomber Tu-16 der sowjetischen Marineflieger dar. Insgesamt hielten 24 mit 600 Knoten auf Keflavik zu. Angenähert hatten sie sich im Tiefflug, um unter dem Radarhorizont der E-3A zu bleiben, doch nun, da man sie entdeckt hatte, gingen sie 200 Meilen entfernt rasch in den Steigflug. Dieses Einsatzprofil versetzte die Radaroperatoren in die Lage, sie augenblicklich als Feinde zu klassifizieren. Vier Igre flogen gerade Patrouille, standen jedoch kurz vor der Ablösung und hatten nicht mehr genug Treibstoff, um mit Nachbrenner auf die Badger loszugehen. Sie bekamen die Anweisung, dem russischen Bomberverband mit 600 Knoten entgegenzufliegen. Das Zielerfassungsradar für ihre Luftkampfraketen konnte die Badger noch nicht erreichen. Sentry-1 bei Cap Fontour meldete noch Ärgeres. Die Leuchtflecke auf den Schirmen dieser Maschine stellten überschallschnelle Tu-22M Backfire dar, deren langsamer Anflug auf schwere Zusatzbewaffnung unter den Flügeln hinwies. Auch hier gingen die Igel auf Abfangkurs. 100 Meilen hinter ihnen wurden die über Reykjavik patrouillierenden F-15 in der Luft betankt und jagten dann mit 1000 Knoten nach Nordosten, während der Rest der Staffel gerade startete. Die Radarbilder von den beiden AWACs kamen über eine Digitalverbindung zum Jägerleitstand in Keflavik, damit das Bodenpersonal den Kampf mitverfolgen konnte. Nun, da die Jäger nacheinander abhoben, arbeiteten die Crews alle anderen Flugzeuge wie wild, um ihre Vögel startbereit zu machen. Dies hatten sie im Lauf des vergangenen Monats achtmal geübt. Manche Crews hatten sogar neben ihren Maschinen geschlafen. Andere wurden aus ihren nur 400 Meter entfernten Unterkünften gerufen. Maschinen, die gerade vom Patrouillenflug zurückgekehrt waren, wurden aufgetankt und von Teams des Bodenpersonals flugklar gemacht. Wachen von Marineinfanterie und Air Force eilten auf ihre Posten, wenn sie noch nicht dort gewartet hatten. Edwards war nun wieder in seinem Dienstzimmer und trug Parker, kugelsichere Weste und den neuen Helm der US-Streitkräfte, der im Stil an den Kopfschutz der Wehrmacht erinnerte. Edwards ging nach unten in den Leitstand. Trennung von Bandit 8, ein, zwei Raketen abgeschossen. Laut Computer sind es AS-4, meldete ein Controller in der Sentry. Der ranghöchste Offizier setzte sich sofort über Funk mit Keflavik in Verbindung. MS Julius Fuzzi Zwanzig Meilen südwestlich von Keflavik ging es auch auf der Dr. Lykes zu, wie in einem Bienenstock. Nachdem die sowjetischen Bomberstaffeln ihre Luft-Bodenraketen abgefeuert hatten, funkte der Führer ein abgestimmtes Kotwort, das von der Fuzik empfangen wurde. Ihre Zeit war gekommen. Ruder hart Backbord, befahl Kapitän Chirov. Gehen Sie in den Wind. Ein ganzes Regiment Luftlandetruppen, viele seekrank nach zwei Wochen auf dem riesigen Leichter-Mutterschiff, luden und prüften Waffen. Die verstärkte Besatzung der Fuzik entfernte die Kaschierung von den Leichtern Achtern, bis je ein Kampf-Luftkissen-Fahrzeug vom Typ Lebet zum Vorschein kam. Die sechsköpfigen Crews nahmen die Abdeckungen von den Ansaugöffnungen der Triebwerke, die sie seit einem Monat liebevoll gepflegt und gewartet hatten. Befriedigt winkten sie den Piloten zu, die sofort die drei Triebwerke der beiden hintersten Fahrzeuge anließen. Der erste Offizier des Schiffes stand Achtern auf dem Leitstand für den leichter Aufzug. Auf ein Signal hin bestiegen je eine 85-Mann-starke Infanterie-Kompanie und verstärkte Mörser-Bedienungen die Fahrzeuge. Die Leistung wurde erhöht, die Hovercraft wurden von ihren Luftkissen angehoben und nach Achtern gewinscht. Vier Minuten später ruten sie auf dem Leichteraufzug, der das Heck des Leichtermutterschiffes bildete. »Abwehren«, befall der erste Offizier. Die Winschbedienungen ließen den Aufzug zur Wasseroberfläche fahren. Die See war kabelig, gut einen Meter hohe Wellen schlugen gegen das gabelförmige Heck der Fuzik. Unten angelangt, ließen die Kommandanten der Lebetts nacheinander die Leistung erhöhen und fuhren los. Sofort kehrte der Aufzug zum obersten Deck zurück, während das erste Paar Luftkissenfahrzeuge das Mutterschiff umkreiste. Fünf Minuten später hielten die vier Landungsfahrzeuge in quadratischer Formation auf die Halbinsel Kevlawick zu. Die Fuzik ging wieder auf Nordkurs, um den Weg der nächsten Luftkissenfahrzeuge zu verkürzen. Ihr Sturmdeck war von bewaffneten Soldaten mit Bodenluftraketen und Maschinengewehren umringt. Andreev blieb auf der Brücke, hätte aber lieber seine Landungstruppen angeführt. Kevlawick, Island. Alle Banditen machen nach Abschuss ihrer Raketen. Bislang je zwei pro Flugzeug verkehrt. Fünfzig Raketen. Moment, sechsunfünfzig Raketen im Anflug. Weitere werden abgefeuert. Aber nichts, ich wiederhole, nichts weiter hinter dem Bomberverband. Wenigstens keine Fallschirmjäger. Zieht die Köpfe ein, Jungs, inzwischen sechzig Raketen im Anflug, hörte Edwards, als er durch die Tür kam. Immerhin keine Atomsprengköpfe, merkte ein Käpt'n an. Die lassen hundert Raketen auf uns los. Das reicht auch so, versetzte ein anderer. Edwards betrachtete über die Schulter eines Offiziers hinweg das Radarbild. Große, sich langsam bewegende Leuchtflecke stellten die Flugzeuge dar, kleine, schnellere, die mit Macht zwei anfliegenden Raketen. Treffer, johlte der Radaroperator. Der erste Igel war bis auf Raketenreichweite an die Badger herangekommen und hatte einen mit einem Sparrow-Flugkörper abgeschossen, doch zwei Sekunden zu spät, denn der Russe hatte seine Luftbodenraketen bereits abgefeuert. Eine zweite Sparrow verfehlte ein separates Ziel, doch die dritte schien es erfasst zu haben. Der Flügelmann des ersten Igelpiloten griff gerade einen weiteren Russen an. Die Sowjets haben diesen Angriff gut durchdacht, überlegte Edwards. Sie attackierten entlang der ganzen Nordküste und warten weiter Abstände zwischen den Bombern, so dass ein einzelner Jäger nie mehr als einen oder zwei angreifen konnte. Es hatte fast den Anschein, als … »Hat sich mal jemand Gedanken über die Geometrie dieser Attacke gemacht?«, fragte er. »Was meinen Sie damit?«, der Käpt'n drehte sich um. »Warum sind Sie nicht auf Ihrem Posten?« Edwards ignorierte die Frage. »Besteht die Möglichkeit, dass Sie versuchen, unsere Jäger vom Stützpunkt wegzulocken?« »Teure Köder!«, der Käpt'n tat die Idee ab. »Sie wollen sagen, Sie hätten Ihre Raketen auch schon aus größerer Entfernung abschießen können. Vielleicht ist Ihre Reichweite aber nicht so groß, wie wir annahmen. Entscheidend ist, die Raketen sind nun auf dem Weg, die ersten seit zehn Minuten, die letzten mit einer Verzögerung von fünf oder sieben. Und wir können nichts dagegen machen.« »Hm«, Edwards nickte. Das Gebäude, in dem sich die Meteorologie und der Leitstand befanden, bestand aus Holz und vibrierte, wenn die Windgeschwindigkeit fünfzig Knoten erreichte. Der Lieutenant holte ein Kaugummi heraus und steckte es in den Mund. In zehn Minuten mussten hundert Raketen, jede mit einer Tonne Hochbrisanz-Sprengstoff oder einem Kernsprengstoff beladen, auf sie herabzuregnen beginnen. Das Ärgste würden die Männer im Freien abbekommen, die Mannschaftsgrade und das Bodenpersonal, das versuchte Flugzeuge klar für den Alarmstart zu machen. Er hatte den Auftrag, niemandem im Weg zu stehen. Das beschämte ihn. Und die Angst, die er nun zusammen mit dem Pfefferminz-Kaugummi schmeckte, beschämte ihn noch mehr. Alle Igel waren nun in der Luft und rasten nach Norden. Die letzten Backfire-Bomber hatten gerade ihre Raketen abgefeuert und drehten mit voller Leistung nach Nordwesten ab, während die Igel mit zwölfhundert Knoten dahin jagten und aufzuholen versuchten. Drei Abfangjäger schossen Raketen ab, holten zwei Backfire vom Himmel und beschädigten einen dritten. Die gestarteten Zulu-Jäger konnten die Backfire nicht einholen, wie der befehlshabende Lotse in Century 1 feststellte. Er verfluchte sich, weil er sie nicht auf die älteren, langsameren Badger losgelassen hatte. Nun befahl er ihnen langsamer zu fliegen und ließ sie auf die überschallschnellen sowjetischen Raketen zuhalten. Penguin 8, das erste U-Boot-Abwehrflugzeug P-3C Orion, rollte nun auf Startbahn 2-2 an. Es war erst vor fünf Stunden von einem Patrouillenflug zurückgekehrt und die Besatzung der Turboprop-Maschine rieb sich noch den Schlaf aus den Augen. »Sie gehen in den Sturzflug!«, meldete der Radar-Operator. Die erste russische Rakete war nun fast über ihnen und begann den Zielanflug. Die Igel hatten zwei anfliegende russische Raketen abgeschossen, doch da Kurs und Höhen ungünstig gewesen waren, hatten ihre Sparrows die Mach-2-Geschosse verfehlt oder nicht einholen können. Die F-15 flogen weit von ihrem Stützpunkt entfernt über Island-Kreise und die Piloten fragten sich, ob sie überhaupt noch einen Flugplatz vorfinden würden, auf den sie zurückkehren konnten. Edwards zuckte zusammen, als die erste Rakete landete. Oder nicht landete. Der Luftbodenflugkörper hatte einen Radarannäherungszünder und detonierte 20 Meter über dem Boden. Die Folgen waren verheerend. Der Sprengkopf explodierte direkt über der Flughafenstraße und gerade 200 Meter von ihrem Gebäude entfernt. Splitter fetzten durch mehrere Häuser, das Schlimmste bekam die Feuerwache ab. Edwards stürzte zu Boden, als Fragmente die Holzwand durchschlugen. Die Druckwelle riss die Tür aus den Angeln. Staub erfüllte die Luft. Augenblicke später ging an einer ESSO-Anlage ein Tanklaster in die Luft, sandte einen turmhohen Feuerball zum Himmel und versprühte über Blocks hinweg brennendes Kerosin. Der Strom fiel auf der Stelle aus. Radar und Funkgeräte verstummten. Es wurde dunkel, und die batteriebetriebene Notbeleuchtung ging nicht wie erwartet an. Einen Moment lang fragte sich Edwards entsetzt, ob das erste Geschoss einen Kernsprengstoff getragen hatte. Die Druckwelle hatte ihm den Atem genommen. Er wusste nun nicht, ob er den Riemen seines Helmes straffen sollte. Die Frage kam ihm in diesem Augenblick enorm wichtig vor. In einiger Entfernung schlug eine weitere Rakete ein, gefolgt von anderen, bis das Getöse zu einer Serie unglaublich lauter Donnerschläge verschmolz. Edwards bekam vor Staub keine Luft. Ihm war, als wollten ihm die Lungen bersten, und er rannte instinktiv zur Tür, um frische Luft zu schnappen. Eine massive Hitzewand schlug ihm entgegen. Die ESSO-Anlage war ein tosendes Flammenmeer, das bereits das angrenzende Fotolaboratorium und den Supermarkt des Stützpunktes verschlungen hatte. Mehr Rauch stieg von den Unterkünften der Mannschaftsgrade im Osten auf. Ein halbes Dutzend startklar aufgereihter Maschinen würde nie wieder fliegen, ein Sprengkopf war direkt über der Kreuzung zweier Startbahnen detoniert und hatte die Tragflächen abgeknickt, als wären sie Spielzeuge. Vor seinen Augen ging eine zerschmetterte E3A Sentry in Flammen auf. Er drehte sich um und stellte fest, dass auch der Kontrollturm Schaden erlitten hatte, alle Fensterscheiben fehlten. Edwards rannte auf den Tower zu und vergaß, seinen Jeep zu nehmen. Zwei Minuten später betrat er atemlos den Tower und fand die ganze Besatzung tot vor, von Glassplittern zerrissen. Der Kachelboden war mit Blut bedeckt. Aus den Lautsprechern der Funkgeräte ertönte noch Lärm, aber einen Sender, der funktionierte, fand Edwards nicht. Penguin 8 Was zum Teufel ist denn das? rief der Pilot der Orion, zog die Maschine heftig nach links und erhöhte die Leistung. Er hatte zehn Meilen von Keflavik entfernt Kreise geflogen und mit angesehen, wie Rauch und Flammen von seinem Stützpunkt aufstiegen, als plötzlich vier große Objekte unter ihnen durchgefahren waren. »Das ist eine«, flüsterte der Co-Pilot, »wo wollen die hin?« Die vier Lebbets holperten mit vierzig Knoten über die bis zu anderthalb Meter hohen Wellen. Auf den etwa fünfundzwanzig Meter langen und zehn Meter breiten Fahrzeugen befanden sich vor einem hohen, an ein Flugzeug erinnernden Seitenruder, das die Insignien der sowjetischen Marine, Hammer und Sichel in rot über blauem Band trug, zwei verkleidete Propeller. Sie waren der Küste schon so nahe, dass die Orion ihre Bordwaffen nicht mehr einsetzen konnte. Der Pilot schaute beim Anflug ungläubig hin, und seine letzten Zweifel nahm ihm ein Feuerstoß aus einer 30-Millimeter-Flugzeug-Abwehrkanone. Die Garbe ging zwar weit daneben, Die Garbe ging zwar weit daneben, aber der Pilot riss die Orion scharf nach Westen herum. »Taco, richte Anti-U-Boot-Operationen in Kevlawick aus, dass Besuch unterwegs ist. Vier bewaffnete Luftkissenfahrzeuge unbekannten Typs, aber Russen. Müssen Truppen an Bord haben.« »Kevlawick meldet sich nicht«, antwortete der Kampfbeobachter 30 Sekunden später. »Unser Operationszentrum existiert nicht mehr. Auch der Tower ist stumm. Ich versuche, mit den Sentries Verbindungen aufzunehmen. Vielleicht bekomme ich auch Kontakt mit einem oder zwei Jägern. Gut, aber versuchen Sie weiterhin, Kevlawick zu erreichen. Und schalten Sie das Radar an. Vielleicht finden wir heraus, wo die Kerle herkommen. Und armieren Sie unsere Harpoons!« Kevlawick, Island Edwards, der gerade durchs Fernglas den Schaden betrachtete, hörte den eingehenden Funkspruch und konnte ihn nicht beantworten. Er schaute sich um und entdeckte etwas Nützliches. Ein Funkgerät Hammer Ace. Er packte das einem überdimensionalen Rucksack ähnelnde Gerät und hastete die Treppe hinunter. Nun musste er die Offiziere der Marineinfanterie finden und warnen. Die Luftkissenfahrzeuge, rasten über die Dupie-Wogur-Bucht und erreichten knapp eine Meile von dem Luftstützpunkt entfernt festes Land. Mit Erleichterung stellten die Soldaten fest, dass das Holpern aufgehört hatte, als die Fahrzeuge ausschwärmten, und nebeneinander mit jeweils hundert Meter Abstand über die steinige, mit Stechginster bewachsene Ebene auf den NATO-Luftstützpunkt zutobten. »Was zum...«, rief ein Corporal der Marines. Wie ein Dinosaurier erschien ein mächtiges Objekt am Horizont und kam offenbar mit hoher Geschwindigkeit auf sie zu. »Hey, ihr da Marines, hierher!«, schrie Edwards. Ein Jeep mit drei Mannschaftsgraden hielt an, raste dann auf ihn zu. »Bringen Sie mich sofort zu Ihrem Kommandeur!« »Er ist tot«, erwiderte der Sergeant. »Der Befehlsstand bekam einen Volltreffer. Ich kann über Funk niemanden erreichen.« »Funktioniert Ihr Gerät?« »Passen Sie auf! Von See her rücken Feinde an. Schlagen Sie Alarm!« »Jawohl, Sir, aber das Gerät ist nicht auf die Frequenz der Wachposten eingestellt.« »Dann stellen Sie es einverdammt nochmal!« »Jawohl«, der Sergeant stellte eine andere Frequenz ein. Die Lebbets hielten in zwei Paaren eine Viertelmeile vom Zaun des Stützpunktes entfernt an. Die Bugtüren öffneten sich, herausrollten jeweils zwei BMD-Schützenpanzer, gefolgt von den Bedienungen der Mörser, die sofort ihre Waffen aufzustellen begannen. Die 73-Millimeter-Kanonen und Raketenwerfer auf den Minipanzern nahmen sofort die Verteidigungsstellungen der Marineinfanterie unter Feuer. Gleichzeitig gingen die verstärkten Kompanien aus jedem Luftkissenfahrzeug langsam und geschickt vor, nutzten jede Deckung und die Feuerunterstützung aus. Der Angriffsverband war aus Einheiten mit Kampferfahrung in Afghanistan ausgewählt worden. Jedermann hatte schon einmal unter Feuer gelegen. Die Lebbets machten sofort wie Krebse kehrt und jagten zurück zum Meer, um weitere Infanteristen aufzunehmen. Teile zweier Bataillone der Elite Luftlandetruppen griffen bereits eine Kompanie der US Marines an. Die verzweifelten Rufe über die Funkgeräte der Züge waren nur zu deutlich. Mit der Stromversorgung des Stützpunkts waren auch die Hauptfunkanlagen ausgefallen. Die Offiziere der Marines waren tot, niemand mehr in der Lage, die Verteidigung zu koordinieren. »Sergeant, wir müssen machen, dass wir hier wegkommen!« »Wir sollen fliehen?« »Wir müssen verschwinden und melden, was hier vorgefallen ist, damit hier keine Flugzeuge mehr zu landen versuchen. Sieht so aus, als hätten wir den Stützpunkt verloren. Wie kommt man am schnellsten nach Reykjavik?« »Aber, Sir, es sind doch noch Marines. Wollen Sie in russische Gefangenschaft?« »Wir haben verloren. Ich habe gesagt, dass wir das melden müssen, und Sie werden tun, was ich sage, verdammt nochmal.« »Aja, Sir.« »Wie sieht's mit Waffen aus?« Ein Schütze rannte zu einem Marine, der beuchlings am Boden lag. Um ihn herum verbreitete sich eine rote Lache. Blut aus einer unsichtbaren, tödlichen Wunde. Mit dem Sturmgewehr M16 des Gefallenen, seinem Tornister und dem Patronengürtel kehrte der Schütze zu Edwards zurück und übergab ihm die Kollektion. »So, jetzt haben wir alle eins.« »Dann nichts wie weg!« Der Sergeant legte den Gang ein, wendete und hielt auf die zerstörte Satellitenantenne zu. MS Julius Fuzzi. »Flugzeuge gesichtet! Backbord voraus!« schrie ein Ausguck. Chirov setzte das Fernglas an und fluchte leise. Unter den Tragflächen der viermotorigen Maschine hingen Raketen. »Penguin acht.« »Sieh mal einer an«, sagte der Pilot der Orion leise. »Unser alter Freund, die Dr. Likes. Sonst noch etwas in der Nähe, Taco?« »Nichts«, erwiderte der Kampfbeobachter. »Im Umkreis von hundert Meilen kein einziges anderes Überwasserschiff.« Sie hatten gerade den Horizont rundum mit dem Suchradar abgetastet. »Und diese Luftkissenfahrzeuge kamen auch nicht aus einem U-Boot?« Der Pilot nahm eine Kursveränderung vor, um in zwei Meilen Entfernung mit der Sonne im Rücken an dem Schiff vorbeizufliegen. Sein Co-Pilot musterte das Schiff durchs Fernglas. TV-Kameras an Bord, bedient von den Bordwaffenmannschaften, würden noch bessere Nahaufnahmen liefern. Zwei Hubschrauber ließen an Deck ihre Triebwerke warmlaufen. Jemand an Bord der Fuzik geriet in Panik und schoss eine tragbare Sam-7 ab. Der Hitzesensor des Flugkörpers erfasste die Orion nicht, sondern ließ ihnen der tiefstehenden Sonne entgegenfliegen. MS Julius Fuzik. »Idiot!« grollte Cherov. Der Rauch aus dem Raketenmotor kam dem Flugzeug noch nicht einmal nahe. »Jetzt schießt er auf uns! Äußerste Kraft voraus! Rudergänger aufgepasst!« Penguin 8. »Schön«, sagte der Pilot und drehte von dem Frachter ab. »Taco, wir haben ein Ziel für unsere Harpoons. Hat Keflavik sich gemeldet?« »Nein, aber Sentry 1 gibt Nachrichten nach Schottland weiter.« »Keflavik ist von einem Raketenangriff getroffen worden und geschlossen. Ob wir nun den Stützpunkt halten können oder nicht?« Der Pilot stieß eine knappe Verwünschung aus. »Na schön. Den Piraten da sprengen wir aus dem Wasser.« »Roger«, erwiderte der Kampfbeobachter. »Verdammt! Rotes Licht für die Backboard-Harpoon! Das Ding lässt sich nicht scharf machen!« »Dann fummeln Sie dran rum!«, rief der Pilot. Doch alle Mühe war vergeblich. Bei den überhasteten Vorbereitungen zum Start hatte ein übermüdetes Team vom Bodenpersonal es versäumt, die Steuerkabel des Geschosses richtig anzuschließen. »Gut, ich habe wenigstens eine, die funktioniert.« »Reit!« »Feuer!« Der Flugkörper löste sich von der Tragfläche und fiel zehn Meter, ehe sein Triebwerk zündete. An der Reling des Sturmdecks der Fuzik standen dichtgedrängt die Fallschirmjäger, viele mit tragbaren Samen sieben und hofften, die anfliegende Rakete abzuschießen. »Taco, versuchen Sie mal, einen F-15 zu erreichen. Der könnte diesen Kahn mit der Bordkanone bepflastern.« »Versuche ich schon. Zwei Igel sind auf dem Weg, haben aber nur noch wenig Treibstoff. Mehr als ein, zwei Anflüge kriegen wir nicht hin.« In der Kanzel schaute der Pilot durchs Fernglas zu, wie die weiße Rakete dicht über den Wellenkämmen dahin jagte. MS Julius Fuzik »Rakete im Anflug! Backbord! Dicht überm Horizont!« »Wenigstens taugen unsere Ausgucks etwas«, dachte ich hierauf. Er schätzte die Distanz zum Horizont ab und gab der Rakete eine Geschwindigkeit von tausend Stundenkilometern. »Ruderhard Steuerbord«, schrie er. Der Rudergänger wirbelte das Rad bis zum Anschlag herum und hielt es fest. »Eine Rakete können Sie nicht davonfahren, hierauf«, sagte der General leise. »Weiß ich auch, aber passen Sie mal auf!« Das Schiff mit dem schwarzen Rumpf drehte stark nach Steuerbord ab, legte sich dabei schräg wie ein schleuderndes Auto und hob so künstlich die Wasserlinie an der verwundbaren Backbordseite. Unternehmungslustige Offiziere schossen Leuchtkugeln in der Hoffnung, die Rakete abzulenken, doch deren Mikrochip-Gehirn konzentrierte sich nur auf den riesigen Blip, den das Suchradar in der Spitze ausgemacht hatte. Es stellte eine leichte Richtungsänderung des Ziels fest und änderte den Kurs der Rakete entsprechend. Eine halbe Meile vom Ziel entfernt wurde die Harpoon, die bisher drei Meter über der Oberfläche geflogen war, wie vorprogrammiert hochgezogen. Sofort schossen die Soldaten an Bord der Fuzik ein Dutzend Sam-Sieben ab, drei erfassten die heißen Abgase der Harpoon, konnten aber nicht rasch genug abdrehen, um die anfliegende Rakete zu treffen, und flogen an ihr vorbei. Die Harpoon ging in den Sturzflug und sauste auf ihr Ziel zu. Penguin 8 Recht so, flüsterte der Pilot. Nun konnte sie nichts mehr aufhalten. Die Rakete traf den Rumpf der Fuzik sechs Meter über der Wasserlinie und knapp achterlich der Brücke. Der Sprengstoff detonierte sofort, doch die Rakete selbst bohrte sich weiter in das Schiff hinein und verbreitete hundert Kilo Treibstoff, der auf dem untersten Frachtdeck in einem Feuerball explodierte. Im Nu verschwand das Schiff hinter einer Rauchwolke. »Taco, Ihr Vogel hat prächtig getroffen. Sprengstoff detoniert. Sieht so aus!« Der Pilot schaute angestrengt durchs Fernglas, um den Schaden abzuschätzen. MS Julius Fuzik »Aufkommen!« Chirov hatte erwartet, aufs Deck geschleudert zu werden, doch der Flugkörper war, verglichen mit den 35.000 Tonnen Masse der Fuzik, klein gewesen. Er rannte hinaus auf die Brückennock, um sich den Schaden anzusehen. Als das Schiff sich wieder aufrichtete, hob sich das zackige Loch in seiner Flanke zehn Meter über den Bogen. Aus dem Loch quoll Rauch. »Feuer an Bord«, dachte der Kapitän, »aber das Schiff ist nicht leck geschlagen.« Nun drohte nur eine Gefahr. Chirov gab seinen Löschtrupps rasche Befehle, und der General schickte zur Unterstützung einen seiner Offiziere mit. Hundert Fallschirmjäger waren im Lauf der vergangenen zehn Tage in Brandbekämpfung auf Schiffen ausgebildet worden. Nun konnten sie zeigen, was sie gelernt hatten. Penguin 8 Die Fuzik tauchte mit zwanzig Knoten Fahrt aus der Rauchwolke auf und hatte ein fünf Meter großes Loch in der Seite. Rauch quoll heraus, doch der Pilot erkannte sofort, dass der Schaden nicht letal war. Auf dem Oberdeck konnte er viele Männer sehen, die zum Teil auf Leitern zuliefen, um das Feuer unter Deck zu bekämpfen. »Wo bleiben die Jäger?«, fragte der Pilot. Der Kampfbeobachter gab keine Antwort, sondern schaltete sein Funkgerät um. »Penguin 8, hier, Cobra 1. Wir sind zwei Maschinen. Unsere Raketen haben wir verschossen, aber noch eine volle Ladung zwanzig Millimeter an Bord. Zwei Anflüge, dann geht's ab nach Schottland.« »Roger, Cobra 1. Das Ziel lässt Hubschrauber aufsteigen. Achten Sie auf Sam 7. Die Kerle haben schon mindestens zwanzig abgeschossen.« »Roger, Penguin. Meldet sich Kevlawick? Sieht so aus, als müssten wir uns bis auf Weiteres ein neues Nest suchen.« »Roger.« »Okay. Haltet euch klar. Wir kommen aus der Sonne und greifen das Deck an.« Die Orion flog weiterhin in drei Meilen Abstand Kreise. Ihr Pilot entdeckte die Igel erst, als sie das Feuer eröffnete. Die beiden Jäger flogen dicht nebeneinander und knapp überm Wasser an, und an ihren Nasen blitzte das Mündungsfeuer ihrer zwanzig Millimeter Bordkanonen auf. MS Julius Fuzik An Bord hatte sie niemand kommen sehen. Einen Augenblick später schäumte das Wasser an der Flanke der Fuzik unter den ersten Einschlägen auf, dann verschwand das Hauptdeck in einer Wolke. Ein jäher orangener Feuerball verkündete die Explosion eines russischen Hubschraubers, und brennendes Kerosin spritzte auf die Brücke, verfehlte Kapitän und General nur knapp. »Was war das?« keuchte Cherow. »Amerikanische Kampfflugzeuge, die ganz tief anflogen. Sie haben offenbar nur noch ihre Bordwaffen zur Verfügung, denn sonst hätten sie uns schon längst mit Bomben angegriffen.« Die Jäger trennten sich, flogen links und rechts am Schiff vorbei, das mit zwanzig Knoten einen weiten Kreis fuhr. Keine Samen folgte den Igel, die drehten, sich wieder formierten und den Bug der Fuzik anflogen. Ihr nächstes Ziel waren die Aufbauten. Einen Augenblick später wurde die Brücke des Frachters von mehreren hundert Geschossen durchsiebt. Alle Fenster zersplitterten. Der größte Teil der Brückenbesatzung kam ums Leben, doch das Schiff blieb nach wie vor seetüchtig. Cherow sah sich das Gemetzel an. Sein Rudergänger war von einem halben Dutzend explodierender Geschosse zerrissen worden. Auf der Brücke lebte niemand mehr. Erst nach einigen Sekunden, nachdem sich der Schock gelegt hatte, spürte er einen lähmenden Schmerz im Bauch und sah, wie sich seine Jacke dunkel verfärbte. Sie sind getroffen, Kapitän! Nur der General hatte die Geistesgegenwart besessen, hinter etwas Solidem Entdeckung zu gehen. Er sah sich die acht verstümmelten Leichen im Ruderhaus an und wunderte sich über sein Glück. Ich muss das Schiff in den Hafen bringen. Gehen Sie nach Achtern. Weisen Sie den ersten Offizier an, mit der Landungsoperation fortzufahren. Sie, Genosse General, leiten die Brandbekämpfung an Deck. Mein Schiff muss unbedingt in den Hafen. Ich schicke Ihnen Hilfe! Der General rannte hinaus. Chiroff ging ans Steuer. Keflavik, Island Stopp! Halten Sie hier an! schrie Edwards. Was gibt's, Lieutenant? fragte der Sergeant und blieb auf dem Parkplatz stehen. Nehmen wir meinen Wagen! Dieser Jeep ist mir zu auffällig! Der Lieutenant sprang aus dem Geländewagen und rannte zu seinem alten Volvo. Die Marine-Infanteristen folgten ihm nach kurzem Zögern. Los, steigt ein! Sir, was haben wir eigentlich vor? Sergeant, wir müssen aus der Gegend verschwinden. Was, wenn der Ivan Hubschrauber hat? Der Sergeant nickte. Und was haben wir vor, Sir? Wir fahren bis Hafnar Fjordur, lassen den Wagen stehen und schlagen uns ins Gelände, bis wir einen sicheren Platz finden, von dem aus wir funken können. Was ich da habe, ist ein Satellitenfunkgerät. Washington muss erfahren, was sich hier tut. Wir müssen daher beobachten, was der Ivan alles anbringt. Unsere Seite wird zumindest versuchen, diesen Felsen wieder einzunehmen. Sergeant, unser Auftrag ist zu überleben, Funkverbindung zu halten und vielleicht Zurückeroberung beizutragen. Dieser Gedanke war Edwards erst vor kurzem gekommen. Würde man überhaupt versuchen, Island zurückzuerobern? War man in der Lage, es zu versuchen? Was war ringsum auf der Welt sonst noch schiefgegangen? Langsam, eins nach dem anderen, sagte er sich. Er für seinen Teil hatte keine Lust, sich von den Russen gefangen nehmen zu lassen. Wenn es ihnen gelang, Informationen an die Außenwelt zu funken, mochten sie in der Lage sein, sich für den Angriff auf Kevlawick zu rächen. Edwards ließ den Motor an und fuhr auf der Staatsstraße 41 nach Osten. Irgendwo musste er den Volvo abstellen. Aber wo? In Hafnar Fjordur gab es ein Einkaufszentrum und das einzige Kentucky Fried Chicken Restaurant auf der ganzen Insel. Das war der ideale Abstellplatz. Der junge Lieutenant musste wider Willen lächeln. Sie waren noch am Leben und besaßen eine der gefährlichsten Waffen. Ein Funkgerät. Mit den Problemen, nahm er sich vor, würde er fertig werden, wenn sie sich stellten. Sein Auftrag, entschied er, war, am Leben zu bleiben und Meldung zu erstatten. Wenn das erledigt war, konnten sie ihm ruhig andere Befehle geben. Eins nach dem anderen, redete er sich immer wieder ein. Hoffentlich weiß überhaupt ein Mensch, was hier gespielt wird. Penguin 8 Sieht so aus, als hätten sie das Feuer unter Kontrolle, stellte der Pilot fest. Wie haben sie das bloß geschafft? Der Kahn hätte eigentlich in die Luft gehen sollen. Sie sahen mit an, wie die vier Luftkissenfahrzeuge eine weitere Ladung Truppen an Land brachten. Es war dem Piloten nicht eingefallen, die beiden inzwischen auf dem Flug nach Schottland befindlichen Jäger, die Landungsfahrzeuge statt des Schiffes angreifen zu lassen. Penguin 8 hatte acht Sonarbojen, vier Torpedos MK-46 zur U-Boot-Bekämpfung und eine Reihe anderer Hightech-Waffen an Bord, die aber gegen ein simples, großes Ziel wie diesen Frachter nutzlos waren. Es sei denn, er wollte Kamikaze spielen. Der Pilot schüttelte den Kopf. Wenn Sie nach Schottland wollen. Wir haben für dreißig Flugminuten Treibstoff, meldete der Bortingenieur. Okay, schauen wir uns noch einmal Kevlawick an. Ich gehe auf sechstausend. Da sollten wir außer Reichweite der Samen sein. Binnen zwei Minuten waren sie über der Küste. Ein Lebed näherte sich der Sosus- und Sik-Endstation gegenüber Hafnir. Sie konnten gerade noch Bewegung am Boden und eine dünne Rauchfahne sehen, die aus dem Gebäude wehte. Von Sik-End, Signal Intelligence, verstand der Pilot nicht viel. Doch Sosus, das Sonarüberwachungssystem auf dem Meeresboden, war das wichtigste Mittel zum Aufspüren von Zielen, auf die die Orion dann losgehen konnte. Die Station unter ihnen deckte die Lücken zwischen Grönland und Island und zwischen Island und den Fahrröhren ab. Die Hauptbarriere zwischen den russischen U-Booten und den Seewegen des Nordatlantik war praktisch permanent ausgefallen. Großartig! Eine Minute später waren sie über Kevlawick. Sieben oder acht Flugzeuge hatten den Start nicht mehr geschafft und brannten. Der Pilot sah sich durchs Fernglas die Startbahnen an und stellte entsetzt fest, dass sie weitgehend intakt waren. Taco, stehen Sie in Verbindung mit einer Sentry? Ich kann Ihnen sofort eine geben. Sprechen Sie. Sie haben Sentry 2. Sentry 2. Hier, Penguin 8. Hören Sie mich. Over. Roger, Penguin 8. Hier spricht der Chefcontroller. Wir orten Sie über Kevlawick. Wie sieht es aus? Acht Vögel brennend am Boden. Die Raketen haben die Startbahnen nicht beschädigt. Wiederhole, keine Krater in den Startbahnen. Sind Sie ganz sicher, Penguin 8? Positiv. Schwere Schäden durch Sprengwirkung, aber keine Löcher im Boden. Die nahegelegenen Treibstofftanks sehen unbeschädigt aus und nichts scheint das Tanklager bei Hakodstangar getroffen zu haben. Wir haben unseren Freunden eine Riesenmenge Saft und einen intakten Flugplatz hinterlassen. Der Tower steht noch. Um den Leitstand herum brennt es wie Zunder, aber die Startbahnen sind eindeutig benutzbar. Over. Und das Schiff, das Sie angegriffen haben? Volltreffer. Ich sah den Zielanflug selbst. Zwei F-15 griffen mit Bordwaffen an, aber das reichte nicht. Vermutlich schafft er Kanes in den Hafen. Schätze, er versucht, den Reykjavik oder Hafen Afjördur zu löschen. Muss eine Menge Zeug an Bord haben. Ist rund 40.000 Tonnen groß. Noch zwei bis drei Stunden, dann ist er im Hafen, wenn wir ihn nicht versenken können. Verlassen Sie sich nicht darauf. Wie sieht's mit dem Treibstoff aus? Wir müssen uns sofort auf den Weg nach Stornowai machen. Meine Kameras haben Aufnahmen von der Umgebung und vom Schiff gemacht. Mehr können wir jetzt nicht tun. Okay, Penguin 8. Suchen Sie sich einen Landeplatz. Wir ziehen uns in ein paar Minuten ebenfalls zurück. Viel Glück. Out! Hafen Afjördur, Island Edwards stellte den Volvo an einem Einkaufszentrum ab. Auf der Fahrt hatte er einige Leute gesehen, die vorwiegend nach Westen in Richtung Keflavik schauten. Hier schien zum Glück noch niemand zu sein. Wohin jetzt, Lieutenant? Fragte der Sergeant Smith. Sergeant, stellen wir mal ein paar Dinge klar. Sie sind der Mann mit Erdkampferfahrung. Wenn Ihnen was einfällt, möchte ich es erfahren. Nun, Sir, ich würde mich sofort nach Osten absetzen, um Distanz zwischen uns und den Straßen zu schaffen, und mir dann einen Platz suchen, an dem Sie am Funkgerät drehen können, und zwar schnell. Erdkampferung. Edwards schaute sich um. Es war zwar noch niemand auf der Straße, aber er wollte verhindern, dass sie beim Rückzug ins Gelände beobachtet und verraten wurden. Er nickte, und der Sergeant ließ einen Schützen vorangehen. Sie nahmen die Helme ab und hängten sich die Gewehre über, um so harmlos wie möglich auszusehen. Schöner Kriegsbeginn, dachte Edwards. M.S. Julius Fuzik Gott sei Dank, die Brände sind gelöscht, verkündete General Andreev. Unsere Ausrüstung hat schweren Schaden erlitten, vorwiegend durch Löschwasser, aber das Feuer ist aus. Seine Mine änderte sich, als er Chiroff erblickte. Der Kapitän war leichenblass. Ein Sanitäter hatte seine Wunde verbunden, die inneren Blutungen aber nicht ganz stillen können. Der Mann hielt sich mit Mühe am Kartentisch aufrecht. Kurs 003. Der dritte Offizier stand am Ruder. 003 liegt an, Genosse Kapitän. Sie müssen sich hinlegen, sagte Andreev leise. Erst muss ich mein Schiff sicher in den Hafen bringen. Die Fuzik lief fast genau nach Norden und hatte Wind und See dwarfs. Wasser legte in das von der Rakete geschlagene Loch, und Chiroffs anfänglicher Optimismus schwand. Der Einschlag des Flugkörpers hatte Nähte unter der Wasserlinie aufgerissen, durch die nun Seewasser ins untere Frachtdeck eindrang, aber bisher hielten die Lenzpumpen noch mit. Käpt'n, sie müssen ärztlich versorgt werden, beharrte Andreev. Wenn wir die Landzunge umrundet haben, liegt die beschädigte Backbordseite in Lee. Dann kann sich jemand um mich kümmern. USS Ferris Sonarkontakt, möglicherweise U-Boot an 353, verkündete der Sonarmann. So geht's los, dachte Morris. Auf der Ferris herrschte Alarmzustand, seit sie die amerikanische Küste verlassen hatte. Die Fregatte schleppte eine Batterie passiver Sonarsensoren hinter sich her, befand sich 20 Meilen nördlich des Gleitzuges und fuhr nun gerade über die Kante des Kontinentalschälfs am Lindenkohl Canyon in tiefes Wasser. Perfektes Versteck für ein U-Boot. Zeigen Sie mal her, befahl der ASW-Offizier, dessen Funktion die Leitung der Bekämpfung von Unterseeboten war. Morris hielt sich zurück und schaute seinen Männern bei der Arbeit zu. Der Sonarmann wies auf das Wasserfall-Display, das eine Reihe digitaler Quadrate zeigte, zahlreiche Grünschattierungen auf schwarzem Hintergrund. Sechs übereinander stehende Quadrate unterschieden sich von den anderen, ein siebtes kam hinzu. Die Tatsache, dass sie in einer vertikalen Reihe erschienen, wies darauf hin, dass das Geräusch von einer konstanten Quelle nordwestlich des Schiffes erzeugt wurde. Bisher hatten sie nur eine Richtung und konnten weder die Entfernung abschätzen noch feststellen, ob sie es mit einem U-Boot zu tun hatten. Das Signal verschwand für eine Minute, kehrte dann wieder zurück, dann verklang es ganz. Morris und sein ASW-Offizier sahen sich die Anzeige des Bati-Thermografen an. Alle zwei Stunden warfen sie ein Instrument über Bord, das beim Sinken die Wassertemperatur maß und über Draht zurückmeldete, bis es nach Kappen des Drahtes auf Grund landete. Die Anzeige stellte eine unregelmäßige Linie dar. Die Wassertemperatur nahm mit zunehmender Tiefe ab, aber nicht gleichmäßig. »Könnte wer weiß was sein«, sagte der ASW-Offizier leise. »Allerdings«, stimmte Morris zu und ging zurück an Sonar-Display. Der Kontakt war noch da. Doch wie groß war seine Entfernung? Wasser überträgt Schall viel besser als Luft, gehorcht aber anderen Gesetzen. 30 Meter unter dem Kiel der Ferris befand sich die Schicht, wo sich die Wassertemperatur abrupt änderte. Ein Teil dieser Schallenergien konnte zwischen Schichten eingefangen werden und blieb über enorme Distanzen hinweg intensiv. Die Schallquelle, der sie lauschten, mochte fünf oder fünfzig Meilen entfernt sein. Nun verschob sich die Spur auf dem Display etwas nach links, was bedeutete, dass sie selbst nach Osten abwichen oder dass der Kontakt nach Westen driftete, beispielsweise ein U-Boot, das heimlich hinter seinem Ziel in Angriffsposition ging. »Sir«, sagte der ASW-Offizier nach einer Weile, »da sich die Richtung nicht wahrnehmbar ändert, muss der Kontakt gut fünfzehn Meilen entfernt sein. Das bedeutet, dass es sich um eine ziemlich laute Schallquelle handelt, die zu weit entfernt ist, um eine unmittelbare Bedrohung darzustellen. Sollte es aber doch ein Atom-U-Boot sein, könnten wir nach einem kurzen Spurt eine Kreuzpeilung vornehmen.« Morris schaute auf Instrumente am achterlichen Schott. Seine Fregatte lief mit vier Knoten Fahrt. Er griff zum Telefon. »Brücke an Gefechtszentrale. Brücke I. Ihr Erster Offizier.« »Joe, gehen wir mal fünf Minuten auf zwanzig Knoten und versuchen, eine Kreuzpeilung vorzunehmen.« »Eißer.« Eine Minute später spürte Morris eine Veränderung der Bewegungen seines Schiffes, als die Dampfturbine die Fregatte hart durch knapp zwei Meter hohe Seen trieb. Er wartete nachdenklich und wünschte sich eine empfindlichere Sonarbatterie vom Typ 2X, mit der die Fregatten der Parry-Klasse ausgerüstet wurden. Nach fünf Minuten wurde die Turbinenleistung verringert und als das Schiff seine Fahrt verlangsamte, schlug das Muster auf dem Sonarschirm um. Der Kommandant, sein ASW-Offizier und der Sonaroperator beobachteten den Schirm zehn Minuten lang aufmerksam. Die anormale Schallanzeige tauchte nicht wieder auf. Bei einer Übung zu Friedenszeiten wären sie zu dem Schluss gekommen, dass es sich um eine reine Anomalie handelte, vom Wasser erzeugtes Geräusch, das so plötzlich verschwand, wie es aufgetaucht war, vielleicht ein kleiner Strudel. Nun trug alles, was sie orteten, potenziell einen roten Stern und ein Seerohr. «Besteht noch Anlass zu der Vermutung, es könnte sich um ein echtes Ziel handeln?» fragte er den ASW-Offizier. «Inzwischen nicht mehr, Sir.» Der Offizier fragte sich, ob es überhaupt richtig gewesen war, den Kommandanten von dem Kontakt zu unterrichten. «Gut. Das war bestimmt nicht der letzte Blinder-Alarm.» 19. Wege enden, Wege beginnen. Haft nach Fjardur, Island. Sergeant James Smith war Kompanieschreiber und trug als solcher die Karten seines Chefs bei sich, wie Edwards zu seiner Erleichterung erfuhr. Weniger erfreut wäre er gewesen, wenn er erfahren hätte, was Smith von ihrem Unternehmen hielt und wer seiner Ansicht nach die Gruppe führte. Sie marschierten schweigend nach Osten, vorbei an einem zwei Kilometer langen Lavafeld, ohne Ruhepausen einzulegen. Die See hatten sie im Rücken, und solange sie das Wasser sehen konnten, waren auch sie von der Küste aus zu entdecken. Jede von ihren Stiefeln aufgewirbelte Staubwolke ließ das Gefühl der Verwundbarkeit intensiver werden, und Schütze Garcia, der die Nachhut bildete, machte periodisch kehrt und ging ein paar Meter zurück, um sich zu vergewissern, dass ihnen niemand folgte. Die anderen schauten voraus, nach links und rechts und auch nach oben, denn sie waren sicher, dass der Russe einen oder zwei Hubschrauber mitgebracht hatte. Die Szenerie erinnerte an eine Mondlandschaft. Aus diesem Grund waren auch die Apollo-Astronauten in Island ausgebildet worden. Eine leichte Brise strich an den Hängen hoch, die sie erklommen und wirbelte Staub auf. Edwards musste niesen. »Hubschrauber!« rief Garcia. Der Schütze hatte scharfe Augen. Hören konnten sie die Maschine noch nicht, aber da hing sie überm Horizont, kam von See her angeflogen. »Alles in Deckung! Geben Sie mir das Fernglas, Sergeant!« Smith warf sich neben ihn und hatte das Fernglas schon angesetzt. »Ein Hipser! Transporthubschrauber, wahrscheinlich mit Truppen an Bord!« erreichte Edwards den Feldstecher. »Ich glaub's Ihnen,« erwiderte Edwards. Er konnte die ungeschlachte Maschine gut drei Meilen entfernt auf Hafnar Fjordur zuhalten sehen. »Sieht so aus, als wollten sie zum Hafen.« »Klar, sie kamen ja mit einem Schiff. Ehe das anlegen kann, muss der Hafen eingenommen und gesichert werden.« »Klingt logisch,« stimmte Sergeant Smith zu. Edwards verfolgte den Hubschrauber, bis er hinter einigen Gebäuden verschwand. Eine Minute später war er wieder in der Luft und flog zurück nach Nordwesten. Er sah sich den Horizont genauer an. »Sieht aus, als käme da ein Schiff.« M.S. Julius Fuzik. Chiroff schleppte sich zum Kartentisch. Die Lenzpumpen wurden mit dem einströmenden Wasser fast fertig. Der Bug der Fuzik lag einen halben Meter tiefer als normal. Chiroff lächelte schwachen sich hinein. Der General hatte ihn praktisch mit Waffengewalt gezwungen, sich von einem Sanitäter an einen Plasmatropf hängen und Morphium geben zu lassen. Für Letzteres war er da aber nicht mehr so unerträglich. Die Plasmaflasche, die der Sanitäter im Ruderhaus hinter ihm hertrug, ging ihm aber auf die Nerven. Doch Chiroff wusste, dass sie notwendig war, wenn er noch ein paar Stunden länger am Leben bleiben wollte. Und wer weiß, dachte er, wenn der Regimentsarzt sein Handwerk versteht, komme ich vielleicht sogar durch. Nun stand Wichtigeres an. Er hatte sich die Karte des Hafens genau angesehen. Ihm fehlte ein Lotse. Mit Hafenschleppern war nicht zu rechnen, und die Minischlepper für die Leichter, die sich in dem gabelfarmigen Hex eines Schiffes befanden, waren zum Anlegen nutzlos. Nach dem ersten Erkundungsflug umkreiste der Hubschrauber sein Schiff. Ein Wunder, dass er überhaupt noch fliegt, dachte der Kapitän, denn die Schwestermaschine war direkt neben ihm von den Bordwaffen eines amerikanischen Jägers zerstört worden. Es war den Mechanikern gelungen, das Feuer rasch zu löschen und den zweiten Hubschrauber mit einem Wasservorhang zu schützen. Es waren einige kleine Reparaturen notwendig gewesen, da die Außenhaut Einschüsse aufwies, aber nun war die Maschine wieder einsatzbereit, schwebte Achterlichte aufbauten und setzte dann langsam und schwerfällig auf. Wie geht es Ihnen, Kapitän? fragte der General. Am liebsten hätte er sich den Mann geschnappt und von seinem Arzt versorgen lassen, aber wer sollte dann das Schiff in den Hafen bringen? Kapitän Chiroff starb vor seinen Augen, das hatte der Sanitäter deutlich genug gesagt. Chiroff litt an inneren Blutungen, gegen die Plasma und Verbände nichts ausrichten konnten. Haben Ihre Männer die Kampfziele erreicht? fragte Chiroff. Den Meldungen zufolge wird auf dem Stützpunkt noch immer gekämpft, doch wir sollten ihn bald gesichert haben. Der erste Trupp am Hafen stieß auf keinen nennenswerten Widerstand. Dort ist also alles sicher. Sie sollten sich ausruhen, Kapitän. Chiroff schüttelte den Kopf wie ein Betrunkener. Ruhe kriege ich bald mehr als genug. Nur noch fünfzehn Kilometer. Wir fahren ohnehin viel zu schnell. Mag sein, dass die Amerikaner Flugzeuge losgeschickt haben. Noch vor Mittag müssen wir im Hafen sein und ihre Ausrüstung gelöscht haben. Ich habe zu viele Besatzungsmitglieder verloren, um jetzt noch zu versagen. Hafnarfjördur, Island. Das müssen wir melden, meinte Edwards leise. Er schüttelte seinen Rucksack ab und öffnete ihn. Er hatte einmal einem Mann beim Testen des Funkgerätes zugesehen und festgestellt, dass an der Seite des Gehäuses eine Gebrauchsanweisung angebracht war. Die sechsteilige Antenne ließ sich leicht in den Pistolengriff einschieben. Dann stöpselte er den Kopfhörer ein und schaltete das Funkgerät an. Er sollte die Antenne, die einer Blüte ähnlich sah, auf den dreißigsten Meridian ausrichten, aber es fehlte ihm ein Kompass, der ihm zeigte, wo dieser Meridian war. Smith entfaltete eine Landkarte und wählte einen Orientierungspunkt in der ungefähren Richtung. Edwards richtete die Antenne aus und schwenkte sie langsam, bis er das Zwitschern der Trägerfrequenz des Satelliten hörte. Okay. Edwards stellte einen vorgewählten Kanal ein und ging durch Umlegen eines Kippschalters auf Sendung. Hier spricht Mike Edwards, First Lieutenant United States Air Force, Island. Bitte melden. Over. Es tat sich nichts. Edwards las die Bedienungsanleitung noch einmal durch, um sicher zu gehen, und setzte den Spruch noch dreimal ab. Bitte identifizieren, Over. Endlich hatte eine Stimme geantwortet. Edwards, Michael D., First Lieutenant US Air Force, Nummer 328614030. Ich bin der Meteorologieoffizier, den Kevlawick stationierten 57. Abfangjägerstaffel. Wer spricht? Over. Wenn Sie das nicht wissen, haben Sie in diesem Funkkreis nichts verloren. Machen Sie den Kanal frei, der wird für dienstlichen Verkehr gebraucht, erwiderte die Stimme kalt. Edwards startete das Gerät einige Sekunden lang in sprachlosem Zorn an, ehe er explodierte. Hören Sie mal, Sie Arschloch! Der Mann, der mit diesem verdammten Gerät umzugehen, versteht es tot, und außer mir haben Sie niemanden. Der Stützpunkt Kevlawick wurde vor sieben Stunden von den Russen aus der Luft und vom Boden angegriffen. Hier wimmelt es nur so vor Feinden. Ein russisches Schiff läuft gerade nach Hafnar Fjördur ein, und Sie treiben hier beschissene Wortspiele. Reißen Sie sich mal zusammen, Mr. Over. Verstanden. Abwarten. Wir müssen erst feststellen, wer Sie sind. Keine Spur von Reue. Verdammt nochmal, dieser Kasten ist batteriebetrieben. Sollen Sie sich die Batterien entladen, während Sie in Aktenschränken kramen? Nun meldete sich eine neue Stimme. Edwards, hier spricht der ranghöchste Wachoffizier. Beenden Sie die Sendung. Der Gegner könnte Sie abhören. Wir melden uns in dreißig Minuten wieder. Out. Edwards schaltete das Gerät ab. Los, machen wir, dass wir weiterkommen. Ich wusste nicht, dass der Gegner dieses Signal aufspüren kann. Sergeant, halten wir auf diese Höhe 152 zu. Von dort aus sollten wir einen guten Überblick haben. Außerdem gibt's auf dem Weg Wasser. Heißes Wasser, Sir, voller Schwefel. Unser Pech. Edwards trabte langsam los. Als kleiner Junge hatte er einmal die Feuerwehr rufen müssen. Damals hatte man ihm geglaubt. Warum nicht jetzt? M.S. Julius Fuzik. Tcherov wusste, dass er nun das Werk der Amerikaner zu Ende führte. In diesen Hafen mit 18 Knoten einzufahren, war mehr als leichtsinnig. Der Meeresboden war felsig und eine Grundberührung konnte den Boden des Schiffes aufreißen. Doch noch mehr fürchtete er einen neuen Luftangriff und war sicher, dass nun ein Schwarm amerikanischer Jäger zu ihm unterwegs war, beladen mit Raketen und Bomben, die den wichtigsten Auftrag seines Lebens zu einem Misserfolg machen würden. Aufkommen! rief er. Vor einigen Minuten hatte er erfahren, dass sein erster Offizier den beim ersten Jägerangriff erlittenen Verletzungen erlegen war. Sein bester Rudergänger war vor seinen Augen schreiend gestorben. Viele seiner besten Matrosen hatten das gleiche Schicksal erlitten. Nun gab es nur noch einen Mann an Bord, der die für den Landfall notwendige Positionsbestimmung vornehmen konnte. Doch der Kai war nun in Sicht, und er verließ sich auf sein Seemannsorge. »Halbe Kraft voraus!« befahl er. Der Rudergänger gab die Anweisung über den Maschinentelegrafen weiter. »Bruder, hart Steuerbord!« Der Bug des Schiffes schwang langsam nach rechtsherum. Chiroff stand in Brückenmitte und nahm sorgfältig den Kai ins Visier. Das Schiff bekam Grundberührung. Chiroff wurde zu Boden geschleudert und fluchte laut vor Zorn und Schmerz. Er hatte sich verkalkuliert. Die Fuzik litt ruckend über den felsigen Grund. Keine Zeit mehr, auf die Seekarte zu schauen. Wenn die Tide sich wendete, würden die starken Strudel im Hafen das Anlegemanöver zu einem Albtraum machen. »Gegen Ruder!« Eine Minute später war das Schiff wieder frei. Der Kapitän ignorierte die Leckalarme, die hinter ihm zu tuten begannen. Der Rumpf war leckgeschlagen, oder bereits geplatzte Nähte hatten sich weiter geöffnet. Doch das war jetzt nebensächlich. Der Hafen mit dem aus grob behauenen Steinen bestehenden Kai war nur noch tausend Meter entfernt. »Aufkommen! Maschinenstopp!« Doch das Schiff hatte zu viel Fahrt. Die Soldaten an Land erkannten das und wichen auf dem Kai zurück, weil sie befürchteten, er könne dem Aufprall des Schiffes nicht standhalten. Chiroff grunzte mit grimmiger Befriedigung. Noch achthundert Meter. »Volle Kraft zurück!« Sechshundert Meter. Das ganze Schiff erbebte, als die Maschinen seine Fahrt zu vermindern suchten. Es lief mit nun acht Knoten in einem Winkel von dreißig Grad auf eine Anlegestelle zu. Chiroff trat ans Sprachrohr zum Maschinenraum. »Auf mein Kommando hin! Stellen Sie die Maschinen ab! Betätigen den Sprinklerhebel und verlassen den Maschinenraum!« »Was haben Sie vor?« fragte der General. »Wir können am Kai nicht anlegen,« erwiderte Chiroff schlicht. »Ihre Soldaten verstehen sich nicht auf die Handhabung der Leinen. Viele meiner Matrosen sind tot.« Chiroff hatte eine Anlegestelle gewählt, deren Tiefe um genau einen halben Meter geringer war als der Tiefgang der Fuzik. Er ging zurück ans Sprachrohr. »Jetzt, Genossen!« Tief unten gab der Chefingenieur Befehle. Sein erster Maschinist stellte die Diesel ab und eilte zur Fluchtleiter. Der Ingenieur riss am Nothebel der Löschanlage und folgte ihm, nachdem er sich davon überzeugt hatte, dass alle seine Männer den Maschinenraum verlassen hatten. »Bruder, hart Steuerbord!« Eine Minute später rammte der Bug der Julius Fuzik den Kai mit fünf Knoten. Der Bug wurde eingedrückt, das Schiff schwang nach rechts und knallte mit der Flanke funkensprühend auf die Felsen. Der Aufprall riss den Rumpf an der Steuerbord-Bilge auf, die unteren Decks wurden sofort geflutet und das Schiff sank rasch auf Grund, der sich knapp unter seinem platten Kiel befand. Die Julius Fuzik war am Ende ihrer letzten Fahrt angelangt, hatte aber ihr Ziel erreicht. Cherov winkte dem General zu. »Meine Männer werden zwei Leichter aussetzen und zwischen Heck und Kai verankern. Sie können dann mithilfe ihres Brückengeräts ihre Fahrzeuge vom Aufzug auf die Leichter und von dort aus an Land schaffen.« »Kein Problem. Und Sie, Genosse Kapitän, bringe ich zu meinem Arzt. Keine Widerrede!« Der General gab seiner Ordinanz einen Wink und die beiden Männer führten den Kapitän unter Deck. Vielleicht war es noch nicht zu spät. Höhe 152, Island »Ist Ihnen jetzt endlich klar, wer ich bin?« fragte Edwards gereizt. Störend wirkte sich auch die Verzögerung von einer Viertelsekunde aus, die das Signal wegen des Umwegs über den Satelliten hatte. »Jawohl! Der Haken ist nur, wie sollen wir wissen, dass Sie es auch wirklich sind?« Der Offizier hatte ein Fernschreiben in der Hand, das bestätigte, dass ein gewisser First Lieutenant Michael D. Edwards, USAF, in der Tat ein Mitte-Urologie-Offizier der 57. AJ-Staffel gewesen war. Doch über diese Informationen konnten die Russen schon lange vor der Invasion verfügt haben. »Hören Sie mal, ich sitze hier auf Höhe 152 östlich von Hafenach Fjordurg, klar? Hier fliegt ein russischer Hubschrauber rum und im Hafen hat gerade ein dickes Schiff angelegt. Eine Flagge kann ich nicht erkennen, weil die Entfernung zu groß ist, aber aus New York ist der Kahn bestimmt nicht. Die Russen haben den Stützpunkt zerbombt und sind hier gelandet. Soldaten überall!« »Berichten Sie von dem Schiff.« Edwards setzte das Fernglas an. »Schwarzer Rumpf, weiße Aufbauten. Große Blogbuchstaben auf der Seite, die ich nicht genau erkennen kann. Das erste Wort fängt mit L an. Sieht aus wie ein leichter Mutterschiff.« »Haben Sie russische Truppen gesehen?« Edwards machte eine Pause, ehe er antwortete. »Nein, aber ich hörte die Funkmeldungen der Marineinfanterie. Die Marines wurden überrannt und haben sich seitdem nicht mehr gemeldet. Ich sehe Menschen am Hafen, kann ihnen aber nicht sagen, wer sie sind.« »Gut, wir werden das überprüfen. Für den Augenblick schlagen wir vor, dass sie sich ein schönes Plätzchen suchen und Funkstille wahren. Wenn wir Kontakt mit ihnen aufnehmen wollen, senden wir alle geraden Stunden zur vollen Stunde. Wenn sie uns sprechen wollen, sind wir dann empfangsbereit. Verstanden?« »Rotter! Out!« Edwards schaltete ab. »Das kann doch nicht wahr sein!« »Kein Mensch weiß, was hier vorgeht, Lieutenant«, merkte Smith an. »Wie sollen die Bescheid wissen? Wir blicken ja selbst nicht durch!« »Kann mal wohl sagen.« Edwards packte das Funkgerät weg. »Warum hören diese Idioten nicht auf mich? In zwei Stunden könnten ein paar Jagdbomber hier sein und dieses verdammte Schiff kurz- und kleinbomben.« »Mann, ist das ein Riesenkahn!« »Was bekommt ihr Marines in so ein Schiff an Gerät hinein?« »Eine ganze Menge«, antwortete Smith leise. »Glauben Sie, dass die Russen versuchen werden, noch mehr Truppen zu landen?« »Das müssen sie zwangsläufig tun.« »Den Angriff auf Kevlawick führte höchstens ein Bataillon. Wer diese Rieseninsel halten will, braucht mehr Truppen.« Haft nach Fjordur, Island. Endlich konnte der General an die Arbeit gehen. Seine erste Tat war das Besteigen des Hubschraubers, der nun vom Kai aus operierte. Er ließ eine Schützenkompanie zur Sicherung des Hafens zurück, schickte eine zweite als Verstärkung zum Flughafen Reykjavik und stellte die letzte zum Ausladen der Divisionsausrüstung ab. Dann flog er nach Kevlawick, um sich einen Überblick zu verschaffen. Es brannte noch immer. Das Kerosinlager in der Nähe des Stützpunktes stand in Flammen, aber das fünf Kilometer entfernte Haupttanklager sah intakt aus und wurde inzwischen von einigen Männern mit einem Schützenpanzer bewacht. Auf einer der unbeschädigten Startbahnen traf er sich mit dem Kommandeur der Landungstruppen. »Der Luftstützpunkt Kevlawick ist fest in unserer Hand«, erklärte der Mann. »Wie ist es gegangen?« »Ein harter Kampf. Die Amerikaner waren unkoordiniert, weil eine Rakete ihren Befehlsstand getroffen hatte, gaben aber nicht so leicht auf. Wir haben 19 Tote und 43 Verwundete. Die meisten Marineinfanteristen sind gefallen. Die Gefangenen werden im Augenblick noch gezählt.« »Wie viele Soldaten sind denn gekommen?« »Keiner, soviel ich weiß. Genau lässt sich das natürlich noch nicht sagen, aber viele kamen wohl in den Bränden um.« Der Oberst wies auf die ausgebrannten Gebäude des Stützpunkts. »Wie sieht's auf dem Schiff aus? Wie ich hörte, bekam es eine Rakete ab.« »Ja, und es wurde obendrein von amerikanischen Jägern mit Bordwaffen beschossen. Jetzt liegt es am Kai. Unsere Ausrüstung wird ausgeladen.« »Können wir diesen Flugplatz benutzen?« »Der Bericht darüber geht gerade ein.« Der Funker des Obersten reichte ihm sein Telefon. Der Oberst sprach eine Minute lang mit dem Chef eines fünfköpfigen Luftwaffenteams, das mit der zweiten Welle eingetroffen war, um den Stützpunkt zu inspizieren. »Genosse General, Radar- und Funksysteme des Stützpunktes sind zerstört. Die Startbahnen sind mit Trümmern bedeckt. Ihre Räumung wird einige Stunden in Anspruch nehmen. Auch die Treibstoffhauptleitung ist an zwei Stellen unterbrochen. Fürs Erste muss Treibstoff mit Tanklastern transportiert werden. Das Team empfiehlt, den Lufttransport über Reykjavik zu leiten. Haben wir diesen Flughafen schon genommen?« »Leider nicht, Genosse. Die Maschinen wurden von unseren Raketen schwer beschädigt, und jene, die nicht von selbst in Brand gerieten, zündete das Bodenpersonal an. Wie ich bereits sagte, man wehrte, sich erbittert.« »Nun gut, sobald ich die Dinge im Griff habe, schicke ich den Rest ihrer beiden Bataillone zum Gerät. Das dritte brauche ich im Augenblick noch im Hafen. Ziehen Sie die Gefangenen zusammen und machen Sie sie für den Abtransport bereit. Sie sollen noch heute ausgeflogen werden. Und ich wünsche, dass sie korrekt behandelt werden.« »Jawohl, Genosse General. Und schicken Sie mir bitte Pioniere zur Reparatur der Treibstoffleitungen.« »Gut gemacht, Nikolai Gennadjewitsch!« Der General eilte zurück zu seinem Hubschrauber. Nur neunzehn Tote. Er hatte mit höheren Verlusten gerechnet. Die Zerstörung des Befehlsstandes der Marines war ein Glückstreffer gewesen. Als sein Hip wieder am Kai landete, rollten die Fahrzeuge bereits an Land. Die Leichter des Frachters hatten breite Ladetüren, durch die die Fahrzeuge gesteuert werden konnten. Am Kai und auf den benachbarten freien Flächen begannen sich die Einheiten bereits zu formieren. Wie der General feststellte, hatten seine Stabsoffiziere die Lage im Griff. Soweit war Operation Nordlicht ein voller Erfolg. Nach der Landung wurde der Hip vom Schiff aus betankt. Der General ging zu seinem Operationsoffizier. »Der Flughafen Reykjavik ist ebenfalls in unsere Hand, Genosse General«, meldete der Mann. »Und dort steht uns ein komplettes Tanklager zur Verfügung. Sollen die Maschinen der Luftbrücke dort landen?« Darüber musste der General erst einmal nachdenken. Reykjavik war zwar nur ein kleiner Flughafen, aber er wollte nicht warten, bis die Verstärkung über den größeren Stützpunkt Kevlawik eingeflogen werden konnte. »Ja, senden Sie das Kurtwort ans Hauptquartier. Die Luftbrücke soll sofort eingerichtet werden.« Höhe 152, Island. »Panzer!« Garcia hatte das Fernglas. »Ein ganzer Haufen mit roten Sternen drauf.« »Fahren auf Landstraße 41 nach Westen.« »Das sollte unsere Freunde überzeugen, Sir.« Edwards griff nach dem Feldstecher. Er konnte Kettenfahrzeuge sehen, aber keine Sterne. »Was ist das für ein Typ?« »Wie richtige Panzer sehen die nicht aus.« »Das sind Schützenpanzer vom Typ BMO oder BMD. Bieten Platz für einen Zug Soldaten. Bewaffnung 73-Millimeter-Kanone. Eindeutig Russen-Lieutenant. Ich habe elf gezählt. Dazu rund zwanzig LKW mit Soldaten.« Edwards setzte wieder das Funkgerät zusammen. Garcia hatte recht. Diesmal hatte er volle Aufmerksamkeit am anderen Ende. »Gut, Edwards. Wen haben Sie bei sich?« Edwards rasselte die Namen seiner Marines herunter. »Wir machten uns dünne, ehe die Russen in den Stützpunkt eindrangen.« »Wo befinden sie sich jetzt?« »Auf der Höhe 152, vier Kilometer östlich von Hafen nach Fjordur.« »Wir können bis zum Hafen sehen. Russische Kettenfahrzeuge sind unterwegs nach Kevlawick. Und LKW, Typ unbekannt, rollen auf Landstraße 41 in Richtung Reykjavik. Jungs, schickt uns ein paar Artwarks vorbei und bombardiert das Schiff, ehe es seine Ladung gelöscht hat.« Die Artwarks sind im Augenblick leider zu beschäftigt. Nur für den Fall, dass Ihnen noch keiner Bescheid gesagt hat. Vor zehn Stunden ist in Deutschland der Dritte Weltkrieg ausgebrochen. Wir wollen versuchen, Ihnen einen Aufklärer zu schicken, aber das kann eine Weile dauern. Vorher sind Sie auf sich allein gestellt. »Schöne Scheiße!« gab Edwards zurück und schaute seine Männer an. »Okay, Edwards. Nutzen Sie Ihren Grips. Vermeiden Sie Feindkontakte. Wenn ich die Lage richtig beurteile, sind Sie die einzigen Freundkräfte, die wir bei Kevlawick haben. Wir wollen, dass Sie laufend Meldung machen. Beobachten Sie. Gehen Sie sparsam mit den Batterien um. Immer mit der Ruhe, Jungs. Es kommt Hilfe, aber das kann noch eine Weile dauern. Gehen Sie, wie besprochen, alle zwei Stunden zur vollen Stunde auf Empfang. Geht Ihre Uhr genau?« Und in der Zwischenzeit, dachte der Fernmeldeoffizier, finden wir heraus, ob du auch wirklich Edwards bist und keine russische Pistole an der Schläfe hast. »Roger, sie ist auf Sulu-Zeit gestellt.« »Wir melden uns wieder. Out!« »Noch mehr Panzer!« rief Smith. »Mann, auf dem Kahn ist allerhand los!« Haff nach Fjordur, Island. Der General konnte kaum glauben, wie glatt alles ging. Als die Harpoon angeflogen kam, war er vom Scheitern seiner Mission überzeugt gewesen. Nun aber war ein Drittel seiner Fahrzeuge bereits vom Schiff gerollt und auf dem Weg zu den Einsatzgebieten. Nun sollte der Rest seiner Division eingeflogen werden. Dann folgten weitere Hubschrauber. Im Augenblick aber war er von hunderttausend nicht unbedingt freundlich gesinnten Isländern umgeben. Ein paar Unentwegte beobachteten ihn von der anderen Seite des Hafens aus. Er hatte bereits einen Zug losgeschickt, um sie zu verscheuchen. Wie viele Isländer aber waren nun am Telefon? War die Satelliten-Bodenstation noch intakt? Briefen sie vielleicht in den Staaten an, um zu melden, was sich auf Island tut? Sorgen übersorgen. »Genosse General, die Luftbrücke hat begonnen. Vor zehn Minuten hob die erste Maschine ab, eskortiert von Jägern. In vier Stunden sollten die Transporter landen,« meldete sein Fernmeldeoffizier. Vier Stunden also. Der General schaute zum blauen Himmel. Wie lange noch, bis die Amerikaner reagierten und eine Staffel Jagdbomber auf ihn losließen? Er wies auf seinen Operationsoffizier. »Hier stehen zu viele Fahrzeuge am Kai herum. So wie Sie genug Fahrzeuge für eine Kompanie zusammen haben, lassen Sie sie in Ihre Einsatzgebiete fahren.« »Wie sieht's auf dem Flughafen Reykjavik aus?« »Dort ist eine Kompanie-Infanterienstellung, eine weitere nur 20 Minuten entfernt. Kein Widerstand. Zivile Luftlotsen und Bodenpersonal stehen unter Bewachung. Eine Streife in Reykjavik meldet Ruhe auf den Straßen. Unsere Botschaft meldet, der isländische Rundfunk habe die Bevölkerung aufgefordert, in den Häusern zu bleiben. Dem Appell wird auch weitgehend Folge geleistet. Weisen Sie die Streife an, das Fernsprechamt zu besetzen. Rundfunk und Fernsehen sollen Sie in Ruhe lassen, aber das Telefonsystem müssen wir unter Kontrolle bekommen.« Er drehte sich um und sah, wie ein Zug Fallschirmjäger mit Gewehr im Anschlag gegen eine Gruppe schaulustiger vorging. Ein Mann lief wild gestikulierend auf die Soldaten zu und wurde niedergeschossen. Die Menge ergriff die Flucht. Der General fluchte laut. »Stellen Sie sofort fest, wer da geschossen hat!« USS Chicago McCafferty kehrte in die Angriffszentrale zurück. Die Dinge hatten begonnen, sich ungünstig zu entwickeln. Wer immer die geniale Idee gehabt hatte, die amerikanischen U-Boote in der Hoffnung, einen Zwischenfall zu vermeiden, aus der Barensee abzuziehen, hatte sie weit vom Schuss platziert. Und ausgerechnet zum Zeitpunkt des Kriegsausbruchs morrte McCafferty, vergaß aber, dass ihm die Idee damals gar nicht so übel vorgekommen war. Hätten Sie sich an den Plan gehalten, so hätte die sowjetische Marine bereits Verluste erlitten. Stattdessen aber war jemand wegen der neuen Positionierung der sowjetischen strategischen U-Boote in Panik geraten, mit dem Resultat, dass sie nichts erreicht hatten. Die sowjetischen Jagd-U-Boote waren aus dem Kola-Fjord gestürmt, aber nicht wie erwartet nach Süden ins norwegische Meer gefahren. Sein Fernsonar meldete mögliche U-Boot-Geräusche weit im Norden, die sich nach Westen bewegten und dann verklangen. Aha, dachte er, schickte der Russe seine Boote durch die Straße von Dänemark? Die Sosos-Barriere zwischen Island und Grönland konnte das zu einem kostspieligen Unternehmen machen. USS Chicago fuhr in 500 Fuß Tiefe, knapp nördlich des 69. Breitengrades, 100 Meilen westlich von Norwegens felsiger Küste. Zwischen ihm und dem Land operierten die norwegischen Dieselboote und schützen ihre Küste. Dafür hatte McCafferty Verständnis, aber es gefiel ihm trotzdem nicht. Bisher hatte nichts so richtig geklappt, und das machte McCafferty nervös. Er hatte ein besser ausgerüstetes Boot als der Gegner, doch wenn die Russen Glück hatten … Er sah seine Männer an. Wenn er Mist baute, mussten sie alle sterben. Und er auch. In dem Bewusstsein, sie im Stich gelassen zu haben. Auf Seerohrtiefe gehen, befahl er. Zeit, auf neue Befehle zu horchen und eine ESM-Rundumsuche vorzunehmen. Keine einfache Prozedur. Das Boot tauchte vorsichtig auf, fuhr eine Kurve, um sein Sonar sicherstellen zu lassen, dass kein anderes Schiff in der Nähe war. ESM-Antenne ausfahren. Zahlreiche elektronische Emissionen, Sir. Drei Suchgeräte auf dem J-Band. Eine Menge anderes Zeug. Viel Geschnatter auf VHF und UHF. Bandgeräte laufen. Macht Sinn, dachte McCafferty. Doch die Gefahr, dass hier jemand hinter ihnen her war, schien gering zu sein. Seerohr ausfahren. Der Kommandant richtete den Ausblick des Periskops nach oben, um den Himmel nach Flugzeugen abzusuchen, und strich dann rasch den Horizont ab. Dann fiel ihm etwas Seltsames auf. Er musste den Ausblick nach unten richten. Keine zweihundert Meter entfernt stieg der grüne Rauch einer Markierungsboje auf. McCafferty fuhr zusammen und wirbelte das Instrument herum. Aus dem Dunst kam eine viermotorige Maschine direkt auf ihn zu. McCafferty hob die Hand, drehte am Seerohrrad, fuhr das Instrument ein. »Alarm tauchen! Äußerste Kraft voraus! Gehen Sie auf achthundert Fuß!« Verflucht! Wo war die Kiste so plötzlich hergekommen? Die Maschinen des Bootes explodierten gewissermaßen. Auf einen Schwall von Befehlen hin drückten die Rudergänger ihre Bedienungshebel bis zum Anschlag durch. »Torpedo im Wasser! Steuerbord!« schrie ein Sonarmann. McCafferty reagierte sofort. »Ruder, hart Backbord!« »Hart Backbord liegt an!« Der Fahrtenzeiger stand auf zehn Knoten. Die Geschwindigkeit nahm rasch zu. Sie hatten nun eine Tiefe von hundert Fuß erreicht und tauchten weiter. »Torpedo Richtung eins, sieben, fünf, relativ! Eilt! Hat uns aber noch nicht erfasst!« »Störer abfeuern!« 21 Meter hinter der Zentrale wurde ein Zylinder ausgestoßen, der sofort alle möglichen Geräusche zu erzeugen begann, um den Torpedo anzulocken. »Störer frei! Ruder, fünfzehn Grad Steuerbord!« McCafferty war nun ruhiger. Dieses Spiel kannte er. »Neuer Kurs 1-1-0. So nah, ich brauche die exakte Richtung des Torpedos.« »Ei! Torpedo Richtung 2-0-6 kommt von Backbord nach Steuerbord!« Chicago hatte nun zweihundert Fuß erreicht und fuhr in einem Winkel von zwanzig Grad Tiefe. Die tiefen Rudergänger und die meisten Techniker waren angeschnallt. Offiziere und andere, die sich in der Zentrale bewegen mussten, hielten sich an Relings und Stützen fest, um nicht hinzufallen. »Zur nah an Zentrale! Der Torpedo scheint eine kreisförmige Bahn zu haben, kommt jetzt von Steuerbord nach Backbord auf. Eilt immer noch, hat uns aber vermutlich nicht erfasst.« »Gut, melden Sie weiter!« McCafferty kletterte nach Achtern zum Plot. »Sieht nach einem miesen Abwurf aus.« »Kann sein,« stimmte der Navigator zu. »Aber wie muss uns mit dem Magnet-Anomalie-Detektor geortet haben? Lief das Band?« »Ich sah ihn nicht lange genug, um ihn zu identifizieren.« Er schaute auf den Plot. Sie waren nun anderthalb Meilen von der Stelle, an der der Torpedo abgeworfen war, entfernt. »So nah! Was tut der Fisch?« »Richtung 1-9-0, direkt Achtern. Kreist noch immer. Scheint etwas tiefer zu gehen. Wahrscheinlich ist er vom Störer angelockt worden und versucht nun, ihn zu treffen.« »Zwei Drittel voraus.« »Zeit, es langsamer angehen zu lassen,« dachte McCafferty. Sie hatten sich vom ersten Bezugspunkt entfernt, und die Besatzung des Flugzeugs würde nun ein paar Minuten brauchen, um ihren Angriff zu evaluieren, ehe sie aufs Neue zu suchen begann. »Ei, zwei Drittel voraus! Pendeln auf 800 Fuß durch!« »Jetzt könnt ihr wieder schnaufen, Leute,« sagte McCafferty. Es klang aber nicht so gelassen, wie er es sich gewünscht hätte. Zum ersten Mal fielen ihm seine zitternden Hände auf. Wie bei einem Verkehrsunfall, dachte er, das Zittern kriegt man erst, wenn die Gefahr vorbei ist. »Bruder, 15 Grad Backbord! Kurs 280!« Nur für den Fall, dass das Flugzeug noch einen Torpedo abwarf, war es sicherer, Schlangenlinien zu fahren. Doch die Gefahr sollte nun vorüber sein. Die ganze Episode hatte weniger als zehn Minuten gedauert. Der Kommandant ging ans vordere Schott, spulte das Videoband zurück und ließ es dann laufen. Erst sah man, wie das Seerohr die Wasseroberfläche durchbrach, dann die kurze Rundumsuche, dann die Markierungsboje. Und dann tauchte das Flugzeug auf. McCafferty schaltete auf Standbild um. Die Maschine sah aus wie eine Lockheed P-3 Orion. »Das ist ja einer von uns«, stellte der Elektriker vom Dienst fest. McCafferty ging in den Sonarraum. »Torpedogeräusch klingt achternab, Sir. Jagt wahrscheinlich immer noch dem Störer hinterher.« »Wie hört er sich an?« »Klingt ganz so wie unser Mark 46.« Der Sonarman schüttelte sich. »Täuschend ähnlich!« Er ließ sein Tonband zurücklaufen und das schrille Geräusch des mit zwei Schrauben ausgerüsteten Torpedos über Lautsprecher wiedergeben. McCafferty nickte und wandte sich zurück zur Zentrale. »Okay. Mag eine norwegische P-3 gewesen sein, vielleicht aber auch eine russische Mai. Die beiden Typen sehen sich sehr ähnlich und haben die gleiche Aufgabe.« »Gut gemacht, Leute. Wir verschwinden jetzt hier!« McCafferty gratulierte sich zu seiner Leistung. Er war gerade dem ersten Torpedo des Krieges ausgewichen, abgeworfen von einer Freundmaschine. USS Ferris Der Konvoi lag noch immer 25 Meilen hinter der Ferris, die als Radarvorposten fungierte. Ihre Aufgabe war, U-Boote, die sich an den Geleitzug heranschleichen wollten, zu orten und zu vernichten. Hierzu spurtete die Fregatte mit voller Kraft voraus und ließ sich dann kurz treiben, um ihre Sonargeräte mit dem bestmöglichsten Wirkungsgrad arbeiten zu lassen. Hätte der Geleitzug mit 20 Knoten einen schnurgeraden Kurs eingehalten, wäre dies unmöglich gewesen. Die in drei Kolonnen formierten Frachter fuhren jedoch zick-zack, was allen Beteiligten die Arbeit erleichterte. Morris trank einen Schluck Coke. »Signal von der Talbot, Sir!«, meldete der Wachoffizier. Morris erhob sich und ging mit seinem Fernglas hinaus zur Steuerbordnock. Er war stolz darauf, das Mauser-Alphabet fast ebenso schnell lesen zu können wie seine Signalgasten. »Island von sowjetischen Verbänden angegriffen und neutralisiert. Mit noch ernsteren Luftangriffen und U-Attacken ist zu rechnen.« »Sind ja tolle Nachrichten,« kommentierte der Waffenoffizier. USS Nimitz »Wir haben die das nur fertiggebracht?«, fragte Chip sich laut. »Kommt jetzt nicht mehr darauf an,« versetzte Torland. »Das muss der Chef sofort erfahren.« Er telefonierte kurz und begab sich dann in die Domäne der Flak-Offiziere. Beinahe hätte er sich verlaufen. Nimitz hatte über zweitausend Räume. Der Admiral bewohnte nur einen, und Torland hatte diesen nur einmal betreten. Vor der Tür fand er einen Wachposten der Marines vor. Der Kommandant des Flugzeugträgers, Svensson, war bereits anwesend. »Sir, es ging gerade eine Blitzmeldung ein. Die Sowjets haben Island angegriffen und neutralisiert. Könnten auch Truppen gelandet haben.« »Verfügen Sie dort auch über Flugzeuge?«, fragte Svensson sofort. »Lässt sich nicht sagen. Man versucht, ein Aufklärungsflugzeug hochzuschicken, wahrscheinlich ein britisches, aber mit eindeutigen Informationen ist erst in sechs Stunden zu rechnen. Der letzte Überflug eines Satelliten war vor zwei Stunden, und bis zum nächsten müssen wir neun Stunden warten.« »Gut.« »Dann geben Sie mir die Informationen, die Sie haben,« befahl der Admiral. Torland ging die dürftigen Daten durch, die er aus Norfolk erhalten hatte. »Soweit wir es beurteilen können, handelte es sich um einen recht unkonventionellen Plan, der aber anscheinend Erfolg hatte.« »Es hat noch niemand behauptet, dass der Ivan auf den Kopf gefallen ist,« bemerkte Svensson säuerlich. »Unsere Befehle?« »Sind noch nicht eingegangen.« »Wie steht es mit der Truppenstärke auf Island.« »Darüber liegt noch nichts vor. Die Besatzung der P-3 beobachtete, wie Luftkissenfahrzeuge im Pendelverkehr 800 Mann an Land brachten. Mindestens ein Bataillon, wahrscheinlich eher ein Regiment.« »Damit wird ein MAU nicht fertig,« meinte Svensson. Eine amphibische Einheit der Marineinfanterie, Marine Amphibious Unit, bestand aus einem verstärkten Bataillon. »Trotz Unterstützung durch drei Träger?« schnaubte Admiral Baker, wurde dann aber nachdenklich. »Da mögen Sie recht haben. Wie wirkt sich die Besetzung Islands auf die Luftbedrohung gegen uns aus?« »Auf Island waren eine Staffel F-15 und zwei Airwags stationiert. Ein guter Schutz für uns, der nun nicht mehr existiert. Die Fähigkeit dieser Flugzeuge, uns vor Luftangriffen zu warnen, Störangriffe zu fliegen und angreifende Verbände zu verfolgen, fehlt uns jetzt.« Das wollte Svensson gar nicht gefallen. »Wir sollten zwar in der Lage sein, selbst mit den Backfire fertig zu werden, aber Störangriffe der Eagles hätten uns diese Aufgabe erleichtert.« Baker trank einen Schluck Kaffee. »Unser Einsatzbefehl steht unverändert.« »Was geht sonst noch auf der Welt vor?« fragte Svensson. »Schwere Angriffe auf Norwegen, aber Einzelheiten liegen noch nicht vor. Das gleiche in Deutschland. Die Air Force soll den Sowjets schwere Verluste zugefügt haben, aber auch hier fehlen Details. Für eine stichhaltige Einschätzung der Lage ist es zu früh.« »Wenn der Ivan in der Lage war, Norwegen niederzuhalten und Island zu neutralisieren, hat sich die Luftbedrohung gegen diesen Kampfverband mindestens verdoppelt,« sagte Svensson. »Ich muss mit meinen Fliegern sprechen.« Der Kommandant ging. Admiral Baker schwieg mehrere Minuten lang. Toland, der noch nicht entlassen worden war, musste sitzen bleiben. Kevlawick ist also gerade angegriffen worden? »Jawohl, Sir.« »Finden Sie heraus, was sich dort sonst noch tut, und melden Sie sich wieder bei mir.« »Jawohl, Sir.« Auf dem Rückweg in sein Nachrichtendienst-Kabäuschen sann Tolland über das Nach, was er seiner Frau versichert hatte. Flugzeugträger sind die am besten geschützten Schiffe der Marine. Doch nun war der Kommandant besorgt. Höhe 152. Island. Die leicht zu verteidigende Stellung war ihnen schon fast ein Heim geworden. Niemand kam ungesehen an Höhe 152 heran, und wer das versuchte, musste erst ein Lavafeld überqueren und dann einen kahlen, steilen Hang erklimmen. Gassier hatte einen Kilometer weiter einen kleinen, mit Schmelzwasser gefüllten See gefunden. »Prächtiges Wasser zum Mixen,« hatte Sergeant Smith bemerkt, »wenn wir bloß den Bourbon dazu hätten.« Sie waren hungrig, hatten aber noch für vier Tage Verpflegung, die aus Delikatessen wie Schmalz, Fleisch und Bohnen aus der Dose bestanden. »Weiß hier jemand, wie man ein Schaf brät?«, fragte Rogers, der einige Kilometer weiter südlich eine große Herde entdeckt hatte. »Womit denn?«, fragte Edwards. »Hm.« Rogers schaute in die Runde. »Kein Holz zu sehen.« »Warum stehen hier eigentlich keine Bäume?« »Die Winterstürme sind hier so stark, dass sie selbst einen Zweieinhalbtonner von der Straße blasen, habe ich selbst gesehen. Da hält sich kein Baum.« »Flugzeuge!« Gassier hatte das Fernglas, wies nach Norden. »In Mengen!« Edwards nahm den Feldstecher. Er sah Punkte, die rasch Form annahmen. Sechs große. Sehen aus wie die C-141. Müssten demnach Il-76 sein. Vielleicht sind doch ein paar Jäger dabei. »Sergeant, die müssen wir zählen!« Die Operation dauerte vier Stunden. Zuerst landeten die Jäger, tankten auf und rollten dann zu einer der kürzesten Startbahnen. Dann landeten die Maschinen im Abstand von drei Minuten, und Edwards war widerwillen beeindruckt. Die Il-76, NATO-Code Candid, war wie ihr amerikanisches Pendant eine grobschlächtige, hässliche Maschine. Die Piloten landeten, hielten an und steuerten auf die Rollbahn, als hätten sie das schon seit Monaten geübt. Am Terminal des Flughafens wurden sie entladen, rollten dann weiter, um Treibstoff aufzunehmen, und starteten wieder, fein säuberlich im Zeittakt mit den landenden Transportern. Als Edwards fünfzig Flugzeuge gezählt hatte, baute er sein Funkgerät auf. »Hier, Edwards! Höhe 120!«, fünfzig. »Hören Sie mich! Over!« »Roger«, kam sofort die Antwort. »Ihr Codename ist ab sofort Beagle. Wir sind Doghouse. Erstatten Sie Bericht.« »Roger, Doghouse. Wir beobachten eine sowjetische Luftbrücke und haben bisher fünfzig Transportflugzeuge gezählt. Typ India Lima 76. Sie landen in Reykjavik, werden entladen, starten und fliegen nach Nordosten ab.« »Beagle, sind Sie ganz sicher.« »Ganz sicher, Doghouse. Nach dem Start fliegen Sie direkt über uns weg, und wir haben schriftliche Unterlagen.« »Im Ernst! Fünfzig Maschinen!« Smith hob den Blick. »Korrektur! Dreiundfünfzig! Und das Unternehmen läuft weiter. Außerdem stehen am Ende von Startbahn vier, sechs Einsitzer. Ich kann zwar nicht ausmachen, um welchen Typ es sich handelt, aber Sie sehen eindeutig wie Jäger aus.« »Verstanden, Doghouse!« »Dreiundfünfzig Transportflugzeuge und sechs unidentifizierte Einsitzer, möglicherweise Jäger.« »Okay, Beagle, diese Information muss ganz rasch nach oben. Bleiben Sie, wo Sie sind!« »Verstanden, Doghouse!« »Wir bleiben an Ort und Stelle. Out!« Er nahm den Kopfhörer ab. »Sind wir hier einigermaßen sicher, Sergeant?« »Klar, Lieutenant«, erwiderte Smith. »So sicher habe ich mich seit Beirut nicht mehr gefühlt.« Hafnach Fjordur, Island. »Eine prächtige Operation, Genosse General!« Der Botschafter strahlte. »Ihre Unterstützung war sehr wertvoll,« log der General. »Das Personal der sowjetischen Botschaft in Reykjavik hatte vorwiegend Geheimdienstfunktion und sofort mit der Verhaftung von isländischen Politikern begonnen, anstatt etwas Nützliches wie die Besetzung des Fernmeldeamtes zu unternehmen.« Unumgänglich, fand der General, aber die Methoden der KGB-Teams missfielen ihm. Ein Mitglied des isländischen Parlaments Alting war bei der Festnahme getötet worden, zwei andere hatten Schusswunden erlitten. »Wir gehen besser behutsam mit den Einheimischen um,« dachte der General. »Schließlich sind wir nicht in Afghanistan.« Die Isländer hatten keine Kriegertradition und mochten sich kooperativer zeigen, wenn man sie nicht so hart anpackte. Für diesen Aspekt der Operation war aber der KGB zuständig. Ein entsprechendes Team war schon vor der Landung in der Botschaft platziert worden. Mit ihrer Erlaubnis werde ich mich nun verabschieden.« Der General erklomm die Jakobsleiter zur Julius Fuzig. Beim Entladen der Luftabwehrraketen war man auf Probleme gestoßen, denn die Leichter, die dieses Gerät enthielten, waren von dem Raketentreffer beschädigt worden. »Schlechte Nachrichten, Genosse General,« meldete der Kommandeur der Sameneinheit. »Wir haben gerade mal drei funktionsfähige Raketen.« »Nur drei?« »Beide Leichter wurden aufgerissen, als die amerikanische Rakete uns traf. Einige Flugkörper wurden beim Aufprall beschädigt, der Rest vom Löschwasser.« »Das sind doch transportable Raketen,« wandte der General ein. »Die Entwicklungsingenieure müssen doch vorausgesehen haben, dass sie auch mal Wasser abbekommen.« »Aber kein Salzwasser, Genosse. Es handelt sich hier um die Heeresversion der Rakete, nicht die gegen Salzwasserkorrosion geschützte der Marine. Freiliegende Lenkdrähte und die Radarsuchköpfe wurden schwer beschädigt. Meine Elektriker haben alle Raketen durchgetestet und nur drei für voll einsatzfähig erklärt. Der Rest ist ruiniert. Wir müssen Ersatz einfliegen lassen.« Der General musste sich beherrschen. Eine Kleinigkeit, an die niemand gedacht hatte. Auf Schiffen werden Brände mit Seewasser bekämpft. Es hätte die Marineversion der Raketen angefordert werden sollen. Der Teufel steckt eben immer im Detail. »Sonst alles in Ordnung, Oberst?« »Jawohl, Genosse General. Die Fahrzeuge meines Bataillons sind bereits zu ihren Stellungen unterwegs und einsatzbereit, sobald die neuen Raketen eintreffen.« »Vorzüglich, Genosse Oberst.« Der General kletterte zurück auf die Brücke und ging seinen Fernmeldeoffizier suchen. Zwei Stunden später hob bei Momansk eine mit 40 SA-11 Boden-Luftraketen beladene Maschine ab und nahm Kurs auf Island. 20. Tanz der Vampire USS Nimitz Torland hatte während der vergangenen zwölf Stunden alle Hände voll zu tun gehabt. Die Daten über Island gingen nur langsam ein und reichten auch jetzt noch nicht für ein klares Bild. Nach Stunden der Unschlüssigkeit war der Einsatzbefehl für den Verband verändert worden. Der Auftrag, Island zu verstärken, hatte sich von selbst erledigt. Jemand war zu dem Entschluss gelangt, dass sich die Marines in Deutschland nützlich machen konnten, wenn in Island schon nichts mehr auszurichten war. Torland hatte damit gerechnet, dass sie nach Norwegen umgeleitet werden würden, wo bereits eine amphibische Brigade der Marineinfanterie in Stellung war, doch der Weg dorthin konnte tückisch sein. Über Nordnorwegen tobte seit 20 Stunden eine heftige Luftschlacht, bei der beide Seiten Verluste erlitten hatten. Die Norweger waren mit nur knapp 100 modernen Kampfflugzeugen in den Norden. Die Norweger werden glatt aufgerieben, merkte Torland an, und nach Süden gedrängt. Die Russen konzentrieren ihre Angriffe auf die Stützpunkte im Norden und lassen den Norwegern keine Atempause. Chip nickte. Passt. Da bekommen ihre Backfire-Bomber freien Anflug auf uns. Zeit fürs Briefing. Torland packte seine Notizen ein und begab sich wieder in die Domäne der Flak-Offiziere. Gut, Commander, sagte Admiral Becker. Beginnen Sie mit den Nebenschauplätzen. Im Pazifik scheint sich bislang nicht viel zu tun. Offenbar üben die Sowjets heftigen Druck auf Japan aus. Dieselbe Geschichte, die sie der ganzen Welt erzählt haben. Das Ganze sei nur eine Verschwörung der Deutschen. Quatsch, warf Becker ein. Sicher, Admiral, aber die Legende klingt so plausibel, dass Griechenland sich weigert, seinen Bündnisverpflichtungen nachzukommen, und viele Länder der dritten Welt kaufen sie den Sowjets voll ab. Wie auch immer, die Russen deuten an, sie wollten Japan die Sachalin-Inseln zurückgeben, wenn es mitspielt. Oder heftig zuschlagen, wenn es nicht mitmacht. Endresultat? Japan lässt nicht zu, dass Stützpunkte auf seinem Territorium für Angriffe gegen die Sowjetunion benutzt werden. Und was wir in Korea stehen haben, wird dort gebraucht. Unser einziger Trägerverband im Pazifik ist um die Midway gruppiert. Er ist weit auf See und nicht stark genug, gegen die Halbinsel Kamtschatka vorzugehen. Luftaktivität im südchinesischen Meer westlich der Philippinen, aber bisher noch in kleinem Maßstab. Offenbar keine sowjetischen Schiffe im Marinestützpunkt Kamran in Vietnam. Im stillen Ozean ist es also still. Wie lange wird sich erweisen? Im indischen Ozean wurde Diego Garcia mit Raketen angegriffen, vermutlich von einem U-Boot. Schäden gering. So gut wie alles, was dort lag, stach vor fünf Tagen in See. Keinerlei Aktivitäten an der Südflanke der NATO. Die Türken werden sich hüten, Russland auf eigene Faust anzugreifen, und Griechenland hält sich aus dem deutsch-russischen Disput, wie man in Athen sagt, heraus. Der Russe hat also an seiner Südflanke Ruhe. Bisher kämpfen die Russen nur in Westeuropa und greifen anderswo nur bestimmte amerikanische Einrichtungen an. Der ganzen Welt versuchen sie weiszumachen, dass sie eigentlich überhaupt nicht gegen uns kämpfen wollen, und haben amerikanischen Touristen und Geschäftsleuten in der Sowjetunion Sicherheit garantiert. In Europa begannen die Operationen mit Attacken von 20 bis 30 Spetsnaz-Teams in ganz Westdeutschland, die zum größten Teil vereitelt wurden. Erfolge gab es nur in Hamburg, wo zwei versenkte Frachter die Hauptfahrrinne und damit den Hafen blockieren, und in Bremen, wo ein Team die Fahrrinne teilweise unpassierbar machte und am Container-Terminal drei Schiffe in Brand setzte. Andere Angriffe galten Kernwaffenlagern, Fernmeldeeinrichtungen und Tanklagern. Unsere Männer waren vorbereitet. Wir mussten zwar Verluste hinnehmen, aber die Spetsnaz-Truppen wurden in den meisten Fällen aufgerieben. Die sowjetische Armee griff gestern vor Tagesanbruch an. Positiv ist, dass unsere Air Force ein tolles Ding drehte. Der neue Stealth-Jagdbomber, von dem man bisher nur gerüchteweise hörte, ist in Staffelstärke im Einsatz und hat dafür gesorgt, dass hinter den russischen Linien die Hölle los war. Der Air Force behauptet, so etwas wie Luftüberlegenheit zu haben. Das bedeutet, dass der Ivan einen schweren Rückschlag erlitten hat. Wie auch immer, dem ersten russischen Angriff fehlte die erwartete Wucht. Die russischen Verbände dringen vor, hatten aber bis Mitternacht nur 15 Kilometer zurückgelegt und wurden an zwei Stellen glatt gestoppt. Noch keine Meldungen über den Einsatz von A- oder C-Waffen. Meldungen zufolge gab es auf beiden Seiten schwere Verluste, besonders in Norddeutschland, wo die Sowjets am weitesten vordrangen. Hamburg ist bedroht. Der Nordostseekanal wurde von Luftlandetruppen angegriffen und ist streckenweise in russischer Hand. Auch in der Ostsee viel Aktivität. Die Dänen und die Bundesmarine behaupten, mit ihren Schnellbooten einen Angriff von Verbänden der Sowjetunion und der DDR praktisch abgeschlagen zu haben. Doch auch hier herrscht ziemliche Konfusion. Tollend fuhr mit der Beschreibung der Lage in Norwegen fort. Eine direkte Bedrohung stellen U-Boote und Flugzeuge da. Unter Wasser war der Ivan ziemlich geschäftig. Meldungen zufolge sind 22 Frachter versenkt worden. Der schwerste Fall war die Ocean Star, ein Passagierschiff unter panamesischer Flagge, das auf dem Rückweg von einer Mittelmeerkreuzfahrt 800 Meilen nordwestlich von Gibraltar von einer Rakete getroffen wurde. Typ unbekannt. Kam aber wahrscheinlich von einem U-Boot der Juliet-Klasse. Sie geriet in Brand. Viele Tote und Verletzte. Zwei spanische Fregatten sind auf der Suche nach Überlebenden. In der Nähe unseres Kurses werden drei U-Boote gemeldet. Ein Echo, ein Tango, ein Foxtrot. Mit Island ging auch die Sosus-Barriere zwischen Grönland, Island und Großbritannien verloren, was dem Ivan die Zufahrt zum Nordatlantik erleichtert. Sackland hat U-Boote losgeschickt, um die Lücken zu schließen. Sie werden sich aber sputen müssen. Zahlreiche sowjetische U-Boote halten auf die Straße von Dänemark zu. Wie viele U-Boote haben wir versenkt? fragte Svensson. Laut Laius und Brunswick vier. Die P-3 legten gleich kräftig los. Bedauerlicherweise wird eine Orion vermisst und eine andere wurde von einer U-Boot gestützten Rakete abgeschossen. Die Hauptbedrohung stellen im Augenblick aber Flugzeuge, nicht U-Boote dar. Morgen könnte das allerdings anders aussehen. Nehmen wir die Tage so, wie sie kommen. Äußern Sie sich zu Island, befahl Becker. Die Meldungen von gestern waren korrekt. Offenbar wurde eine Einheit in Regimentsstärke von See her gelandet und der Rest der Division traf über eine Luftbrücke ein, die um vierzehn Uhr begann. Wir müssen davon ausgehen, dass inzwischen alle Truppen an Ort und Stelle sind. Jäger? fragte Svensson. Keine Meldungen, aber möglich. Island hat vier brauchbare Flugplätze. Falsch, Torland, es sind nur drei, fuhr Becker barsch dazwischen. Mit Verlaub, Sir, es sind vier. Der große Stützpunkt Kevlarvik hat fünf Startbahnen, zwei davon über dreitausend Meter lang. Gebaut wurde die Anlage für unsere Langstreckenbomber B-52. Der Ivan bekam sie praktisch intakt in die Hand, weil er bei seinem Angriff die Beschädigung der Startbahn bewusst vermied. Zweitens gibt es auf Island den Zivilflughafen Reykjavik. Längste Startbahn 2000 Meter, also für Jäger mehr als ausreichend. Da er von der Stadt umgeben ist, würde ein Luftangriff Opfer unter der Zivilbevölkerung bedeuten. Im Norden der Insel befindet sich der befestigte Landesstreifen Akureiri. Beim vierten Admiral handelt es sich um den alten Flugplatz Kevlarvik, drei Meilen südöstlich des NATO-Stützpunkts, der auf der Karte als außer Betrieb ausgewiesen ist. Von einem Bekannten, der zwei Jahre auf Island diente, hörte ich aber, dass von dort aus Maschinen wie unsere Transporter C-130 und vielleicht Jäger operieren könnten. Und schließlich verfügt jede Stadt auf dieser Insel über einem gekiesten Landesstreifen für Inlandflüge. Die MiG-23 und andere russische Kampfflugzeuge, die auch auf unbefestigten Bahnen landen können, sollten diese benutzen können. Sie haben aber wirklich nichts als Hiobsbotschaften, bemerkte der Befehlshaber der Flieger auf den Nimitz Kerk genannt. Wie sieht's auf dem Stützpunkt mit Treibstoff aus? Das Lager direkt auf dem Stützpunkt wurde zerstört. Doch das Hauptlager blieb genauso wie der neue Terminal bei Haktos-Dangar unbeschädigt. Wir haben den Russen Kerosin für Monate dagelassen. Und wie verlässlich sind diese Informationen, wollte Baker wissen. Es liegt ein Augenzeugenbericht von der Besatzung einer P-3 vor, die sofort nach dem Angriff den Schaden begutachtete. Die Royal Air Force sandte zwei Aufklärungsflugzeuge. Das erste machte gute Aufnahmen von Keflavik und Umgebung. Das zweite kehrte nicht zurück. Trollen nickte. Die Fotos zeigen Fahrzeuge, die auf die Anwesenheit einer verstärkten sowjetischen Luftlandeschützendivision hinweisen. Der isländische Rundfunk und das Fernsehen senden nicht mehr. Die Briten melden Kontakte mit Funkamateuren an der isländischen Küste, aber aus dem Südwesten der Insel kommen überhaupt keine Nachrichten. Dort lebt der Großteil der Bevölkerung und das Gebiet scheint völlig unter sowjetischer Kontrolle zu sein. Kurz gesagt, wir haben von den Norwegern keine Luftwarnungen mehr zu erwarten und auch unseren Vorposten Island verloren. Gibt es überhaupt etwas Positives? fragte Svensson. Offenbar ja. Wie ich höre, könnte uns eine Einrichtung, die den Codenamen Realtime trägt, möglicherweise vor Luftangriffen warnen. Wenn starke sowjetische Verbände von Cola starten, sollten wir das eigentlich erfahren. Und was ist Realtime? fragte der Keck. Das hat man mir nicht verraten. Wahrscheinlich ein U-Boot. Becker lächelte dünn. Möge Gott ihm beistehen, wenn es sendet. Tja, gestern hat der Ivan seine Bombe auf Island losgelassen. Hat sich jemand gefragt, auf wen er es heute abgesehen hat? Meiner Einschätzung nach auf uns, sagte Tonnet. Die Meinung des Fachmanns hört man immer gern, merkte der Keck beißend an. Wir sollten auf Nordkurs gehen und den Russen eins auf den Deckel geben. Aber erst müssen wir mit den Backfire fertig werden. Wie stark ist die Bedrohung? Ich gehe davon aus, dass Unterstützung durch Einheiten der Luftwaffe unterbleibt. Die sowjetischen Marineflieger allein verfügen über sechs Bomberregimenter. Drei mit Backfire, drei mit Badger ausgerüstet. Ein Regiment Badger mit Radarstöranlagen. Ein Regiment Aufklärungsflugzeuge vom Typ Bear. Hinzu kommen Tanker. Ein Regiment hat siebenundzwanzig Maschinen. Zusammen ergibt das einhundertsechzig Bomber, die je zwei oder drei Luftbodenraketen tragen können. Ben Badger wird der Weg hierher und zurück, gut viertausend Meilen, schwerfallen. Selbst wenn sie über Norwegen fliegen. Das sind müde alte Mühlen, meinte der Keck. Wie steht es mit den russischen Satelliten? Torland schaute auf die Armbanduhr. In 52 Minuten werden wir von einem Rohrsat überflogen. Von dem wurden wir auch vor zwölf Stunden beobachtet. Hoffentlich bekommt die Air Force ihre A-Sat bald auf die Reihe, sagte Sven so leise. Wenn die Russen ihre Daten in Echtzeit über Satellit bekommen, brauchen sie diese verdammten Bears überhaupt nicht, sondern können unseren Kurs auch so berechnen. Und die Flugzeit bisher her beträgt nur vier Stunden. Wie wäre es mit einer Kursänderung während des Satellitendurchlaufs? fragte der Keck. Hat nicht viel Sinn, erwiderte Baker. Wir sind seit zehn Stunden auf Ostkurs. Das kann Ihnen nicht entgangen sein. Mehr als zwanzig Knoten schaffen wir nicht, was eine Abweichung von rund 80 Meilen bedeutet. Wie schnell legt man die in der Luft zurück? Höhe 152. Island. Es war etwas ein kleiner Trost, dass er das Eintreffen der Kaltfront korrekt vorhergesagt hatte. Dem kalten, stetigen Regen, der pünktlich um Mitternacht zu fallen begonnen hatte, waren vereinzelte Schauer gefolgt. Die graue Wolkendecke wurde von einem dreißig Knoten Wind auf das gebirgige Landesinnere zugetrieben. Wo sind die Jäger? fragte Edwards. Er suchte Reykjavik Airport mit dem Fernglas ab, konnte aber die am Vorabend gemeldeten Kampfflugzeuge nicht entdecken. Auch die Transportflugzeuge waren alle verschwunden. Er sah einen sowjetischen Hubschrauber und ein paar Panzer. Auf den Straßen, die er überblicken konnte, herrschte wenig Verkehr. Hat jemand die Transporter abfliegen gesehen? Nein, Sir. Bei dem Wetter letzte Nacht hätte die gesamte russische Luftwaffe ungesehen an- und wieder abfliegen können. Auch Sergeant Smith ärgerte sich über das Wetter. Vielleicht stehen die Maschinen aber auch in den Hangars. Vergangene Nacht um 23 Uhr hatten sie einen Lichtstreifen wahrgenommen, als wäre eine Rakete abgeschossen worden, doch das Ziel war hinter Regenschleiern verborgen geblieben. Edwards, der glaubte, es hätte sich auch um einen Blitz handeln können, hatte die Beobachtung nicht gemeldet. Was ist denn das? Bestimmt kein Panzer. Gassier, schauen Sie mal hin. 500 Meter westlich vom Terminal. Der Lieutenant reichte Gassier das Fernglas. Hm, ein Kettenfahrzeug. Hat so etwas wie ein Geschützrohr. Nein, das sieht ja nach Raketen aus. Flugabwehrraketen, kommentierte Smith. Wetten, dass der Lichtblitz gestern Abend ein Abschuss war? Zeit, dass der E.T. wieder mal anruft. Edwards baute sein Funkgerät auf. Wie viele Abschussfahrzeuge welchen Typs? fragte Doc House. Wir sehen nur eins, das vermutlich drei Raketen trägt. Möglicherweise wurde gestern um 23 Uhr Ortszeit einer abgeschossen. Warum haben Sie das nicht gemeldet? Weil ich nicht wusste, was es war. Edwards schrie fast. Verdammt noch mal, wir melden sonst alles, was wir sehen, aber Sie glauben uns ohnehin nur die Hälfte. Immer mit der Ruhe, Beagle. Wir glauben Ihnen. Hat sich sonst noch etwas getan? Im Augenblick kaum Aktivitäten, Doc House. Verstanden. So, Edwards, bitte antworten Sie nun ganz schnell. Wie lautet der zweite Vorname Ihres Vaters? Er hat keinen, gab Edwards zurück. Was soll, wie heißt sein Boot? Annie J. Verdammt noch mal, was soll das? Was ist mit Ihrer Freundin Sandy passiert? Das war ein Dolch im Gedärm. Sie können mich mal! Verstanden, erwiderte die Stimme. Bedauere, Lieutenant, aber diese Prüfung mussten Sie bestehen. Es liegen keine weiteren Befehle für Sie vor. Um ganz ehrlich zu sein, hier hat noch niemand entschieden, was wir mit Ihnen anfangen sollen. Bewahren Sie Ruhe. Meiden Sie Kontakt. Sendeplan unverändert. Wenn man Sie ortet und zwingt, Funkspiele zu treiben, beginnen Sie jeden Ruf mit unserer Kennung und sagen, es sei alles in bester Ordnung. Verstanden? Alles in bester Ordnung. Roger. Wenn ich das sage, wissen Sie, dass etwas nicht stimmt. Out. Kevlawick, Island Der Major der Luftwaffe stand auf dem zertrümmerten Tower und war zufrieden, obwohl er seit dreißig Stunden nicht mehr geschlafen hatte. Kevlawick war von den Fallschirmjägern so gut wie intakt erobert worden. Entscheidend war, dass die Amerikaner alle Gerätschaften zur Wartung und Instandsetzung in über den Stützpunkt verteilten Schutzräumen gelagert hatten, und diese waren bei dem Angriff allesamt unversehrt geblieben. Im Augenblick schoben sechs Räumfahrzeuge die letzten Trümmer von Startbahn neun. Acht Tanklastwagen standen gefüllt am Flugplatz und die Reparatur der Pipeline sollte bis zum Abend abgeschlossen sein. Dann war Kevlawick ein volleinsatzbereiter sowjetischer Luftstützpunkt. Wann treffen unsere Kampfflugzeuge ein? In dreißig Minuten, Genosse Major. Lassen Sie das Radar in Betrieb nehmen. Ein Leichter auf der Fuzik hatte fast alles Gerät für einen vorgeschobenen Luftstützpunkt enthalten. Westlich der Kreuzung der Hauptstartbahnen operierte auf einem LKW ein Fernradar, und von einem daneben stehenden Kastenwagen aus konnten Controller elektronische Gegenmaßnahmen gegen anfliegende Ziele ergreifen. Auf dem Stützpunkt standen drei geschlossene LKW mit Ersatzteilen und Luftkampfraketen, am Vortag waren 300 Mann Wartungspersonal eingeflogen worden. Eine komplette Batterie SAM-11-Raketen schützte die Start- und Landebahnen, ergänzt durch acht Flakpanzer und einen Zug Soldaten mit tragbaren SAM-7 gegen tief anfliegende Angreifer. Der Ersatz für die salzwassergeschädigten Flugkörper war vor wenigen Stunden eingetroffen. Jeder NATO-Maschine, die über Island auftauchte, stand eine unangenehme Überraschung bevor, wie in der vergangenen Nacht der Pilot eines Jaguars, der RAF, hatte feststellen müssen. Er war vom Himmel geholt worden, ehe er reagieren konnte. Startbahn 9 ist klar, meldete der Funker. Gut, jetzt kommt 18 an die Reihe. Bis heute Nachmittag muss jede Bahn einsatzfähig sein. Höhe 152, Island. Was ist das? Zur Abwechslung war es Edwards, der das Objekt als Erste entdeckte. Die breiten, silbernen Tragflächen eines Badger-Bombers tauchten zwischen tiefziehenden Wolkenfetzen auf und verschwanden wieder. Dann kam ein kleineres Flugzeug in Sicht und wurde wieder von den Wolken verschluckt. War das ein Kampfflugzeug? Ich habe nichts gesehen, Sir. Garcia hatte in die falsche Richtung geschaut. Über ihnen erklang das typische Geräusch eines mit geringer Leistung laufenden Turbojets. Edwards bediente sein Funkgerät inzwischen wie im Schlaf. »Doghaus, hier Beagle. Es sieht mies aus. Verstanden?« »Roger, Beagle.« »Was haben Sie zu melden?« »Überflüge in Richtung Westen. Wahrscheinlich nach Kevlawick.« »Warten Sie.« »Ich kann Sie hören, aber nicht sehen.« Garcia erreichte ihm das Fernglas. »Ich sah eine zweimotorige Maschine, wahrscheinlich ein Bomber, und eine kleinere Maschine, die einem Kampfflugzeug ähnelte. Triebwerkgeräusche über der Wolkendecke. Keine weiteren Beobachtungen.« »In Richtung Kevlawick«, sagten Sie. »Richtig. Der Bomber war auf Westkurs und im Landeanflug.« »Können Sie nach Kevlawick marschieren und sehen, was sich dort tut?« Edwards war sprachlos. »Konnte dieser Idiot denn keine Karten lesen?« »Negativ. Wiederhole. Negativ. Ausgeschlossen. Over.« »Verstanden, Beagle.« »Tut mir leid, aber die Anweisung kam von oben.« »Melden Sie sich wieder, wenn Sie bessere Übersicht haben.« »Ihr leistet gute Arbeit, Jungs.« »Haltet die Ohren steif.« »Out.« »Die wollten wissen, ob wir mal kurz rüber nach Kevlawick latschen könnten,« verkündete Edwards und setzte den Kopfhörer ab. »Kommt nicht in Frage, habe ich gesagt.« »Da bin ich aber erleichtert, Sir,« meinte Smith und dachte, zum Glück ist dieser Luftwaffentyp kein Vollidiot. Kevlawick, Island. Eine Minute später landete die erste MiG-29 Falkrum, rollte aus und hielt vor dem Tower an, wo sie von dem Major empfangen wurde. »Willkommen in Kevlawick.« »Großartig. Wo ist die nächste Toilette?«, antwortete der Oberst. Der Major ließ ihn in einen der siebzig von den Amerikanern zurückgelassenen Jeeps steigen und fuhr zum Tower. Dort waren die amerikanischen Funkgeräte zerstört worden, die sanitären Anlagen aber unbeschädigt geblieben. »Wie viele Maschinen?« »Sechs,« erwiderte der Oberst. Eine wurde vor Hammerfest von einem norwegischen F-16 abgeschossen. Eine zweite drehte mit Triebwerksschaden ab. Eine dritte musste in Akureiri landen. Sie hatten die Tür erreicht. »Die zweite Tür rechts.« »Danke, Genosse Major.« Der Oberst war drei Minuten später zurück. »Trinken Sie einen Kaffee.« »Der Vormieter war sehr großzügig.« Der Major schraubte eine amerikanische Thermosflasche auf. Der Oberst genoss den Kaffee und sah zu, wie seine Kampfflugzeuge landeten. »Wir haben Luftkampfraketen für Sie und können alle Maschinen auftanken. Wann sind Sie wieder startbereit?« »Ich möchte meinen Männern mindestens zwei Stunden zum Essen und Ausruhen gönnen. Außerdem müssen die Maschinen nach der Treibstoffaufnahme verteilt werden.« »Sinnen Sie bereits angegriffen worden?« »Bisher erschienen nur zwei Aufklärer. Von denen haben wir einen abgeschossen. Wenn wir Glück haben, Glück ist etwas für Narren. Die Amerikaner schlagen noch heute zu. Das würde ich an ihrer Stelle jedenfalls tun.« USS Nimitz. »Wir haben eine neue Nachrichtenquelle auf Island. Codename Beagle,« meldete Torland. Sie befanden sich nun in der Gefechtszentrale des Trägers. Sie meldete, gestern Nacht seien über 80 Transportflugzeuge in Reykjavik gelandet, begleitet von mindestens sechs Jägern. Das langt für eine Division. Doghouse in Schottland berichtet, es legen bislang unbestätigte Meldungen über gerade landende sowjetische Kampfflugzeuge vor.« »Muss ein Langstreckentyp sein. Foxhound oder Fulcrum,« meinte der Keg. »Sofern sie die entbehren konnten.« »Nun, wir haben ja vorerst nicht vor, Kevlawick einen Besuch abzustatten. Der Einsatz dieser Maschinen zum Schutz von Bomberverbänden könnte aber ein Problem werden.« »Bekommen wir E-3-Unterstützung aus Großbritannien?« fragte Baker Swenson. »Vermutlich nicht, Toland, dann rechnen Sie mit dem Eintreffen unserer Freunde.« »Der Rohrsaat überfliegt uns in 20 Minuten. Dessen Daten werden Sie abwarten, ehe Sie starten. Wenn die Backfire unterwegs in der Luft betankt werden und mit Höchstgeschwindigkeit fliegen, müssen wir in zwei Stunden mit Ihnen rechnen. Das wäre der schlimmste Fall. Wahrscheinlich ist, dass Sie erst in vier bis fünf Stunden auftauchen.« »Keke, was haben sie zu melden?« Der Kommandant der Flieger sah angespannt aus. »Jeder Träger hat ein Radarflugzeug vom Typ Hammer in der Luft, jeweils begleitet von zwei F-14 Tomcat. Zwei weitere Tomcat stehen startbereit auf den Katapulten. Fünfzehn Kampfflugzeuge stehen bewaffnet und betankt auf dem Flugdeck. Die Besatzungen haben ihre Einsatzbefehle erhalten. Ein Prowler kreist über dem Verband. Die A-7 haben zusätzliche Treibstofftanks montiert und können die Jäger in der Luft betanken. Wir sind bereit. Die Maschinen der Fosch können ebenfalls binnen fünfzehn Minuten in der Luft sein. »Crusader«. »Gute Vögel, geringe Reichweite. Wenn es soweit ist, können Sie unseren Maschinen von oben Beistand leisten.« Kirovsk, UDSSR. Der Radar-Seeaufklärungssatellit Rohrsat überflog die Formation um drei Uhr zehn. Er fasste die Schiffe mit Radar und stellte seine Kamera auf ihr Kielwasser ein. Fünf Minuten später waren die Daten in Moskau. Fünfzehn Minuten darauf erhielten auf vier Luftstützpunkten um die Stadt Kirovsk auf der Halbinsel Kola die Flugzeugbesatzungen ihre letzten Instruktionen. Zuerst hoben die Badger ab. Die Bomber waren so schwer beladen, dass sie nur mühsam an Höhe gewannen. Nördlich von Murmansk formierten sie sich in der Luft, wandten sich dann nach Westen, umflogen das Nordkap und hielten nach einer weiteren Linkskurve auf den Nordatlantik zu. Zwanzig Meilen vor der Küste Nordrusslands schwebte USS Narwhal unter der schiefergrauen Meeresoberfläche. Das leiseste U-Boot der US-Flotte war vorwiegend für die Erkundung der Feindlage bestimmt und hielt sich länger vor der russischen Küste auf als manche Schiffe der sowjetischen Marine. Seine drei dünnen ESM-Antennen waren ausgefahren, ebenso das Suchseerohr. Techniker hörten den Sprechfunkverkehr zwischen den Bombern ab. Drei Nachrichtendienstspezialisten und ein Mann von der Nationalen Sicherheitsbehörde evaluierten die Stärke der Angriffsverbände und kamen zu dem Schluss, dass das Risiko einer Warnung über Funk gerechtfertigt war. Ein weiterer Mast wurde ausgefahren, eine Antenne auf einen 24.000 Meilen entfernten Satelliten gerichtet. Die Übertragung dauerte weniger als eine fünfzehntel Sekunde. USS Nimitz Die Nachricht ging automatisch an vier verschiedene Fernmeldestationen weiter und innerhalb von 30 Sekunden im Sackland-Hauptquartier ein. Fünf Minuten später hielt Torland das gelbe Formular in der Hand. Er begab sich sofort zu Admiral Baker und reichte ihm den Spruch. Vier Uhr achtzehn. Realtime. Meldet. Start Bomberverband. Vier Uhr. Mit Westkurs von Cola und Stärke über fünf Rack. Baker schaute auf die Uhr. Wasche Arbeit. Keck. Der Kommandant der Flieger schaute auf das gelbe Blatt und ging ans Telefon. Schießen Sie die beiden plus fünf los. Rufen Sie die Patrouillen zurück. Bringen Sie noch zwei Tomcat und einen Hammer plus fünf. Zurückkehrende Maschinen müssen sofort wieder startbereit gemacht werden. Reservieren Sie einen Startkatapult für Tanker. Er kam zurück. Mit Ihrer Erlaubnis, Herr, möchte ich in einer Stunde noch ein paar F-14 und einen Hammer aufsteigen und alle Jäger plus fünf setzen lassen. Um sechs Uhr starten alle Jäger zusammen mit Tankflugzeugen. Wir werfen ihnen rund zweihundert Meilen vor dem Verband alles entgegen, was wir haben, und schlagen sie. Gut. Irgendwelche Kommentare? Svensson schaute nachdenklich auf den Plot, wo schon Kreise eingezeichnet wurden, die das weitest mögliche Vordringen der sowjetischen Bomber markierten. Haben die Briten die Warnung ebenfalls erhalten? Jawohl, Sir, antwortete Torland, und die Norweger ebenfalls. Mit etwas Glück können die einen oder anderen den Feindverband ein bisschen anknabbern oder sich an ihn hängen. Hübsch die Idee, aber verlassen Sie sich nicht darauf. Wenn ich diesen Angriff leitete, würde ich einen weiten Bogen nach Westen schlagen, nach Süden abdrehen und direkt über Island anfliegen. Svensson sah noch einmal auf die Skizzen. Glauben Sie, dass Realtime eine Warnung vor Bear D gefunkt hätte? Meinen Informationen nach darf Realtime die Funkstille nur brechen, wenn es um mehr als drei Regimenter geht. Zehn oder zwanzig Bear reichen da nicht aus. Torland nickte zustimmend. Der Kampfverband war ein Kreis von Schiffen, dessen Radius dreißig Meilen betrug. In der Mitte fuhren die Träger und Truppentransporte, umgeben von neun mit Raketen bewaffneten Eskorten und sechs auf die U-Boot-Bekämpfung spezialisierten Schiffen. Auf allen Wasserfahrzeugen herrschte Radarsendeverbot. Alle elektronischen Informationen gingen von zwei kreisenden Luftüberwachungsflugzeugen E2C Hammer aus, deren Erfassungsbereich einen Halbmesser von 400 Meilen hatte. Das Drama, das sich nun zu entfalten begann, war komplexer als das raffinierteste Brettspiel. Über ein Dutzend variabler Faktoren konnten aufeinander einwirken. Die Permutationen gingen in die Tausende. Der Radar-Erfassungsbereich hing von der Höhe und folglich von der Entfernung zum Horizont ab, hinter denen weder das Auge noch das Radar reichte. Ein Flugzeug konnte sich der Erfassung entziehen oder sie zumindest hinauszögern, indem es knapp über den Wellenkämmen flog, doch diese Methode kostete viel Zeit und Treibstoff. Der Feind musste den Trägerverband ausmachen, ohne selbst vorher erfasst zu werden. Die Russen wussten zwar, wo sich die Trägergruppe befand, doch diese konnte im Lauf der vierstündigen Anflugzeit die Position gewechselt haben. Ihre Raketen brauchten präzise Informationen, wenn sie die Primärziele des Angriffs, die beiden amerikanischen und den französischen Träger, treffen wollten. Um die Jäger des Trägerverbandes auf Gefechtsstationen zu bringen, mussten Kurs und Geschwindigkeit der anfliegenden Bomberschwärme einigermaßen genau eingeschätzt werden. Auftrag der Jäger? Die Bomber zu sichten und anzugreifen, ehe sie die Flugzeugträger finden konnten. Senden oder nicht senden, das war für beide Seiten die entscheidende Frage. Beide Optionen hatten ihre Vor- und Nachteile, eine optimale Lösung gab es nicht. Fast jedes amerikanische Schiff hatte leistungsfähige Radarrundsuchgeräte an Bord, die den Bomberverband schon in 200 Meilen Entfernung zu Orten in der Lage waren, doch diese Signale konnten aus noch größerer Entfernung erfasst werden, was den Sowjets unter Umständen die Möglichkeit gab, den Trägerverband zu umzingeln und dann aus allen Himmelsrichtungen anzugreifen. Nordatlantik Die sowjetischen Aufklärer Bear D, zehn insgesamt, zogen südlich von Island dahin und deckten eine Front von 1000 Meilen ab. Die gewaltigen Propellerflugzeuge waren vollgestopft mit Elektronik und bemannt mit Spezialisten, die seit Jahren das Aufspüren amerikanischer Trägerverbände geübt hatten. An Bug, Schwanz und Flügelspitzen suchten empfindliche Antennen bereits nach den Signalen amerikanischer Radarsender. Sollten sie eines empfangen, würden sie heranfliegen, sorgfältig die Position bestimmen, aber außerhalb des geschätzten Erfassungsradios bleiben. Ihre größte Furcht war, dass die Amerikaner entweder überhaupt kein Radar einsetzten oder ihre Sender wahllos in unterschiedlichen Zeitabständen und Positionen ein- und ausschalteten, sodass die Gefahr bestand, dass die Bear plötzlich und ohne Warnung bewaffneten Schiffen und Flugzeugen in die Quere kamen. Der Bomber konnte zwar zwanzig Stunden lang in der Luft bleiben, doch der Preis dafür war fast völlige Wehrlosigkeit. Er flog zu langsam, um einem Abfangjäger zu entkommen und war auch nicht in der Lage, sich zum Kampf zu stellen. »Wir haben den feindlichen Schlachtenverband ausgemacht«, ging der bittere Witz der Besatzungen. »Do svidanja, Rodina! Leb wohl, Vaterland!« Achthundert Meilen nördlich von Island gingen die Bätscher auf Kurs 1-8-0 und flogen mit 500 Knoten nach Süden. Den noch immer gefährlichen Norwegern waren sie ausgewichen und sie hofften, dass der Arm der Briten nicht so weit reichte. Dennoch schauten die Besatzungen immer wieder nervös aus den Fenstern. Die konstant überwachten Sensoren arbeiteten. Mit einem Jagdbomberangriff auf Island musste jeden Augenblick gerechnet werden. Die Bomberbesatzungen wussten, dass jeder NATO-Pilot sich seiner Bomben sofort im Notwurf entledigen würde, um die Chance, ein so hilfloses Ziel wie den zwanzig Jahre alten Badger anzugreifen, nicht zu verpassen. Die Badger waren am Ende ihrer Lebensdauer angelangt, ihre Tragflächen wiesen Risse auf, die Turbinen-Schaufeln in den Triebwerken waren abgenutzt, verminderten die Leistung und erhöhten den Treibstoffverbrauch. 200 Meilen hinter ihnen war die Luftbetankung der Backfire-Bomber abgeschlossen. Die Tu-22M wandten sich nach Süden, leicht westlich gegen den Kurs der Badger versetzt. Die Backfire, die unter den Tragflächen je eine AS-6 Kingfish-Rakete trugen, waren zwar ebenfalls verwundbar, hatten aber dank hoher Geschwindigkeit auch gegen Jäger eine gute Überlebenschance. Ihre Crews waren die Elite der sowjetischen Marineflieger. USS Nimitz Torland ging hinaus, um frische Luft zu schnappen. Es war ein schöner Morgen, der Sonnenaufgang ließ Wolken wie Wattebäusche kurzrosa aufleuchten. Am Horizont waren Saratoga und Foch sichtbar und wirkten selbst über diese Distanz beeindruckend. Dicht darauf durchschnitt die Ticonderoga, die anderthalb Meter hohen Seen. Weiß leuchteten die Flugabwehrraketen auf ihren Zwillingsstartern. Einige Signallampen tauschten Sprüche. Abgesehen davon waren die Schiffe graue, stumme, wartende Schemen. Auf dem Deck der Nimitz standen dicht an dicht die Maschinen. F-14 Tomcat Abfangjäger. Zwei befanden sich bereits auf dem Doppelstartkatapult mit Schiffs. Die Besatzungen dösten. Die Kampfflugzeuge trugen Phoenix-Raketen großer Reichweite. Den A-7 waren unter den Tragflächen keine Waffen, sondern Treibstofftanks montiert worden, aus denen sie die Jäger in der Luft betanken konnten. Deckpersonal huschte herum, überprüfte die Maschinen. Der Träger begann nach Backbord abzudrehen, ging mit dem Bug zur Startvorbereitung in den westlichen Wind. Torland schaute auf die Uhr. Fünf Uhr achtundfünfzig. Zeit, sich zurück in die Gefechtszentrale zu begeben. In zwei Minuten sollte auf dem Träger Generalalarm ausgelöst werden. Er sog noch einmal frische Seeluft ein und fragte sich, ob er das wohl zum letzten Mal tat. Nordatlantik Kontakt, rief der Techniker über die Bordsprechanlage des Bear. Signale weisen auf einen amerikanischen fliegenden Radarsender hin. Träger gestützt. Geben Sie mir eine Richtung, befall der Pilot. Geduld, Genosse Major. Der Techniker nahm eine Feineinstellung vor. Seine Funkinterferometer maßen die Zeitabstände der über die Antennen eingehenden Signale. Südosten in 131. Signalstärke 1. Ziemlich weit entfernt. Richtung bislang unverändert. Ich empfehle, unseren Kurs fürs Erste beizubehalten. Pilot und Co-Pilot tauschten stumm einen Blick. Irgendwo links von ihnen befand sich eine amerikanische Radarmaschine E2C Hawkeye mit einer fünfköpfigen Besatzung. Zwei Piloten, einem Radaroffizier und zwei Operatoren. Dieses Flugzeug konnte in einer Luftschlacht über hundert feindliche Maschinen lenken, einen mit Raketen bewaffneten Abfangjäger Sekunden nach der Ortung auf sie loslassen. Wie korrekt sind meine Informationen über das Hawkeye-Radar? fragte sich der Pilot. War sein Bear bereits erfasst worden? Die Antwort kannte er. Seine erste Warnung würde das Feuerleitradar eines angreifenden amerikanischen F-14 Tomcat sein. Der Bear hielt Kurs 1-8-0. Der Navigator begann den Ausgangspunkt des Radarsignals zu berechnen. In zehn Minuten konnten sie eine akkurate Positionsbestimmung haben, sofern sie so lange überlebten. Und bis dahin warten sie Funkstille. Ich hab ihn, meldete der Navigator. Geschätzte Entfernung des Kontakts 650 Kilometer, Position 47 Grad, neun Minuten Nord, 34 Grad, 50 Minuten West. Weitergeben, befahl der Pilot. Im Seitenruder des Bear drehte sich eine HF-Richtantenne in ihrem Gehäuse und sendete die Information an den Kommandeur des Angriffsverbandes, dessen Bear hundert Meilen hinter den Aufklärern lag. Der Kommandeur verglich diese Daten mit den von Rohrsat gelieferten. Vor drei Stunden hatten sich die Amerikaner 60 Meilen südlich der geschätzten Position der Hawkeye befunden. Vermutlich hatten die Amerikaner zwei in der Luft, nordöstlich und nordwestlich der Formation. Der Trägerverband musste sich also hier befinden. Die Badger hielten genau auf ihn zu und mussten in zwei Stunden in den Radar-Erfassungsbereich der Amerikaner eindringen. Es lief alles genau nach Plan. USS Nimitz Torland betrachtete das Display schweigend. Das Radarbild wurde von den Hawkeye über eine digitale Funkverbindung zum Träger übertragen und ermöglichte es dem Befehlshaber des Schlachtverbandes, alles mit Ticonderoga zu verfolgen. Die gleichen Daten gingen an die Ticonderoga und an alle anderen mit dem taktischen Datensystem ausgerüsteten Schiffe, einschließlich der französischen Einheiten, die schon vor langer Zeit für eine enge Zusammenarbeit mit der amerikanischen Marine umgerüstet worden waren. Bisher waren nur amerikanische Militär- und Zivilflugzeuge zu sehen, die Truppen und Material nach Europa und Zivilisten zurück in die Staaten brachten. Diese begannen nun nach Süden abzudrehen. Die Piloten der DC-10 und C-5A waren vor einer möglichen Luftschlacht gewarnt worden und setzten sich vorsorglich ab. Die 48 Tomcat-Abfangjäger des Verbandes waren nun fast alle über 300 Meilen auseinandergezogen auf Station. Jedem der paarweise operierenden Tomcat war ein Tanker zugeordnet. Die Corsair und Intruder, eigentlich Erdkampfflugzeuge, trugen überdimensionierte Treibstoffbehälter mit Fangtrichtern an Schläuchen und hatten schon mit dem Auffüllen der Tomcat begonnen. Bald kehrten die Corsair zu ihren Trägern zurück, um nachzutanken. Falls es zu einem Angriff kam, sollten sie sofort von den Katapulten gestartet werden, um die Feuergefahr, die jedes Flugzeug darstellte, zu eliminieren. Toland sah dies alles nicht zum ersten Mal, war aber trotzdem fasziniert. Alles ging so glatt wie beim Ballett. Nordatlantik Der Kommandeur der Bombengeschwader sammelte rasch Staaten an. Inzwischen waren die Positionen von vier amerikanischen Hawkeye bestimmt worden. Die Amerikaner hatten ihm unfreiwillig ein ziemlich genaues Bild vom Standort der Schlachtgruppe vermittelt. Seine Bear flogen nun einen weiten Halbkreis um die Amerikaner und die Badger befanden sich noch dreißig Minuten Flugzeit vom amerikanischen Radarerfassungsbereich, vierhundert Meilen von der geschätzten Position der Schiffe entfernt. Spruch an Gruppe A Feindformation Gitterkoordinaten 456, 810, Geschwindigkeit 20, Kurs 1, 0, 0 Angriffsplan B um 6.15 Uhr Suluzeit ausführen Gleichlautender Spruch an Gruppe B Taktische Kontrolle über Gruppe B geht an den Koordinator Team Ost über Die Schlacht hatte begonnen Die Badger-Crews tauschten erleichterte Blicke. Sie hatten vor 15 Minuten amerikanische Radarsignale erfasst und wussten, dass jeder Kilometer weiter südlich ihre Chance, in einen Schwarm feindlicher Jäger zu geraten, vergrößerte. In jeder Maschine gaben Bombenschütze und Navigator den unter den Tragflächen montierten Kelt-Raketen Angriffsdaten ein. 800 Meilen weiter südwestlich erhöhten die Besatzungen der Backfire leicht die Triebwerksleistung und legten einen Kurs auf den vom Kommandeur mitgeteilten Bezugspunkt fest. Nachdem sie den amerikanischen Verband in weitem Bogen umflogen hatten, standen sie nun unter dem Befehl eines Offiziers an Bord der ersten Bear, der die Hawkeye mit elektronischen Mitteln erfasste. Es lag nun zwar eine verlässliche Position der NATO-Formation vor, aber sie brauchten genauere Daten, um die Flugzeugträger orten und angreifen zu können. Erleichtert waren die Besatzungen nicht, er erregt. Nun stand ihnen die echte Herausforderung bevor, der vor einem Jahr formulierte Schlachtplan, der ausschließlich über Land fünfmal geprobt worden war. Vier Versuche waren erfolgreich verlaufen. In achtzig Badger-Bombern schauten die Piloten auf die Uhren und zählten die Sekunden bis sechs Uhr vierzehn Solo-Zeit. Feuer! Der erste Badger schoss acht Sekunden zu früh ab. Nacheinander lösten sich die flugzeugförmigen Kelt von ihrer Halterung und blieben mehrere hundert Fuß im freien Fall, bis ihre Turbojet-Triebwerke ihre volle Leistung erreicht hatten. Auf Autopilot geschaltet, stiegen die Keltz zurück auf eine Höhe von dreißigtausend Fuß und flogen mit sechshundert Knoten nach Süden. Die Bomberbesatzungen sahen ihren Vögeln noch eine Minute lang nach, treten dann langsam und elegant ab und flogen in Richtung Heimat. Ihr Auftrag war erfüllt. Sechs Badger mit starken Störsendern an Bord flogen sechzig Kilometer hinter den Keltz weiter nach Süden. Ihre Besatzungen waren nervös, aber zuversichtlich. Amerikanischem Radar würde das Durchbrennen ihrer Störsignale nicht leicht fallen, und außerdem bekamen die Amerikaner bald genug Ziele, um die sie sich zu kümmern hatten. Die Keltz flogen schnurstracks weiter. Sie hatten elektronische Geräte an Bord, die von einem Sensor im Seitenruder automatisch in Betrieb gesetzt wurden. Als sie in den theoretischen Radar-Erfassungsbereich der Hawkeye einflogen, wurden Antwortsender in ihren Nasen aktiv. USS Nimitz Radarkontakte Designiert Überfall 1 Richtung 349 Distanz 460 Meilen Zahlreiche Kontakte Zählung 140 Kontakte Kurs 175 Geschwindigkeit 600 Knoten Auf dem Hauptplot wurden die Kontakte elektronisch aufgezeichnet. Zwei Plexiglasscheiben zeigten ein weiteres Bild. »Aha, da kommen sie«, sagte Baker leise, pünktlich wie die Uhr. »Kommentare?« »Ich«, mehr brachte Tolland nicht heraus. Das Computerdisplay wurde weiß. »Clipper Base hier Hawk 3. Wir empfangen Störsignale von sechs, möglicherweise sieben fliegenden Störsendern, Richtung 340 bis 030. Störer vermutlich auf Distanz. Nicht als Geleitschutz.« »Kontakte vorübergehend verloren. Rechnen mit Durchbrand in zehn Minuten. Erbitte Waffen und Abfangjäger frei!« Baker schaute hinüber zu seinem Luftoperationsoffizier. »Dann mal los«, der Mann nickte und griff nach einem Mikrofon. »Hawk 3 hier Clipper Base. Waffen frei. Ich wiederhole, Waffen frei. Schließt mir ein paar Bomber ab. Out!« Svenson sah sich stirnrunzelnd das Display an. »Admiral, unsere Decks sind praktisch klar. Ich empfehle, den Verband zusammenzuhalten.« Zur Antwort bekam er ein Nicken. »Clipper Flotte hier, Clipper Base. Lassen Sie alle verbliebenen Flugzeuge starten.« Auf einen einzigen Befehl hin machte der gesamte Verband eine Wendung um 180 Grad nach links. Feuerleitradaranlagen wurden nach Norden gerichtet, aber nur in Bereitschaft gehalten. Dreißig Kommandanten warteten auf den Befehl, sie zu aktivieren. Nordatlantik. Sie war sauer. »Klar«, dachte sie, »gut genug bin ich schon. Fluglehrerin auf dem Eagle. Testpilotin. Graduierte Ingenieuren. Projektassistentin beim ASAT-Programm. Sogar zur Astronautin würde ich taugen, aber lässt man mich Kampfeinsätze fliegen? Pustekuchen. Es ist Krieg und ich muss Kisten über den Atlantik kutschieren.« »Scheiße!« Sie hieß Amy Nakamura, war Majorin der US Air Force und hatte 3000 Jetflugstunden hinter sich, zwei Drittel davon ein F-15. Sie war klein und untersitzt, und als eine Schönheit hatte nur ihr Vater sie einmal bezeichnet. Außerdem nannte er sie Bunny, sein kleines Kaninchen. Als ihre Kollegen diesen Kosenamen erfuhren, verkürzten sie ihn zu Buns. Zusammen mit drei Männern flog sie brandneue Eagle nach Deutschland, wo sie von anderen Piloten, Männern, richtig eingesetzt werden sollten. Die Maschinen trugen Zusatztanks, um die Strecke ohne Zwischenlandung zurücklegen zu können, und waren zur Selbstverteidigung mit je einer Sidewinder Luftkampfrakete und der üblichen Ladung 20-Millimeter-Patronen für die Bordkanone ausgerüstet. »Hey, Buns, checken Sie mal an drei Uhr!«, rief ihr Flügelmann. Nakamura hatte phänomenal gute Augen, wollte aber nicht glauben, was sie sah. »Batsch, das sind TU-16 Badger! Wo bleibt die Navy?« »Ganz in der Nähe. Setzen Sie einen Funkspruch ab.« »Navy-Verband, Navy-Verband, hier Air Force Überführungsflug Golf 4-9. Wir sind mit vier Foxtrot 1-5 auf Ostkurs und haben eine russische Bomberformation in Sicht. Position. Mist. Hören Sie mich? Over.« »Wer ist denn das?«, fragte ein Besatzungsmitglied der Hawkeye. Der Fernmeldetechniker antwortete. »Golf 4-9, wir brauchen Autorisation. November 4 Whisky.« Immerhin konnte das ein Russe sein, der Radiospiele trieb. Major Nakamura fluchte leise vor sich hin und fuhr mit dem Zeigefinger an den Kolonnen der Kommunikationscodes entlang. Da. »Alpha 6 Hotel.« »Golf 4-9, hier Navy Hawk 1. Geben Sie Ihre Position durch. Warnung, wir greifen diese Badger an. Setzen Sie sich lieber ab. Bitte bestätigen.« »Von wegen, Navy. Ich sehe drei oder mehr Badger auf Nordkurs. Position 49 Nord, 33 Ost.« »Auf Nordkurs?«, fragte der Offizier in dem Airwax. »Golf hier, Hawk 1. Bestätigen Sie Ihre Beobachtungen.« »Hawk 1 hier, Golf. Es kommen nun von Süden her ein Dutzend Badger.« Ich wiederhole. »Tango, Uniform 6, Bomber, auf mich zu.« »Wir greifen an. Out.« Major Emilia Buns Nakamura langte nach unten, um ihre Luftkampfrakete scharf zu machen und das Head-Up-Display auf taktischen Modus umzuschalten. Dann nahm sie mit Radar eine Freund-Feind-Kennung vor. Keine Antwort. Das genügte. »Frank, Sie greifen mit Ihrem Flügelmann von Osten an.« »Badge, folgen Sie mir. Achtet auf euren Treibstoff. Los!« Für den ersten Anflug wählte Buns ihre Bordkanone und jagte 200 Geschosse in die Kanzel eines Badgers. Der zweimotorige Bomber geriet sofort außer Kontrolle und wälzte sich auf dem Rücken wie ein toter Wal. 1. Major Nakamura johlte vor Entzücken, zog den Igel in einen Looping, der sie hart in den Sitz presste, und stieß dann auf das nächste Ziel hinab. Die Sowjets waren nun gewarnt, und der zweite Badger versuchte wegzutauchen, hatte aber nicht die geringste Chance. Nakamura schoss ihre Sidewinder ab und sah zu, wie die Rakete ihr Ziel, das linke Triebwerk des Badger, fand und die ganze Tragfläche abriss. 2. Drei Meilen vor ihr lag ein weiterer Badger. »Nur Geduld«, sagte sie sich, »du bist viel schneller.« Fast vergaß sie, dass der Badger eine Heckkanzel hatte. Ein sowjetischer Heckschütze erinnerte sie daran, schoss daneben, jagte ihr aber einen gehörigen Schrecken ein. Sie riss den Igel in eine Linkskurve und ging auf Parallelkurs, ehe sie wieder anflog. Der nächste Feuerstoß ließ den Badger in der Luft explodieren. Nakamura ging in den Sturzflug, um nicht von Wrackteilen getroffen zu werden. Der ganze Luftkampf hatte 90 Sekunden gedauert. Sie war in Schweiß gebadet. »Badsch, wo sind sie?« »Ich hab einen erwischt, Bans.« Der andere Igel setzte sich neben ihre Maschine. Nakamura schaute sich um. Plötzlich war der Himmel leer. Wo waren die anderen? »Navy Hawk 1, hier Golf. Hören Sie mich. Over.« »Roger, Golf.« »Okay, Navy. Wir haben gerade vier, wiederhole vier Badger, abgeschossen.« »Fünf Bans,« rief der Führer des anderen Jägerpaars dazwischen. »Hier stimmt etwas nicht, Sir.« Der Radaroperator im Hawk 1 wies auf sein Sichtgerät. »Diese Kerle sind gerade aus dem Nichts aufgetaucht und behaupten, ein paar Badger abgeschossen zu haben, etwa drei oder vierhundert Meilen von hier.« »Clipper Base. Hier Hawk 1. Wir hatten gerade Kontakt mit einem Überführungsflug der Air Force. Die Piloten behaupten, mehrere hundert Meilen nördlich von uns fünf Badger auf Nordkos heruntergeholt zu haben. Ich wiederhole, auf Nordkos.« Tolland zog die Brauen hoch. »Vermutlich einige die Kehrt machten,« meinte Becker. »Dicht am Ende ihrer Reichweite, oder?« »Jawohl, Sir,« erwiderte der Offizier für Luftoperationen. Diese Tatsache schien ihm keine Freude zu bereiten. »Wir haben die Ziele wieder erfasst,« meldete der Radaroperator. Die sowjetischen Kältflugkörper waren unbeirrt weitergezogen. Ihre Radar-Antwortsender ließen sie wie dreißig Meter lange Badger erscheinen. Spezielle Störgeräte, die Rauschen erzeugten und sendeten, verwischten sie auf den Radarsichtgeräten noch mehr, und ihre Autopiloten begannen, abrupte Flugmanöver auszuführen, wie eine Maschine, die versucht, einer Rakete auszuweichen. »Jally-ho!«, Die erste, aus zwölf Tomcats bestehende US-Staffel, war nun nur noch 150 Meilen entfernt. Die Kältflugkörper erschienen deutlich auf dem Radarschirm, und die Kampfbeobachter auf den Rücksitzen gaben rasch die Zielkoordinaten ein. Die Kält näherten sich der Reichweite der Luftkampfraketen, und jeder hielt sie für Bomber. Die Tomcats schossen aus 140 Meilen eine Salve von AIM-54C Phoenix Luftkampfraketen ab, die je eine Million Dollar gekostet hatten. Die Flugkörper rasten mit Mach 5 auf ihre Ziele zu. In einer knappen Minute hatten 48 Raketen 39 Ziele zerstört. Die erste Staffel drehte ab, die zweite ging in Abschussstellung. USS Nimitz »Admiral, hier ist etwas faul«, sagte Toland leise. »Und was wäre das?« Baker war mit der Entwicklung zufrieden. Feindliche Bomber verschwanden von seinem Schirm wie bei einem Kriegsspiel. »Die Russen stellen sich bei diesem Angriff dumm an, Sir.« »Na und?« »Das haben sie bisher noch nie getan.« »Admiral, warum fliegen die Backfire nicht mit Überschallgeschwindigkeit? Warum in nur einem Angriffsverband? Und warum nur in eine Richtung?« »Treibstoffknappheit«, versetzte Baker. »Die Badger sind an der Grenze ihrer Reichweite und müssen direkt angreifen.« »Aber doch nicht die Backfire.« »Der Kurs stimmt. Die Stärke des Angriffsverbandes stimmt«, Baker schüttelte den Kopf und wandte sich wieder dem taktischen Display zu. Die zweite Jägerstaffel hatte gerade ihre Raketen abgeschossen. Da sie nicht frontal angegriffen hatten, litt die Treffgenauigkeit. Mit 48 Raketen schossen sie 34 Ziele ab. Insgesamt waren 157 Ziele ermittelt worden. Tomcat Staffel 3 und 4 erschienen gleichzeitig und feuerten als Gruppe. Als sie ihre Phönix-Raketen verschossen hatten, waren noch 19 Ziele übrig. Die beiden Jägerstaffeln gingen näher heran, um die restlichen Ziele mit ihren Bordkanonen anzugreifen. »Clipper Base, hier Samchef. Ein paar werden durchkommen. Empfehle die Aktivierung des Sam-Radars.« »Roger, Samchef. Genehmigung erteilt«, erwiderte der taktische Koordinator der Trägerflotte. »Nordatlantik«. »Luftsuchradar in 037«, stellte der ESM-Offizier eines Bear fest. »Sie haben uns erfasst. Ich empfehle, dass wir nun ebenfalls illuminieren.« Das Big Bouch-Radar des Bear wurde in Betrieb gesetzt. USS Nimitz. »Neuer Radarkontakt. Designiert Überfall 2.« »Was?« schnappte Baker. Gleich darauf ging ein Spruch von den Jägern ein. »Clipper Base, hier Sluggerführer. Ich habe mein Ziel in Sicht.« Der Staffelführer versuchte, das Ziel mit seiner TV-Kamera zu fixieren. Sein nächster Satz klang gequält. »Warnung! Warnung! Das ist kein Badger, sondern ein Kert. Wir haben auf Flugkörper geschossen.« »Überfall 2 besteht aus 73 Maschinen. Richtung 217. Distanz 130 Meilen. Big Bouch-Radar aktiv«, sagte der Sprecher in der Gefechtszentrale. Toland verzog das Gesicht, als die neuen Kontakte auf dem Display erschienen. »Admiral, man hat uns überlistet.« Der Taktikoffizier des Verbandes war bleich, als er sein Mikrofon einschaltete. »Luftwarnung rot! Waffen frei! Bedrohungsphase 217! Alle Schiffe wie erforderlich wenden, um Batterien freizulegen!« Alle Tomcats waren fortgelockt worden. Der Verband stand praktisch nackt da. Die einzigen bewaffneten Kampfflugzeuge über ihm waren die acht Crusader der Foch, ein Modell, das die Amerikaner schon lange außer Dienst gestellt hatten. Auf einen knappen Befehl von ihrem Träger schalteten sie die Nachbrenner ein und rasten nach Südwesten, den Backfire, entgegen. Zu spät. Der Bear hatte bereits ein klares Bild der amerikanischen Formation. Schiffstüten konnten die Russen zwar nicht bestimmen, wohl aber große von kleinen Schiffen unterscheiden und den Lenkwaffenkreuzer Ticonderoga an seinen unverwechselbaren Radar-Emissionen erkennen. Die Träger konnten nicht weit sein. Der Bear gab diese Information an seine Kameraden weiter. Eine Minute später schossen die Backfire ihre 140 AS-6 Kingfish-Raketen ab und wandten sich mit hoher Geschwindigkeit zurück nach Norden. Mit dem Kelt war die Kingfish nicht zu vergleichen. Sie verfügte über ein Flüssigstofftriebwerk, beschleunigte nun auf 900 Knoten und fasste mit dem Suchradar in der Spitze ein vorprogrammiertes Zielgebiet von zehn Meilenbreite auf. Jedem Schiff in der Mitte der Formation waren mehrere Raketen zugewiesen worden. Vampire, Vampire, rief der Sprecher in der Gefechtszentrale der Ticonderoga. Zahlreiche Raketen im Anflug! Feuer frei! Der Luftabwehroffizier des Trägerverbandes ließ das Aegis-System des Kreuzers auf Automatik stellen. Die Ticonderoga war genau für eine solche Situation gebaut worden. Ihr computerunterstütztes Radarsystem identifizierte die anfliegenden Raketen sofort als feindlich und ordnete jeder eine Zerstörungspriorität zu. Der Computer arbeitete völlig unabhängig und konnte auf alles schießen, was sein Elektronengehirn als bedrohlich erachtete. Zahlen, Symbole und Vektoren zogen über das taktische Hauptdisplay. Die doppelten Raketenstarter an Bug und Heck wurden auf die ersten Ziele gerichtet und warteten auf den Feuerbefehl. Aegis war auf dem neuesten Stand der Technik. Das bislang beste Samensystem hatte aber eine entscheidende Schwäche. Die Ticonderoga hatte nur 96 Luftabwehrraketen an Bord. Im Anflug aber waren 140 Kingfish. Für diese Eventualität war der Computer nicht programmiert. Auf der Nimitz konnte Toland spüren, wie der Träger brüsk abdrehte, auf äußerste Kraft vorausging und mit über 35 Knoten durch den kalten Nordatlantik rauschte. Virginia und California, ihre beiden Begleitschiffe, hatten die Kingfish ebenfalls erfasst und ihre Raketenstarter auf sie gerichtet. Die Kingfish flogen in 8000 Fuß Höhe, waren nur noch hundert Meilen entfernt und legten in vier Sekunden eine Meile zurück. Jede hatte sich nun ein Ziel gesucht, jeweils das größte in ihrem Blickfeld. Die massivsten Objekte waren die Nimitz und ihre Lenkwaffen-Eskorte. Die Ticonderoga schoss ihre ersten vier Raketen ab. Die Flugkörper jagten in die Luft und zogen einen blassgrauen Rauchschweif hinter sich her. Sofort wurden die Starter zum Nachladen, das acht Sekunden dauerte senkrecht gestellt. Im Durchschnitt feuerte der Kreuzer alle zwei Sekunden eine Rakete ab. Zwei Minuten später waren seine Magazine leer. Das Schiff tauchte aus einer gewaltigen grauen Rauchwolke auf und konnte sich nun nur noch mit seinen Geschützen verteidigen. Die Samen fegten mit über 2000 Meilen in der Stunde ihren Zielen, die sie mithilfe der Reflexionen des Feuerleitradars ihres Schiffes identifiziert hatten, entgegen. 150 Meter von den Zielen entfernt explodierten die Sprengköpfe. Das EGES-System zeigte beachtliche Resultate. Über 60 Prozent der Ziele wurden zerstört. Auf insgesamt acht Schiffe hielten nun 82 feindliche Raketen zu. Andere mit Lenkwaffen ausgerüstete Schiffe traten nun in den Kampf ein. In mehreren Fällen suchten sich zwei oder drei Raketen dasselbe Ziel und zerstörten es gewöhnlich. Die Zahl der anfliegenden Vampire sank auf 70. Dann auf 60. Fiel aber nicht schnell genug. Allen war nun klar, welchen Zielen der Angriff galt. Starke Störsender wurden eingeschaltet, Schiffe begannen radikale Manöver, die an einen stilisierten Tanz erinnerten, und die Gefahr einer Kollision war nun die geringste Sorge der Kommandanten. Als die Kingfish bis auf 20 Meilen herangekommen waren, begann jedes Schiff des Verbandes Düppelraketen abzuschießen, die die Luft mit Millionen von Aluminium beschichteten Mila-Fragmenten erfüllten und Dutzende neuer Geisterziele für die Feindraketen erzeugten. Einige Kingfish verloren ihre Ziele und jagten Mila-Gespenster. Zwei gerieten in Verwirrung und suchten sich neue Ziele am anderen Ende des Flottenverbandes. Das Radarbild auf den Nimitz wurde plötzlich unscharf. Aus klaren Leuchtflecken, die die Position der Schiffe dargestellt hatten, wurden formlose Wolken. Konstant blieben nur die Kingfish. Umgekehrte Vs mit Vektoren, die Richtung und Geschwindigkeit anzeigten. Die letzte Samsalve schoss noch drei ab. Nun waren einundvierzig Vampire übrig. Tolland zählte fünf, die auf die Nimitz zuhielten. Oben an Deck verfolgten nun die Defensivwaffen ihre Ziele. Es handelte sich um CIWS radargesteuerte Gatling-Maschinenkanonen 20 mm, die anfliegende Raketen über eine Distanz von unter 2000 Meter zerstören konnten. Die beiden vollautomatisch arbeitenden Lafetten auf dem Achterdeck des Trägers hoben sich und begannen, die ersten beiden anfliegenden Kingfish zu verfolgen. Die Lafette an Backbord feuerte zuerst. Das Radarsystem erfasste das Ziel und die Bahn der Geschosse aus Uran brachte beide in Einklang. Die erste Kingfish explodierte 800 Meter Backbords des Achterschiffs der Nimitz. Tausend Kilo Sprengstoff ließen das Schiff erbeben. Tolland spürte die Erschütterung und fragte sich, ob das Schiff einen Treffer abbekommen hatte. Um ihn herum konzentrierten sich die Männer in der Gefechtszentrale auf ihre Arbeit. Ein Ziel verschwand vom Bildschirm. Noch vier. Die nächste Kingfish flog auf den Bug des Trägers zu und wurde von einem CIWS in der Luft zur Detonation gebracht, aber zu nah am Schiff. Trümmer fetzten über das Deck des Trägers und töteten ein Dutzend Besatzungsmitglieder. Nummer drei wurde von einer Düppelwolke abgelenkt und stürzte eine halbe Meile hinter der Nimitz ins Meer, ließ eine 300 Meter hohe Wassersäule aufsteigen und den Träger vibrieren. Raketen vier und fünf flogen keine hundert Meter voneinander entfernt von Achtern an. Das achterliche CIWS erfasste beide, konnte sich jedoch nicht entscheiden, welches es zuerst angreifen sollte, ging auf Nullstellung und traf überhaupt nichts. Die Raketen schlugen im Abstand von einer Sekunde ein, eine an der Backbordseite des Flugdecks Achtern, die andere am Landefangseil zwei. Toland wurde vier Meter weit durch die Luft und gegen eine Radarkonsole geschleudert. Er sah eine rosa Feuerwand, die über ihn hinwegfegte. Dann folgte der Lärm. Erst der Donner der Explosion. Dann die Schreie. Das Achterschott der Gefechtszentrale existierte nicht mehr. Dort loderte nun eine Flammenwand. Er floh zur Tür, die wie durch ein Wunder aufging und rannte nach Steuerbord. Die Löschanlage war bereits in Betrieb und besprühte alles mit Seewasser, das ihm auf der Haut brannte, als er mit angesenkten Haaren und Kleidern den Kettgang des Flugdecks erreichte. Ein Matrose richtete den Strahl eines Wasserschlauches auf ihn, der ihn beinahe über Bord schleuderte. Toland fiel auf die Knie und sah über die Reling. Die Fosch hatte im Norden gelegen, wie er sich entsann. Nun stieg dort eine Rauchsäule auf. Gerade detonierte dreißig Meter über dem Flugdeck der Saratoga die letzte Kingfish. Der Träger wirkte unbeschädigt. Die achterlichen Aufbauten der Tickon der Rogar waren von einem Raketentreffer zerfetzt und brannten. Am Horizont kündete ein Feuerball von der Zerstörung eines weiteren Schiffs. Mein Gott, dachte Toland, doch nicht die Saipan? Mit zweitausend Marinesoldaten an Bord? Verschwinden Sie hier, schrie ein Brandbekämpfer ihn an. Dann erschien noch ein Mann auf dem Steg. Toland, sind Sie verletzt? Es war Captain Svensson, dessen Hemd zerfetzt war und der an der Brust aus einem halben Dutzend Schnittwunden blutete. Nein, Sir, antwortete Bob. Gehen Sie auf die Brücke und lassen Sie das Schiff an Steuerbord quer in den Wind bringen. Los! Svensson sprang hoch aufs Flugdeck. Toland folgte seinem Beispiel, rannte los, glitt auf dem Löschschaumteppich aus, fiel hart und erreichte dann endlich die Insel, war in einer knappen Minute im Ruderhaus. Das Brückendeck war mit Glassplittern bedeckt. Wie geht's dem Kommandanten? fragte der erste Offizier. Er lebt noch und überwacht acht an die Brandbekämpfung. Und wer sind Sie? herrschte ihn der erste Offizier an. Toland, Nachrichtendienst. Ich war in der Gefechtszentrale. Dann haben Sie Glück gehabt. Die zweite Rakete schlug fünfzig Meter neben Ihnen ein. Kam sonst noch jemand raus? Keine Ahnung. Brennt wie Zunder. Sieht aus, als hätten Sie was abbekommen, Commander. Bob hatte das Gefühl, mit einer Glasscherbe rasiert worden zu sein. Als er seine Augenbrauen berührte, zerfielen sie zu Staub. Nicht so tragisch. Was kann ich tun? Der erste Offizier wies auf Tolands Wasserflügel. Können Sie das Schiff steuern? Gut, dann mal los. Ist sowieso nichts übrig, mit dem Sie kollidieren könnten. Ich kümmere mich achtern um die Brandbekämpfung. Kommunikations- und Radaranlagen sind ausgefallen, Maschinen und Rumpf aber unversehrt. Mr. Bice hat das Deck. Mr. Toland, überwach das Steuern, verkündete der erste Offizier beim hinausgehen. Toland, der seit über zehn Jahren nichts Größeres als einen Boston Whaler gesteuert hatte, fand sich plötzlich mit der Verantwortung für einen beschädigten Flugzeugträger betraut. Er nahm ein Fernglas und schaute sich nach den anderen Schiffen in der Nähe um. Was er sah, ließ ihn frösteln. Die Saratoga sah als einziges Schiff intakt aus, doch auf den zweiten Blick stand ihr Radarmast schief. Die Fosch lag viel zu tief im Wasser und brannte vom Bug bis zum Heck. Wo ist die Saipan? Flog in die Luft, erwiderte Commander Bice. Mein Gott, sie hatte 2500 Mann an Bord. Taekwondo Roga von einer Rakete beschädigt, die dicht neben ihr explodierte. Fosch bekam drei Treffer ab. Sieht aus, als müsste sie aufgegeben werden. Zwei Fregatten und ein Zerstörer einfach verschwunden. Wer hat hier Mist gebaut? Sie waren doch in der CIC, oder? Wer hat hier Scheiße gebaut? Die acht französischen Crusader gerieten gerade in Kontakt mit den Backfire. Die russischen Bomber hatten die Nachbrenner eingeschaltet und flogen fast so schnell wie die Jäger. Alle Piloten der Träger hatten mitbekommen, dass ihre Schiffe plötzlich nicht mehr funkten, und aus den kühlen Profis wurden Racheenge. Nur zehn Backfire befanden sich in ihrer Reichweite. Sechs erwischten sie mit ihren Raketen und beschädigten zwei andere, dann mussten sie das Gefecht wegen Treibstoffmangels abbrechen. USS Caron, das größte unbeschädigte Schiff, verfolgte die Russen mit Radar und ersuchte Großbritannien, den Bomberverband auf dem Rückflug mit Jägern abzufangen. Doch damit hatten die Russen gerechnet, schlugen einen weiten Bogen um die britischen Inseln und trafen sich 400 Meilen westlich von Norwegen mit ihren Tankern. Inzwischen werteten die Sowjets bereits das Resultat des Angriffs aus. Die erste große Schlacht zwischen modernen Flugzeugträgern und mit Raketen bewaffneten Bombern war geschlagen worden. Der Verlierer stand zweifelsfrei fest. Der Brand auf der Nimitz war binnen einer Stunde gelöscht. Da alle ihre Flugzeuge in der Luft gewesen waren, hatte sich nur wenig brennbares Material an Bord befunden, und die Brandbekämpfungskapazität des Trägers entsprach der einer Großstadt. Toland ging zurück auf Ostkurs. Saratoga nahm Flugzeuge auf, betankte sie und schickte alle außer den Jägern zu Luftstützpunkten an Land. Die großen Schiffe nahmen Kurs auf Europa, drei Fregatten und ein Zerstörer blieben zurück, um nach Überlebenden zu suchen. »Volle Kraft voraus!«, befahl Svensson auf der Brücke. »Toland, wie geht's Ihnen?« »Keine Klagen!« Jammern war sinnlos. Das Schiffslazarett war mit Hunderten von Schwerverletzten überfüllt. Über die Zahl der Toten bestand noch keine Klarheit. »Sie hatten Recht«, sagte der Käpt'n zornig und deprimiert. »Die Russen machen es uns zu leicht, und wir fallen auf den Trigger rein.« »Wir bekommen bestimmt noch einmal eine Chance, Käpt'n.« »Und ob?« »Wir laufen Southampton an. Mal sehen, ob die Briten so einen Koloss reparieren können.« »So. Ach, dann gibt's immer noch eine Menge zu tun. Können Sie weiter das Steuern überwachen?« »Jawohl, Sir.« Die Nimitz und ihre atomgetriebenen Begleitschiffe gingen auf volle Fahrtrichtung England, fast vierzig Knoten, und ließen den Verband zurück. Eine leichtsinnige Entscheidung, denn die U-Jäger konnten dieses Tempo nicht mithalten. Andererseits würde ein U-Boot sehr rasch reagieren müssen, wenn es sie erwischen wollte. 21. Nordischer Hammer Höhe 152, Island »Das war ein Jäger und bestimmt nicht der Einzige«, sagte Edwards. Im Südwesten lockerte sich die Bewölkung auf, am Horizont leuchtete es blau. Edwards trug Helm und Poncho, saß am Boden und starrte in die Ferne. »Da haben Sie wohl recht, Sir«, gab Smith zurück. Der Sergeant war nervös. Sie saßen nun schon vierundzwanzig Stunden auf dieser Höhe. Die günstigste Zeit zum Aufbrechen wäre im Regen gewesen, als die Sichtweite nur wenige hundert Meter betragen hatte. Im Norden ging ein starker Schauer nieder, der ihnen die Sicht auf Reykjavik nahm. Auch Hafnar Fjördur im Westen war kaum auszumachen, was den Sergeant, der wissen wollte, was der Russe trieb, besorgte. Was, wenn er Edwards Satelliten-Funkgerät ortete? Was, wenn Streifen unterwegs waren? »Lieutenant, auf der einen Seite haben wir Telefonstrippen, auf der anderen Starkstromleitungen. Wollen Sie etwas sprengen?« fragte Edwards lächelnd. »Nein, Sir, aber die Russen werden Sie bestimmt durch Streifen kontrollieren lassen. Und für eine Feindberührung ist dies ein ungünstiger Platz.« »Richtig. Wir sollen beobachten und melden,« erwiderte Edwards, klang aber nicht sehr überzeugt. Edwards sah auf die Uhr. 19.55 Uhr, Sulu-Zeit. Doghouse hatte sich noch nicht gemeldet. Edwards baute das Gerät auf. Um 19.59 Uhr schaltete er es ein und bewegte die Antenne, bis er das Trägersignal des Satelliten empfing. »Doghouse ruft Beagle. Doghouse ruft Beagle. Hören Sie mich. Over.« »Sieh mal einer an.« Er ging auf Sendung. »Roger, wir empfangen Doghouse.« »Neue Meldungen?« »Negativ, nur Regen.« »Sichtverhältnis ist schlecht.« Der Fernmeldeoffizier in Schottland schaute auf die Wetterkarte. Es regnete also tatsächlich. Bislang war er nicht in der Lage gewesen, seinen Vorgesetzten zu überzeugen, dass man Beagle trauen konnte. Edwards hatte alle Fragen, die von der Abwehr zusammengestellt worden waren, korrekt beantwortet. Bei der letzten, seiner Freundin betreffenden Antwort, hatte der Zeiger des Stress-Analysers ausgeschlagen. Die Emotionen waren also echt gewesen. Hintergrundinformationen über seinen Werdegang ergaben ein psychologisches Profil. Kein Krieger. Frage? Wie lange konnte der Junge durchhalten? Kevlawick, Island. Eine Mig war in der Luft, die anderen standen in den von den Amerikanern erst kürzlich fertiggestellten Bunkern am Ende der Startbahn 2. Der Jäger hatte zwei Aufträge. Zum einen sollte er patrouillieren und im Falle einer feindlichen Attacke eingreifen. Zum anderen wurde er sorgfältig von den Radarkontrollern am Boden verfolgt. Die Geräte mussten justiert werden. So zog das Kampfflugzeug über dem Stützpunkt Kreise, während die Radaroperatoren festzustellen versuchten, ob ihre Instrumente korrekte Werte anzeigten. Die Jäger waren bewaffnet und betankt. In ihrer Nähe ruten sich die Piloten auf Feldbetten aus. Im Augenblick füllten Tanklaster die Badger-Bomber, die die Jäger navigatorisch und elektronisch unterstützt hatten, auf. Bald sollten sie abfliegen und neun weitere MiG-29 nach Island begleiten. Inzwischen waren alle Startbahnen bis auf eine geräumt. Die Trümmer der amerikanischen Flugzeuge hatten Bulldozer vom Asphalt geschoben. Die Reparatur der Pipeline sollte in einer Stunde abgeschlossen sein. »Ein ereignisreicher Tag,« sagte der Major zum Oberst. »Er ist aber noch nicht zu Ende. Aufatmen kann ich erst, wenn der Rest des Regiments hier ist,« erwiderte der Oberst leise. »Die Amerikaner hätten schon längst angreifen müssen.« »Wie denn?« Der Oberst zuckte die Achseln. »Schwer zu sagen. Wenn Sie den Stützpunkt wirklich ausschalten...«